Angefangen hatte das Jucken etwa eine Woche nach seinem ersten Flug. Es begann mit seiner Kopfhaut, und nach einigen Tagen, als die Wunden an seinen Armen, den Beinen und seinem Geschlechtsteil verheilten, hätte sich Tacker am liebsten die Haut vom Leib gekratzt, damit es endlich aufhörte. Es wäre eher erträglich gewesen, wenn es irgendeine Ablenkung gegeben hätte, etwas, das er hätte tun können, außer in seinem Bungalow herumzusitzen und darauf zu warten, dass er zu einem Flug gerufen wurde. Aber mittlerweile kam der Doktor nur noch einmal am Tag vorbei, und Beth Curtis hatte er nicht mehr gesehen, seit sie gelandet waren. Er las Spionageromane und hörte einen Country- und Western-Sender aus Guam, bis er glaubte, dass er sich auch noch die restlichen Haare ausraufen würde, wenn er noch eine einzige klagende Stilgitar zu hören bekam. Manchmal lag er, konfrontiert mit dem komatösen Zustand seines Geschlechtsteils, unter seinem Moskitonetz und versuchte, sich all die Frauen einzeln vor Augen zu führen, die er je gehabt hatte, gefolgt von all jenen, die er jemals begehrt hatte, eingeschlossen Schauspielerinnen, Models und berühmte Gestalten der Geschichte. Wobei ihn das Doppel-Kleopatra Marilyn Monroe in warmem Pudding beinahe eine Stunde lang abzulenken vermochte. Zweimal täglich bereitete er sich eine warme Mahlzeit zu. Der Doktor hatte ihm eine Kochplatte bringen und die Speisekammer mit Konservendosen vollstellen lassen, und gelegentlich kam einer der Wachmänner vorbei und brachte ein Paket Obst oder frischen Fisch. Den größten Teil des Tages allerdings juckte es Tuck. Er versuchte Sebastian Curtis in eine Konversation zu verwickeln, aber es gab nur wenige Themen, zu denen der Missionar sich nicht ausweichend äußerte, und in den meisten Fällen fiel ihm ein, dass er noch dringende Aufgaben in der Klinik zu erledigen hatte. Wenn er Fragen stellte in Bezug auf Kimi oder das Wachpersonal und das Fehlen von Frachtladungen, erntete er ebenso ausweichende Halbantworten und Schweigen wie auf seine Fragen nach der Frau des Doktors, seinem persönlichen Werdegang, den Inselbewohnern und dem Kontakt zur Außenwelt. Er bat den Doktor um etwas Kortison, einen Fernseher, und darum, seinen Computer benutzen zu dürfen, um Jake Sky eine Nachricht zukommen zu lassen. Curtis lehnte zwar nicht ausdrücklich ab, doch am Ende stand Tuck mit leeren Händen da, wenn man von dem guten Rat absah, doch mal schwimmen zu gehen und nicht zu vergessen, dass er einen Haufen Geld mit dem Lesen von Spionageromanen und dem Kratzen an seinen Narben verdiente. Was Tuck wollte, waren ein Steak, eine Frau, obwohl er noch immer nicht wusste, ob er mit ihr mehr anstellen konnte, als sich mit ihr zu unterhalten, und eine eisgekühlte Flasche Wodka. Der Doktor gab ihm ein paar Schwimmflossen, eine Tauchermaske mit Schnorchel und eine Flasche wasserfeste Sonnenmilch. Als Tuck eines Morgens eine Stunde lang versucht hatte, seinem Glied Leben einzuhauchen, indem er sich vorstellte, wie er Mrs. Nelson, seine Lehrerin aus der fünften Klasse, in Frischhaltefolie einwickelte und erleben musste, wie seine Fantasie dadurch den Bach runterging, das besagte Mrs. Nelson sich nicht von ihrer Behauptung abbringen ließ, er habe doch keine Tinte im Füller, schnappte er sich seine Tauchausrüstung und machte sich auf den Weg zum Strand. Zwei der Wachen folgten ihm in gewissem Abstand. Sie waren ständig präsent. Wenn er aus dem Fenster schaute, wenn er einen Spaziergang machen wollte, wenn er die Leer überprüfen wollte, immer klebten sie an ihm wie ein paar Schatten in Stereo. Und nun standen sie da und schauten auf ihn hinab, während er seine Flossen anzog. »Warum zieht ihr euch nicht ein paar Badehosen an und kommt mit? Die Strampelanzüge da sind doch bestimmt ziemlich unbequem.« Es war nicht das erste Mal, dass er mit ihnen zu reden versuchte, und es war auch nicht das erste Mal, dass er ignoriert wurde. Sie standen einfach nur da und schwiegen wie meditierende Mönche. Tuck hatte noch nicht herausfinden können, ob sie auch nur ein Wort Englisch verstanden. »Okay, dann mache ich jetzt mal meine Custodnummer, aber nachher feiern wir ein bisschen zusammen mit rohem Fisch und Karaoke.« Jetzt winkerte ihn zu. Keine Reaktion. »Dann lasst uns halt Karten spielen und ihr erzählt mir davon, wie es ist, wenn ihr Karts euch gegenseitig Heikus rezitiert, während ihr euch jene Nacht gegenseitig einblast.« Tuck dachte, das müsste reichen, aber immer noch erntete er keinerlei Reaktion. Auf seinem Weg zum Wasser sagte Tuck, »Ich habe gehört, die japanische Flagge soll eine gebrauchte Monatsbinde darstellen, stimmt das?« Er warf einen Blick zurück über die Schulter, um zu sehen, ob sich jetzt vielleicht etwas tat, und in diesem Augenblick blieb er mit der einen Schwimmflosse an einem Felsen hängen. Einen Augenblick später lag er mit dem Gesicht nach unten auf dem Strand und spuckte Sand, während die Wachen lachten. »Arschloch!« hörte er einen von ihnen sagen, und einen Augenblick später war er wieder auf den Beinen und baute sich vor den Japanern auf wie eine riesige, tollwütige Ente. »Verpifft euch, ihr Idioten!« Der Wachmann, der zuvor gesprochen hatte, rührte sich nicht vom Fleck, doch sein Kollege machte ein paar Schritte rückwärts. Er sah ziemlich verloren aus ohne seine Uzi. »Was ist los? Keine Maschinenpistole? Seid ihr kleinen Scheißer so beschäftigt gewesen, mir auf die Pelle zu rücken, dass ihr euer Spielzeug vergessen habt?« Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, stieß Tuck dem Wachmann mit dem Zeigefinger gegen die Brust. Der Wachmann packte Tucks Finger, bog ihn zurück und zog ihm die Füße unter dem Körper weg. Er zog eine Glock neun Millimeter aus seinem Gürtel hervor und presste Tuck die Mündung der Pistole an die Stirn, dass seine Haut weiß anlief. Der andere Wachmann blaffte etwas auf Japanisch, machte dann einen Schritt vorwärts und trat Tuck in den Bauch. Tuck rollte sich zu einer Kugel zusammen, hielt instinktiv einen Arm vor das Gesicht und den anderen an die Seite gepresst, um seine Nieren zu schützen. Er wartete auf den nächsten Schlag. Doch es kam keiner. Als er aufschaute, waren die Wachen auf dem Weg zurück in die Siedlung. Dass sie ihn nun endlich in Ruhe ließen, war zwar das von ihm erwünschte Ergebnis, doch der Weg dahin war steiniger gewesen, als er erwartet hatte. Tuck bewegte seinen Finger, um sicher zu gehen, dass er nicht gebrochen war, und untersuchte dann den Stiefelabdruck unterhalb seines Brustkorbs. Dann brach sich sein Zorn Bahn und seine Fantasie begann mit dem Schmieden von Racheplänen. Am leichtesten wäre es gewesen, dem Doktor von allem zu erzählen, aber Tuck war wie alle Männer konditioniert in der Ablehnung zweier Reaktionen. Man heult nicht und man petzt nicht. Nein, es musste etwas sein, das subtil war und elegant und schmerzhaft und vor allem erniedrigend. Beflügelt von neuer Energie, Adrenalin-befeuerte Rachegelüste, hechtete er ins Wasser. Er paddelte an der Innenseite des Riffs entlang und betrachtete die Seeanemonen, die in der Strömung pulsierten, während kleine Fische in Neonfarben zwischen den Korallen hin und her schossen wie leuchtende Pfeile. Der Ozean war so warm wie Badewasser, und nachdem er ein paar Minuten das Gesicht unter Wasser gehalten hatte, fühlte er sich völlig losgelöst von seinem Körper, und das Spiel der Farben unter ihm wurde undurchschaubar und bedeutungslos. Das Einzige, was ihn an seine menschliche Natur erinnerte, waren das Geräusch seines Atems, der durch den Schnorchel rauschte, und die bildhaften Vorstellungen kalter Rache in seinem Geist. Er schaute an einer zerklüfteten Kante des Riffs hinab und sah einen mächtigen Schatten, der am Meeresgrund entlang glitt. Doch bevor er sich überlegen konnte, ob er nun kämpfen oder in Panik verfallen sollte, erkannte er, dass es sich um den Schatten einer Loggerhead-Schildkröte handelte, die durch das Wasser schwebte wie der Engel eines Sauriers. Die Schildkröte umkreiste ihn und kam Tucker dabei so nahe, dass er sehen konnte, wie das silberdollergroße Auge des Wesens zuckte, als es ihn betrachtete. »Du gehörst nicht hierher«, sagte es. Und jener Teil von Tucker, der im Salzwasser seine Mutter gefunden zu haben glaubte, rebellierte, und er fühlte sich verletzlich und fehl am Platz, und ihm war kalt, und er hatte ein wenig den Eindruck, als habe er sich daneben benommen. Gerade so, als ob er bei einem Dinner mit Krawatten zwang erst beim Dessert festgestellt hätte, dass er im Pyjama gekommen war. Es war Zeit zu gehen. Er hob den Kopf aus dem Wasser, nahm den Maschenzaun ins Visier, der bis zum Strand reichte, und kraulte langsam auf das Ufer zu. Allmählich wurde das Wasser niedriger, und als er sich das Knie an einem Felsbrocken anschlug, erhob er sich und wartete durch die Brandung, was mit Flossen an den Füßen nicht ganz einfach war, weil das zerklüftete Wasser ihn immer wieder seewärts zog. Endlich aus dem Wasser heraus ließ er sich in den Sand fallen und zog sich die Schwimmflossen aus. Ohne sich umzublicken schleuderte er sie hinter sich auf den Strand, und er hatte kaum einmal Atem geholt, als ihn eine uhrenbetäubende Explosion in die Höhe hob und ihn drei Meter weit durch die Luft schleuderte, bis er völlig verdutzt und atemlos wieder landete, während Klumpen feuchten Sands und Fetzen seiner Schwimmflosse auf ihn herunterrieselten. Tucker kam zum Eingang der Klinik hereingestürmt, und hinter ihm breitete sich eine Spur von Sand und Wasser auf dem Betonfußboden aus. Minen! Sie haben verfickte Landminen an ihrem verfickten Strand eingebuddelt! Sebastian Curtis saß an einem Computerterminal. Er schaltete hastig den Bildschirm aus und wirbelte in seinem Stuhl herum. Ich habe die Explosion gehört, aber es wäre nicht das erste Mal, dass Vögel oder Schildkröten eine ausgelöst hätten. Ist jemand verletzt worden? Wenn man davon absieht, dass ich den Rest meines Lebens einen Pfeifton im Ohr haben werde und mein Schließmuskel sich erst wieder entspannt, wenn ich ein paar Jahre tot bin? Nein! Niemand ist verletzt worden! Was ich wissen will, ist, warum haben Sie Minen am Strand? Beruhigen Sie sich, Mr. Case. Bitte, setzen Sie sich. Der Doktor deutete auf einen Klappstuhl aus Metall. Bitte. Er machte einen traurigen Eindruck. Absolut nicht verbissen oder fanatisch, wie man es bei einem Mann erwartet hätte, der einen tropischen Strand vermint. Ich nehme an, es gibt ein paar Dinge, die Sie besser wissen sollten. Zunächst einmal habe ich hier etwas für Sie. Er zog eine Schublade unterhalb der Tastatur auf, nahm einen Scheck heraus und reichte ihn Tuck. Tuckers Wut legte sich ein wenig, als er den Betrag las. Zehn Riesen? Wofür denn das? Nennen Sie es eine Einstandsprämie. Beth hat erzählt, dass Sie Ihre Sache sehr gut gemacht haben. Tuckers ließ den Scheck zwischen seinen Fingern hin- und hergleiten, wischte dann den Sand ab und betrachtete ihn erneut. Wenn er auch nur eine Spur von Selbstachtung besessen hätte, hätte er ihn dem Doktor ins Gesicht geschleudert. Hatte er aber nicht, war er klar. Das ist wirklich großartig, Doc. Zehn Riesen dafür, dass ich eine Kiste Wein abgeholt habe. Ich will gar nicht erst fragen, was in der Kühlbox war, die sie dem Kahl gegeben hat, aber ich wäre vor ein paar Minuten da unten am Strand fast umgekommen. Ich bedauere das zutiefst. Um die ganze Insel herum liegt noch eine Menge japanischer Munition. Die Gegend am Ende des Zauns war früher ein Minenfeld. Die Angestellten und die Eingeborenen wissen, dass man sich da besser fernhält. Nun ja, das hätten Sie mir gegenüber ja vielleicht auch mal erwähnen sollen. Ich wollte Sie nicht beunruhigen. Ich habe zwei Männer vom Personal angewiesen, ein Auge auf Sie zu werfen und Sie von dieser Gegend fernzuhalten. Ich werde mich noch mal mit Ihnen unterhalten. Das ist nicht mehr nötig. Ich habe mich selbst mit Ihnen unterhalten. Und allmählich geht es mir auf die Nerven, dass Sie mich die ganze Zeit bewachen. Es dient nur Ihrer eigenen Sicherheit, wie Sie nun wohl auch einsehen werden. Ich bin kein kleines Kind und ich will auch nicht so behandelt werden. Ich will gehen, wohin ich will, wann ich will und ich will nicht von einem Haufen Ninjas überwacht werden. Der Doktor saß mit einem Mal kerzengerade auf seinem Stuhl. Warum benutzen Sie den Begriff Ninjas? Wer hat Ihnen gegenüber diesen Ausdruck für meine Mitarbeiter gebraucht? Sehen Sie sie doch nur mal an. Es sind Japaner, sie tragen schwarze Klamotten und sie treiben Kampfsport. Zum Teufel das Einzige, was den Jungs fehlt, sind T-Shirts, auf denen steht, frag mich was über die Ninjas. Ich nenne sie Ninjas, weil sie haargenau so aussehen. Krankenpfleger sind es jedenfalls garantiert keine. Nein, sind sie auch nicht, sagte Sebastian. Aber ich fürchte, sie sind ein notwendiges Übel, gegen das ich im Übrigen auch nicht viel tun kann. Warum nicht? Es ist doch Ihre Insel. Diese Insel gehört den Haifischmenschen. Und selbst die Klinik gehört nicht mir, Mr. Case. Außerdem werden wir, ich bin mir ganz sicher, dass Sie das mittlerweile ebenfalls erraten haben, auch nicht über den Missionsfonds der Methodisten finanziert. Ja, sowas habe ich mir auch schon überlegt. Wir haben einige sehr mächtige Sponsoren in der japanischen Finanzwelt. Und diese bestehen nun einmal darauf, dass wir ein kleines Kontingent an Sicherheitskräften hier auf der Insel haben, wenn wir an den Fördergeldern weiter interessiert sind. Fördergelder? Für was, Doc? Forschung. Tuck lachte. Klar, das hier ist ja auch die absolut passende Umgebung für Forschung. Wieso sollte man sich mit irgendwelchen sterilen Hightech-Labors in Tokio rumschlagen, wenn man seine Forschung und Entwicklung auch hier irgendwo am Arsch des Pazifiks betreiben kann? Jetzt aber mal im Ernst, was geht hier wirklich ab? Der Doktor deutete auf den Scheck, den Tagger in der Hand hielt. Wenn ich es Ihnen sage, Mr. Case, dann ist das hier der letzte Scheck, den Sie jemals sehen werden. Sie können sich entscheiden. Wenn Sie hier arbeiten wollen, müssen Sie sich damit abfinden, dass Verschiedenes im Dunkeln bleibt. Da gibt es keine Kompromisse. Es dreht sich um Forschung und die ist geheim und die Leute, die dafür bezahlen möchten, dass es so bleibt. Ansonsten hätten Sie nicht die Wachen engagiert oder mich in die Lage versetzt, Ihnen ein derartiges Gehalt zu zahlen. Er strich sich seine grauen Haare zurück und schaute Tagger starr in die Augen. In seinem Blick lag nichts Drohendes und keinerlei Herausforderung. Es war der Blick eines Arztes, der um das Wohlergehen seines Patienten besorgt ist. Wollen Sie immer noch wissen, was wir hier tun? Tuck betrachtete den Scheck, warf einen Blick auf den Doktor und betrachtete erneut den Scheck. Wenn er gedeckt war, war dies die größte Geldsumme, die er je in seinem Leben besessen hatte. Er sagte, ich will nur, dass mir die Wachen ein bisschen von der Pelle rücken, damit ich auch mal Luft holen kann. Der Doktor lächelte. Das lässt sich, glaube ich, machen. Aber Sie müssen mir Ihr Wort geben, dass Sie nicht versuchen werden, das Gelände zu verlassen. Wohin sollte ich denn gehen? Ich habe diese Insel aus der Luft gesehen, wissen Sie noch? Ich glaube nicht, dass ich viel versäume. Es geht mir nur um Ihre eigene Sicherheit. Natürlich, sagte Tagger und gab sich alle Mühe, möglichst ehrlich zu klingen. Aber ich brauche einen Fernseher. Das Rumsitzen in meinem Zimmer macht mich ganz krank im Hirn. Wenn ich noch einen einzigen Spionageroman lese, kriege ich eine Lizenz für eine Doppelnull. Ihr habt doch einen Fernseher. Und ich weiß, dass ihr auch eine Satellitenschüssel habt. Ich will einen Fernseher. Wieder lächelte der Doktor. Sie können unseren haben. Ich bin sicher, Beth wird nichts dagegen haben. Du hast ihm was gegeben? Die hohe Priesterin schaute von ihrer Ausgabe des Ass-Magazins auf. Sie war in einen weißen Seidenkimono gehüllt, dessen Gürtel nicht zu gebunden war und der nun in Kaskaden an ihr hinabglitt, bis der Stuhl, auf dem sie saß, aussah, als ragte er aus einem schillernden Teich heraus. Ihr Haar hatte sie mit Essstäbchen aus Ebenholz hochgesteckt, die mit Drachen aus Elfenbein verziert waren. Der Medizinmann stand in der Tür zu ihrem Gemach. Eben noch war er ziemlich stolz auf sich gewesen, bis ihn der Ton in ihrer Stimme getroffen hatte wie ein Eispickel in den Nacken. Deinen Fernseher. Aber es ist nur vorübergehend. Ich sorge dafür, dass gleich beim nächsten Flug ein neuer Fernseher auf dem Flugplatz bereitgestellt wird. Und wann ist das? Sobald ich eine neue Bestellung in Arbeit habe. Ich verspreche es dir, Beth. Und das heißt, dass ich zu allem Überfluss auch noch eine Vorstellung geben muss ohne meine Serien? Sebastian, ich brauche diese Serien, um mein Gefühlsgedächtnis zu trainieren. Wie kannst du von mir erwarten, dass ich eine Göttin spiele, wenn ich mein emotionales Moment nicht finde? Vielleicht schaffst du es ja dieses eine Mal mit Emotionen, die nicht per Satellit eingespeist werden. Sie ließ ihre Zeitschrift fallen, biss sich auf die Lippen und wandte ihren Blick in eine Ecke des Zimmers, als ob sie ernsthaft darüber nachdächte. In Ordnung, gib ihm den Fernseher. Ich habe ihm außerdem noch 10.000 Dollar gegeben. Ihre Augen zogen sich zu schmalen Schlitzen zusammen. Und was kriegt er, wenn er sich das nächste Mal aufplustert? Eine Nacht mit der Himmelsgöttin? Wenn ich ihn so weit runterhandeln kann, sagte der Medizinmann. Dann wandte er sich um und ging still vor sich hin lächelnd aus dem Zimmer. Sitten der Eingeborenen Tucker Case verbrachte die folgende Woche damit, die Siedlung zu beobachten und sich einen Reim darauf zu machen, was hier vor sich ging. Der Doktor hatte ihm wie versprochen den Fernseher gebracht und ihm sogar ein Siebener Eisen ausgeliehen, aber seitdem hatte Tucker ihn nur aus der Ferne zu Gesicht bekommen, wenn er zwischen der Klinik und einem der kleinen Bungalows am anderen Ende des Strandes hin und her pendelte. Die Wachen beobachteten ihn weiterhin. Doch sie hielten stets einigen Abstand, wenn er schwimmen ging oder einen Vernichtungsfeldzug gegen die Hähne unternahm. Von Beth Curtis war nichts zu sehen. Falls der Doktor wirklich irgendwelche Forschungsarbeiten betrieb, so gab es keinerlei Hinweise darauf, um was es sich handelte. Tuck versuchte mehrfach unangemeldet in der Klinik vorbeizuschauen, doch entweder war die Tür verschlossen oder es reagierte niemand auf sein Klopfen. Die Langeweile legte sich bleischwer auf Tuck. Es war, als würden nasse Decken auf ihn getürmt, bis er zu ersticken glaubte. In der Vergangenheit hatte er Langeweile stets mit Alkohol und Frauen bekämpft, und der Ärger, der aus dieser Kombination resultierte, hatte ihm die Tage verkürzt. Doch hier hatte er nichts außer Spionageromanen und asiatischen Fernsehkochshows. Der Doktor hatte sich geweigert, ihm die Satellitenschüssel anzuschließen. Und obwohl er sehr erfreut darüber war, dass er mittlerweile seinen Erfahrungsschatz um neun verschiedene Arten der Zubereitung von Beagles erweitert hatte, war er immer noch unzufrieden. Er musste runter von dem Gelände, und wenn es auch nur aus dem einzigen Grund war, dass sie ihm gesagt hatten, das dürfe er nicht. Glücklicherweise hatte sich Tuck im Lauf der Jahre ein enzyklopädisches Wissen über Filme zum Thema Frauen hinter Gittern zugelegt, sodass ihm nun ein Füllhorn an Fluchtstrategien zur Verfügung stand. So verwarf er augenblicklich die Idee, die dicke lesbische Oberschwester zu verführen, zumal die Vortäuschung menstrueller Krämpfe ihn ohnehin nicht weitergebracht hätte als in die Klinik mit einer Mödolinfusion. Doch so seltsam es schien, just in dem Augenblick, als er die völlig überflüssige Szene in der Dusche nachlebte, trat sein Plan ihm glasklar vor Augen. Glitschig vor Seifenschaum, Silikon verstärkt und völlig losgelöst von Zeit, Schwerkraft und natürlichen Proportionen. Der Abfluss der Dusche lag direkt über dem Korallengies darunter. Er konnte es genau sehen. Da unten war der Boden und eine kleine Einsiedlerkrabbe, die sich eilig davonmachte, um dem Seifenwasser zu entkommen. Er hatte zwar einiges an Gewicht verloren, aber so viel, dass er durch den Abfluss hätte gleiten können, war es nun doch noch nicht. Andererseits war das Duschbecken nichts weiter als eine Schale aus galvanisiertem Metall. Er beugte sich hinab, umklammerte die Kante des Duschbeckens und versuchte es anzuheben. Es ließ sich zwar nicht herauslösen, aber es bewegte sich. Es brauchte nichts weiter als ein bisschen Zeit und ein wenig Geduld, und er hätte es herausgelöst. Planung und Geduld. Dies waren die Schlüssel zu einer erfolgreichen Flucht. Das hieß also, dass er aus dem Bungalow herauskam, ohne gesehen zu werden. Das nächste Hindernis war der Zaun. Tak hatte schon recht frühzeitig herausgefunden, dass der Zaun um die Siedlung unter Strom stand. Er war auf einen Hahn gestoßen, der im Draht festhing und eine recht zackige Version des Funky Chicken lieferte, während seine Federn versenkt wurden und Funken aus seinem geerdeten Fuß schossen. So zufriedenstellend diese Entdeckung auch sein mochte, sie bedeutete andererseits, dass es kein Entkommen über den Zaun gab, zumal das Tor zum Landeplatz mit einer dicken Kette und einem massiven Vorhängeschloss gesichert war. Die einzige Möglichkeit, auf die andere Seite des Zauns zu gelangen, war, ihn zu umgehen. Und die einzige Möglichkeit dazu bot sich am Strand. Sicher, er konnte weiter hinausschwimmen und erst später wieder an Land gehen. Aber wie weit reichte das Minenfeld? Um dies herauszufinden, begann er, Steine mit seinem Siebener Eisen in das Minenfeld zu schlagen, unter dem Vorwand an seinem Schwung zu arbeiten. Er schuf auf diese Weise eine beeindruckende Kraterlandschaft und jagte den Wachen mehrfach einen gehörigen Schrecken ein, bis er schließlich herausfand, dass das Ende des Minenfelds etwa fünfzig Meter weiter den Strand entlang lag. Er beschloss, es zu riskieren. Auf dem Rückweg zu seinem Bungalow hob er eine Kokosnuss auf und stieg dann ins Bett, um darauf zu warten, dass es dunkel wurde. Nachdem die Sonne untergegangen war und der Mond sich dreiviertelvoll am Himmel erhoben hatte, wartete Tuck darauf, dass der Wachmann noch einmal durchs Fenster schauen würde, um sich, sobald er ihn knirschend davon gehen hörte, daran zu machen, seinen Doppelgänger zusammenzubasteln. Diesen Trick hatte er aus fallende Finger. Blondinen mit Lepra hinter Gittern, Teil zwei. Zwei Kissen und die Kokosnuss als Kopf machten einen ganz ordentlichen Eindruck, zumal, wenn man das Ganze nur im Schein des Mondes und zusätzlich verschleiert durch das Moskitonetz zu Gesicht bekam. Er glitt aus dem Bett und kroch unter dem Fenster hindurch zum Bad, wo er seine Flossen, die Taucherbrille und eine Kerze deponiert hatte. Er stopfte ein Handtuch unter die Tür, damit kein Licht nach draußen drang. Dann entzündete er die Kerze und begann damit, das metallene Duschbecken aus seinem Rahmen zu lösen. Als er fünf Minuten daran herumgerüttelt hatte, wobei er einmal eine kurze Pause einlegte, als er den Wachmann draußen vorbeiknirschen hörte, hebelte er das Becken aus seiner Verankerung und lehnte es seitlich an die Wand. Tuck blies die Kerze aus und ließ sich einen Meter hinab auf den kiesbedeckten Boden. Dann langte er noch einmal hinauf und zog seine Tauchermaske und die Flossen durch die Öffnung. Der Korallenkies fühlte sich unter seinen Fußsohlen an wie zerbrochenes Glas, doch er beschloss, dass es besser war, den Schmerz auszuhalten, als zu riskieren, dass er mit seinen Schuhen zu viel Lärm machte. Tuck hörte, dass der Wachmann erneut vorbeikam und er ließ sich auf den Boden fallen, von wo aus er unter dem Bungalow hindurch das Gelände hinter dem Haus überblicken konnte. Der Wachmann stapfte die Treppenstufen hinauf und blieb kurz stehen, um einen Blick durchs Fenster zu werfen. Dann ging er, zufrieden darüber, dass Tuck schlief, quer durch die Siedlung und setzte sich auf einen Klappstuhl vor der Unterkunft des Wachpersonals. Tuck schaute sich um und kroch dann aus seinem Versteck heraus zu einer Gruppe von Kokospalmen, wo er erst einmal verschnaufte und sich seine weitere Route zum Strand überlegte. Zwischen seinem Bungalow und der Klinik lag eine Strecke von circa fünfzig Metern, wo er kaum Deckung hatte, wenn man von ein paar Palmen absah. Sicher, er konnte sich von Stamm zu Stamm vorarbeiten, doch wenn der Wachmann gerade in dem Augenblick zufällig in seine Richtung schaute, war er erledigt. Eine Eidechse huschte den Baumstamm hinauf, an den Tuck sich lehnte, und er spürte, wie sein Herzschlag für einen Augenblick ins Stocken geriet. Was dachte er sich eigentlich? Hier draußen konnte es Skorpione geben und mehr Barracudas und Haie und alles mögliche fiesige Tier. Und was erwartete ihn auf der anderen Seite des Zauns? Noch mehr Sand und Skorpione und möglicherweise feindselige Eingeborene? Er blieb, wo er war, und überlegte sich, wie einfach es sein würde, durch die Dusche wieder zurück ins Haus zu klettern und sich ins Bett zu legen, als just in diesem Augenblick am anderen Ende der Siedlung ein Feuerzeug aufflammte und er das Gesicht des Wachmanns orange aufleuchten sah, als dieser sich eine Zigarette anzündete. Ohne zu überlegen, sprintete Tuck zur Rückseite der Klinik, in der Hoffnung, dass die Flamme den Wachmann so lange blenden würde, wie er brauchte, um die fünfzig Meter hinter sich zu bringen. Auf halbem Weg rutschte ihm eine der Flossen aus der Hand, und Tuck ließ sich zu Boden fallen und schaute sich um. Der Wachmann saß friedlich rauchend da und betrachtete die blauen Rauchwolken im Mondlicht. Tuck schnappte sich seine Schwimmflosse und robbte die letzten zehn Meter zur Klinik. Der Kies grub sich in seine Ellbuben, und am liebsten hätte er laut aufgeschrien, aber er beherrschte sich. Ein Einsiedlerkrebs kroch ihm den Rücken hinauf und, beschleunigt durch die Stromstöße, die durch seinen Körper jagten, erhielt Tuck einen Extraschub, der ihn in Deckung brachte. Die Wache blickte nicht auf. Tuck erhob sich, wischte sich ab und setzte seinen Weg zum Strand fort. Eine leichte Brise rauschte durch die Palmwedel, und Tuck hörte das Krachen der Brandung draußen am Riff. Doch am Strand waren die Wellen nur kniehoch. Die Flossen in der Hand wartete er ins Meer. Als er bis zur Hüfte im Wasser stand, krümmte er sich zusammen und streifte sie über. Dann paddelte er in Rückenlage davon, den Blick immer auf den Strand gerichtet. In den beiden Bungalows der Curtis brannte Licht. Er sah Beth Curtis, die hinter den Fenstern auf- und abging. Allem Anschein nach war sie nackt, doch aus der Entfernung konnte er es nicht mit Sicherheit sagen. Er riß sich von ihrem Anblick los und schwamm hinaus hinter die Brandungslinie und dann weiter parallel zum Strand. Das größte Problem bestand darin, nicht an das zu denken, was sich wohl unterhalb der dunklen Wasseroberfläche herumtreiben mochte. Ansonsten bereitete es ihm keine große Mühe, sich bis auf Höhe des Zauns vorzuarbeiten. Er schwamm noch etwa hundert Meter über den Zaun hinaus und dann wieder zurück zum Strand. Als er mit dem Arm einen Felsbrocken streifte, zog er die Flossen wieder aus. Mit zusammengebissenen Zähnen setzte er die Füße auf den Boden, in der Erwartung auf einen Seeigel oder Rochen zu treten. Er fluchte, weil er seine Turnschuhe nicht mitgenommen hatte. Er schleppte sich zum Strand und hörte plötzlich ein Rascheln in den Bäumen. Als Tuck aufblickte, sah er etwas Buntes im Mondlicht aufschimmern. Er rannte den Strand hinauf, hechtete hinter einen Baumstamm, der irgendwann einmal von der Flut angespült worden war, und spähte dahinter hervor, während Krabben knisternd um ihn herumkrabbelten. Gerade mal zehn Meter entfernt von der Stelle, wo Tuck lag, tauchte sie zwischen den Bäumen auf. Sie trug einen lila Lava-Lava, den sie löste und in den Sand fallen ließ. Tuck hörte auf zu atmen. Sie ging in kaum einem Meter Abstand an ihm vorbei. Ihr eingeölter Körper schimmerte im Mondlicht, und ihr langes schwarzes Haar wehte in der Brise. Er riskierte es, den Kopf zu heben und schaute ihr zu, wie sie bis zu den Knien ins Wasser wartete und sich die Schenkel und den Hintern bespritzte, um sich zu waschen. Er hatte seit dem Zeitpunkt, als er aus Houston abgehauen war, immer wieder Bilder vor Augen gehabt, wie das Leben auf einer tropischen Insel wohl sein würde. Diese Bilder waren begraben worden unter Schnitt- und Schürfwunden, Taifunen und schwüler Hitze, Haien und rätselhaften Missionaren. Das hier war der Grund, warum er hergekommen war. Ein nacktes Mädchen, das sich seinem mockerfarbenen Schenkel an einem warmen Strand im Mondlicht wusch. Er spürte, wie unter ihm etwas zuckte, und wäre beinahe aufgesprungen, weil er dachte, dass er auf irgendeinem Viehzeug lag. Doch dann fiel ihm auf, dass dieses Zucken von innen kam. Es war so lange her, seit er zum letzten Mal die Anzeichen einer Erektion gespürt hatte, dass er es im ersten Augenblick gar nicht erkannt hatte. Beinahe hätte er laut aufgelacht. Es funktionierte also immer noch. Er war immer noch ein Mann. Zum Teufel, er war weit mehr als einfach nur ein Mann. Er war Tucker Case, der Geheimagent. Und zum ersten Mal seit Monaten hatte er eine Latte. Das Mädchen kam aus dem Wasser und Tack duckte sich, als sie an ihm vorbeiging. Dann beobachtete er sie, wie sie den Lava-Lava um ihre Hüften schlang und zwischen den Bäumen verschwand. Er wartete, bis sie weg war und schlich ihr hinterher in den Wald. Hoch erfreut über das Spannen in seiner Hose. Malink, der gerade dabei war, den Männern der Trinkrunde Tuber nachzuschenken, hob den Blick und sah Seppi, die vom Dorf her auf ihn zukam. Das war eine Provokation skandalösen Ausmaßes. Frauen durften sich nicht einmal in der Nähe der Trinkrunde aufhalten. Dies war ein Ort, der einzig und allein den Männern vorbehalten war. »Seppi, geh nach Hause!« brüllte Malink. »Du hast hier nichts verloren!« Ohne auf ihn zu hören, setzte Seppi mit schwingenden Hüften ihren Weg fort. Einige der verheirateten jungen Männer schauten weg und bedauerten, dass sie diese Nacht nicht im Jungmännerhaus verbringen durften. »Da ist ein weißer Mann, der mich verfolgt!« Malink stand auf. »Was redest du da für einen Unfug? Geh nach Hause oder du kriegst noch eine Woche Ozeanverbot!« Es fiel ihm auf, dass die Spitzen ihrer Haare nass waren und ihr Tropfen an den Beinen herunterliefen. So schnell also hatte sie sich über ihre Strafe dafür hinweggesetzt, dass sie mit den japanischen Wachen geredet hatte. »Auch gut«, sagte Seppi. »Mir ist es egal, ob ein weißer Mann durch den Busch schleicht. Ich dachte nur, dich würde es vielleicht interessieren.« Sie warf ihr Haar zurück, als sie kehrtmachte und wieder den Strand hinaufging. Als sie in dem Baum vorbeikam, hinter dem Tuck sich versteckt hatte, sagte sie auf Englisch. »Fetter, lauter Kerl ist Häuptling! Du geh'n und mit ihm reden! Er dir sagen, wer ich bin!« Und dann ging sie erhobenen Hauptes weiter, ohne sich auch nur einmal umzublicken. Tucka spürte, wie er rot anlief und sein Selbstwertgefühl gleichzeitig mit der Schwellung in seiner Hose in sich zusammensackte. Kalt erwischt! Sie hatte die ganze Zeit über gewußt, dass er da war. Ein wahrer Spitzenagent war er, der von Glück sagen konnte, wenn er es wieder zurück zur Siedlung schaffte, ohne geschnappt zu werden. Er sah zu, wie die Männer am Strand eine Schale herumreichten, aus der sie alle tranken, und so, wie sie sich benahmen, waren einige von ihnen offensichtlich ziemlich betrunken. Er erinnerte sich, wie Jefferson Pardy ihn davor gewarnt hatte, mit diesen Leuten zu trinken, in denen noch immer die alten Krieger schlummerten. Doch eigentlich machten diese hier einen eher harmlosen Eindruck. Ja, sie sahen mit Ländenschutz und ihren Haifisch-Tätowierungen sogar ein wenig albern aus. Einer der jungen Männer streckte die Hand aus, um die Schale von dem alten Knaben in Empfang zu nehmen, der immer wieder nachschenkte, und er kippte vornüber mit dem Gesicht in den Sand. Damit war alles klar. Tuck kam hinter seinem Baum hervor und ging auf die Trinkrunde zu. Es war vermutlich nicht Gin Tonic, der aus diesen Krügen ausgeschenkt wurde, doch was auch immer es sein mochte, es machte einen definitiv Hacke breit. Und Hacke breit war im Augenblick genau das, wonach ihm der Sinn stand. »Jumbo«, sagte Tuck. Diese Begrüßung hatte er einmal in einem Tarzan-Film gehört. Die gesamte Gruppe schaute auf. Einer der Männer stieß sogar einen kurzen Schrei aus. Der dicke, alte Knabe stand auf. In seinen Augen loderte ein Feuer, das sich jedoch abkühlte, als Tuck aus dem Schatten trat. Mary Jean hatte immer gesagt, ob Senator oder Türsteher spielt keine Rolle, niemand ist immun gegen ein warmes Lächeln und einen festen Händedruck. Tuck streckte die Hand aus und lächelte. »Tucker Case, freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen.« Malink ließ es zu, dass der weiße Mann ihm die Hand schüttelte. Und unter den staunenden Blicken der übrigen Männer sagte Malink, »Du siehst besser aus als beim letzten Mal, als ich dich gesehen habe. Der Medizinmann hat dich geheilt.« Tuck hingegen visierte zielstrebig die zehn Liter Krüge in der Mitte der Runde an, die mit einer milchigen Flüssigkeit gefüllt waren. »Klar, mir geht's spitzenmäßig. Wie sieht's aus? Könnt ihr Jungs vielleicht einen Schluck von dem Dschungelsafter entbehren?« »Setz dich«, sagte Malink und bedeutete den jungen Männern, dass sie zusammenrücken sollten, damit Tuck auf einem der Baumstämme sitzen konnte. Tuck setzte sich und Fawu reichte ihm die aus einer Kokosnuss gefertigte Trinkschale. Tuck kippte den Inhalt in einem Zug hinunter und wurde augenblicklich von einem Würgereiz gepackt, den er nur mühsam unterdrücken konnte. Das Gebräu schmeckte nach Schwefel, Zucker und einer Prise Ammoniak. Aber es gab keinen Zweifel, dass es Alkohol enthielt, der mit seiner wohlbekannten Wärme Tucks Körper durchströmte, noch bevor sich der Schauder über den Geschmack gelegt hatte. »Gut! Sehr gut!« Tuck lächelte kopfnickend in die Runde. Die Haifischmänner lächelten und nickten zurück. Malink setzte sich neben ihn. »Wir dachten, du seien gestorben.« »Ich auch! Wie wär's mit noch einem?« Malink schaute betretend rein. »Die Schale muss einmal rumgehen.« »Auch gut! Prima! Macht mal hin, Jungs!« sagte Tuck lächelnd und nickte mit dem Kopf wie ein Irrer. »Wie du herkommen?« fragte Malink. »Ein bisschen rumspaziert, ein bisschen geschwommen. Ich wollte mal raus. Ein paar Leute treffen. Du weißt schon, die örtlichen Sitten und Gebräuche kennenlernen. In der Klinik wird's einem ziemlich langweilig auf Dauer.« Malink runzelte die Stirn. »Du bist Pilot. Wir dich sehen, wie du Flugzeug fliegst.« »Das bin ich.« Vincent sagte, dass du kommst. »Wer ist Vincent?« Die übrigen Männer, die sich im Flüstertun miteinander unterhalten hatten, verstummten. Niemand schenkte mehr nach und niemand trank. Alle warteten darauf, was Malink antworten würde. »Vincent ist auch Pilot. Er kommen vor langer Zeit und bringen Cargo. Er schicken Himmelsgöttin, bis er zurückkommen. Du sie sehen, beim Medizinmann. Sie hat gelbe Haare wie deine.« Tuck nickte, als ob er verstehen würde, was der Häuptling da redete. Im Augenblick wollte er nur eines, dass die Trinkschale endlich ihre Runde hinter sich brachte und wieder bei ihm landete. »Klar, natürlich, ich hab sie gesehen. Sie ist die Frau vom Doktor.« Abo, der zwar betrunken, aber ausnahmsweise nicht wütend war, lachte und sagte, »Sie ist die Frau von niemand, du Armleuchter. Sie ist die Himmelsgöttin.« Tuck erstarrte. Eine Bruchlandung und eine sprechende Fledermaus erhoben sich wie Dämonen aus der Finsternis und machten seinen aufkeimenden Rausch zunichte. Malink schaute ihn entschuldigend an. »Er ist jung und betrunken und blöde, du Nicht-Armleuchter.« »Woher habt ihr das?« fragte Tuck. »Woher habt ihr den Ausdruck Armleuchter?« »Vincent das sagen. Wir das alle sagen.« »Vincent? Wie sieht dieser Vincent aus?« Die jungen Männer schauten alle zu Favo und Malink. Favo sprach als erster. »Er ist Amerikaner, haben dunkle Haare wie wir, aber seine Nase spitz. Jung, vielleicht so alt wie du.« »Und er ist Pilot? Was trägt er für Kleider?« »Er tragen grauen Anzug, manchmal eine Jacke mit Pelz, hier.« Favo fuhr mit den Händen am Kragen einer imaginären Jacke entlang. »Eine Bomberjacke.« Malink lächelte. »Ja, die Himmelsgöttin ist ein Bomber.« Tuck riss einem der Johns die Schale aus der Hand, kippte den Inhalt hinunter und reichte sie zurück. »Tut mir leid, dringender Notfall.« Er schaute Malink an. »Und dieser Vincent hat gesagt, ich würde kommen?« Malink nickte. »Er mir sagen im Traum. Und dann Sarah Poole finden dich und deinen Freund auf dem Riff.« »Mein Freund? Ist er hier irgendwo?« Wir ihn jetzt nicht mehr sehen. Er gehen fort und wohnt bei Sarah Poole auf anderer Seite von Insel. »Bringt mich zu ihm.« »Jetzt, wir trinken Tuba. Gehen am Morgen.« »Ich muss vor dem Morgen wieder zurück sein. Außerdem dürft ihr niemandem erzählen, dass ich hier war.« »Einen noch«, sagte Malink. »Der Tuba ist gut heute Nacht.« »Okay, einen noch«, sagte Tuck.« Die Himmelsgöttin rollte sich in ihrem Bett herum und versetzte der Gegensprechanlage einen Schlag, als sei sie ein vorlautes Stiefkind. »Ich bin am Schlafen«, sagte sie. »Reiß dich zusammen, Beth. Wir haben eine Bestellung, die in sechs Stunden in Japan sein muss.« »Warum können sich diese Wichser nie zu einer halbwegs stabilisierten Tageszeit melden?« »Wir garantieren frische Ware. Die müssen wir liefern.« »Fang jetzt bloß nicht an, dir sowas wie Humor zuzulegen. Ich könnte glatt starben vor Schreck.« »Wer ist der Auserwählte?« »Seppi. Weiblich. Neunzehn. Fünfundfünfzig Kilo.« »Ich kenne sie«, sagte die Himmelsgöttin. »Was ist mit unserem Piloten?« »Ich setze zwei Mann aus unserem Stab auf ihn an, um sicher zu gehen, dass er in seinem Bungalow bleibt.« »Er wird es trotzdem hören können. Bist du sicher, dass du ihn nicht ruhigstellen willst?« »Benutz doch mal deinen Kopf, Beth. Er muss noch fliegen. Wir werden uns mit kleineren Explosionen begnügen. Vielleicht schläft er ja einfach weiter.« Mittlerweile war sie hellwach und spürte die Erregung und Nervosität angesichts ihres bevorstehenden Auftritts. »In zwanzig Minuten bin ich soweit. Die Ninjas sollen schon mal die Musik anwerfen.« Tuck hielt Fawo im Schwitzkasten und versetzte dem alten Mann zärtliche Kopfnüsse. »Ich liebe diesen Mistkarl. Der Mistkarl hier ist einfach der Beste. Ihr Mistkarle, ich liebe euch alle.« Malink hatte zuvor noch nie jemanden Kopfnüsse verteilen sehen und wunderte sich, warum dieses bizarre Ritual noch nie auf den Partyfotos im People-Magazin aufgetaucht war. Er war einigermaßen stolz darauf, dass er mit den Gebräuchen der Weißen vertraut war. Doch dieser war ihm neu. Fawo allerdings schien das Ritual bei weitem nicht so viel Freude zu bereiten wie Tuck. Der Tuba war mittlerweile ausgetrunken. Vielleicht war es an der Zeit, seinen Freund zu retten. »Jetzt wir gehen und suchen den Weibsmann«, sagte Malink. Tuck hob den Blick. Er hielt immer noch Fawo umklammert, dem allmählich die Augen ein wenig aus dem Schädel quollen. »In Ordnung,« leilte der Pilot. Malink führte sie ins Dorf. Er pflegte ohnehin keinen allzu aufrechten Gang, doch nun bewegte er sich auch noch auf wackeligen U-Beinen, während ein Dutzend Haifischmänner und Tacker hinter ihm herstolperten. Als sie am Jungmännerhaus vorbeikamen und den Pfad einschlugen, der zu Sarah Pools Haus führte, fing die Musik an. Die Klänge einer Big Band mit beschwingten Rhythmen heilten durch den Dschungel. Die Haifischmenschen blieben abrupt stehen, und als die Musik für einen Augenblick aussetzte, riefen sie »Pennsylvania six, five, oh, oh, oh«, dann setzte die Musik wieder ein. »Was ist das?« fragte Tacker. Frauen und Kinder kamen schlaftrunken aus den Häusern, schlugen sich in die Häusche um zu pinkeln und rieben sich ihre steifen Rücken. Malink sagte »Die Himmelsgöttin ist auf dem Weg hierher.« »Wer?« Tuck ließ nun endlich Favo los, den er die ganze Zeit an seinem Kopf hinter sich hergezogen hatte. Der alte Mann keuchte, dann grinste er und setzte sich mit gespreizten Beinen auf den Boden. »Wir müssen los«, sagte Malink. »Du solltest jetzt zurückgehen.« Wieder setzte die Musik aus, und Malink rief zusammen mit den übrigen Haifischmännern »Pennsylvania six, five, oh, oh, oh«. »Geh jetzt«, befahl Malink, nun wieder ganz und gar Häuptling. »Die Himmelsgöttin kommt. Wir müssen uns fertig machen.« Er wandte sich um und schritt zurück ins Dorf. Die anderen Haifischmänner gingen ihrer Wege, bis Tucka ganz allein auf dem Pfad stand. Er hörte, wie sich das Geräusch von großen Propellerflugzeugen mit den Big-Band-Klängen vermischte. Die Haifischmenschen strömten aus ihren Hütten auf die Wege, die zur Landebahn führten. Sekunden später war das Dorf völlig verlassen. Tuck wankte zurück zum Strand, wo er seine Tauchermaske und die Schwimmflossen zurückgelassen hatte. Als er über die Baumstämme der Trinkrunde stieg, ereignete sich eine Explosion, und einen Moment lang dachte er, dass er schon wieder auf eine Landmine gestoßen war, doch dann fiel ihm auf, dass das Geräusch aus Richtung der Landebahn gekommen war. Weil er nicht sicher war, ob er zurückfinden würde, wenn er den Weg durch das Dorf nahm, beschloss Tucka am Strand entlang zur Siedlung zu laufen. Kaum dass er etwa hundert Meter hinter sich gebracht hatte, sah er etwas Weißes im Sand liegen und bückte sich, um es aufzuheben. Es war ein länglicher Spiralblock. Der Mond stand hoch am Himmel, und so konnte er den Namen lesen, der mit dickem Filzstift auf dem Deckel geschrieben stand. Jefferson Pardee. Gewandet in einen grünen OP-Kittel, verscheuchte Beth Curtis die Wachen vor Tagstür und klopfte. Sie wartete ein paar Sekunden und klopfte erneut, bevor sie ins Haus trat. Alles, was sie unter dem Moskitonetz erkennen konnte, war eine schlafende Gestalt. »Case, aufstehen! Wir müssen losfliegen!« Die Gestalt bewegte sich nicht. »Case?« Sie zog das Netz zur Seite und berührte die schlafende Gestalt. Eine grüne Kokosnuss rollte aus dem Bett und plumpste vor ihren Füßen auf den Boden. »Sie schlafen mit einer Kokosnuss? Sie elende Witzfigur!« Sie machte einen Satz rückwärts, als ein völlig zerschlagener Tucker aufstöhnte. »Was?« »Aufwachen! Wir fliegen in einer halben Stunde!« Tuck rollte sich herum und blinzelte aus katervernebelten Augen hinaus in die Welt. Es war kurz nach Sonnenaufgang, und überall auf der Insel legten die Hähne los. Das Zimmer war nur schwach erleuchtet. »Wie spät ist es?« »Zeit, aufzubrechen! Machen Sie das Flugzeug fertig!« Beth Curtis ging hinaus. Tuck rollte sich aus dem Bett und kroch ins Badezimmer, wo er unter lautem Fanfarengetöse seinen Mageninhalt in einem Schwall in die Kloschüssel schwappen ließ. Unfreundlicher Himmel! Tuck ließ die Triebwerke anlaufen und behielt dabei die Wachen im Auge, die um den Learjet herumwuselten. Jedes Mal, wenn einer von ihnen an der Nase der Maschine vorbeikam, schaltete er das Radar ein und lachte vor sich hin. Die Energie der Mikrowellen war nicht so stark, dass die Wachen davon in ihrer eigenen Haut gekocht worden wären, wie Tucker sich ausmalte, aber er konnte mit einigem Recht davon ausgehen, dass sie niemals Kinder haben würden oder unter Umständen die Saat für ein paar erlesene Tumore sälte, die nun in ihren Eingeweiden zu wuchern begannen. In Houston hatte einmal jemand vom Flughafenpersonal den Fehler begangen, mit einer Ladung Neonlampen unter dem Arm, die für den Hanger bestimmt waren, vor Mary Jeans Jet vorbeizulaufen und bei dieser Gelegenheit hatte Jake's Guy Tucker einen kleinen Trick gezeigt. »Pass mal auf«, hatte Jake gesagt. Dann schaltete er das Radar ein und unter dem Bombardement der Mikrowellen hatten die Leuchtstofflampen im Arm des Mannes angefangen aufzuleuchten. Der arme Karl hatte die Lampen in die Luft geschleudert und war, einen Haufen Glassplitter und weißes Pulver zurücklassend, vom Flugplatz gerannt. Es war das zweitkoolste Ding, das Tucker je zu Gesicht bekommen hatte, übertroffen nur von dem Anblick eines Porsche, dessen Eigentümer unbedingt auf dem Rollfeld hatte parken müssen, woraufhin sie dem Wagen mit dem Düsentriebwerk der Gulfstream eine Sandstrahlbehandlung angedeihen ließen und den Lack abschmirgelten. Tucker wartete nur darauf, dass eine der Wachen hinter den Triebwerken herumlaufen würde, doch da kam auch schon Beth Curtis an Bord. Sie trug ihr Businesskostüm und hatte wieder den Aktenkoffer und die Kühlbox dabei. Doch dieses Mal setzte sie sich nach hinten auf einen der Passagiersitze und schlief ein, noch bevor sie abhoben. Tucker nutzte die Gelegenheit und gönnte sich ein paar Züge aus der Sauerstoffflasche für Notfälle, um seinen Kater einigermaßen in den Griff zu bekommen. Als sie 800 Kilometer weit draußen über dem Pazifik waren, warf Tucker einen vorsichtigen Blick ins Passagierabteil, um nachzusehen, ob Beth Curtis noch immer schlief. Als er sich dessen versichert hatte, überprüfte er die Treibstoffanzeigen, drückte den Steuerknüppel nach vorne und brachte den Learjet auf eine Flughöhe von 30 Metern. Mit etwa 800 Stundenkilometern gerade mal 30 Meter über dem Wasser dahin zu rauschen, hatte genau den Effekt, den Tucker sich erhoffte. Er war extatisch und völlig gepackt von einem Adrenalinrausch, der seinen Kater zurück ins Mittelalter katapultierte. Er brachte die Maschine noch weitere 15 Meter runter und lachte laut auf, als die salzige Gischt die Windschutzscheibe einschäumte. Es war ein sonniger Tag mit klarer Sicht und nur ein paar dünne Wolkensäulen stiegen hier und da aus dem Wasser auf. Tuck rauschte unter ihnen oder mitten durch sie hindurch, als seien sie feindliche Geister. Dann tauchte ein Fleck am Horizont auf, den Tuck eine Sekunde später als Schiff identifizierte, woraufhin er das Flugzeug auf 60 Meter hoch zog. Plötzlich erhob sich etwas vom Deck des Schiffes in die Luft. Es war ein Helikopter, der aufstieg, um sich auf die Suche nach Thunfisch schwärmen zu machen, die er dem Schiff zutreiben konnte. Tuck zerrte am Steuerknüppel, doch der Helikopter kreuzte bei seinem Aufstieg genau seine Flugbahn. Tuck hatte nicht mal Zeit, das Funkgerät einzustellen, um den Hubschrauberpiloten zu warnen. Er riss den Learjet herum und beschrieb eine scharfe Kurve, während er die Maschine gleichzeitig hochzog und so dicht an dem Hubschrauber vorbeizischte, dass er sehen konnte, wie der Pilot ihn mit schreckenstarren Augen anglotzte. Tuck sah die Männer an Deck des Schiffes, die mit geballten Fäusten in der Luft herumfuchtelten. »Jieha!« rief er. Eine schlechte Angewohnheit, die er sich irgendwann in den Bars von Texas zugelegt hatte. Aber andererseits war dies ja wohl auch ein Cowboy-mäßiger Ritt durch die Lüfte und zwar volle Kanne, oder? Er brachte den Flieger wieder auf Kurs in eine Höhe von 60 Metern, was zwar immer noch gefährlich niedrig war und viermal so viel Sprit verbrauchte wie in normaler Flughöhe, doch zum Teufel, irgendwie musste man doch seinen Spaß haben. Schließlich war nicht er es, der den Sprit bezahlte. Und in der Zeit, als er für Mary Jean arbeitete, hatte es nicht viele Gelegenheiten zum Tiefflug gegeben. Die Leute konnten sich vielleicht nicht immer an die Nummern am Rumpf der Maschine erinnern, um sie der Flugaufsicht mitzuteilen. Aber einen rosa Jet, der so dicht über dem Boden flog, dass einem die Suppe kalt wurde vom Luftzug, vergaß man so schnell nicht. »Was zum Teufel war das?« Beth Curtis stand plötzlich in der Tür zum Cockpit. »Warum fliegen wir so tief?« Tuck wurde von einer Panik erfasst, als wäre er beim Rauchen auf der jungen Toilette erwischt worden. Aber er konnte einfach nicht schnell genug denken, um mit einer glaubwürdigen Lüge aufzuwarten. Er sagte, »Sie haben nicht eher gesurft, bevor Sie nicht in einem Learjet gesurft sind.« Zu seiner eigenen Verblüffung erwiderte Beth Curtis »Cool« und schneite sich dann auf dem Sitz des Co-Piloten an. Tuck grinste und drückte die Maschine auf eine Höhe von fünfzehn Metern. Beth Curtis klatschte in die Hände wie ein aufgeregtes Kleinkind. »Das ist ja super!« »Allzu lange können wir das nicht machen. Verbrennt zu viel Sprit.« »Aber schon noch ein bisschen, okay?« Tuck lächelte. »Vielleicht noch fünf Minuten. Weiter oben schnappen wir uns dann einen Rückenwind und das spart wieder Zeit und Sprit.« »War es das, was Sie gemacht haben in der Nacht, als Sie die Bruchlandung hingelegt haben?« Tuck zuckte zusammen. »Nein.« »In dem Fall könnte ich es nämlich voll und ganz verstehen. Was für ein Kick!« Sie streckte den Arm aus und knetete ihm liebevoll die Schulter. »Das ist einfach spitzenmäßig! Wie konnten Sie es zulassen, dass ich das verschlafe?« »Auf dem Rückweg können wir noch ein bisschen surfen«, sagte Tuck. Und damit lösten sich seine Vorsätze in Luft auf. Er hatte vorgehabt, sie nach der Musik zu fragen und den Explosionen in der letzten Nacht. Er hatte vorgehabt, sie zu fragen, was es mit Jefferson Pardys Notizblock auf sich hatte, der in seiner Gesäßtasche steckte. Doch er wollte diese Stimmung nicht zerstören. Es war so lange her, seit er zum letzten Mal die Aufmerksamkeit einer schönen Frau genossen hatte, dass er sich dieser Situation hingab wie ein zugedröhnter Junkie. »Ich bedauere«, sagte sie. »Aber Sie müssen hier warten.« Beth Curtis nahm ihren Aktenkoffer und die Kühlbox aus dem Passagierabteil und traf sich mit den Japanern in dunklen Anzügen auf dem Rollfeld. Nicht weit entfernt stand ein weiterer Learjet mit warmlaufenden Triebwerken sowie zwei Arbeitern in Overalls neben einem großen Pappkarton. Tag sah zu, wie Beth Curtis dem einen Anzug die Kühlbox reichte, der damit zu der wartenden Lear rannte. Innerhalb von Sekunden wurde die Tür zugezogen und die Maschine rollte hinaus auf die Startbahn. Der andere Anzug reichte ihr einen dicken gelben Umschlag, den sie in ihren Aktenkoffer steckte. Danach machte sie auf dem Absatz geert und lief zurück zum Flugzeug. Sie trat ins Cockpit und stellte ihren Aktenkoffer hinter den Co-Pilotensitz. »Ich bin gleich zurück. Dauert höchstens zehn Minuten. Ich muss nur aufpassen, dass die Typen einen Fernseher in einem Stück an Bord schaffen.« »Fernseher?« »Achzig Zentimeter Trinitron-Bildschirm«, sagte sie lächelnd. »Als Ersatz für den, den Sie jetzt haben.« »Ich will ihm schon den Rücken zugekehrt und war bereits zur Tür hinaus.« Er schaute aus dem Fenster, um sich zu vergewissern, dass sie mit dem Fernseher beschäftigt war, und zog dann den Aktenkoffer hinter dem Sitz hervor. Er drückte auf die Verschlüsse und stellte zu seiner Überraschung fest, dass sie nicht verschlossen waren. Er zog den Umschlag heraus. Darunter lag eine kleine automatische Pistole. Er konnte sie nehmen, aber was dann? Sie Beth Curtis vor die Nase halten, bis sie ihm beichtete, was Sie und der Doktor veranstalteten? Und was war das überhaupt? »Forschung!« Es gab kein Gesetz, das das verbot. Er ließ die Waffe unberührt und öffnete den Umschlag. Er war nicht sicher, was er erwartet hatte. Forschungsberichte, Inhaberschuldverschreibungen, Aktien, Bargeld? Irgendwas, das etwas Licht auf dieses ganze geheimnisvolle Getue werfen würde. Was er stattdessen fand, waren vier Ausgaben von People und vier von Us. Beth Curtis schmuggelte amerikanischen Schwachsinn aus Japan heraus, und das war's auch schon. Er legte den Umschlag wieder in den Aktenkoffer und stellte ihn hinter den Sitz. Dann zog er Jefferson Pardys Notizbuch aus seiner Tasche. Vielleicht stand darin ja irgendetwas, aus dem er schließen konnte, wie das Notizbuch an einen Strand gelangt war, der über tausend Kilometer von dem Ort entfernt lag, an dem sein Besitzer sich eigentlich hätte aufhalten sollen. Er blätterte die Seiten durch. Sie waren vollgekritzelt mit Telefonnummern, Daten und ein paar Notizen. Doch die einzigen Einträge, mit denen er etwas anfangen konnte, waren sein eigener Name, der von Sebastian Curtis und seiner Frau und das Wort Learjet, gefolgt von »Warum? Wie? Wer hat dafür gezahlt?« und »Den anderen Piloten suchen«. Offensichtlich stellte sich Pardy die gleichen Fragen, die auch Tuck durch Sirn schwirrten. »Aber was sollte diese Geschichte mit dem anderen Piloten? War Pardy nach Alualu gekommen, um nach Antworten zu suchen? Und wenn er es getan hatte, wo war er jetzt?« »Was ist das?«, fragte Beth Curtis, als sie zur Tür des Cockpits hereinkam. Tuck klappte schnell das Notizbuch zu und stopfte es in seine Gesäßtasche. »Ein paar Notizen zum Flug. Früher musste ich immer ein Logbuch führen für die FAA. Vermutlich schiere Gewohnheit, dass ich das Ding mitgebracht habe.« Mittendrin in seiner Lüge wurde er von Panik erfasst. Wenn sie ihn fragte, wo er das Notizbuch überhaupt her hatte, war er ein toter Mann. Vielleicht war es sowieso besser, sie hier in Japan zur Rede zu stellen, wo er wenigstens wusste, wo die Pistole war. Sie sagte, »Ich wusste gar nicht, dass Fliegerei auch Papierkram mit sich bringt.« »Mehr als Sie ahnen«, sagte Tuck. »Ich muss mich immer noch damit vertraut machen, wie diese Maschine hier reagiert. Da schreibe ich mir halt Sachen auf, die ich mir besser merken sollte. Sie wissen schon, Steigflugraten, Abgasdruck der Triebwerke, Spritverbrauch pro Stunde in Bezug auf die Flughöhe, all so ein Zeug eben.« »Genau«, dachte er, »mach Sie mit irgendeinem Scheiß in Fachchinesisch platt.« »Oh«, sagte sie und wirkte auf Tuck ganz unbeteiligt, bis sie zu ihrem Aktenkoffer griff. Tuck hielt den Atem an. Er dachte, dass jeden Moment die Pistole zum Vorschein kommen würde, doch sie nahm eine Ausgabe von People heraus, legte sie auf ihren Schoß und begann darin herumzublättern. Sie schaute nicht eher wieder von ihrer Zeitschrift auf, bis sie schon weit draußen über dem Pazifik waren. »Wissen Sie, wir haben Sie in der letzten Zeit nicht allzu häufig zu Gesicht bekommen. Vielleicht sollten Sie heute Abend einfach zu unserem Haus kommen und mit Sebastian und mir zu Abend essen.« Wieder war sie ganz die Hausfrau aus den Fünfzigern. Tuck hatte über Pardys Notizbuch nachgegrübelt und darüber, wo er es gefunden hatte. Er wollte gleich heute Nacht wieder zurück ins Dorf. Wenn Pardi nach Alualu gekommen war, dann wusste der alte Häuptling vielleicht etwas davon. »Ich bin ein wenig müde. Wir sind ziemlich früh los heute Morgen. Ich denke mal, ich mache mir vielleicht noch eine Kleinigkeit bei mir zu Hause und gehe dann früh ins Bett.« Sie gähnte. »Dann vielleicht, Mark, ähm, gegen Sieben. Vielleicht können wir ja meinen neuen Fernseher ausprobieren.« »Das wäre prima«, sagte Tuck. »Es gibt sowieso ein paar Sachen, über die ich mit Ihnen und dem Doc gerne reden würde.« »Fein«, sagte sie. »Ich denke, wir sollten mehr Zeit miteinander verbringen. Und jetzt erklären Sie mir, was all diese Anzeigen zu bedeuten haben.« Was ist eine Niere? Privatsphäre ist ein rarer Luxus auf einer kleinen Insel und Geheimnisse lasten schwer auf denjenigen, die sie mit sich herumschleppen. Auf Malinks Schultern lasteten zu viele Geheimnisse. Und allmählich war er es leid. Er wünschte sich sehnlichst, dass er seine Geheimnisse in der Trinkrunde offenbaren könnte, damit der Kokosnusstelegraf sie von einem Ende der Insel zum anderen trug und er wieder unbeschwert seiner Wege gehen konnte. Aber das würde nicht passieren. Die Geheimnisse liefen ihm förmlich hinterher. Selbst der alte Kannibale hatte eines für ihn auf Lager. Zusammen mit Sarah Poole und Kimmy stand er vor einem großen Brotfruchtbaum, der nicht ganz dreißig Meter hoch war und einen Stamm hatte, den man mit beiden Armen nicht umfassen konnte. Kimmy hatte eine Axt geschultert und wartete, wie Malinks Urteil ausfiel. »Warum so groß?«, fragte Malink. »Dieser Baum wird uns viele Brotfrüchte bringen.« »Das ist der Baum«, sagte Sarah Poole. »Der Seefahrer hat ihn auserwählt.« Kimmy sagte, »Wir pflanzen zehn neue Bäume an seiner Stelle, aber der hier muss es sein.« »Warum braucht ihr so einen großen Baum?« »Das darf ich dir nicht sagen«, erwiderte Sarah Poole. »Du wirst es mir sagen, oder ihr dürft den Baum nicht fällen.« »Wenn ich es dir sage, versprichst du dann, dass du es niemandem weitererzählst.« Malink stieß einen Seufzer aus. »Noch ein Geheimnis mehr.« »Ich werde es niemandem erzählen.« »Komm mit, wir zeigen es dir.« Sarah Poole führte Malink und Kimmy durch den Dschungel zu einer mit Unterholz überwucherten Stelle, an der getrocknete Palmblätter aufgetürmt waren. Malink lehnte sich an einen Baum, während der alte Kannibale die Palmwegel entfernte und den Bug eines Kanus zum Vorschein brachte. Es war kein gewöhnliches Kanu, sondern ein zwölf Meter langes Teil zum Segeln. Von der Sorte hatte Malink keines mehr gesehen, seit er ein kleiner Junge gewesen war. »Dafür brauchen wir den Baum«, sagte Sarah Poole. »Ich habe es hier viele Jahre lang versteckt, aber der Rumpf ist verfault und wir müssen es reparieren.« Beim Anblick des großen Auges, das auf dem Bug des Bootes aufgemalt war, fühlte Malink ein Kribbeln in seinem Bauch. Etwas aus einer Zeit, die noch länger zurücklag, als er sich erinnern konnte. Einer Zeit, als sein Volk über tausende von Kilometern in solchen Kanus gesegelt war, nur geleitet von dem Auge des Kanus und dem Wissen der großen Seefahrer. Verlorene Künste, die durch die Erinnerung daran Trauer hervorriefen. Er schüttelte den Kopf. »Niemand weiß mehr, wie man ein Segelkanu baut, Sarah Poole. Du bist so alt, dass du dich gar nicht mehr daran erinnern kannst, was du alles vergessen hast.« »Er kann es reparieren«, sagte Sarah Poole und deutete auf Kimi. Kimi grinste. »Mein Vater hat es mir beigebracht. Er war ein großer Seefahrer aus Sattawan.« Malink zog eine seiner buschigen Augenbrauen in die Höhe. »Hast du da auch unsere Sprache gelernt?« »Ich kann es reparieren und ich kann damit segeln.« »Er bringt es mir bei«, sagte Sarah Poole. Malink spürte, wie sich das Kribbeln in seinem Bauch zu schierer Erregung auswuchs. Das hier war etwas, das in ihm ein Gefühl wachrief, wie er es seit der Ankunft von Vincent nicht mehr empfunden hatte. Dies war ein Geheimnis, das ihn eher aufrichtete, als dass es auf ihm lastete. Doch die Würde seines Amtes als Häuptling verbot, ihm lauthals aufzuschreien vor Freude. »Du darfst den Baum fällen, aber nur unter einer Bedingung.« »Du darfst niemandem etwas davon erzählen«, sagte Sarah Poole. »Ich werde niemandem davon erzählen, aber wenn das Kanu wieder repariert ist, musst du einen von den Jungen zum Seefahrer ausbilden.« Er schaute Kimi fragend an. »Wirst du das tun?« Kimi nickte. »Du kannst deinen Baum haben, alter Mann«, sagte Malink. »Ich werde niemandem davon erzählen.« Er drehte sich um und ging trotz seiner U-Beine leichtfüßig schlendernd den Weg hinab. Kimi rief ihm nach. »Ich habe gehört, mein Freund der Pilot war gestern Nacht im Dorf.« Malink wandte sich um. Der Kokosnuss-Telegraf reichte offensichtlich bis in den hintersten Winkel der Insel. »Er hat nach dir gefragt, und er hat gesagt, dass er wiederkommen wird.« »Hatte er eine Fledermaus dabei?« »Nein, eine Fledermaus hatte er nicht dabei«, sagte Malink. »Komm doch zur Trinkrunde heute Nacht. Vielleicht kommt er auch.« »Ich kann nicht«, sagte Kimi. »Die Jungs aus dem Jungmännerhaus hassen mich.« »Sie hassen den Weibsmann«, sagte Malink. »Nicht den Seefahrer.« »Du kommst.« Nachdem er sich ein nahrhaftes Abendessen bestehend aus Dosenpirsichen und Pulverkaffee gegönnt hatte, überprüfte Tuck die Position der Wachen, löschte das Licht und baute sein kokosköpfiges Dubel unter dem Moskitonetz zusammen. Obwohl es erst das zweite Mal war, kam es ihm vor wie eine Routineaktivität. Keine Spur mehr von der Nervosität und Panik der vergangenen Nacht, als er unter dem Fenster hindurch zum Badezimmer kroch und das Duschbecken aus Metall hochklappte. Er stieg durch die Öffnung hinab und wollte gerade nach seinen Flossen und der Tauchermaske greifen, als er ein Klopfen an der Tür hörte. Er erstarrte vor Schreck. Er hörte, wie die Tür geöffnet wurde, und Beth Curtis nach ihm rief. »Mr. Case, schlafen Sie schon?« Sie durfte auf keinen Fall die Attrappe in seinem Bett zu Gesicht bekommen. »Ich bin im Bad, einen Augenblick!« Er packte den Rand der Aussparung für das Duschbecken und hievte sich mit einem Ruck zurück ins Badezimmer. Die Metallwanne kippte um und fiel über die Öffnung. Es klang, als würde der Blechmann aus dem Film »Der Zauberer von Oz« versuchen, sich aus einer Mülltonne zu befreien. Er hörte, wie Beth Curtis auf die Badezimmertür zukam. »Ist mit Ihnen alles in Ordnung?« »Alles prima«, sagte Tuck. »Mir ist nur die Seife runtergefallen.« Er schnappte sich ein Stück Seife vom Waschbecken und legte es ins Duschbecken. Dann riss er die Badezimmertür auf. Vor ihm stand Beth Curtis in einem langen Kimono aus roter Seide, der bis zum Nabel offenstand, so dass sich darunter eine schmale Schlucht nackten, weißen Fleisches offenbarte. Was immer Tuck sagen wollte, er hatte es vergessen. »Sebastian hat mich gebeten, Ihnen das hier zu bringen.« Sie hielt ihm einen Scheck hin. Tuck riss seinen Blick von ihrem Degottier los und nahm den Scheck. »Fünftausend Dollar! Mrs. Curtis, das ist wirklich mehr, als ich je verlangt habe. Sie haben es sich verdient. Es war wirklich süß von Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir die ganzen Instrumente zu erklären.« Sie beugte sich vor und küßte ihn auf die Stirn, wobei sie ihre warmen Lippen ein klein wenig zu lange auf seine Haut drückte. Tuck sah vor seinem geistigen Auge, wie ihre Zunge hervorschnellte, sich durch seinen Schädel bohrte und das Lustzentrum in seinem Gehirn abschleckte. Er roch den schweren Moschusgeruch ihres Parfums, und seine Augen blickten genau auf ihre Brüste, die sich ihm in voller Pracht darboten, während sie sich vorn überbeugte. Ihm war, als blickte er in den Lichtbogen eines Schweißgeräts, und er glaubte, dieses himmlische Bild würde noch stundenlang vor seinen Augen herumspuken. Ein gähnender Abgrund völliger Stille tat sich auf und zerrte seine Aufmerksamkeit wieder zurück ins Zimmer. »Das ist sehr großzügig«, sagte er. »Aber es hätte noch Zeit gehabt. Ist ja nicht so, dass ich viel Gelegenheit hätte, es auszugeben.« »Ich weiß, aber ich wollte Ihnen einfach noch einmal meinen Dank aussprechen. Persönlich. Ohne, dass Sebastian in der Nähe ist. Und ich dachte, Sie könnten mir vielleicht noch ein paar Feinheiten der Fliegerei erklären. Es ist ja so aufregend.« Ohnehin kein Mann fester Vorsätze und eisenharter Prinzipien bewirkte die Kombination aus optischen und olfaktorischen Reizen, gepaart mit Schmeichelei, dass Taks innerer Autopilot sich einschaltete und ihn zielstrebig in Richtung der Verlockungen steuerte. Doch ein Blick über ihre Schulter hinweg auf das Bett genügte, um den Mechanismus abzuschalten. Jegliches sexuelle Verlangen wurde zunichte gemacht vom Anblick der Attrappe, die ihren Kokosnusskopf schüttelte. Er schaute sie an und blickte ihr in die Augen. Und zwar nur in die Augen. »Vielleicht lieber morgen«, sagte er. »Ich bin völlig erledigt. Ich wollte mich nur noch mal duschen und dann ins Bett gehen.« Für den Bruchteil einer Sekunde verschwand das kleine Mädchenlächeln von ihrem Schmollmund, und ihre Lippen zogen sich zu einer dünnen roten Linie zusammen. Doch dann kam das Lächeln wieder zum Vorschein, und Taks fragte sich, ob er sich den Wechsel nicht vielleicht nur eingebildet hatte. »Nun denn, dann morgen«, sagte sie und zog den Kimono zusammen, als sei ihr in diesem Augenblick erst aufgefallen, dass er aufgegangen war. »Wir sehen Sie dann um sieben.« Sie wandte sich zur Tür und warf Taks beim Hinausgehen ein Parade-Lächeln zu. Wieder einmal ganz der Liebling der Eisenhower-Ära. Als er sicher sein konnte, dass sie weit genug weg war, lief Taks zum Bett und nahm die grüne Kokosnuss in die Hand. »Was zum Teufel sollte denn das gerade?« Die Kokosnuss gab keine Antwort. »Fein«, sagte Taks und legte die Kokosnuss wieder an Ort und Stelle. »Ich bin nicht im geringsten beeindruckt. Das lässt mich alles völlig kalt und ungerührt. Wahnsinn gehört zu meinem Geschäft.« Doch selbst in dem Augenblick, da er dies sagte, in dem Bestreben, seine Halluzination abzutun als eine Warnung der Vernunft, war er hin- und hergerissen zwischen dem Verlangen nach Alkohol und dem Verlangen nach einer Frau. Und beides zerrte an seinen Eingeweiden wie mit rostigen Angelharten. Also schaltete er das Licht aus und folgte seinem Verlangen durch die Luke im Boden seines Badezimmers hinaus auf die vom Mondschein erleuchtete See. Vierzig Minuten später nahm er Platz in der Runde der Haifischmenschen. Häuptling Malink erhob sich und begrüßte ihn mit einem krachenden Schlag auf den Rücken. »Schön, dich zu sehen! Was macht dein Prachtstück?« »Wächst und gedeiht, dass es eine wahre Freude ist«, kam Taks automatische Antwort auf diese unter Truckern und Cowboys typische Frage, wobei er sich allerdings wunderte, woher der Häuptling sie wohl kannte. Aber ich fühl mich ein bisschen ausgetrocknet. Ein dicker junger Mann namens Vincent war an diesem Abend mit dem Einschenken betraut, und mit einem Lächeln reichte er nun Tucker die Kokosschale. Tack nippte zunächst nur und kämpfte gegen den Würgereiz an, der sich beim ersten Schluck immer einstellte, um schließlich doch einen tiefen Zug von dem Kokoslikör hinunter zu kippen und die Zähne fest zusammenzubeißen, damit er auch unten blieb. Die älteren Männer in der Runde schienen in rechter Feierlaune. Sie plapperten in ihrer eingeborenen Sprache fröhlich durcheinander, während die jüngeren Männer auf Tack den gegenteiligen Eindruck machten. Sie saßen da mit grießgrämigen Minen und gruben ihre Zähne in den Sand, wie kleine Jungs, die schmolten. »Warum seid ihr so mies drauf, Jungs? Hat jemand euren Hund abgestochen?« »Nein«, sagte Malink, der die Frage nicht ganz verstanden hatte. »Heute wir essen Schildkröte.« Tack konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass, wenn einem der Hund abgestochen wurde, dies hier offensichtlich etwas anderes bedeutete als in Texas. Malink bemerkte Tacks Verwirrung. »Sie sind traurig, weil die Himmelsgöttin die Liebesdienerin aus ihrem Haus erwählt hat, und sie wird wegbleiben, viele Tage.« »Liebesdienerin?« »Das Mädchen, dem du letzte Nacht nachgegangen bist, ist die Liebesdienerin aus dem Jungmännerhaus.« »Oh, tut mir leid, das zu hören, Jungs«, sagte Tack, ohne sich anmerken zu lassen, dass er nicht den blassesten Schimmer hatte, was mit Liebesdienerin gemeint war oder was es bedeutete, auserwählt zu sein. Er nahm an, dass es irgendwas mit dem prämenstruellen Syndrom zu tun hatte. Vielleicht war es ja so, dass sie die Frauen, wenn sie schräg draufkamen, von den Krämpfen, die ihnen von der alten Himmels-Tante verpasst wurden, in eine spezielle Hütte für die Auserwählten schafften, bis sie sich wieder abgeregt hatten. Er wartete, bis die Schale wieder zu ihm kam, bevor er das Thema erneut anschnitt. »Also, diese Himmelsgöttin hat sie auserwählt, hm? Na, schöne Scheiße. Habt ihr's mal mit Schokolade probiert? Damit kriegt man sie manchmal wieder rum.« »Wir ihr geben Spezial-Tuber, wenn sie kommt,« sagte Malink. »Schmeckt wie Scheiße,« riefen einige der Männer im Chor. Abo, der Wilde, sagte, »Ich bin auserwählt, und jetzt ist Zeppi auserwählt. Ich werde sie heiraten.« Bei der Mehrzahl der jüngeren Männer stieß diese Ankündigung nicht gerade auf Begeisterung. »Noch mal halblang,« sagte Tuck, »deine Einstellung ist ja ganz löblich, aber du bist nie im Leben auserwählt.« »Bin ich doch,« beharrte Abo. »Sieh her.« Er wandte der Gruppe seinen Rücken zu und strich mit dem Finger über eine lange, rosige Narbe, die diagonal zu seinen Rippen verlief. »Die Himmelsgöttin hat mich für Vincent auserwählt, als die Brotfrucht reif war.« Tuck starrte auf die Narbe. Er war wie vor den Kopf aufgeschlagen und hoffte, dass das, was er nun dachte, genauso abwegig war wie seine PMS-Theorie. »Die Himmelsgöttin? War das die Musik letzte Nacht? Und der ganze Krach?« »Ja,« sagte Malink. »Vincent bringt sie in seinem Flugzeug. Wir es niemals sehen, aber wir hören es.« »Und wenn jemand auserwählt wird, fliegt dann jedes Mal der Learjet am nächsten Tag los.« Malink nickte. »Für lange Zeit niemand war auserwählt, bis Vincent dich geschickt hat, um das weiße Flugzeug zu fliegen. Wir haben gedacht, Vincent sei zornig auf uns.« Tuck schaute Abo an, der einen zufriedenen Eindruck machte, nun, da sein Häuptling ihn unterstützte. »Wohin geht man, wenn man auserwählt wird?« »Man geht in das weiße Haus, wo der Medizinmann wohnt. Dort gibt es viele Maschinen.« »Und was dann? Was passiert in dem weißen Haus?« »Das ist Geheimnis.« Tuck sprang von seinem Platz und sah Abo eindringlich an. »Was passiert da?« Abo bekam es offensichtlich mit der Angst zu tun und wandte sich ab. Tuck warf einen Blick in die Runde. »Wer ist noch auserwählt worden?« Der dicke Junge, der nachgeschenkt hatte, drehte sich um, sodass Tucka die Narbe auf seinem Rücken sehen konnte. »Wie heißt du, Kleiner?« »Vincent.« »Das hätte ich wissen sollen.« »Vincent, was passiert in dem weißen Haus?« Der junge Vincent schüttelte den Kopf. Tuck wandte sich an Malink. »Was passiert da?« Malink schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht. Ich bin nie auserwählt worden.« Eine vertraute Stimme rief aus der Dunkelheit. »Sie machen Sie schlafen!« Alle wandten sich um und sahen Kimi, der den Pfad vom Dorf entlangkam. Der alte Kannibale trottete mit knirschenden Gelenken hinter ihm her. Abo blaffte Kimi in seiner eingeborenen Sprache an und Kimi bellte etwas in der gleichen Sprache zurück. Tuck musste die Sprache nicht verstehen, um mitzubekommen, dass Kimi dem Wilden geraten hatte, sich zu verpissen. »Kimi, bist du in Ordnung?« Tuck erkannte den Seefahrer kaum wieder. Er trug einen blauen Lengenschurz wie die Haifischmenschen, und es schien, als habe er einiges an Muskeln zugelenkt. Tuck freute sich von ganzem Herzen, ihn wiederzusehen. Der Seefahrer rannte auf ihn zu und schlang seine Arme um den Piloten. Ohne groß nachzudenken, erwiderte Tuck die Umarmung. Einige der jungen Männer waren aufgestanden und betrachteten Kimi. Einer der Krüge mit Tuba war umgestoßen worden, doch es schien niemanden zu kümmern, dass der Schnaps im Sand versickerte. »Kimi, weißt du, was hier vor sich geht?« »Eine schöne Frau mit gelben Haaren. Sie kommen aus dem Zaun und nehmen Mädchen weg. Sie werden sie schlafen machen, und wenn sie aufwachen, sie wird haben einen Schnitt. Hier.« Er strich mit dem Finger über die Rippen auf seinem Rücken. »Nein!« schrie Abo. Er machte einen Satz über Malink hinweg, der immer noch am Boden kauerte, um Kimi an die Gurgel zu gehen. Ohne nachzudenken, schnellte Tuck herum und erwischte Abo mit einem satten Schwinger an der Kennspitze. Abo wurden die Füße unter dem Körper weggerissen, und er landete auf dem Rücken. Tuck rieb sich die Knöchel. Abo versuchte, wieder auf die Beine zu kommen, und Malink brüllte zwei von den jungen Winzens irgendwelche Befehle zu. Widerwillig hielten sie ihren Freund fest. »Vincent hat den Piloten geschickt«, erinnerte sie Malink. Tuck wandte sich wieder an Kimi. »Was passiert dann?« »Du mir Schulden fünfhundert Dollar.« »Die kriegst du.« »Was passiert dann?« »Die Auserwählten müssen bleiben im Bett für viele Tage. Sie haben Schläuche stecken in sich, und sie haben große Schmerzen. Dann sie kommen zurück.« »Das ist alles?« »Ja«, sagte Kimi. Nun erhob sich Malink und wandte sich an Kimi. »Woher weißt du das?« Kimi zuckte mit den Achseln. »Sieppi mir erzählt.« Malink drehte sich zu Abo um, der keinen Widerstand mehr leistete, und ihn nun schreckensbleich anschaute. »Sie hat gesagt, sie erzählt es nicht weiter. Der Weibsmann hat einen Fluch über sie gesprochen.« Tuck stand da und rieb sich die Knöchel. Er schaute sich die tropische Operette an und fühlte sich, als hätte jemand gerade das Licht eingeschaltet und ihn dabei erwischt, wie er es einer madenzerfressenen Leiche französisch besorgte. Die Kühlbox, die OP-Kittel, die Flüge nach kurzer Vorankündigung, der zweite Jet, der in Japan immer schon auf dem Rollfeld wartete, die Geheimniskrämerei, das Geld. Wie hatte er nur so scheißdämlich sein können? Malink schüttelte gerade einen verbalen Jauchekübel über Abo aus, der den Eindruck machte, als ob er jeden Moment in Tränen ausbrechen würde. »Ihr blöden Wichser!« brüllte Tuck. Malink verstummte. »Sie verkauft eure Nieren! Der Doc nimmt euch die Nieren raus und verkauft sie nach Japan!« Diese Eröffnung hatte nicht die Wirkung, die Tuck erwartet hatte. Im Gegenteil, es machte den Eindruck, als sei er der Einzige, den die Sache überhaupt kümmerte. »Hört ihr, was ich sage!« Malink schaute ein wenig betretend rein. »Was ist eine Niere?« Teil 3 Der Engel der Kokosnuss Bettgenossen Kurz vor Sonnenaufgang kroch Tuck durch den Boden der Dusche wie eine Heimwege plagte Kakerlage und krabbelte vom Badezimmer zu seinem Bett und unter das Moskitonetz. Es gab eine Menge Dinge zu tun, wichtige Dinge, Dinge von Bedeutung, Dinge, die vielleicht sogar gefährlich waren, aber er hatte keine Ahnung, worum es sich dabei handelte, und er war zu müde, um sich in diesem Augenblick darüber Gedanken zu machen. Er hatte es versucht. Er hatte sich wirklich alle Mühe gegeben, die Haifischmenschen davon zu überzeugen, dass der Doktor und seine Frau schreckliche Sachen mit ihnen anstellten. Aber die Inselbewohner hatten immer wieder das Gleiche erwidert. »Vincent will es so. Vincent wird sich um uns kümmern.« »Zur Hölle mit ihnen«, dachte Tuck. »Diese verdammten Idioten und Schwachsinnbrüder verdienen es nicht besser.« Er rollte sich herum und schob seinen kokosköpfigen Doppelgänger zur Seite. Der Doppelgänger stieß zurück. Wie von der Tarantel gestochen, sprang Tuck aus dem Bett, verfing sich in dem Moskitonetz und rutschte mit dem Hintern rückwärts wie ein Mann, der sich vor einer Schlange in Sicherheit bringen will. Der Doppelgänger richtete sich auf. Im trüben Licht konnte Tuck sein Gesicht nicht erkennen. Durch das Moskitonetz sah er nichts weiter als eine Silhouette, einen Schatten. Und der Schatten trug eine Pilotenmütze. »Glaub bloß nicht, dass ich nicht genau weiß, was du denkst. Ich wette nämlich sechs zu fünf, dass ich es weiß.« Der Akzent schien irgendwie aus einem Bowery-Boys-Film zu stammen, und Tuck erkannte die Stimme. Sie hatte in seinem Kopf herumgespukt. Er hatte sie bei einer sprechenden Fledermaus vernommen, und er hatte sie zweimal bei einem jungen Flieger gehört. »Wirklich?« »Klar, du denkst, hey, ich war nie scharf drauf, einen anderen Kerl in meinem Bett zu finden, aber wenn sich's nicht vermeiden lässt, dann sollte es schon genau dieser Kerl hier sein, stimmt's?« »Das war's nicht, was ich gedacht habe.« »Dann hättest du auf die Wette eingehen sollen, du Armleuchter.« »Wer bist du?« Der Flieger zog das Moskitonetz zur Seite und warf einen Gegenstand quer durchs Zimmer. Tuck zuckte zusammen, als er mit einem dumpfen Pochen neben ihm auf dem Boden landete. »Heb's auf!« Tuck konnte nichts weiter erkennen als einen glänzenden Gegenstand neben seinem Knie. Er hob ihn auf, und es fühlte sich an wie ein Feuerzeug. »Lies, was draufsteht«, sagte der Schatten. »Ich kann nicht, es ist zu dunkel.« »Weißt du was? Ich hab mal einen Karl gesehen, den hat eine Kugel knapp überm Ohr erwischt. Die Docks haben eine Edelstahlplatte zurechtgehämmert und sie ihm in die Birne geschraubt und ihm so das Leben gerettet. Allerdings hat der Karl von dem Tag an nichts anderes mehr gemacht, als im Kreis rumzulaufen, an seiner Birne zu zarren und den Row-Teil von »Row, Row, Row, Your Boat« zu singen. Sie mussten ihm Topflappen an den Händen festkleben, damit er sich nicht wund reiben konnte. Ich will nicht sagen, dass der Karl keinen Spaß hatte, aber es war nicht allzu amüsant, sich mit ihm zu unterhalten, wenn du verstehst, was ich meine. »Das war eine wunderschöne Geschichte«, sagte Tuck. »Warum?« »Weil der Karl mit der Startlatte in seiner Birne, an der er dauernd rumzarrte, während er »Row, Row, Row« abnudelte, ein Genie war, verglichen mit dir. »Mach das verdammte Feuerzeug an, du Armleuchter!« »Oh«, sagte Tuck, klappte das Feuerzeug auf und ließ es aufflammen. Im Licht der Flamme konnte er die Gravierung erkennen. »Vincent Benedetti, Captain USAF«. Tuck blickte wieder zurück zu dem Flieger, der immer noch von Schatten umhüllt war, obwohl der Rest des Raums sich allmählich aufzuhellen begann. »Du bist Vincent?« Der Schatten verneigte sich ein wenig. »Nicht ganz, wie er leibt und lebt, aber ansonsten zu ihren Diensten, Sie Arsch!« »Du bist mal links, Vincent?« »Genau der. Ich habe dem Häuptling das Original von dem Feuerzeug geschenkt.« »Das hättest du auch einfach sagen können, ohne dich so verdammt dramatisch aufzuführen.« Tuck war froh, dass er ein wenig betrunken war. Er hatte keine Angst. So seltsam es scheinen mochte, er fühlte sich vollkommen in Sicherheit. »Dieser Kerl, dieses Ding, dieser Geist, hatte ihm mehr oder weniger das Leben gerettet. Und zwar zwei, wenn nicht sogar dreimal.« »Ich habe Verpflichtungen, Kleiner, und du auch.« »Verpflichtungen?« Nun bekam es Tag doch mit der Angst zu tun. »Genau. Und deshalb wirst du, wenn du nachher ausgeschlafen hast, nicht zum Doktor ins Büro reinstürmen und verlangen, dass er die Tatsachen auf den Tisch legt. Geh einfach nur eine Runde schwimmen. Kühl dich ein bisschen ab.« »Schwimmen gehen?« »Genau. Du schwimmst über das Riff hinaus und dann 500 Meter weit daran entlang. Und zwar in die entgegengesetzte Richtung, in der das Dorf liegt. Lass aber auf die Haie draußen vor dem Riff auf.« »Warum?« »Da taucht mitten in der Nacht ein Kerl aus dem Nichts auf, der dir irgendwelches mystisches Zeug erzählt, und du fragst, warum?« »Klar. Warum?« »Weil ich es sage!«, sagte Vincent. »Das hat mein Vater auch immer gesagt.« »Bist du der Geist von meinem Vater?« Der Schatten schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. »Sprich mir nach und mach keine Faxen. Eins, zwei, drei. Und roh, 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 roh.« Und mit diesem Sing-Sang wurde seine Gestalt immer undeutlicher. »Warte mal«, sagte Tuck. »Da gibt's noch mehr, das ich wissen muss.« »Holzauge sehr wachsam. Weiß nicht annähernd so viel, wie du glaubst.« »Du bist mir was schuldig.« Zwei bewaffnete Ninjas folgten Tuck zum Wasser. Er betrachtete sie in der Hoffnung, irgendwelche sichtbaren Folgen des Bombardements mit Radarstrahlen zu erkennen. Doch andererseits hatte er keinerlei Vorstellung, wie diese Anzeichen aussehen würden. Würden sie sich sichtbar aufblähen und explodieren, wenn man sie nicht mit der Gabel anstach, damit der Druck aus ihrem Inneren entweichen konnte? »Das wäre cool. Vielleicht würden sie auch am Strand einschlafen und wenn sie wieder aufwachten, wären sie zu hundertfacher Größe angewachsen und ganz versessen darauf, sich mit Godzilla herumzuprügeln, während in den brennenden Trümmern zu ihren Füßen winzige Leute herumstolperten, deren Mundbewegungen nicht das Geringste zu tun hätten mit dem, was sie sagten. So was passierte in japanischen Filmen doch andauernd, oder? »Viel zu gut für diese Säcke.« Er zog die Schwimmflossen an und verbeugte sich in ihre Richtung, als er rückwärts ins Wasser ging. »Mögen eure Eier zu Rosinen schrumpfen?«, sagte er, ein Lächeln auf den Lippen. Sie erwiderten seine Verbeugung jedoch mehr aus einem Reflex heraus als aus Respekt. Über das Riff hinaus und dann 500 Meter daran entlang. Die Ninjas würden ausrasten. Er war noch nie über das Riff ins offene Meer geschwommen. Innerhalb des Riffs war das Wasser klar und aquamarinblau. Man konnte stets den Grund sehen und die Fische schienen, wenn schon nicht freundlich, so doch zumindest nicht gefährlich zu sein. Auf der zum Ozean liegenden Seite des Riffs hingegen, hinter der Brandungslinie, war das Wasser kobaltblau. So tief und undurchdringlich wie der Nachthimmel. Die farbenfrohen Fische des Riffs mussten auf die Jäger aus den blauen Tiefen wirken wie M und Ems, dachte Tuck. Der äußere Rand des Riffs ist der Teller mit Süßigkeiten für die Monster. Er paddelte gemächlich auf das Riff zu und ließ sich von dem leichten Seegang schaukeln, während er die bunten Glieder der Nahrungskette bei ihrem Treiben am Meeresgrund beobachtete. Ein Triggerfisch, der mit seiner bräunlichen Färbung besser in die Wüste gepasst hätte, ließ sich die Beine einer Krabbe schmecken, während eine Gruppe kleinerer Fische um ihn herumwuselte und versuchte, die im Wasser treibenden Reste aufzuschnappen. Tuck hob den Kopf und schaute sich nach der einzigen sichtbaren Lücke im Riff um. Es war ein tiefblauer Kanal, auf den er nun zuschwamm. Er mußte an dieser Stelle das Riff durchqueren und die 500 Meter draußen daran entlang schwimmen, weil ihn andernfalls die Brandung auf die Korallen schleudern würde, wenn er versuchte, das Riff schwimmend zu überqueren. Er hielt den Kopf wieder unter Wasser und paddelte durch den Kanal, bis der Boden unter ihm verschwand. Als er die Brandungslinie hinter sich gelassen hatte, wandte er sich nach rechts und schwamm parallel zum Riff weiter. Es war, als ob man am Rande eines Canyons im All herumtrieb. Er konnte sehen, wie das Riff 50 Meter tief nach unten abfiel und schließlich in einem blauen Nebel verschwand. Er suchte sich Orientierungspunkte am Riff, um zu sehen, wie schnell er vorwärts kam und ließ seinen Blick von einer Koralle zu einer Seeanemone weiterwandern und von dort zu einer Fächerkoralle und einem Aal, der seinen Kopf aus einer Felsspalte streckte, gerade so, als wenn er von einem Stein zum Nächsten hüpfen würde, um einen Bach zu überqueren. Denn zu seiner Linken gab es keinerlei Anhaltspunkte, nichts außer blauer Leere. Und wenn er in diese Richtung sah, fühlte er sich wie ein Kind, das in der sicheren Erwartung des Schrecklichen aus dem Fenster schaut, so dass jede Gestalt, jede Bewegung und jeder Wechsel des Lichts zum schieren Horror wird. Er sah neben sich etwas aufblitzen und wirbelte herum, nur um festzustellen, dass es ein harmloser Papageienfisch war, der an einer Koralle knabberte. Er zog an seinem Schnorchel, ohne zu bedenken, dass dieser nicht aus dem Wasser ragte und wurde von einem Hustenanfall geschüttelt. Er musste sich eine volle Minute reglos auf der Wasseroberfläche treiben lassen, bevor er wieder normal atmen konnte. Dann paddelte er weiter am Riff entlang, dieses Mal jedoch beseelt von einem festen Glauben. Was auch immer, wer auch immer dieser Vincent sein mochte, er hatte Tuck das Leben gerettet. Und er wusste Bescheid. Er würde sich kaum die ganze Mühe gemacht haben, damit Tuck nun von Barracudas aufgefressen wurde. Tuck gab es auf, anhand von irgendwelchen Orientierungspunkten am Riff festzustellen, wie weit er gekommen war. Die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, wäre, weiter hinaus zu schwimmen, um über die Brandung hinweg den Strand anzuvisieren. Aber was sich oberhalb des Wasserspiegels befand, war ohnehin nicht von Bedeutung. Dies war eine fremde Welt, und er war ein ungebetener Gast. Dann blitzte erneut etwas auf, doch diesmal kämpfte er gegen seine Panik an. Dort unten, in etwa zehn Meter Tiefe, blinkte etwas im Sonnenlicht. Und daneben befand sich noch etwas anderes, das mit dem Seegang hin und her wehte. Er verharrte eine Sekunde, holte tief Luft, tauchte unter und stieß in dem Augenblick hinab in die Tiefe, als er erkannte, was es war, das da blinkte. Eine Kette aus Metallkügelchen mit einem Satz Hundemarken, wie sie Soldaten trugen. Er schoss zurück an die Oberfläche und paddelte auf der Stelle, um wieder zu Atem zu kommen. Dann las er die Hundemarke. Sommers, James W. James Sommers war der Marke zufolge Presbyterianer. Irgendwie wollte es Tuck nicht ganz einleuchten, dass die Tausend-Meter-Schwimmerei einzig und allein dazu gedient haben sollte, nur um ein paar Hundemarken zu finden. Aber da unten war ja noch dieser Fetzenstoff, den Tuck bisher noch nicht hatte näher betrachten können. Er stopfte die Hundemarken in die Innentasche seiner Badehose und tauchte noch einmal hinab. Mit kräftigen Flossenschlägen näherte er sich dem Stofffetzen, wobei er sich mit einer Hand die Nase zuhielt und die Backen aufblies, um den Druck auf seinen Ohren auszugleichen. Mittlerweile war er so tief, dass die Luft in seinen Lungen ihn nach oben zog, weg von seiner Beute. Es war ein Stück bedruckter Baumwolle. Er griff danach, doch es rutschte ihm aus der Hand. Er zog erneut daran, doch der Stofffetzen war eingeklemmt in eine Riffspalte. Er zerrte mit aller Gewalt und plötzlich löste sich der Stofffetzen und etwas Weißes kam dahinter zum Vorschein. Völlig außer Atem schoss er an die Oberfläche und untersuchte den Stofffetzen. Fliegende Schweine. Na prima. Er hatte sein Leben riskiert für ein paar presbyterianische Hundemarken und ein Stück Stoff mit fliegenden Schweinen. Er unternahm noch einen weiteren Tauchgang und sah, was es gewesen war, das in der Riffspalte klemmte. Der Beckenknochen eines Menschen. Was immer sonst noch dagewesen sein mochte, nun war es weg. Doch dieser Knochen hatte sich verklemmt und war fein säuberlich abgenagt worden. Jemand, der mit fliegenden Schweinen bedruckte Boxershorts trug, war zu einem Glied der Nahrungskette geworden. Die Strecke zurück zum Kanal kam Tag länger vor als der Hinweg und er ließ sich Zeit, denn er hatte ganz vergessen, sich vor dem zu fürchten, was eventuell in der blauen Unendlichkeit hinter ihm lauern mochte. Die wahre Gefahr drohte ihm an der Küste. Und wie äußerte man bei einem gemütlichen Abendessen die Ansicht, dass es sich bei den Arbeitgebern um Mörder handelte, die anderen Menschen die Organe stahlen? Hult's Auge sei wachsam, hatte Vincent gesagt. Und bis jetzt schien es, als wüsste er ziemlich genau, wovon er redete. Lass die Puppen kochen! Oh, treten Sie ein, Mr. Case. Sebastian ist draußen auf dem Lanai. Die hohe Priesterin trug einen weißen Hosenanzug aus Rohseide mit weiten Beinen und tiefem Ausschnitt, dazu eine Perlenkette mit passenden Ohrringen. Ihr Haar war mit einer weißen Seidenschleife zurückgebunden, und sie schwebte vor ihm dahin wie der Geist der guten Haushaltsführung. Was zeigten Sie von Pazifik, Hummer? Mag ich, sagte Tuck und suchte nach irgendeinem Anzeichen dafür, dass sie wusste, dass er im Bilde war. Ihren Besuch in seinem Bungalow am Abend zuvor erwähnte sie mit keinem Wort. Auch sonst gab es keinerlei Anzeichen, dass sie ihm gegenüber irgendeinen Verdacht hegte. Tuck sagte, es kommt mir ein bisschen unfair vor, dass ich mit leeren Händen zum Abendessen auftauche, vielleicht sollte ich Sie und den Doc mal zu mir einladen. Oh, Sie kochen auch, Mr. Case? Das ein oder andere. Meine Spezialität ist schwarz gebratener Petz. Ist das ein Cajun-Gericht? Ich hab's aus Texas, um ehrlich zu sein. Also Tex-Mex-Küche? Naja, mit einer Flasche Tequila schmeckt's schon besser. Sie lachte das höfliche Lachen einer Gastgeberin und sagte, kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Meinen Sie einen Drink oder einfach nur Flüssigkeit? Es tut mir leid. Ich weiß, dass Sie sich bevormundet fühlen, aber verstehen Sie bitte, dass Sie unter Umständen schon bald wieder fliegen müssen. Vor ihr auf der Arbeitsplatte stand ein großes Glas Weißwein. Tuck schaute es an und sagte, aber Alkohol am Operationstisch ist wohl kein Problem, stimmt's? Das war sehr subtil, dachte Tuck. Äußerst elegant. Ich bin ein toter Mann. Ihre Augen zogen sich zu schlitzen zusammen, ohne dass das höfliche Lächeln von ihren Lippen verschwand. Sebastian, rief sie. Du kommst vielleicht besser herein, Liebling. Ich glaube, Mr. Case hat ein Anliegen, das er mit uns besprechen möchte. Sebastian Curtis trat durch die Tür zur Veranda. Seine hochgewachsene, würdevolle Gestalt, die zurückgebürsteten grauen Haare, die sich von seinem braunen Teint abhoben. Auf Tuck wirkte er wie irgendein beliebiger Manager, dem man in einem Yachtclub begegnete. Vielleicht auch wie ein männliches Fotomodell im Ruhestand. Oder ein Shakespeare-Darsteller, der endlich die jungen Prinzen und Liebhaber hinter sich gelassen hat und nun gereift genug ist, um Julius Caesar, König Lear oder, was angemessener wäre, Prospero zu spielen, den verbannten Hexen. Meister aus der Sturm. Tuck, noch immer in seiner geliehenen, zu weiten Kleidung mit hochgerollten Ärmeln und Hosenbeinen, fühlte sich wie ein Bettler. Er hatte einige Mühe, sich seinen gerechten Zorn zu bewahren, der ohnehin kein allzu vertrautes Element in seiner Gefühlspalette darstellte. Sebastian Curtis sagte, »Mr. Case, nett, Sie zu sehen. Beth und ich haben uns gerade erst darüber unterhalten, wie zufrieden wir mit Ihrer Arbeit sind. Ich bin sicher, diese Flüge aus dem Stand sind eine ziemlich mühsame Angelegenheit.« »Mr. Case hat gerade den Vorschlag gemacht, dass wir unseren Alkoholkonsum im Auge behalten,« sagte Beth Curtis. »Nur für den Fall, dass wir eine Notoperation durchführen müssen.« Das joviale Gebaren fiel von dem Doktor ab wie ein Schleier. Um welche Art von chirurgischen Eingriffen könnte es sich Ihrer Ansicht nach wohl handeln? Tuck starrte auf den Boden. Er hätte die Angelegenheit vorher etwas gründlicher durchdenken sollen. Er tastete nach den Hundemarken in seiner Tasche. Er hatte vorgehabt, sie auf den Tisch zu schleudern und eine Erklärung zu verlangen. »Was war mit dem Skelett passiert? Dem Besitzer der Marken? Und wo er schon mal dabei war, was würde mit Tucker Case passieren, wenn er Ihnen das ins Gesicht sagte?« »Wie meinte Mary Jean so schön?« »Bei Verhandlungen muss man sich stets ein Schlupfloch offenhalten. Dann kann man später wieder zurückkehren.« »Mach langsam«, ermahnte sich Tuck. Er sagte, »Doc, ich mache mir Sorgen wegen der Flüge. Ich sollte wissen, was wir an Bord haben, für den Fall, dass wir von den Behörden aufgehalten werden. Was ist denn der Kühlbox?« »Aber ich habe es Ihnen doch bereits gesagt. Proben von Forschungsarbeiten.« »Was für eine Sorte Proben?« Es war nun an der Zeit, eine Karte auszuspielen. »Ich werde nicht eher wieder fliegen, als bis ich es weiß.« Sebastian Curtis warf seiner Frau einen kurzen Blick zu und schaute dann wieder Tucker an. »Vielleicht sollten wir uns hinsetzen und in Ruhe unterhalten.« Er zog für Tucker einen Stuhl zurück. »Bitte sehr.« Tucker setzte sich. Der Doktor wiederholte die Prozedur für seine Frau und setzte sich dann neben sie, Tucker gegenüber, an den Tisch. »Ich bin jetzt seit achtundzwanzig Jahren auf Alu-Alu, Mr. Case.« »Was hat das damit zu tun, was...« Curtis erhob seine Hand. »Hören Sie mir zu, bis ich fertig bin. Wenn Sie antworten wollen, dann müssen Sie sie in dem Zusammenhang akzeptieren, den ich für nötig erachte.« »Okay.« Meine Familie hatte kein Geld für eine medizinische Ausbildung und so habe ich ein Stipendium der methodistischen Mission angenommen, das an die Bedingung geknüpft war, dass ich nach meinem Abschluss dorthin gehen würde, wo sie mich hinschickten. Sie schickten mich hierher. Ich war ganz und gar überzeugt von mir selbst und erfüllt vom Geist des Herrn. Ich würde Gott und die Heilkunst zu den Heiden des Pazifiks bringen. Es war seit dem Zweiten Weltkrieg kein christlicher Missionar mehr auf der Insel gewesen und man hatte mich gewarnt, dass vermutlich noch katholische Einflüsse wirksam sein würden. Doch die Methodisten haben ziemlich liberale Auffassungen, wenn es darum geht, das Wort Gottes zu verbreiten. Ein methodistischer Missionar arbeitet mit der Kultur, die er vorfindet. Ich aber habe hier keine katholische Bevölkerung vorgefunden. Was ich vorfand, war eine Bevölkerung, die einen amerikanischen Piloten und seinen Bomber verehrte. »Einen Cargokult«, sagte Tuck in der Hoffnung, dass er die Dinge damit ein wenig voranbringen würde. »Dann wissen Sie, was es damit auf sich hat. Genau, ein Cargokult. Und zwar der stärkste, von dem ich je gehört hatte. Zu meinem Glück basierte er nicht auf dem Hass auf Weiße wie bei den Cargokulten in Neuginea. Sie liebten Amerikaner und alles, was aus Amerika kam. Sie nahmen meine Medizin, die Werkzeuge, die ich ihnen mitbrachte, Nahrungsmittel, Lesestoff, alles, was ich ihnen anbot, mit Ausnahme natürlich vom Wort Gottes. Und ich war gut zu ihnen. Der Gesundheitszustand der Eingeborenen auf dieser Insel war besser als auf jeder anderen im Pazifik. Zum Teil deswegen, weil sie so isoliert leben, dass sie von ansteckenden Krankheiten verschont blieben, aber einen gewissen Anteil daran habe sicher auch ich. Deswegen lassen Sie sie also nicht aus Schiff, wann immer es anlegt. Nein. Nun ja, das ist einer der Gründe, aber in der Hauptsache wollte ich sie fernhalten von dem Laden an Bord. Warum? Weil der Laden ihnen Dinge bot, die ich ihnen nicht geben konnte, und weil im Laden nur Geld als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Geld wurde zu einer Art Ikone in ihrer Religion. Eines Abends hörte ich Trommeln im Dorf, und als ich dort ankam, fand ich die Frauen um ein Feuer kauern mit hölzernen Schalen in der Hand, an deren Boden sich ein paar Münzen befanden. Sie waren am ganzen Körper eingeölt und wiegten ihre Köpfe wie in Trance. Und während die Trommeln erklangen, traten die Männer mit Masken, die aussahen wie die Gesichter auf amerikanischem Geld, von hinten an die Frauen heran und kopulierten mit ihnen, während sie sangen. Es war eine Fruchtbarkeitszeremonie in der Absicht, dass sich dadurch das Geld in den Schalen vermehren würde und sie sich Waren aus dem Laden des Schiffes kaufen könnten. »Na ja, hört sich immerhin besser an, als sich eine Arbeit zu suchen«, sagte Tuck. Curtis konnte den Humor dieser Bemerkung offensichtlich nicht erkennen. Indem ich ihnen den Kontakt mit dem Schiff verbot, dachte ich, ich könnte den Cargokult zum Absterben bringen, aber es funktionierte nicht. Ich konnte von Jesus reden, von den Wundern, die er vollbracht hatte, und davon, wie er sie erretten würde, und sie fragten mich, ob ich ihn je gesehen hätte. Denn ihren Erlöser hatten sie leibhaftig gesehen. Ihr Pilot hatte sie vor den Japanern gerettet. Jesus hatte ihnen nur befohlen, ihre Sitten und Tabus aufzugeben. Da konnte das Christentum nicht mithalten. Ich versuchte es trotzdem. Ich kümmerte mich um sie nach Leibeskräften. Doch nach fünf Jahren schickte die Methodistenmission eine Gruppe von Offiziellen, die feststellen sollten, welche Fortschritte ich gemacht hatte. Sie strichen mir die Mittel und wollten mich wieder zurück nach Hause schicken. Doch ich hatte den Entschluss gefasst, zu bleiben und mein Bestes zu versuchen. Auch ohne ihre Unterstützung. Er hatte einfach nur Angst, wegzugehen, sagte Beth Curtis. Sebastian Curtis schaute seine Frau an, als wollte ihr ihr eine runterhauen. Das ist nicht wahr, Beth. Aber klar doch, du hast jahrelang keinen Fuß von dieser Insel gesetzt. Du hattest total vergessen, wie es ist, mit wirklichen Menschen zusammenzuleben. Das hier sind wirkliche Menschen. Es war zwar recht amüsant, mit anzusehen, wie sich die Illusion vom perfekten Ehepaar vor seinen Augen in Rauch auflöste, aber Tuck gebot dem Treiben dennoch Einhalt. Ein Learjet und Elektronik im Wert von mehreren Millionen Dollar. Sieht aus, als wären sie auch ohne finanzielle Zuwendung ganz gut über die Runden gekommen, Doc. Es tut mir leid. Und er sah so aus, als wäre es wirklich so. Ich versuchte, mit den Erlösen über die Runden zu kommen, die die Inselbewohner aus dem Verkauf von Cobra erzielten. Doch es war nicht genug. Ich verlor einen meiner Patienten. Einen kleinen Jungen, weil ich nicht die Mittel hatte, ihn zu einem Krankenhaus fliegen zu lassen, wo er die Hilfe bekommen hätte, die er brauchte. Ich verstärkte meine Bemühungen, die Eingeborenen zu bekehren, in der Hoffnung, dass es mir gelingen würde, die Unterstützung einer anderen Missionsgesellschaft zu erhalten. Doch wie soll man ankommen, gegen einen Heiland, mit dem die Menschen von Angesicht zu Angesicht gesprochen haben? Doc erwiderte nichts. Nachdem er selbst mit dem Messias gesprochen hatte, war er ebenfalls bekehrt. Sebastian Curtis leerte sein Glas in einem Zug und fuhr fort. Ich verschickte Briefe an Kirchen, Stiftungen und Firmen auf der ganzen Welt. Dann landete eines Tages ein Flugzeug draußen auf dem Flugplatz und einige japanische Geschäftsleute stiegen aus. Sie wollten die Klinik zwar nicht aus schierer Nächstenliebe unterstützen, doch wenn ich jeden gesunden Inselbewohner dazu brachte, alle zwei Wochen Blut zu spenden, wollten sie mir weiterhelfen. Und so kam alle zwei Wochen ein Flugzeug und holte 150 Liter Blut ab. Und ich bekam 50 US-Dollar pro Liter. Wie haben Sie die Eingeborenen dazu überredet? Ich habe auch schon mal Blut gespendet. Allzu angenehm ist das nicht. Die Japaner kamen mit einem Flugzeug, wie sie sich vielleicht erinnern. Flugzeuge spielen in der Religion dieses Volkes eine wichtige Rolle. Man muss mit den Wölfen heulen, stimmt's? Sie brachten den Eingeborenen in dem Flugzeug jedes Mal irgendwas mit. Nachreden, Reis, Kochtöpfe. Ich bekam all die Medikamente, die ich brauchte, und war in der Lage, die Materialien kommen zu lassen, die ich brauchte, um den Großteil dieser Siedlung anzulegen. Beth Curtis erhob sich von ihrem Platz. So gerne ich auch zuhöre, aber ich glaube, wir sollten etwas essen. Bitte entschuldigen Sie mich. Sie ging hinüber zum Küchentresen, wo ein großer Topf mit Wasser auf dem Herd stand, das nun kochte. Sie griff in eine Holzkiste am Boden und brachte zwei lebende Hummer zum Vorschein, die sie jeweils in einer Hand hielt. Die riesigen Meereskrabbler strampelten mit den Beinen und schwenkten ihre Fühler auf der Suche nach Nahrung. Beth Curtis hielt sie über den Topf und bewegte sie wie Puppen. Oh, Steve, du hast schon sein Zimmer mit Doppelbadewanne besorgt und ein heißes Bad hast du auch schon eingelassen. Wie wundervoll! ließ sie den linken Hummer sagen. Ja, ich bin sehr romantisch, sagte sie mit einer tieferen Stimme und schüttelte den Riesenkäfer zu den Worten. Lass uns reingehen, ich fühle mich ein bisschen verspannt. Oh, du bist wundervoll! Dann ließ sie die Hummer in das kochende Wasser fallen. Ein hoher Kreisston kam aus dem Topf und Beth Curtis beugte sich hinab zu der Holzkiste, um sich ein weiteres Opfer zu schnappen. Beth, bitte, sagte der Doktor. Ich versuche nur dem Ganzen eine heitere Note zu geben, Bastion. Sei jetzt still. Sie hielt Hummer Nummer drei über den Topf, schaute hinüber zu Tucker und begann ihren Vortrag. Das ist jetzt der durchgeknallte Doktor, der spricht. Es gibt immer einen durchgeknallten megalomanischen Doktor. Das gehört einfach dazu. Sebastian Curtis erhob sich. Beth, hör auf! Sie verfiel in einen deutschen Akzent. Sie sehen, Mr. Bond, ein Mann, der zu viel Zeit auf einer einsamen Insel verbringt, verändert sich mit der Zeit. Er verliert seinen Glauben. Er fängt an zu überlegen, wie er sein Los verbessern kann. Meine Partner in Japan kamen zu mir mit einem Vorschlag. Sie würden mich nach San Francisco schicken, um meine Kenntnisse auf dem Gebiet der Organtransplantation zu verbessern. Ich sollte nicht länger Blut verkaufen und nur ein Taschengeld dafür kassieren. Sie würden mir detaillierte Bestellungen für Nieren zukommen lassen und ich würde sie innerhalb von Stunden liefern. Für eine schlappe halbe Million pro Stück. In San Francisco traf ich eine Frau. Eine schöne, gutaussehende Frau. Ein Moment lang fiel Beth aus der Rolle, grinste und verbeugte sich, um anschließend wieder den Hummer zu terrorisieren. Ich brachte sie hierher und sie war es, die den Plan entwickelte, wie man die Eingeborenen dazu bringen konnte, sich freiwillig ihre Organe entfernen zu lassen. Sie war nicht nur schön, sondern auch schlichtweg genial und sie war eine ausgebildete OP-Schwester. Sie setzte ihren üppigen Charme ein und bei diesen Worten hielt sie den Hummer so, dass er eine gute Aussicht auf ihr Dekolleté hatte und die Wilden waren mehr als glücklich, eine Niere spenden zu dürfen. In der Zwischenzeit häufte ich mehr Reichtümer an, als ich mir in meinen kühnsten Träumen jemals ausgemalt habe und was sie betrifft, Mr. Bond, für sie ist es nun Zeit zu sterben. Sie ließ den Hummer in den Topf fallen und schüttelte sich unter diabolischem Gelächter. Plötzlich hielt sie inne und sagte, »Das Essen ist in zehn Minuten fertig. Salat, Mr. Case?« Tuck war unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Irgendwo in diesem kleinen Puppenspiel der Verdammten war das Eingeständnis, dass sie Menschen die Organe rausschnitten und sie verkauften wie Frischfleisch. Eine Tatsache, die die Frau des Doktors nicht nur mit keinerlei bedauern, sondern sogar mit Vergnügen zu erfüllen schien. Sebastian Curtis hingegen hatte den Kopf auf die Tischplatte gelegt und als er ihn wieder hob, brachte er es nicht fertig, Tucker in die Augen zu schauen. Es verging eine Minute betretenen Schweigens, während der Beth Curtis darauf zu warten schien, dass jemand Zugabe rief und der gute Doktor bemüht war, seine Gedanken zu sortieren. »Bis ich Sie bitten möchte, zu verstehen, Mr. Case, ist, dass wir uns niemals in diesem Maße um die Menschen hier hätten kümmern können, ohne die Mittel, die wir dafür erhielten, was wir hier tun. Sie müssten ohne jede moderne medizinische Versorgung auskommen.« Wieder überlegte Tuck und wog ab, was er ausplaudern konnte und womit er besser hinter dem Berg hielt. Er wollte die beiden nicht wissen lassen, dass er alles über die Haifischmenschen wusste und wie Vincent ihm geraten hatte, war es wohl besser, wenn er mehr über die Hundemarken und Partys Notizbuch in Erfahrung brachte. Dem Doktor ging die Situation offensichtlich ziemlich an die Nieren und Mrs. Curtis, nun ja, Mrs. Curtis war einfach zum Fürchten verdammt nochmal. Also immer mit kühlem Kopf an die Sache rangehen. Sie hatten ihn kommen lassen, weil sie dachten, er wäre genauso schräg drauf wie sie selber und es wäre unklug gewesen, sein Image zu ruinieren. Ich verstehe, sagte Tuck. Ich wollte, sie hätten von vornherein mit offenen Karten gespielt, aber jetzt verstehe ich die ganze Geheimniskrämerei. Was ich wissen will, ist allerdings folgendes. Warum darf ich nicht trinken, wo ihr beide es andauern tut? Ich meine, wenn ihr zwei schwere Operationen durchführt, wenn ihr schon halb hinüber seid, wird ich ja wohl ein Jet fliegen können. Beth sagte, wir wollten ihnen bei ihrem Suchtproblem helfen. Wir dachten, wenn sie mit anderen Trinkern konfrontiert sind, würden sie garantiert rückfällig, wenn sie wieder nach Hause zurückkommen. Oh, das war sehr aufmerksam von Ihnen, sagte Tuck. Aber wann genau werde ich wieder zurück können nach Hause? Wenn wir unsere Arbeit beendet haben, sagte sie. Der Doktor nickte. Genau das wollten wir ihnen auch sagen, aber wir wollten, dass sie sich zunächst an die Arbeitsweise hier gewöhnen. Wir wollten erst mal sehen, ob sie dem Job gewachsen sind. Wir werden mit den Operationen so lange weitermachen, bis wir 100 Millionen Dollar zusammen haben, die wir dann im Namen der Inselbewohner anlegen. Die Zinsen werden ausreichen, um eine Fortführung unserer Arbeit zu garantieren und die Versorgung der Haifischmenschen sicherzustellen, solange sie hier leben. Tuck lachte. Aber sicher, und sie behalten keinen Pfennig für sich, denn sie tun das alles aus Gnade und Barmherzigkeit. Nein, wir werden die Insulaner unter Umständen auch verlassen, aber es wird genug Geld da sein, damit jemand anderer die Klinik weiterführen und Nahrungsmittel und alles, was man sonst so braucht, per Schiff anliefern lassen kann. Außerdem ist dann noch ihr Bonus. Ich höre, sagte Tuck. Reden Sie weiter. Das Flugzeug. Tuck zog eine Augenbraue in die Höhe. Das Flugzeug? Wenn Sie bleiben, bis unsere Arbeit abgeschlossen ist, werden wir das Flugzeug Ihnen übertragen, plus Ihr Gehalt und die übrigen Sondervergütungen, die Sie bis dahin angesammelt haben. Sie können sich an jedem Platz der Welt niederlassen und eine eigene Charterfirma aufmachen, wenn Sie wollen, oder das Flugzeug verkaufen und sorgenfrei leben bis ans Ende Ihrer Tage. Tuck schüttelte den Kopf. Was er bisher gehört hatte, war schon verrückt genug, doch das setzte allem die Krone auf, zumal der Doktor es wirklich ernst zu meinen schien. Vielleicht hatte es damit zu tun, dass es etwas war, was man sein ganzes Leben lang zu hören hoffte, während man sich gleichzeitig immer wieder einredet, dass es nie passieren wird. Diese Leute hier wollten ihm einen Leerjet schenken. Er wollte es nicht sagen. Er kämpfte dagegen an und wandte sich innerlich, bis er schließlich doch fragte. Warum? Weil wir es ohne sie nicht schaffen und sie außerdem nie wieder eine solche Chance bekommen werden. Außerdem würden wir lieber sie behalten, als noch einmal einen Piloten zu suchen und noch mehr Zeit zu verlieren. Was ist, wenn ich Nein sage? Dann, das werden sie verstehen, müssten wir sie bitten zu gehen, wobei sie natürlich das Geld behalten können, das sie bisher verdient haben. Und ich kann einfach gehen. Aber selbstverständlich. Wie sie wissen, sind sie nicht unser erster Pilot. Ihr Vorgänger wollte weiterziehen. Allerdings haben wir ihm auch nicht dieses Angebot gemacht, das wir ihnen machen. Wie hieß denn ihr erster Pilot? Der Doktor warf seiner Frau einen kurzen Blick zu. Sie sagte Giordano. Er war Italiener. Warum? Die Fliegergemeinde ist so groß nun auch wieder nicht und da dachte ich, ich kenne ihn vielleicht. Und? Kennen Sie ihn? Fragte sie. Doch in ihrer Stimme lag zu viel Aufrichtigkeit, sodass sich Tuck keine Sekunde darüber im Unklaren war, dass sie die Antwort schon im Voraus wusste. Nein. Sebastian Curtis räusperte sich und zwang sich zu einem Lächeln. Also, was halten Sie davon? Wie würde es Ihnen gefallen, Besitzer eines eigenen Learjets zu sein, Mr. Case? Tuck saß da und starrte auf die offene Weinflasche. Er überlegte, was er sagen könnte. Welche Antwort sie nicht nur gerne hören würden, sondern was er antworten musste, wenn er diese Insel jemals wieder lebend verlassen wollte. Er streckte dem Doktor die Hand entgegen, damit dieser einschlug. Ich denke, Sie haben einen Piloten. Dann trinken wir mal aufs Geschäft. Im Schlafzimmer ertönte ein Summer und der Doktor und seine Frau tauschten Blicke aus. Ich kümmere mich drum, sagte Beth Curtis. Sie stand auf und legte ihre Serviette auf den Tisch. Entschuldigen Sie mich, Mr. Case, aber wir haben eine Patientin in der Klinik, die meine Aufmerksamkeit beansprucht. Und wie ein Peitschenschlag änderte sich plötzlich ihre Stimmung von offiziöser Korrektheit zu sarkastischer Bösartigkeit. Die drückt so oft auf die Klingel, dass man meinen könnte, sie hätte den Knopf an ihren Kitzler. Sebastian Curtis schaute tagan und zuckte entschuldigend mit den Achseln. Das perfekte Ehepaar Enttarnt Wieder in seinem Bungalow spielte sich ein Widerstreit im immer noch nüchternen Hirn von Tucker Case ab. Ich bin Abschaum. Ich hätte Ihnen sagen müssen, dass Sie sich ihr Angebot in den Arsch schieben sollen. Aber dann hätten Sie dich vielleicht umgebracht. Klar, aber zumindest hätte ich dann noch meine Integrität. Deine was? Du aufzuspinnen. Aber ich bin Abschaum. Und wenn schon, wäre nicht das erste Mal. Aber ein Learjet hat ihr noch nie gehört. Glaubst du wirklich, dass sie dir den Jet schenken? Könnte schon sein. Es sind schon seltsamere Dinge passiert. Aber ich sollte irgendwas unternehmen in dieser Sache. Warum? Du hast doch noch nie was unternommen. Naja, vielleicht ist es jetzt an der Zeit dafür. Quatsch! Nimm den Jet! Ich bin Abschaum. Prima, schön, du bist Abschaum. Aber immerhin reicher Abschaum. Damit kann ich leben. Die Hundemarken und Jefferson Pardys Notizbuch lagen auf dem Couchtisch, als wollten sie jeden Moment eine weitere Salve von Selbstzweifeln und Verdammnis abfeuern. Tuck ließ sich auf die Rattan-Couch sinken und schaltete den Fernseher ein, um dem Lärm in seinem Schädel zu entkommen. Bei einem Kickboxkampf auf den Philippinen prügelten sich ein paar dünne asiatische Kerle gegenseitig den Rotz aus dem Schädel. Auf dem malaysischen Kanal zeigten sie, wie man einen Schnauzer filetiert. Die Kochsendung erinnerte ihn an Operationen. Und bei Operationen musste er daran denken, dass ein wunderschönes junges Mädchen von dieser Insel in der Klinik lag und sich von den Folgen einer schweren Operation erholte, die völlig überflüssig gewesen war und die er hätte verhindern können. Also definitiv Kickboxen. Er war gerade dabei, sich in den Rhythmus der Gewalt einzuklinken, als die Fledermaus durch das Fenster hereinkam und eine atemberaubend schwungvolle Landung in einem der Dachbalken des Bungalows vollführte. Für einen Augenblick stockte Tuck der Atem bei dem Gedanken, dass ein wildes Tier in sein Haus eingedrungen war, doch dann sah er die Sonnenbrille. Roberto verlangsamte seine Schaukelgeschwindigkeit, bis er nur noch leicht hin- und herschwang, mit dem Kopf nach unten hängend allerdings. Tuck stieß einen Seufzer aus. Bitte sei heute Nacht nichts weiter als ein Flughund mit Sonnenbrille. Bitte. Dankenswerterweise sagte der Flughund kein Wort. Die Sonnenbrille begann allerdings von seiner Nase zu rutschen. Wie kannst du mit dem Ding nur fliegen? dachte Tuck laut nach. Ist ne Pilotenbrille. Ach so, na klar, sagte Tuck. Der Flughund hatte sich in der Tat von seiner straßbesetzten Brille verabschiedet und sich eine Pilotenbrille zugelegt. Aber wenn man erst mal anfängt, einen sprechenden Flughund zu akzeptieren, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt zu einem sprechenden Flughund mit einem erlesenen Brillensortiment. Roberto ließ den Dachbalken los und breitete seine Schwingen erst im letzten Moment aus, bevor er auf dem Boden aufschlug. Zwei Flügelschläge später saß er auf dem Couchtisch. Doch so behende er in der Luft gewirkt hatte, so unbeholfen schien er nun, da er über den Tisch kroch wie eine fette Spinne. Mit der Klaue an seinem Flügel bearbeitete er die Seiten von Jefferson Pardys Notizbuch, bis es in der Mitte aufgeschlagen war. Dann erhob er sich wieder in die Luft und flog zum Fenster hinaus. Tuck nahm das Notizbuch zur Hand und las, was Pardy geschrieben hatte. Diese Seite hatte er beim letzten Mal, als er das Notizbuch durchgesehen hatte, überblättert, denn sie war mit der vorherigen Seite zusammengeklebt gewesen. Erst als der Flughund mit seiner Klaue daran herumgescharrt hatte, war sie zum Vorschein gekommen. Es war eine Liste von Hinweisen, die Pardy für die Geschichte, der ihr nachging, zusammengestellt hatte. Der zweite Eintrag lautete, was ist aus dem ersten Piloten geworden, James Summers, Einwanderungsbehörde auf Yap und Guam anrufen. Tuck blätterte das Notizbuch durch, um nachzusehen, ob es noch etwas gab, das er übersehen hatte. Hatte Pardy es herausgefunden? Natürlich. Er hatte es herausgefunden und war Summers dahin gefolgt, wo er zum letzten Mal von jemandem gesehen worden war. Aber wo war Pardy? Sein Notizbuch war ja wohl kaum ohne ihn auf die Insel gelangt. Tuck ging das Notizbuch noch dreimal genau durch. Es enthielt einige ausländische Namen mitsamt Telefonnummern, dann noch etwas, das aussah wie eine Packliste für eine Reise und einige Hintergrundinformationen über Sebastian Curtis. Außerdem herausfinden, was es mit den bewaffneten Japanern auf sich hat. Das Wort Learjet war dreimal unterstrichen. Nichts weiter. Die Notizen schienen unstrukturiert. Eine Ansammlung von Fakten, Namen, Orten und Daten. Daten? Tuck blätterte das Notizbuch ein weiteres Mal durch. Auf der dritten Seite stand ein einziger Eintrag in Druckbuchstaben. Alualu, 9. September. Tuck rannte zu dem Nachtschränkchen neben seinem Bett und zog den Kalender aus der Schublade, den die Curtis ihm gebracht hatten. Er zählte die Tage bis zum 9. rückwärts und versuchte, den einzelnen Tagen bestimmte Ereignisse zuzuordnen. Das Schiff war am 9. eingetroffen und am 10. hatte er seinen ersten Flug erledigt. Es war möglich, dass Jefferson Pardy in der Klinik lag und sich wunderte, wo seine Niere abgeblieben war. Wenn das der Fall war, musste Tuck ihn unbedingt sehen. Tuck schaute in seinem Schrank nach, ob es darin irgendwas Dunkles gab, das er hätte anziehen können. Das hier würde etwas anderes werden, als sich hinaus zum Dorf zu schleichen. Es gab keine Gebäude zwischen den Quartieren der Wachen und der Klinik, keine Bäume, nichts weiter als 75 Meter offenes Gelände. Die Dunkelheit war seine einzige Deckung. Es war ein Taucheranzug für tropische Gewässer, Neoprien von zwei Millimeter Dicke, und er war zwei Nummern zu groß, doch es war das einzige im ganzen Schrank, das nicht khaki farben oder weiß war. Es hatte knapp über 25 Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent, und so war Tuck schon schwindelig vor Hitze, bevor er überhaupt dazu gekommen war, die Haube aufzusetzen. Er stieg unter die kalte Dusche, bis er klatschnass war, dann streifte er die Haube über seinen Kopf und ließ sich durch das Loch im Boden hinunter auf den nassen Kies. In Filmen schleichen Spione, Navy Seals, Spezialeinheiten, Sprengstoffexperten immer in ihren Taucheranzügen durch die Dunkelheit. Warum, so fragte sich Tuck, machen die beim Rumschleichen nie solche quietschenden Schwappgeräusche, die sich anhören, als würde man Erdbeeren zermanschen? Liegt vermutlich am Spezialtraining. Jedenfalls kam's nie vor, dass James Bond mal sagte, Offen gestanden, Q, ich würde die lasergesteuerten Manschettenknopfraketen jederzeit gegen einen Taucheranzug tauschen, indem ich mich nicht fühle wie in einem verdammten Sack voller Katzenkotze. Denn haargenau so fühlte sich Tuck, als er an der seitlichen Wand der Klinik entlang schwappte und einen Blick um die Ecke des Gebäudes über das Gelände auf den diensthabenden Wachmann warf, der genau in seine Richtung zu schauen schien. Tuck zog den Kopf zurück. Was er brauchte, war ein Ablenkungsmanöver. Andernfalls würde er es niemals ungesehen bis zur Tür der Klinik schaffen. Der Mond stand hell am klaren Himmel und der weiße Kies auf dem Gelände reflektierte so viel Licht, dass man dabei hätte lesen können. Er hörte, wie der Wachmann etwas rief, und Tuck glaubte schon, dass man ihn entdeckt hätte. Er presste sich gegen die Wand, dann hörte er weitere japanische Stimmen vom anderen Ende der Siedlung, jedoch keine Schritte. Er riskierte erneut einen Blick. Der Wachmann fuchtelte mit der Hand in Richtung Himmel und rieb sich über den Kopf. Zwei weitere Wachen waren bei ihm und lachten über den Wachhabenden. Das schien den ersten noch wütender zu machen, und er stieß wütende Flüche in Richtung Himmel aus, während er mit seiner Hand etwas von der Uniform abwischte. Die anderen Wachen führten ihn ins Haus, damit er sich abregte und sich sauber machen konnte. Tuck hörte ein Kläffen, das vom Himmel kam, und als er hochblickte, sah er die Silhouette eines riesigen Flughundes vor der Mondsichel. Roberto hatte eine Guano-Salva aus der Luft ins Ziel gebracht, und Tucka hatte sein Ablenkungsmanöver. Er glitt um die Ecke und an der Vorderseite des Gebäudes entlang, packte den Türgriff und drehte ihn um. Es war nicht abgeschlossen. Tuck hatte schon damit gerechnet, dass Beth Curtis, der die andauernde Klingelei ohnehin auf die Nerven ging, zumal sie eine ganze Menge Wein getrunken hatte, es irgendwann leid war, die Tür immer wieder von Neuem abzuschließen, nur um sie kurz darauf wieder aufzuschließen. Wie pflegte Mary Jean immer zu sagen? »Ladies, wenn Sie Ihren Job machen und davon ausgehen, dass alle anderen vor Inkompetenz strotzen, werden Sie selten eine Enttäuschung erleben.« »Amen«, dachte Tuck. Unter Schwapp- und Schlürfgeräuschen betrat er den äußeren Bereich der Klinik, der dunkel war, bis auf das rotäugige Starren der Lämpchen von einem halben Dutzend Maschinen und den wabernden Lichtschimmer vom Bildschirmschoner eines Computers. An den würde er sich nachher heranmachen. Im Augenblick war er eher daran interessiert, was oder vielmehr wer sich in dem Krankenzimmer befand, das zwei Türen weitergelegen war. Im Licht weiterer LED-Augen stapfte er durch den Untersuchungs-OP-Raum und schob sich durch den Vorhang zur Krankenstation. Nur ein Bett war von einem Patienten belegt, oder zumindest sah es aus wie ein Patient. Das einzige Licht war der grüne Schimmer eines Monitors, mit dem die Herztätigkeit überwacht wurde und der lautlos in regelmäßigem Rhythmus aufblinkte. Der Ton war abgeschaltet. Wer auch immer in diesem Bett liegen mochte, war mit Gewissheit groß genug, um Jefferson Pardy sein zu können. Oberhalb des Patienten hingen zwei Infusionen, vermutlich Schmerzmittel nach einer derart schweren Operation, dachte Tuck. Er näherte sich dem Bett und sagte im Flüsterton, »Psst! Pardy!« Der Fleischkloß unter dem Laken bewegte sich und gab ein Stöhnen von sich, das ganz und gar unmaskulin klang. »Pardy! Ich bin's! Tucker Case! Erinnern Sie sich?« Das Laken wurde zurückgeschlagen und Tucker sah ein hageres, männliches Gesicht im grünlichen Schimmer des Monitors. »Kimmy?« »Hi, Tucker!« Kimmy schaute hinunter zu der zweiten Person, die sich unter dem Laken verbarg. »Du dich erinnern an, Tucker? Es ihnen gehen jetzt viel besser!« Das hübsche, eingeborene Mädchen sagte, »Ich kümmere mich um dich, wenn du krank. Du stinkend, ganz schlimm.« Tucker machte einen Schritt vorwärts. »Kimmy, was machst du hier?« »Na ja, sie mögen schöne Sache. Und ich mögen schöne Sache. Sie genug haben von vielen Männern. Und ich auch. Wir viel gemeinsam haben.« »Er ist der beste Mann«, fügte Seppi hinzu und lächelte Kimmy voller Bewunderung an. Kimmy leitete das Lächeln weiter an Tucker. »Wenn du mal Frau gewesen, du wissen, wie machen eine Frau glücklich.« Tuggs anfängliche Überraschung legte sich und stattdessen konnte er förmlich riechen, wie sich sein Traum von der Inselschönheit in Rauch auflöste und zu Asche verbrannte. Es war ihm gar nicht aufgefallen, wie oft er bereits an dieses Mädchen gedacht hatte. Denn sie war es ja immerhin gewesen, die seine Männlichkeit wieder zum Leben erweckt hatte. Irgendwie jedenfalls. »Du recht haben«, sagte Kimmy. »Frauen sind besser. Ich bin jetzt lesbisch.« »Du solltest das ja lieber bleiben lassen. Das Mädchen hat eine schwere Operation hinter sich.« »Oh, wir nichts machen, nur küssen. Sie viele Schmerzen. Aber das hier helfen!« Kimmy hielt seinen Arm in die Höhe. Darin steckte ein Infusionsschlauch. »Du wollen probieren? Einfach stecken in Arm- und Rückenknopf. Es dir machen sehr schöne Gefühl.« »Das ist für Sie, Kimmy. Du solltest das nicht nehmen.« »Wir teilen«, sagte Seppi. »Ja, wir teilen«, sagte Kimmy. »Ich freu mich wirklich sehr für euch. Wie zum Teufel bist du hier reingekommen?« »So wie du rauskomm. Ich schwimmen um Minen herum und komme her, um zu sehen Seppi. Kein Problem.« »Du willst doch nicht, dass sie dich schnappen. Du musst jetzt weg von hier und zwar sofort.« »Noch einmal drücken.« Seppi hielt den Schalter in der Hand, bereit, Kimmy eine weitere Ladung Morphin zu verpassen. Tag riss ihr den Schalter aus der Hand. »Nein, mach dich sofort auf den Weg.« »Woher hast du überhaupt von den Minen gewusst?« »Ich habe andere Freund. Sarah Poole. Ich ihm zeigen, wie Seefahrer werden. Er auch wissen viele Sachen. Er sein Kannibale.« »Du bist ein lesbischer Kannibale?« »Ich noch lernen.« »Wieso, du haben Gummianzug?« »Du pervers?« »Nur zur Tarnung.« »Pass auf, Kimmy. Hast du einen dicken weißen Kerl gesehen? Ein Amerikaner?« »Nein, aber Sarah Poole ihn sehen. Er sehen Wachen, wie sie ihn wegschaffen von Strand.« »Er nicht hier?« »Nein, ich habe sein Notizbuch gefunden. Ich bin ihm auf Druck begegnet.« »Sarah Poole sagen, Wachen ihn bringen zu Medizinmann.« »Er sagen, es seien sehr komisch, weil weißer Mann tragen Schweine mit Flügeln.« Tuck spürte, wie sich ein Taubheitsgefühl über sein ganzes Gesicht ausbreitete. Alles, was von Pardy übrig geblieben war, war ein abgenagter Hüftknochen, der in einer Riffspalte festklemmte und in ein paar mit fliegenden Schweinen bedruckte Boxershorts gehüllt war. Ach so, außerdem existierte vielleicht noch die übliche Niere im Körper von irgendeinem Japaner weiter. Eine Niere, die er gespendet hatte. War der fette Mann während des Eingriffs auf dem Operationstisch gestorben, oder hatte man ihn vorsätzlich so tief eingeschläfert, dass er ohnehin nie mehr aufgewacht wäre? Tuck wurde von der Einsicht befallen, dass es wichtiger denn je war, in den Computer des Doktors einzudringen. Er packte Kimi am Arm und zog die Infusionsnadel aus seiner Vene. Der Seefahrer leistete keinen Widerstand. Er schien es gar nicht zu bemerken. Kimi, sieh zu, dass du das wieder in Seppis Arm steckst, und dann komm mit. Okay, Boss. Tuck warf einen Blick auf das Mädchen, das nun offensichtlich angesteckt war von der Panik, die in seiner Stimme mitschwang. Ihre Augen waren glasig von dem Morphin, aber dennoch weit aufgerissen. Tu mir einen Gefallen und klingle nicht gleich nach dem Doktor, wenn wir hier raus sind. Der Schalter hier gibt dir nur eine bestimmte Menge Morphin. »Und Kimi hat welches von deinem aufgebraucht. Auch wenn's anfängt wehzutun, musst du noch warten, okay?« Sie nickte. Kimi kroch aus dem Bett und wäre beinahe hingefallen. Tuck erpackte ihn am Arm und hielt ihn aufrecht. »Ich bin auserwählt,« sagte Seppi. »Wenn Vincent kommt, er wird mir geben viele hübsche Sachen.« Tuck strich ihr das Haar zurück. »Das wird er. Aber jetzt schläfst du erst mal. Und danke dafür, dass du dich um mich gekümmert hast, als ich krank war.« Kimi küßte das Mädchen. Doch nach einer Minute zog Tuck ihn weg und führte ihn durch den Operationssaal zu dem Büroraum der Klinik. Im Schein des Computerbildschirms sagte Tuck, »Kimi, der Doktor und seine Frau bringen Leute um.« »Nein, das ist nicht wahr. Sie geschickt von Vincent. Seppi sagen, Vincent kommen von Himmel, um zu bringen, ihre Volk viele gute Sachen. Sie sehr arme Leute.« »Nein, Kimi, es sind schlechte Menschen, wie Malcolm. Sie nutzen Seppis Volk aus. Sie tun nur so, als würden sie für einen Gott arbeiten.« »Woher du wissen? Du nicht glauben an Gott?« Tuck packte den Jungen an den Schultern. Er war nicht länger sauer oder genervt, sondern hatte einfach nur Angst. Und zum ersten Mal in seinem Leben hatte er nicht nur Angst um sich selbst. »Kimi, schaffst du es, um die Minen herum zurückzuschwimmen?« »Ich glaube.« »Du musst zurück zur anderen Seite der Insel. Und du darfst nicht wieder herkommen. Wenn die Wachen dich finden, bringen sie dich um, da bin ich ziemlich sicher.« »Du wollen Seppi nur für dich selbst. Sie mir sagen, du ihr gefolgt?« »Ich werde nach ihr sehen und treffe dich dann morgen Abend in der Trinkrunde und sage dir, wie es ihr geht.« »Ich werde sie nicht anrühren, das verspreche ich. Okay?« »Okay.« Kimi stand an die Wand gelehnt neben der Tür. Tuck musterte ihn einen Augenblick und überlegte, wie sehr Kimi neben der Spur war. Zur anderen Seite der Insel zu schwimmen war nicht so problematisch. Tuck hatte es schon sturzbesoffen geschafft, aber er hatte eine Taucherbrille, einen Schnorchel und Flossen dabei gehabt. »Bist du sicher, dass du schwimmen kannst?« Kimi nickte und Tuck zog die Tür einen Spalt weit auf. Der Mond war am Himmel weitergewandert und so lag die Vorderseite der Klinik nun im Schatten. Der Wachmann auf der gegenüberliegenden Seite des Geländes las eine Zeitschrift im Schein einer Taschenlampe. »Sobald du draußen bist, geh nach links, hinter das Gebäude.« Der Seefahrer trat hinaus, blitt an der Mauer entlang und bog um die Ecke. Tuck hörte, wie er über etwas stolperte und im Fallen leise einen philippinischen Fluch ausstieß. »Scheiße!« sagte Tuck zu sich selbst. Er warf einen kurzen Blick auf den Computer. Das würde warten müssen. Er glitt zur Tür hinaus, zog sie leise hinter sich zu und folgte dem Seefahrer zur Rückseite des Gebäudes. Er hörte, wie die Wache auf der anderen Seite des Geländes etwas rief. Und in diesem Moment traf Tuck zum ersten Mal in seinem Leben eine klare Entscheidung. Er packte den Seefahrer unter den Armen und rannte los. Geständnisse beim Tee Taka Case träumte von Maschinengewehrsalven und wirbelte herum, als die Kugeln seinen Rücken zerfetzten. Er fiel vornüber in den Staub, sein Mund füllte sich mit Sand und er erstickte, während das Leben gleichzeitig aus tausend klaffenden Wunden aus ihm heraussickerte. Dennoch wollten die Gewehre nicht verstummen, und das Mündungsfeuer dröhnte wie ein purpurfarbener Paukensturm, wie eine unnachgiebige Faust an einer klapprigen Tür. »Lasst mich endlich sterben!« schrie Taka, doch das Kissen erstickte seine Stimme. Es war in der Tat eine unnachgiebige Faust an einer klapprigen Tür. »Mr. Case, aufgestanden und angetreten!« rief Sebastian Curtis gut gelaunt. »Noch zehn Minuten bis zum ersten Tee.« Taka wälzte sich herum, verfing sich im Moskitonetz und riss es aus der Halterung an der Zimmerdecke. Er trug noch immer seinen Taucheranzug, und das feine Netzgewebe klebte daran fest wie ein Spinnennetz. Als er die Tür erreicht hatte, sah er aus wie ein schwer angeschlagener Geist, den man gerade aus dem Spinn von Davy Jones herausgelassen hatte. »Was gibt's? Ich kann nicht fliegen! Ich kann doch nicht mal laufen! Verschwinden Sie!« Tag war nun mal kein Morgenmensch. Sebastian Curtis stand in der Tür und strahlte von einem Ohr zum anderen. »Es ist Mittwoch!« sagte er. »Ich dachte, Sie wollten vielleicht ein paar Löcher spielen!« Mit blutunterlaufenden Augen schaute Taka den Doktor durch mehrere Lagen Moskitonetz an. Hinter dem Doktor stand, ohne die übliche Maschinenpistole, einer der Wachmänner mit einer Golftasche über der Schulter. »Golf?« fragte Taka. »Sie wollen Golf spielen?« »Hier auf Alu-Alu ist es nicht ganz so wie anderswo, Mr. Case. Nicht ganz unkompliziert, aber Sie haben ja schon trainiert in der Zwischenzeit, oder?« »Hören Sie, Doc, ich hab letzte Nacht nicht besonders gut geschlafen.« »Könnte an dem Taucheranzug liegen, wenn ich das bemerken darf. Hier in den Tropen sind atmungsaktive Gewebe angebrachter. Baumwolle ist am besten.« Taka kam allmählich wieder zu sich und stellte fest, dass er dabei einen immensen Hass auf den Doktor entwickelte. »Sieht ganz so aus, als wäre einer von uns zum Stich gekommen letzte Nacht, und ich glaube, wir wissen beide, wer das war.« Curtis senkte den Blick und lächelte beschämt. Es schien ihm in der Tat peinlich zu sein. Taka konnte sich keinen Reim darauf machen. Es schien dem Doc keinerlei Probleme zu bereiten, Menschen umzubringen oder ihnen die Organe zu stehlen, oder beides, aber er errötete, wenn man erwähnte, dass er Sex mit seiner Frau gehabt hatte. Taka stachte ihn an. Curtis sagte, »Sie ziehen sich besser um. Das erste Tier liegt vor dem Hangar. Ich gehe schon mal vor und übe ein paar Abschläge, während Sie sich anziehen.« »Ja, machen Sie nur.« Taka knallte die Tür zu. Zwanzig Minuten später gesellte sich Taka, die Haare noch nass vom Duschen, zu Curtis und dem Wachmann auf dem Platz vor dem Hangar. Nach drei Nächten, fast ohne Schlaf, fühlte er sich allmählich doch etwas mitgenommen. Außerdem tat ihm der Rücken weh, weil er Kimmy quer über das Gelände gezarrt und ihn im Schlepptau um das Minenfeld gezogen hatte. Der Wachmann hatte es nicht mehr geschafft, sie einzuholen, und so war er am Rande des Wassers stehen geblieben und hatte ihnen, seine Maschinenpistole schwenkend, hinterher gebrüllt, bis sie verschwunden waren. »Wir werden einen Satz Schläger teilen müssen,« sagte Curtis. »Aber jetzt, wo Sie sich entschlossen haben zu bleiben, können wir ja vielleicht noch einen weiteren Satz bestellen.« »Klasse«, sagte Taka. Er war nicht ganz sicher, aber er glaubte, dass der Wachmann derjenige war, der sie in der Nacht bis zum Strand verfolgt hatte. Taka grinste ihn höhnisch an. Der Wachmann schaute weg. »Treffer«, das war der Kerl. »Das ist Mato. Er ist heute unser Caddy.« Der Wachmann machte eine leichte Verbeugung. Taka hob seinen Mittelfinger zum Gruß. Falls der Doktor die Geste überhaupt bemerkt hatte, ließ er sie jedenfalls unkommentiert. Er legte den Ball auf ein quadratisches Stück Kunstrasen, das eine gummibeschichtete Unterseite hatte. »Wir müssen von dem Ding hier abschlagen. Zumindest so lange, bis jemand einen kiestauglichen Wedge erfindet.« Er lachte über seinen eigenen Witz. Taka rang sich ein Lächeln ab. »Die Haifischmenschen haben die ganze Insel vor Hunderten von Jahren mit Kies bedeckt. Dadurch konnten sie verhindern, dass der Mutterboden von den Taifunen weggespült wurde. Die erste Bahn hat einen scharfen Knick nach links. Die Fahne steht etwa hundert Meter hinter den Unterkünften der Mitarbeiter.« »Doc, jetzt, wo wir uns einig sind, können wir Sie da nicht einfach die Wachen nennen?« »Fällig in Ordnung, Mr. Kies. Wollen Sie den Vortritt?« »Nennen Sie mich Tuck. Nein, danke. Fangen Sie ruhig an.« Curtis führte einen ziemlich verzogenen Schlag aus und der Ball segelte in hohem Bogen am Quartier der Wachmannschaft vorbei und landete außer Sichtweite in einer Gruppe von Palmen hinter dem Gebäude. »Ich muss zugeben, dass ich ein wenig im Vorteil bin. Ich habe den Kurs so angelegt, dass er meiner Schwungtechnik entgegenkommt. Die meisten Bahnen haben einen scharfen Knick nach links.« Tuck nickte, als wüsste er Bescheid, was der Doktor da redete. Dann nahm er dem Doktor den Schläger aus der Hand und schlug seinen Ball ab. Er setzte den Schlag im wahrsten Sinne des Wortes in den Sand und der Ball blieb gerade mal fünfzig Meter weit vor ihnen liegen. »Oh, Pech gehabt. Möchten Sie einen McGuffin?« »Ach, lecken Sie mich mal, Doc«, sagte Tuck und machte sich auf den Weg zu seinem Ball. »Na, dann wohl nicht.« Die Fahnen waren Bambusstäbe, die in den Boden gerammt waren, und die Löcher waren Cola-Dosen, deren obere Hälfte abgeschnitten war. Dies hatte den Vorteil, dass Tuck beim Patten die Gelegenheit hatte, Mato, der die Fahne hielt, mehrfach mit voller Wucht gegen die Schienbeine zu schießen. Weniger schön war die Tatsache des Curtis, nun, da er in Tuck einen Mitverschwörer sah, eine zusehends vertraulichere Art entwickelte. »Beth ist schon eine klasse Frau, oder? Habe ich Ihnen erzählt, wie wir uns kennengelernt haben?« »Ja.« »Ich war bei einem Symposium über Transplantationen in San Francisco.« »Beth ist eine prima Krankenschwester, die beste, die ich je in einem OP erlebt habe. Aber als ich ihr begegnet bin, hat sie nicht als Schwester gearbeitet.« »Oh, prima«, sagte Tuck. »Anscheinend wartete Curtis darauf, dass Tuck ihn danach fragen würde. Tuck hingegen wartete darauf, dass der Wachmann ihn verpetzte, weil er sich in der Nacht zuvor vom Gelände geschlichen hatte. »Sie war Tänzerin in North Beach. Eine exotische Tanzvorführung.« »Ach, kein Scheiß«, sagte Tuck. »Schockiert Sie das?« Curtis wünschte sich offensichtlich nichts sehnlicher, als dass Tuck schockiert war. »Nein.« »Sie war unglaublich. Ich habe noch nie eine so unglaubliche Frau gesehen. Bis heute.« »Andererseits sind Sie ja auch schon seit 28 Jahren Missionar auf einer abgelegenen Insel«, sagte Tuck. Curtis nahm einen Schläger für den nächsten Schlag. Das siebene Eisen. »Was ist das?« »Sieht aus wie Blut und Federn«, sagte Tuck. Curtis reichte Mato den Schläger, damit er ihn sauber machte. »Beth hat einen Tanz mit einem Katheter und einem Stethoskop vollführt. Es war atemberaubend.« »Das ist nichts Außergewöhnliches«, sagte Tuck. »Sie drücken einem mit dem Katheter die Luft ab und benutzen das Stethoskop, um aufzupassen, dass man nicht über den Jordan geht, wenn man zappelt wie ein Fisch auf dem Trocknen.« »Ach, wirklich«, sagte Curtis. »Sie haben Frauen gesehen, die das machen?« Tuck gab sich alle Mühe, auszusehen wie ein aufrechter junger Mann. »Ob ich das gesehen habe? Sind Ihnen die Würgemale an meinem Hals nicht aufgefallen, als Sie mich untersucht haben?« »Ich verstehe«, sagte Curtis. »Jedenfalls, ich hatte etwas derartiges noch nie gesehen. Sie...« Irgendwie schien Curtis aus dem Konzept geraten zu sein. »Der Taucheranzug heute Morgen, hat er das mit Sex zu tun?« »Ich meine damit, die meisten Leute würden das doch unbequem finden.« »Nein, ich versuche nur ein wenig abzunehmen.« Curtis blickte ihn ernst an. »Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Sie sind noch immer ziemlich dirr von den Strapazen ihrer Irrfahrt hierher.« »Ich will mich runterschaffen auf vier Kilo,« sagte Tuck. »Drüben in den Staaten ist gerade ein Gandhi-Revival im Gange, und Typen, die aussehen, als würden sie gleich verhungern, müssen sich die Weiber mit einem Stock vom Leib halten. Das Ganze hat angefangen mit weiblichen Models, aber mittlerweile hat es auch die Männer erfasst.« Curtis schaute peinlich berührt rein. »Ich bin wohl nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand.« »Beth versucht, auf dem Laufenden zu bleiben, darüber, was in den Staaten passiert. Aber hier draußen scheint es irgendwie irrelevant. Ich denke, ich bin froh, wenn das alles hier vorüber ist und wir die Insel verlassen können.« »Warum gehen Sie denn nicht einfach?« »Sie sind Arzt. Sie könnten eine Praxis in den Staaten aufmachen und auch ohne all das hier ein Vermögen machen.« Curtis warf einen kurzen Blick in Richtung des Wachmanns und sah dann wieder Tuck an. »Ein Vermögen kann sein. Aber kein Vermögen wie das, das wir im Augenblick anhäufen. Ich bin zu alt, um wieder von vorne anzufangen, und zwar ganz unten.« »Sie haben 28 Jahre Erfahrung. Sie haben selbst gesagt, dass der Gesundheitsstandard der Menschen, um die Sie sich gekümmert haben, höher war als irgendwo sonst im Pazifik. Sie müssten nicht noch mal ganz von vorn anfangen.« »Doch, das müsste ich, Mr. Case. Tuck. Ich bin zwar Arzt, aber kein sonderlich guter.« Tuck war in seinem Leben einer Menge Ärzte über den Weg gelaufen. Doch es war kein einziger darunter gewesen, der es je über sich gebracht hatte, zuzugeben, dass er von irgendetwas keine Ahnung hatte. Unter Fluglehrern war es ein Standardwitz, dass Ärzte die schlechtesten Schüler abgaben. »Sie halten sich für Götter. Unsere Aufgabe ist es, ihnen beizubringen, dass auch sie sterblich sind. Nur Piloten sind Götter.« Dieser Kerl hier wirkte so jämmerlich, dass Tuck sich krampfhaft in Erinnerung rufen musste, dass der gute Doktor ein Mörder war, der zumindest zwei Menschen auf dem Gewissen hatte. Er schaute zu, wie Curtis mit dem blutbefleckten Siebenereisen den Ball über hundert Meter weit bis auf weniger als zehn Meter an die Fahne heranbrachte, die in einem kleinen Rasenstück unweit des Strands steckte. Tuck machte sich auf die Suche nach seinem Ball. Er hatte mit dem Neunereisen lediglich einen schmatzenden Aufsetzer zustande gebracht, und der Ball war zwischen den Wurzeln eines Stelzenbaums gelandet, einer merkwürdigen Baumgattung, deren knorrige Wurzeln sich einen Meter hoch über den Boden erhoben und den Baum so aussehen ließen, als würde er jeden Moment aus eigener Kraft davon schreiten. Tuck hoffte, dass er es tun würde. Der Caddy folgte Tuck, und als sie außer Hörweite des Doktors waren, fragte Tuck, »Du kannst es ihm nicht sagen, oder?« Der Wachmann tat so, als würde er nicht verstehen, aber Tuck merkte, dass er, wenn auch nur am Tonfall, durchaus mitbekam, was er sagte. »Ihr könnt es ihm nicht sagen, und ihr könnt mich verdammt noch mal nicht abknallen, stimmt's? Ihr habt den letzten Piloten umgebracht und euch damit bis zum Hals in die Scheiße geritten, stimmt's? Deswegen lauft ihr mir hinterher wie eine Herde Entenküken, richtig?« Es war zwar nur eine vage Vermutung, die Tuck davor brachte, aber es war die einzig logische Erklärung. Mato schaute sich nach dem Doktor um. »Nein«, sagte Tuck, »der Doktor weiß nicht, dass ich Bescheid weiß. Und wir werden es ihm auch nicht sagen, oder doch? Wenn du mich verstehst, schüttel einfach nur den Kopf.« Der Wachmann schüttelte den Kopf. »Okay. Also machen wir einen Deal. Ich lasse es so aussehen, als würdet ihr euren Job machen, und wenn ich euch einen Wink gebe, verschwindet ihr. Ist das klar? Ich will, dass ihr mir vorm Hals bleibt. Und das wirst du auch deinen Kumpels ausrichten, okay?« Der Wachmann nickte. »Sprechst du überhaupt kein Englisch?« »Hi, kleine Wenig.« »Du und deine Kumpels, ihr habt den Piloten umgebracht, stimmt's?« »Er versucht, ein Flugzeug zu stellen.« Mato sah aus, als würden ihm allein schon die Worte physischen Schmerz bereiten. Tuck nickte. Er spürte, wie die Hitze in sein Gesicht stieg. Am liebsten hätte er den Wachmann mit einem Faustschlag zu Boden geschickt, wo er auf ihm herumgetrampelt wäre, bis nur noch Matsch von ihm übrig war. »Und ihr habt Party umgebracht, den fetten Amerikaner.« Mato schüttelte den Kopf. »Nein, dass wir nicht waren.« »Verarsch mich nicht.« »Nein, wie, wir...« Er suchte nach dem passenden Wort. »Wir ihn gefangen nehmen, aber nicht schießen.« »Und wo habt ihr ihn hingebracht?« »In die Klinik?« Der Wachmann schüttelte heftig den Kopf, nicht um Tuckers Frage zu verneinen, sondern um ihm zu verstehen zu geben, dass er das nicht sagen durfte. »Was ist mit dem fetten Mann passiert?« »Ersterben.« »Hospital.« »Wir ihn bringen in Wasser.« »Ihr habt eine Leiche zum Rand des Riffs gebracht, damit die Haie ihn fressen?« Der Wachmann nickte. »Und der Pilot?« »Habt ihr ihn zur selben Stelle gebracht?« Wieder ein Kopfnicken. »Was ist denn los? Schlagen Sie jetzt oder nicht?« Tuck und der Wachmann schauten sich um wie zwei Jungen, die auf dem Schulhof beim Austauschen dreckiger Flüche erwischt worden waren. Curtis war den Fairway zurückgekommen und nun gerade noch fünfzig Meter von ihnen entfernt. Tuck deutete auf seinen Ball. »Mato sagt, ich darf den hier nicht verschieben, um ihn wegzuschlagen. Ich lasse mir ja meinetwegen einen Strafpunkt aufbauen, aber zum Teufel, Doktor. Bei uns in Texas gibt's keine Mutantenbäume wie den hier. Das ist ja unnatürlich.« Curtis warf einen Seitenblick auf Tucks Ball und dann auf Mato. »Er darf ihn verschieben, ohne Strafpunkt.« »Sie sind hier Gast, Mr. Caves, und da kann man mit den Regeln ruhig ein wenig laxer umgehen.« Curtis lächelte nicht. Mit einem Mal schien er sein Golfspiel sehr ernst zu nehmen. »Wir sind jetzt Partner, Dok,« sagte Tuck. »Nennen Sie mich Tuck.« Tucks zweiter Partner tauchte noch am selben Abend in seinem Bungalow auf, als Tuck gerade vor einem Teller Bohnen mit Speck saß. Sie machte sich nicht die Mühe anzuklopfen, seinen Namen zu rufen oder sich wenigstens höflich zu räuspern, um ihn wissen zu lassen, dass sie da war. Gerade noch vertieft in das Studium eines gelatinösen weißen Würfels, der einer auf Kohlenstoff basierenden Lebensform entstammte und in einer trüben Pfütze aus Verkochtung Gemüse und Tomatensauce trieb, wurde Tuck von einem Moment zum anderen jäh aus seinen Überlegungen gerissen, als sich die Tür öffnete und sie plötzlich im Zimmer stand, angetan mit nichts weiter als einem roten Schal und paillettenbesetzten Pöms. Tuck ließ seinen Löffel fallen. Zwei halbverspeiste Bohnen tröpfelten aus seinem offenen Mund und ließen eine geiferdurchsetzte Soßenspur auf seiner Hemdbrust zurück. Sie stampfte einmal mit dem Absatz auf, wie eine Flamenco-Tänzerin, und Tuck blickte den Schockwellen nach, die im Gefolge der Erschütterung durch ihren Körper liefen und schließlich in ihren Brüsten zur Ruhe kamen. Schwungvoll breitete sie ihre Arme aus, stellte sich in Pose und sagte, »Die Himmelsgöttin ist angekommen!« »Allerdings«, sagte Tuck mit dem verklärten Blick eines frisch konvertierten Mooney. Er hatte so etwas wie sie schon mal gesehen, entweder auf dem Kühler eines Rolls-Royce oder auf einem Bowling-Pokal, doch in Fleisch und Blut wirkte das Bild, das sich ihm bot, wesentlich unmittelbarer, geradezu Ehrfurcht gebietend. Sie vollführte eine Pirouette, und die Enden des Schals wirbelten herum wie Rauchfahnen, die ihren Körper umschmeichelten. »Was denkst du?« »Aha«, sagte Tuck und nickte. »Komm her!« Tuck erhob sich und schlurfte apathisch auf sie zu, wie ein Zombie, der magisch angezogen wird vom Geruch lebenden Fleisches. Sein Hirn stellte die Arbeit ein, seine gesamte Lebensenergie verlagerte sich in einen anderen Teil seines Körpers und steuerte ihn quer durch das Zimmer, bis er knapp zwei Zentimeter vor ihr stand. Es war nicht das erste Mal, dass ihm sowas passierte, aber bei früheren Gelegenheiten hatte er die Fähigkeit zu sprechen und einen Großteil seiner Motorik unter Kontrolle behalten. »Was ist los mit dir?«, fragte sie. »Sind die Schrauben im Hals zu fest angezogen?« »Ich habe eine Ganzkörpererektion.« Sie packte ihn vorne am Hemd und schob ihn quer durch den Raum zurück zum Bett, drückte ihn hinab und zog ihm die Hosen bis zu den Knien herunter. Einen Augenblick später landete sie mit gespreizten Beinen auf ihm. Er streckte die Hände nach ihren Brüsten aus, doch sie packte ihn bei den Handgelenken. »Nein! Du vermasselst mir nur mein Make-up!« Und da erst bemerkte er, ähnlich wie das Opfer eines Verkehrsunfalls unter Umständen einen Schmetterling am Kühlergrill des Busses bemerkt, der ihn gerade überrollt, dass ihre Brustwarzen eine unnatürlich rosa Färbung hatten, die von Schminke her rührte. Er versuchte, sich aufzurichten, doch sie stieß ihn zurück auf die Matratze, packte ihn an seiner empfindlichsten Stelle, nicht ohne ihn einen ihrer rot lackierten Fingernägel spüren zu lassen, bis er sich krümmte und führte ihn in sich ein. Er streckte die Hände nach ihren Hüften aus, um sie zu sich heranzuziehen, doch alles, was er sich damit einhandelte, war, dass sie ihm auf die Finger schlug. Und sie fickte ihn, mit der mechanischen Präzision einer Maschine in einer einzigen selbst schmierenden Pumpenbewegung, die nicht enden zu wollen schien, und sich unerbittlich wiederholte, bis aus ihrer Kehle ein Keuchen drang, das sich anhörte wie das Zischen einer Hydraulik, und sie ihr Kreuz durchbog, sich aufbäumte, noch einmal ruckte wie bei einer Fehlzündung, kurz nachdieselte und schließlich von ihm herunterstieg. Im Verlauf all dessen war Taka irgendwann gekommen, und sie hatte ihn exakt einmal angeschaut. »Wir fliegen in drei bis vier Stunden. Stell dich darauf ein.« »Okay.« »Sollte er irgendwas sagen?« »War dies nicht ein Anzeichen für eine gewisse Veränderung, die eigentlich gewürdigt werden sollte?« »Ich will, dass du mir zuschaust, aber du darfst dich nicht gehen lassen. Warte noch ein paar Minuten und geh dann zum Hangar, aber stell dich so hin, dass du einen Blick auf die Landebahn hast. Es wird eine super Vorstellung. Theater macht alles möglich, musst du wissen. Frag mal die Katholiken. Die haben das Mittelalter doch nur dadurch überlebt, dass sie auf prächtigen Bühnen, die mit den Pennys der Armen erbaut waren, Shows abgezogen haben, in einer Sprache, die niemand verstanden hat. Das ist das Problem mit der Religion heutzutage. Kein Theater. Dies war wohl ihre Art zu kuscheln. »Show?« »Das Erscheinen der Himmelsgöttern«, sagte sie, als redete sie mit einer Scheibe Toast. Sie ging zur Tür, machte Halt und schaute über ihre Schulter. Beinahe so, als sei ihr noch etwas eingefallen, sagte sie, »Tacker«. Und als er den Blick hob, warf sie ihm eine Kusshand zu. Und schon war sie zur Tür hinaus, und er hörte sie rufen, »Musik abfahren!« Die Musik einer Big Band dröhnte über die Insel, und Tacker wurde am ganzen Körper von einem Schauder geschüttelt, gerade so, als sei ein kalter Geist aus den Vierzigern im Jitterberg über seine Wirbelsäule getanzt. Schwerer Diebstahl hoch in den Lüften Die Haifischmenschen wollten gerade den zweiten Krug Tuba anbrechen, als die Musik einsetzte. Plötzlich waren alle Augen auf Malink gerichtet. Warum hatte er ihnen nicht gesagt, dass die Himmelsgöttin erscheinen würde? Malink dachte kurz nach und grinste schließlich, als hätte er es schon die ganze Zeit über gewusst. »Ich wollte euch überraschen,« sagte er. Warum hatte der Medizinmann ihn nicht informiert? War er noch immer wütend, weil Malink ihm nicht wie gefordert den Weibsmann geliefert hatte? Konnte es sein, dass Vincent selbst wegen irgendwas wütend auf Malink war? Malinks Leute waren jedenfalls garantiert wütend auf ihn, weil er ihnen nicht die Zeit gelassen hatte, sich mit ihren Trommeln und Bambusgewehren als Vincents Armee auszustaffieren. Ganz zu schweigen von den Frauen, die Kokosnüsse kacken würden, weil sie keine Zeit hatten, sich einzuölen, ihre Gesichter zu bemalen und ihre Feiertagsröcke aus Gras anzuziehen. Als Malink zum Flugplatz trottete, versuchte er sich, eine Erklärung zurechtzubasteln, die jedermann zufriedenstellen würde. Als ob das Amt des Häuptlings nicht ohnehin schon schwierig genug gewesen wäre, wenn man morgens keinen Kaffee trank. Er litt schon seit zwei Wochen unter Kopfschmerzen in Folge von Koffeinentzug. Nun bereitete ihm auch noch seine Rolle als religiöser Führer Probleme. Einer Religion vorzustehen, war ein ziemlicher Brocken Arbeit, wenn die Götter einem plötzlich ins Handwerk pfuschten und einem die schönsten Prophezeiungen vermasselten. Und was war, wenn er eine Erklärung zustande brachte und die Himmelsgöttin irgendetwas sagen würde, das in krassem Widerspruch zu ihm stand? Angeblich war sie die Stimme von Vincent, doch diese Stimme hatte in letzter Zeit ziemlich wütend geklungen, und so wagte er es nicht, sie um Hilfe zu bitten, wie er es in der Vergangenheit schon getan hatte. Jedenfalls nicht in Anwesenheit seiner Leute. Er trat aus dem Dschungel, gerade noch rechtzeitig, um die blitzenden Explosionen zu sehen. Die Himmelsgöttin trat aus dem Rauch, und an ihrem Gang konnte Malink selbst auf einer Entfernung von hundert Metern erkennen, dass sie guter Laune war. Erleichtert atmete er auf. Sie hatte ihnen Zeitschriften mitgebracht. Wenn seine Leute glücklich und zufrieden waren mit dem, was sie sagte, konnte er sich wieder damit rausreden, es sei der Wille Vincents gewesen, dass er ihnen nicht Bescheid gesagt hatte. Nie im Leben hätte er den wahren Grund dafür auch nur ahnen können, warum der Medizinmann ihn nicht auf das Erscheinen der Himmelsgöttin vorbereitet hatte. Zu dem Zeitpunkt, zu dem er normalerweise bei Malink anrief, um ihn zu warnen, hatte der Medizinmann durchs Fenster den Ritt der Himmelsgöttin auf Tucker Case mit angesehen. Tucker wartete fünf Minuten, bevor er seine Hose anzog und zur Tür des Bungalows hinausglitt, wo er Sebastian Curtis beinahe umgerannt hätte. Der Doktor, der normalerweise so cool wirkte, war schweißgebadet und stierte an Tucker vorbei in Richtung Klinik. »Mr. Case, ich dachte, Sie machen das Flugzeug startklar. Hat Beth Ihnen gesagt, dass Sie fliegen müssen?« Tucker musste sich zusammenreißen, um nicht wegzurennen. Er hatte noch nicht genug Zeit gehabt, um irgendwelche Reuegefühle zu entwickeln, weil er mit der Frau des Doktors geschlafen hatte. Außerdem war Reumütigkeit ohnehin nicht seine Stärke. »Ich war gerade auf dem Weg, um die Startvorbereitung zu treffen. Es dauert nicht allzu lange.« Der Doktor vermiet es, Tucker anzuschauen. »Entschuldigen Sie, wenn ich etwas abgelenkt wirke, aber ich muss in ein paar Minuten eine schwere Operation durchführen. Sie sollten sich die kleine Show von Beth ansehen.« »Deswegen die Musik und die Explosion?« »Auf diese Weise gewinnen wir unsere Spender. Ich bin sicher, Beth wird Ihnen noch Ihre Theorie darüber, wie Religion und Theater zusammenhängen, erklären. Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte.« Er schob sich an Tucker vorbei und starrte auf seine Schuhe, während er zur Klinik ging. »Und Sie sehen sich das Ganze nicht mit an?« sagte Tuck. »Danke, nein. Ich finde es ekelerregend.« »Oh«, sagte Tuck. »Dann gehe ich jetzt mal los und mache die Lier startklar. War ein prima Spiel heute, Doc.« »Ja«, sagte Curtis. Dann ging er weiter mit steifen Armen in Richtung Klinik, seine Fäuste so fest zusammengeballt, dass Tuck sehen konnte, wie sie zitterten. Die Wachen standen am Rand des Hangars herum. Mato schaute einmal kurz auf und blickte Tuck gerade mal so lange in die Augen, dass dieser sehen konnte, wie nervös er war. Tuck wünschte sich, er hätte ihn gefragt, ob die anderen Wachen Englisch sprachen. »Konichiwa, motherfuckers«, sagte Tuck, sein linguistisches Potenzial voll ausschöpfend. Die Wachen zeigten keine Reaktion. Bis auf Mato waren aller Augen auf Beth Curtis gerichtet, die zu Benny Goodmans »Sing, Sing, Sing« über das Rollfeld tanzte. Einer der Wachmänner drückte auf einen Knopf und die Musik verstummte in dem Augenblick, als Beth Curtis eine kleine hölzerne Plattform auf der abgelegenen Seite des Rollfelds hinaufstieg. Nun, da die Lautsprecher schwiegen, konnte Tuck die Trommeln der Haifischmenschen hören. Einige von ihnen marschierten in Formationen und hielten rot bemalte Bambusstäbe in den Händen, die Gewehre darstellen sollten. Beth Curtis hob die Hände in die Höhe, eine Ausgabe von People in jeder Hand, und die Trommeln verstummten. Tuck konnte nicht verstehen, was sie sagte, aber er sah, wie sie mit den Armen in der Luft herumfuchtelte wie ein Wanderprediger in eigener Sache, während die Menschenmenge mitschwang, zusammenzuckte und ihr förmlich an den Lippen hing. Irgendwann machte sie eine Pause und reichte malink die Zeitschriften hinab, der sie in Empfang nahm und sich mit gesenktem Haupt rückwärts von der Tribüne entfernte. Tuck fand die Vorstellung nicht im geringsten ekelerregend, aber höchst merkwürdig war es denn doch. Warum all dieser Aufwand und die Umstände? Mit sechs Leuten, mit Maschinenpistolen, kann man sich so ziemlich jede Niere krallen, die man haben will. Er musste nachdenken, und außerdem hatte er keine Lust zu sehen, wen sie auswählte. Wer immer es auch sein mochte, sein Gesicht würde ihm während des gesamten Fluges nach Japan und zurück nicht mehr aus dem Kopf gehen. Er lief in den Hangar, ließ die Einstiegsluke der Lier herunter, kletterte in das unbeleuchtete Flugzeug und legte sich im Mittelgang zwischen den Sitzreihen auf den Boden. Er konnte weder die Himmelsgöttin hören, noch die Eingeborenen mit ihren O's und A's. Und hier, zwischen Stahl, Glas, Plastik und Polstersesseln, fühlte er sich zu Hause. Hier hörte er nur die Geräusche aus seinem eigenen Kopf. Hier in diesem Learjet, der sein Eigentum war, blieb die ganze Verdrehtheit draußen. Hätte ihm nicht der Schlüssel gefehlt, er hätte sich den Flieger in diesem Augenblick unter den Nagel gerissen. Mit einem Tritt gegen den Oberschenkel, der viel fester war als notwendig, weckte der Wachmann Tuck auf. Als er hochblickte, erkannte Tuck den Wachmann, der ihn am Strand zusammengeschlagen hatte. Er hatte eine Narbe an der Stirn, die als unbehaarter Streifen bis hinauf auf seine Kopfhaut reichte. Und Tuck hatte ihm schon den Namen Stripe verpasst, nach diesem fiesen kleinen Monster aus dem Film Gremlins. Tuck war stinksauer, er kochte vor Wut. Und nur der Anblick der Uzi bewahrte ihn davor, sich eine erneute Trachtprügel einzufangen. Den Schlüssel in der Hand schwenkend, marschierte der Wachmann zum Hauptschalter der Lear. Es ging los. Tuck humpelte zum Cockpit und schnallte sich auf dem Pilotensitz an. Stripe steckte den Schlüssel in die Instrumentenkonsole, drehte ihn herum und trat zurück, um Tuck zuzusehen, wie dieser die Triebwerke in Gang setzte. Die übrigen Ninjas zogen den Lear mit einem großen T-Träger, der am Bugrad der Maschine befestigt war, aus dem Hangar heraus. Als sie sicher draußen angelangt waren, ließ Tucka die Triebwaage warmlaufen, während sich Stripe, die Uzi quer vor der Brust, nicht von der Stelle rührte. Tuck machte eine große Show daraus, die einzelnen Punkte der Checkliste abzuhacken und die Schalter- und Anzeigeninstrumente zu überprüfen. Schließlich verzog er das Gesicht und klickte ein paar Mal am Schalter für das Radar. Er drehte den Kopf und wandte sich an Stripe. Geh mal nach vorne zur NASA, da stimmt irgendwas nicht. Der Wachmann schüttelte den Kopf. Tuck wiederholte seine Anweisung in Zeichensprache und diesmal nickte Stripe. Durch das Fenster winkte er einen der anderen Wachen heran und bedeutete ihm, an Bord zu kommen. Offensichtlich wollten sie Tuck keine Sekunde unbewacht im Flugzeug lassen, solange der Zündschlüssel steckte. Stripe überließ seinen Wachposten dem anderen Ninja und tauchte schließlich am Bug des Flugzeugs auf. Tuck bedeutete ihm, dass er näher an die Nase herangehen sollte. Stripe tat, wie ihm geheißen. Tuck schaltete das Radar ein. Und hier ein süßer Gehirntumor nur für dich, du Hurensohn. Es schien fast, als würde Stripe die Energie der Mikrowellen spüren können. Jedenfalls machte er einen Satz zurück. Tuck grinste und gab ihm ein Zeichen, dass alles okay war. Ich hoffe bloß, deine kleinen Eier kochen, sagte er laut. Der Wachmann hinter ihm schien zwar nicht zu verstehen, was Tuck sagte, doch er stieß ihn mit dem Lauf der Uzi an und deutete damit nach draußen. In ihrem dunklen Armani kam Beth Curtis über das Gelände, in der einen Hand den Aktenkoffer, in der anderen die Kühlbox. Sie stieg ins Flugzeug und nickte dem Wachmann zu. Anstatt zu gehen, setzte er sich auf einen der Passagiersitze. Beth selbst schnallte sich auf dem Co-Pilotensitz an. »Bringen wir ihn zu seinem Landurlaub?« fragte Tuck. »Nein, er fliegt heute Abend einfach nur so mit.« Ach so. Tuck beschleunigte die Triebwerke und ließ den Learjet langsam zur Startbahn rollen. Beth Curtis schwieg, bis sie ihre Reiseflughöhe erreicht hatten und auf Japan zuschwebten. Tuck unterließ es, den Autopiloten einzuschalten und brachte die Maschine ganz vorsichtig, allenfalls ein Grad pro Minute, auf Kurs nach Westen. »Also, wie hat's dir gefallen?« »Ziemlich beeindruckend, aber ich kapier's nicht. Warum zieht ihr so ne Show ab, um jemanden in ein Krankenhaus zu kriegen und zu operieren? Wieso schickt ihr nicht einfach die Wachen raus?« »Wir nehmen ihnen die Nieren nicht ab, Tucka. Sie geben sie uns freiwillig.« Tuck wollte nicht damit herausrücken, was er von Seppi und Malink über die Auserwählten erfahren hatte. Also sagte er, »Wem geben Sie sie? Einer nackten weißen Frau?« Sie lachte, griff zu ihrem Aktenkoffer und zog ein 18 x 24 cm großes Farbfoto heraus. »Der Himmelsgöttin.« Sie hielt das Foto so, dass Tuck es sehen konnte. Er musste von Hand steuern. Wenn er den Autopiloten einschaltete, wäre das Flugzeug umgeschwenkt auf Kurs nach Japan, denn ein anderes Ziel war im Computer nicht einprogrammiert. Das Foto war zwar alt, aber dennoch farbig. Es zeigte einen Flieger, der neben einem B-26-Bomber stand. Auf dem Rumpf des Bombers war eine kurvenreiche, nackte Frau aufgemalt und darunter prangte die Aufschrift »Himmelsgöttin«. Es hatte glatt ein Gemälde von Beth Curtis sein können, so wie sie aussah, als sie in Tuck's Bungalow aufgetaucht war. Den Flieger erkannte er ebenfalls wieder. Es war der Geisterpilot, der ihm die ganze Zeit über den Weg gelaufen war. Er spürte, wie ihm die Röte ins Gesicht stieg, doch er versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. »Und wer ist das?« »Der Flieger ist ein Kerl namens Vincent Benedetti«, erklärte Beth. »Der Name des Flugzeugs war Himmelsgöttin. Die ganzen Bomber im Zweiten Weltkrieg hatten solche Gemälde an der Nase. Wir haben das Bild in einer Bibliothek in San Francisco gefunden. »Schön und gut, aber was hat das mit unserem Unternehmen zu tun? Du putzt dich raus wie das Bild auf einem Flugzeug.« »Nein, ich bin die Himmelsgöttin.« »Tut mir leid, Beth, aber ich kapier's immer noch nicht.« »Das hier ist der Pilot, den die Haifischmenschen verehren. Der Cargo-Kult, von dem Beth Chandy erzählt hat.« Tuck nickte und versuchte, einen überraschten Eindruck zu machen, während er möglichst unauffällig den Kurs im Auge behielt. Wenn seine Berechnungen stimmten, waren sie in etwa einer Viertelstunde über Guam, wo amerikanische Militärflugzeuge sie zur Landung zwingen würden. Die Air Force konnte es gar nicht leiden, wenn man mit Privatjets durch ihren Luftraum kreuzte. »Die Eingeborenen von Alualu verehren diesen Vincent,« sagte Beth. »Ich bin Vincents Sprachrohr. Sie kommen zu mir, wenn wir die Musik abspielen, und ich gebe Ihnen alles. Als Gegenleistung erwähle ich einen von Ihnen und verleihe ihm die Ehre, das Zeichen Vincents zu tragen, was natürlich nichts weiter ist als die Operationsnabe. Aber wie gesagt, er hat bewaffnete Wachen. Warum nehmt ihr euch nicht einfach, was ihr wollt?« Sie schaute ihn an, als sei sie entsetzt darüber, dass er eine solche Frage überhaupt stellte. »Und mich aus dem Showbusiness zurückziehen?« Dann lächelte sie, streckte den Arm aus und griff ihm in den Schritt. Als ich Sebastian in San Francisco begegnet bin, war er besoffen und hat mit Geld nur so um sich geschmissen. So würdevoll und gelehrt er im einen Augenblick war, so naiv war er im nächsten. Wie ein kleines Kind. Er hat mir von dem Cargo-Kult erzählt, und meine Idee war es, das Ganze nicht nur aufzuziehen, um die Klinik zu finanzieren, sondern um haufenweise Geld zu schäffeln und stinkreich zu werden. Wir mussten die Leute bei Laune halten, wenn wir das Ganze im großen Stil durchziehen wollten. »Also hast du dir das Ganze ausgedacht?« »Deswegen bin ich hier.« »Aber Sebastian hat erzählt, du wärst eine«, beinahe hätte Tuck Stripperin gesagt, doch im letzten Moment kriegte er die Kurve »OP-Schwester«. »War ich auch. Na und? Hat mir das irgendwas gebracht? Respekt oder Macht? Nein. Für die Ärzte war ich einfach nur ein Stück Arsch, das mit chirurgischen Instrumenten umgehen und einen Patienten zumachen konnte, wenn sie dringend raus mussten zum Golfplatz.« »Hat Sebastian dir erzählt, dass ich Stripperin war?« »Er hat sowas beiläufig mal erwähnt.« »Na ja, ich war's jedenfalls. Und ich war klasse.« »Das kann ich mir vorstellen«, sagte Tuck. Ein paar Minuten würde es noch dauern, bis eine F-16 bei ihnen auftauchte. Sie lächelte. Auf die ganze Krankenschwestern Arie ist geschissen. Für die Männer war ich nur ein Stück Fleisch. Und da dachte ich mir, ich spiele einfach mit bei dem Spiel. Ich ging auf die 30 zu und die ganzen Frauen in meinem Alter, die keinen abgekriegt hatten, liefen rum mit einem Blick in den Augen, dass man förmlich hören konnte, wie die biologische Uhr in ihnen tickte. Es war wie bei dem Krokodil in Peter Pan. Wenn man mich behandelte wie ein Stück Fleisch, dann wollte ich dafür auch Geld sehen. Und das ist auch passiert. Es war zwar nicht genug, aber immerhin ein Haufen mehr, als ich als Krankenschwester verdient hätte. »Erzähl doch«, sagte Tucker. Er konnte sich nicht erinnern, jemals die Formulierung »Erzähl doch« gebraucht zu haben, und es kam ihm reichlich seltsam vor, als er es sich selbst sagen hörte. Sie schaute aus dem Fenster, als würde sie irgendwelchen Träumen nachhängen. Plötzlich, ohne den Blick vom Fenster zu wenden, sagte sie, »Was ist das für eine Insel?« Tuck fuhr zusammen. »Keine Ahnung«, sie seufzte. »Inseln sind einfach faszinierend.« »Das sage ich auch immer.« Mit einem Mal schien es, als würde sie aus einer Trance erwachen und sie schaute auf die Instrumentenkonsole. Tuck tat so, als würde er sich ganz aufs Fliegen konzentrieren. Er warf einen kurzen Blick auf Beth Curtis. Ihr Mund war nur noch ein schmaler Strich. Sie griff in ihren Aktenkoffer und zog die Walter-Automatik heraus. »Wozu ist das?« fragte Tuck. »Bring uns wieder auf Kurs.« »Ich bin auf Kurs.« »Sofort!« »Aber ich bin auf Kurs da. Sieh nach!« Er deutete auf den Navigationscomputer, der noch immer die Koordinaten der Landepiste in Japan anzeigte, obwohl der Autopilot nicht eingeschaltet war. »Nein, das bist du nicht.« Sie deutete auf den Kompass. »Du bist mindestens 90 Grad ab vom Kurs. Jetzt dreh sofort in Richtung Japan oder du fängst dir eine Kugel ein.« Tuck hatte es satt. »Prima. Und du fliegst an die Maschine? Es ist ein kleiner Unterschied, ob man einen Kompass lesen oder landen kann.« »Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich dich umbringe. Ich bin ziemlich gut mit dem Ding hier. Du kannst auch mit einem Hoden noch fliegen. Aber das wäre doch schade für uns beide. Jetzt bring die Maschine auf Kurs.« Tuck schaltete den Autopiloten ein und saß schweigend da, während der Learjet auf Kurs nach Japan einschwenkte. »Sebastian hat gesagt, dass du was in der Art versuchen würdest,« sagte sie. »Ich habe ihm geantwortet, dass ich dich schon im Griff habe. Stimmt doch, oder?« »Ich hab dich im Griff.« Eine Minute lang sagte Tuck gar nichts, sondern grübelte darüber nach, wie er so dämlich hatte sein können, die Effizienz des Militärs dermaßen zu überschätzen. Schließlich sagte er, »Du bist eine ruch- und reuelose, diabolische, fiese Schlampe.« »Und?« »Das ist alles.« »Da bin ich aber schwer beeindruckt. Ruch- und reuelos hat mehr als zwei Silben. Ich habe einen guten Einfluss auf dich.« »Fick dich.« »Das wirst du noch,« sagte sie. Zu viele Gewehre Als sie wieder in der Trinkrunde zusammensaßen, schlug Malink ehrfürchtig die neue Ausgabe von People auf und las im Schein der Kerosinlampe, während die anderen Männer zusammenrückten, um einen Blick auf die Bilder zu erhaschen. »Scheer ist die am schlechtesten angezogene Frau,« verkündete Malink. »Fiel zu dünn,« sagte Fabo. »Ich mag Lady Di.« Malink zuckte zusammen. Auf dem Bild trug Lady Di eine Perlenkette. Offensichtlich war das der Grund, weshalb Fabo sie so schätzte. Malink blätterte um. »Celestine Raptors of Madison County ist der erfolgreichste Film im Land.« Las Malink vor. »Ich will einen Film ansehen,« sagte Fabo. »Du musst der Himmelsgöttern sagen, dass Vincent einen Film mitbringen soll.« »Viele Filme,« sagte Abou. »Und viele leckere, leichte und schmackhafte Snacks mit Nutrasweet, eingetragenes Warenzeichen,« fügte er auf Englisch hinzu. »Vincent wird viele Snacks bringen.« Malink kam gerade zu der bewegenden Geschichte über einen tausend Kilo schweren Mann, der mit einem Gabelstapler aus seinem Haus geschafft worden war und sich auf schlanke siebenhundert heruntergehungert hatte, als plötzlich das Rattern einer Maschinenpistole über die Insel dröhnte. Malink legte die Zeitschrift auf den Boden und hielt seine Hand in die Höhe, um den Männern Ruhe zu gebieten. Sie saßen da und warteten und plötzlich gab es einen weiteren Feuerstoß. Ein paar Sekunden später hörten sie Schreie und Rufe. Und als sie den Strand hinunterschauten, sahen sie Sarah Poole, der, so schnell ihn seine dünnen Beine trugen, auf sie zugerannt kam. »Kommt und helft,« rief er. »Sie haben den Seefahrer erschossen!« Die Uzi wurde ihm mit solcher Gewalt in die Seite gedrückt, dass Tuck dachte, seine Rippen würden jeden Moment auseinanderbrechen. Der Wachmann kauerte hinter ihm in der Kabinentür zum Cockpit, während draußen auf dem Rollfeld Beth Curtis die übliche Übergabezeremonie mit der Kühlbox und dem gelben Brief um Schlag vollzog. Sie schien wesentlich bessere Laune zu haben, als sie wieder auf dem Co-Pilotensitz Platz nahm. »Nach Hause, James!« Tuck nickte mit dem Kopf in Richtung Passagierkabine, wo der Wachmann sich wieder hinsetzte. »Ihr wolltet wohl kein Risiko eingehen, dass ich einfach losfliege, während du nicht im Flugzeug bist.« »Sähe ich aus, als wäre ich bescheuert?« sagte sie und zeigte ein selbstzufriedenes Lächeln. »Nein, eigentlich nicht.« Tuck brachte die Triebwerke auf Touren und steuerte den Learjet zurück auf die Startbahn. Wieder streckte Beth Curtis den Arm aus und griff ihm mit sanftem Druck in den Schritt. Dann setzte sie die Kopfhörer auf, damit sie über das Getöse der Triebwerke hinweg mit ihm reden konnte, während sie abhoben. »Pass auf, ich weiß, dass das alles nicht einfach für dich ist. Vertrauen aufzubauen ist eine Sache, die einem manchmal schwerfällt und du kennst mich noch nicht lange genug, um dazu in der Lage zu sein.« Tuck dachte, es wäre ein bisschen einfacher, wenn du nicht alle fünf Minuten die Persönlichkeit wechseln würdest. »Vertrau mir, Tucker. Was wir tun, ist nichts, womit wir den Menschen auf Alu-Alu-Schaden zufügen. In Indien gibt es Leute, die ihre Organe verkaufen für eine Summe, von der sie sich nicht mal einen gebrauchten Toyota kaufen können. Mit dem, was wir tun, können wir sicherstellen, dass für das Wohl dieser Leute bis in alle Ewigkeit gesorgt ist. Und für unser eigenes in der Zwischenzeit auch. Wenn es Leute gibt, die ihre Organe so billig verkaufen, wie kommt's dann, dass ihr so viel Geld kassiert? Weil wir auf Bestellung arbeiten können. Bei Transplantationen spielt nicht einzig und allein die Blutgruppe eine Rolle. Sicher, wenn es schnell gehen muss und normalerweise muss es das, kann man es mit einem Organ probieren, bei dem nur die Blutgruppe übereinstimmt. Aber es gibt vier weitere Faktoren bei der Kategorisierung von Gewebe. Wenn die ebenfalls übereinstimmen, dann sind die Chancen größer, dass das Organ nicht abgestoßen wird. Sebastian hat eine Datenbank von den Gewebetypen sämtlicher Eingeborenen auf der Insel. Wenn die Notwendigkeit besteht, kommt die Bestellung per Satellit und wir gleichen sie mit unserer Datenbank ab. Wenn wir das Gewünschte haben, ruft die Himmelsgöttin die Auserwählten zu sich. Müssen die Leute nicht zur selben Rasse gehören? Das ist von Nutzen, aber es scheint, als hätten die Leute auf Alu-Alu ein genetisches Muster, das dem der Japaner sehr ähnlich ist. Sie sehen aber gar nicht japanisch aus. Woher wisst ihr das? Um genau zu sein, hat es ein Anthropologe herausgefunden, der lange vor mir auf der Insel gewesen ist. Er hat die Sprache und die genetischen Anlagen der Inselbewohner studiert, um herauszufinden, woher sie ursprünglich stammen. Und es hat sich herausgestellt, dass es sowohl linguistische als auch genetische Verbindungen zu Japan gibt. Diese wurden zwar dadurch verwischt, dass sie sich mit Eingeborenen aus Neuginea vermischt haben, aber die Übereinstimmung ist immer noch ziemlich groß. Und da habt ihr einfach den Nierenmann-Versand aufgemacht und angefangen, Geld zu schäfeln. Wenn man von der Narbe absieht, ist ihr Leben genauso wie früher, Tacke. Wir haben noch nie einen Patienten verloren wegen Murks im OP oder einer Infektion. Kugeln, dachte Tacke, sind aber was anderes. Dennoch gab es nichts, was er tun konnte, um die beiden aufzuhalten. Und wenn er schon zum Nichtstun verdammt war, dann waren ein prima Gehalt und ein eigener Jet eine ziemlich gute Entschädigung dafür. Er hatte den größten Teil seines Lebens mit Nichtstun verbracht. War es so übel, dafür bezahlt zu werden, was er am besten konnte? Er sagte, sie nehmen davon keinen Schaden, also auch nicht langfristig. Die andere Niere steigert ihre Leistung und sie magen davon überhaupt nichts. Trotzdem ist mir die ganze Nummer mit der Himmelsgöttin immer noch schleierhaft. Sie seufzte. Wenn man die Kontrolle über die Religion hat, hat man die Kontrolle über die Menschen. Sebastian hat versucht, den Haifischmenschen das Christentum nahe zu bringen und vor ihm schon die Katholiken, aber gegen einen Gott, den die Leute leibhaftig gesehen haben, kommt man nicht an. Und was ist die Lösung? Man muss selbst ein Gott werden. Aber ich dachte, Vincent wäre der Gott. Ja, der auch, aber er schafft über die Himmelsgöttin wundervolles Cargo herbei. Außerdem ist es gut, um die Langeweile zu vertreiben. Auf einer kleinen Insel kann Langeweile tödlich sein. Das hast du ja selbst schon gemerkt. Tuck nickte. Mittlerweile war es allerdings nicht mehr so schlimm. Die Angst, ermordet zu werden, hatte einiges dazu beigetragen, seine Langeweile zu vertreiben. Beth Curtis beugte sich zu ihm herüber und küßte ihn sanft auf die Schläfe. Du und ich, wir können etwas gegen die Langeweile tun. Das ist einer der Gründe, warum ich dich auserwählt habe. Du hast mich auserwählt? Er konnte nicht anders. Er musste einfach an ihren nackten Körper denken, der wie ein Walzwerk auf ihm gewütet hatte. Natürlich habe ich dich auserwählt. Ich bin schließlich die Himmelsgöttin, oder? Ich bin nicht ganz sicher, ob du es warst, sagte Tuck und dachte an den Geisterpiloten. Sie stieß sich von ihm weg und sah ihn an, als hätte er den Verstand verloren. Kannibalen am Krankenbett Tuck verschlief den Großteil des Tages und als er aufwachte, machte er sich eine Tasse Kaffee und nahm sich einen Spionageroman vor. Er betrachtete die Wörter und seine Augen wanderten eine halbe Stunde über die Seiten, doch als er das Buch zur Seite legte, hatte er nicht die geringste Ahnung, was er gelesen hatte. Der Gedanke darin, dass Beth Curtis vor seiner Tür stehen könnte, brachte ihn ganz durcheinander. Wann immer er die knirschenden Schritte der Wachen auf dem Gelände hörte, ging Tuck zum Fenster, um nachzusehen, ob sie es war. Am helllichten Tag würde sie doch wohl kaum hier auftauchen, oder doch? Er hatte Kimmy versprochen, dass er nachschauen würde, wie es Seppy ging und ihn in der Trinkrunde der Männer treffen würde. Doch mittlerweile war er mit seinem Versprechen schon einen Tag über die Zeit. Was würde passieren, wenn Beth Curtis zu seinem Bungalow kam und er nicht da war? Sie konnte es wohl kaum dem Doc erzählen, oder doch? Womit konnte sie ihre Anwesenheit hier rechtfertigen? Er war in erster Linie ein hoch qualifizierter Handlanger, ebenso wie Tag selbst. Tag betrachtete wieder die Seiten seines Spionageromans, schaute ein wenig Fernsehen aus Malaysia, heute warfen sie mit Speeren auf Kokosnüsse, die auf Pfosten steckten, während am unteren Bildrand die asiatischen Börsenkurse auf bunten Streifen vorbeiflimmerten und wartete darauf, dass die Nacht hereinbrach. Als es so dunkel war, dass er das Gesicht des Wachmanns auf der gegenüberliegenden Seite der Siedlung nicht mehr erkennen konnte, reckte und streckte er sich unter lautem Gähnen vor dem Fenster und machte das Licht aus. Dann baute er seinen Doppelgänger zusammen und glitt durch den Boden der Dusche hinaus in die Dunkelheit. Er folgte seiner üblichen Route, bis Keine drei Meter entfernt stand eine Wache an der Tür. Er duckte sich und zog sich ein Stück weit zurück. Keine Chance, heute Nacht in die Klinik zu gelangen. Er konnte warten oder versuchen, die Wache einzuschüchtern, nun, da er wusste, dass sie Angst hatten, ihn zu erschießen. Allerdings konnte er nicht ganz sicher sein, ob sie alle Angst hatten, ihn zu erschießen. Was war, wenn Mato der Einzige war? Er schlich sich an der seitlichen Wand des Gebäudes zurück und durch die Gruppe von Kokospalmen zum Strand. Die Schwimmstrecke war für ihn zur Routine geworden, gerade so, als würde er zum Briefkasten gehen. Keine fünf Minuten später hatte er das Minenfeld hinter sich gelassen. Als er die Strandbiegung umrundet hatte, sah er ein Licht und Gestalten, die sich darum bewegten. Die Haifischmenschen hatten eine Kerosinlampe zur Trinkrunde mitgebracht. Wie zivilisiert! Während einige der Männer ihn stumm begrüßten, als er sich in die Runde einreite, saß der alte Häuptling schweigend da und starrte auf den Sand zwischen seinen Füßen. Neben ihm lag ein Stapel Zeitschriften. Was ist los, Jungs? Ein Anflug von Panik breitete sich in der Runde aus, bis Abo schließlich den Kopf hob und sagte, die Wachen haben deinen Freund erschossen. Tak wartete, doch Abo wandte seinen Blick ab. Tak sprang auf und baute sich vor Malink auf. Häuptling, ist das wahr, was er sagt? Haben Sie Kimmy wirklich erschossen? Ist er tot? Nicht tot, sagte Malink und schüttelte den Kopf. Sehr schlimm verletzt. Bring mich zu ihm. Er ist in Sarah Pools Haus. Klar, ich schaue später am Stadtplan nach, wo das ist, also bring mich jetzt endlich zu ihm. Der alte Malink schüttelte den Kopf. Er wird sterben. An welcher Stelle haben Sie ihn getroffen? Im Wasser, beim Minenfeld. Nein, ihr Penner, an welcher Stelle des Körpers? Malink hielt die Hand an die Seite. Ich sage, bringt ihn zum Medizinmann, aber Sarah Poolsagen, Medizinmann ihn erschießen. Nun schaute Malink Tucker zum ersten Mal in die Augen. Sein großes braunes Gesicht war übersät mit Sorgenfalten. Vincent dich schicken, was ich machen. Tack spürte, wie peinlich dem alten Mann die Situation war. Gerade hatte er vor seinem Stamm zugegeben, dass er ratlos war. Der Gesichtsverlust nagte an ihm wie eine hungrige Strandkrabbe. Tack sagte, Vincent ist sehr zufrieden mit deiner Entscheidung, Malink. Und jetzt bring mich zu ihm. Ich muss Kimi unbedingt sehen. Einer der jungen Vincents erhob sich. Im Bewusstsein seiner eigenen Tapferkeit sagte er, ich werde dich hinbringen. Tack packte ihn an der Schulter. Du bist ein guter Mann. Geh voraus. Einen Augenblick schien es, als habe der junge Vincent vergessen zu atmen. Es war so, als hätte Tack seine Schulter mit dem Schwert berührt und ihm einen Platz in der Tafelrunde zugewiesen. Schließlich nahm er sich zusammen und rannte los in den Dschungel. Tack folgte ihm in dichtem Abstand, wobei er ein paar Mal beinahe von Ästen guillotiniert worden wäre, unter denen der junge Vincent einfach hindurchgelaufen war. Außerdem schnitt ihm der Korallenkies beim Laufen in die Fußsohlen. Als sie den Dschungel hinter sich gelassen hatten, konnte Tack sehen, dass in Sarahpools Hütte Licht schien. Die Hütte selbst kannte er noch von seinem Tag im Kannibalenbaum. Er wandte sich an den jungen Vincent, der vor Angst schlotterte. Es war, als hatte er einen Drachen gejagt und nun den Fehler gemacht stehen zu bleiben, um darüber nachzudenken, was er eigentlich tat. Kimmy ist bei dem Kannibalen. Der junge Vincent nickte heftig, während er von einem Fuß auf den anderen trippelte, als ob er sich gleich in die Hosen pinkeln würde. Mach schon, sagte Tuck. Geh zurück und sag mal Link, dass er herkommen soll. Und trink erst mal ein, du kannst es brauchen. Vincent nickte und machte sich davon. Vorsichtig schlich sich Tuck zur Tür, bis er den alten Kannibalen sehen konnte, der über Kimmy gebeugt am Boden kauerte und versuchte, ihm aus einer Kokosschale Flüssigkeit mit einzuflößen. Hey, sagte Tuck. Wie geht's ihm? Sarah Poole schaute sich um und bedeutete Tuck hereinzukommen. Tuck machte sich klein, durch die niedrige Tür hindurch zu passen, doch innen ragte das Haus bis zu einer Spitze in Höhe von fünf Metern auf. Tuck kniete sich neben Kimmy. Der Seefahrer hatte die Augen geschlossen und selbst im orange farbenen Schimmer von Sarah Pooles Lampe sah er bleich aus. Er war nicht zugedeckt, lediglich ein breiter Verband war um seine Körpermitte gewickelt. Hast du das gemacht? fragte Tuck. Der alte Kannibale nickte. Sie ihn schießen im Wasser, ich ihn herausziehen. Wie oft? Sarah Poole hielt einen langen, knorrigen Finger in die Höhe. Auf beiden Seiten ist die Kugel durchgegangen? Tuck deutete mit seinen Fingern auf beide Seiten seiner Hüfte. Ja, sagte Sarah Poole. Lass mich mal sehen. Der alte Kannibale nickte und wickelte Kimis Verband ab. Tuck rollte den Seefahrer sachte auf die Seite. Kimi stöhnte, doch er wachte nicht auf. Die Kugel hatte ihn etwa fünf Zentimeter oberhalb der Hüfte erwischt, etwa zweieinhalb Zentimeter vom Rand des Bauches entfernt. Es war ein glatter Durchschuss. Die Eintrittswunde hatte den Durchmesser eines Bleistifts und die Austrittswunde war etwa so groß wie ein Kronkorken. Was Tuck erstaunte, war die Tatsache, dass Kimi nicht verblutet war. Der alte Kannibale hatte gute Arbeit geleistet. Bring ihn nicht zum Medizinmann, sagte Sarah Poole. Der Medizinmann wird ihn töten. Er ist der einzige Seefahrer, fliehte der alte Kannibale, obwohl er sich alle Mühe gab, möglichst wild zu erscheinen. Doch ein Schluchzer verrät ihn. Er ist mein einziger Freund. Tuck betrachtete die Wunde, um dem Alten die Gelegenheit zu geben, sich wieder zu fangen. Soweit er sich erinnerte, lagen in dieser Gegend keine lebenswichtigen Organe. Die Wunde musste allerdings genäht werden. Tuck wusste nicht genau, ob sein Magen das mitmachen würde, aber Sarah Poole hatte einfach recht. Zu Curtis konnte er Kimmy unmöglich bringen. Habt ihr irgendwas, das ihr benutzt, um Schmerzen abzutöten? Der Kannibale sah ihn fragend an. Tuck kniff ihn und er schnappte nach Luft. Schmerzen! Habt ihr irgendwas, damit die Schmerzen aufhören? Ja, mach das nicht wieder! Nein, für Kimmy! Sarah Poole nickte und ging hinaus in die Stunde später kehrte er mit einem Einmachglas zurück, das zur Hälfte mit einer milchig-weißen Flüssigkeit gefüllt war. Kava, sagte er, mach dich nicht autsch! Tuck schraubte den Deckel ab und ein Geruch wie von gekochtem Kohl strömte ihm entgegen und schlug auf seine Geruchsnerven. Er hielt den Atem an, nahm einen kräftigen Zug von dem Gebräu, kämpfte gegen den Brechreiz an und schluckte. Sein Mund wurde damit müsste es klappen. Ich brauche einen Nadel und Faden und heißes Wasser und Alkohol oder Peroxid, falls du welches hast. Sarah Poole nickte. Ich habe Neospirin auf ihn getan. Du kennst dich damit aus. Warum mach ich das dann? Sarah Poole zuckte mit den Achseln und ging aus dem Haus. Wie es aussah, war das Einzige, was er wirklich im Haus aufbewahrte, sein knochiger alter Arsch. Kimmy stöhnte und Taka rollte ihn herum. Flatternd schlug der Seefahrer die Augen auf. Boss, dieser Hundeficker hat auf mich geschossen. Curtis, der etwas ältere weiße Kerl? Nein, japanischer Hundeficker. Kimmy strich sich mit dem Zeigefinger über die Kopfhaut und Taka wusste genau, wen er meinte. Was hast du gemacht, Kimmy? Ich hab dir doch gesagt, dass ich Taka stellte fest, dass seine Glieder von einer wohligen Taubheit befallen wurden. Dieses Kawa-Zeug war genau das Richtige. Du nicht gekommen. Ich mir Sorgen machen um sie. Ich musste fliegen. Sarah Poole sagen diese Leute sehr böse. Du solltest hierher kommen und hier leben, Boss. Sei still. Trink das hier. Er hielt Kimmy das Glas an die Lippen, so, dass er trinken konnte. Der Seefahrer nahm einen Schluck und Tuck gönnte ihm eine kleine Pause, bevor er ihm eine weitere Dosis einflößte. Dieses Zeug ganz furchtbar, sagte Kimmy. Ich werde dich jetzt gleich zusammen flicken. Die Augen des Seefahrers weiteten sich vor Schreck. Er nahm Tuck das Glas aus der Hand und trank gierig, bis Tuck es ihm aus den Händen riss. Es wird schon nicht so schlimm werden. Nicht für dich, Tuck grinste. Hast du noch nichts davon gehört? Ich bin hierher geschickt worden von Vincent. Sarah Poole das Sagen. Er sagen, er nicht glauben an Vincent, bis wir hierher kommen. Nun, glauben. Wirklich? Sarah Poole kam mit einem Arm voll Schachteln und Flaschen zur Tür herein. Ich das nicht sagen, dieser Hundeficker lügt. Tuck schüttelte den Kopf. Ihr zwei seid wie geschaffen füreinander. Sarah Poole stellte ein Nähset und eine Flasche Peroxid auf den Boden, beugte sich dann über den Navigator und sah Tuck fragend an. Kriegst du ihn wieder hin? Tuck grinste und kniffte den alten Kannibalen in die Wange. Mh, lecker, sagte Tuck. Tut mir leid, sagte Sarah Poole. Ich werde ihn wieder hinkriegen, sagte Tuck und bat schweigend darum, dass Vincent ihm helfen möge. Ich kann meine Arme nicht spüren, sagte Kimmy. Meine Beine, wo sind meine Beine? Ich sterbe. Sarah Poole schaute zu Tuck hinüber. Gut, sagte er. Mehr Kava. Tuck nahm das Glas, das mittlerweile nur noch zu einem Viertel gefüllt war. Das Zeug ist spitzenmäßig. Ich sterbe, sagte Kimmy. Tuck rollte Kimmy auf die Seite. Kimmy, habe ich dir erzählt, dass ich Roberto gesehen habe? Siehst du, ich habe ihn nicht gefressen, erklärte Sarah Poole. Wo, fragte Kimmy. Er ist zu meinem Haus gekommen. Er hat mit mir gesprochen. Du Lügen, er nur sprechen Filipino. Er kann jetzt auch Englisch. Spürst du's? Spüren? Was? Ich sterben? Gut, sagte Tuck, während er den ersten Stich anbrachte. Was Roberto sagen? Er sauer auf mich? Nein, er sagt, du stirbst. Ich sterben, ich sterben, jammerte Kimmy. War nun Witz, das hat er gar nicht gesagt. Er hat gesagt, du wirst wahrscheinlich sterben. Tuck unterhielt sich weiter mit Kimmy und es dauerte nicht lange, da war der Seefahrer so überzeugt von seinem bevorstehenden Tod, dass er gar nicht mitbekam mitbekam, Tucker Case autodidaktischer Stimper, der er war, seine Wunden vollständig genäht und verbunden hatte. Don Quixote auf dem Minigolfplatz Er schlief und träumte, dass er flog, allerdings nicht in einem Flugzeug. Er rauschte über den warmen Pazifik, bis unter ihm eine Herde Buckelwale auftauchte. Er schwirrte näher heran und einer der Wale stieß aus dem Wasser, zwinkerte ihm mit seinem Auge von der Größe eines Fußballs zu und sagte, You the man. Dann lächelte der Wal und blies Tuckers Traum gerade wegs zur Hölle. Denn Tuck wusste zwar, dass er in der Tat the man war und es machte ihm auch nichts aus, daran erinnert zu werden, aber er wusste auch, dass Wale nicht lächelten und es war dieser Bruch in der Logik, der mehr als alles andere dem Traum das Rückgrat brach. Er wachte auf. In seinem Bungalow lief Musik. Tanz mit mir, Tucker, sagte sie. Tanz mit mir im Mondschein. Die sanften gedämpften Bläser der Moonlight Serenade erfüllten den Raum. Sie kamen von einem Ghetto Blaster, der auf seinem Couchtisch stand. Beth Curtis, gewandet in eine paillettenbesetzte Abendrobe und hochhackige Sandaletten, tanzte mit einem imaginären Partner durch den Raum. Oh, bitte tanz mit mir, Tucker, bitte. Sie glitt hinüber zum Bett und streckte ihre Hand nach ihm aus. Er gab ihr den Kopf des Kokosnussmannes, rollte sich herum und zog sich die Decke über den Kopf. Geh weg, ich bin müde und du hast nicht meine Tassen im Schrank. Sie ließ sich aufs Bett plumpsen. Du alter Drückeberger! Dann fügte sie schmollend hinzu, nie hast du Lust auf Romantik. Tuck tat so, als würde er schlafen, und zwar ziemlich überzeugend, wie er glaubte. Ich habe Champagner und Kerzen mitgebracht und ich habe Kekse gebacken. Genauso sehe ich aus, wenn ich schlafe, dachte Tuck. Haar genau so benehme ich mich dann. Ich habe einen Joint aus grünen Skunkweed- Blüten gerollt. Der ist so groß wie dein Schwanz. Ich hoffe, du hast jemanden, der dir beim Tragen hilft, sagte er, den Kopf immer noch unter dem Laken. Ich habe ihn an der Innenseite meiner Schenkel zusammen gerollt, genauso wie die Frauen in Kuba Zigarren rollen. Erzähl mir bloß nicht, wie du die Blätter angefeuchtet hast. Sie klatschte ihm auf den Hintern. Komm schon, tanz mit mir. Er rollte sich herum und streckte den Kopf unter der Decke hervor. Du wirst also nicht gehen, stimmt's? Nicht, bis bis zum Morgengrauen? Nicht in der Vertikalen. Oh, du böser kleiner Junge. Mittlerweile wirkte sie so frivol, als müsste schon mindestens ein Völkermord passieren, um sie erröten zu lassen. Moonlight Serenade verklang und es folgte ein langsames schmalziges Stück, das Tuck nicht kannte. Das hier ist so ein guter Song. Lass uns tanzen. Sie sank in Ohnmacht. Sie wurde so bemerkte Tuck wirkte es allerdings eher wie ein keuchender Asthmaanfall in Zeitlupe. Ein Hahn krähte und 7652 Hähne antworteten ihm. Beth, es ist schon morgen, bitte geh jetzt nach Hause. Dann wirst du nicht mit mir tanzen? Nein. Na schön, dann lassen wir das Tanzen eben ausfallen, aber du solltest wissen, dass ich sehr enttäuscht von dir bin. Sie erhob sich vom Bett, zog sich die Abendrobe über den Kopf und ließ sie auf den Boden fallen. Die Pailletten raschelten wie eine sterbende Klapperschlange. Darunter trug sie nichts weiter als ein paar Strümpfe. Tuck sagte, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Aber in seiner Stimme lag keinerlei Überzeugungskraft und sie drückte ihn zurück aufs Bett. Tuck starrte an die Decke. Sein Arm war unter ihrem Hals eingeklemmt und seine Lippen wiederholten immer wieder ein stilles Mantra. Das war das letzte Mal, dass ich ihn dem verrückten Weib reingesteckt habe. Das war das letzte Mal. Oh Mann, wie oft hatte er das jetzt schon aufgesagt. Vielleicht wendete sich er allmählich alles zum Besseren. In der Vergangenheit hatte er immer gesagt, ich werde mich nicht besaufen und ihn dem verrückten Weib reinstecken. Dieses Mal war er einfach nur müde gewesen. Er versuchte seinen Arm unter ihrem Kopf heraus zu winden und verlegte sich schließlich auf den alten Kuscheltrick. Er rollte sich zu ihr und drückte sie kurz an sich. Sie reagierte mit einem schläfrigen Stöhnen und versuchte ihn zu küssen, wobei sie für einen Moment den Kopf hob und er sich befreien konnte. Der Trick funktionierte bei menschenmordenden schlampengöttinnen genauso gut wie bei den Damen aus dem Stall von Mary Jean. Ja, sogar besser, denn Beth hatte bei Weitem nicht so viel Spray in ihrem Haar und das ist etwas, das sich wirklich bremsend auf einen auswirken kann. Gott bin ich gut. Er rollte sich aus dem Bett und kroch ins Bad. Während er pinkelte, sang er leise vor sich hin, jo, das war das letzte Mal, dass ich ihn dem verrückten Weib reingesteckt hab, jo, das war das letzte Mal, dass ich ihn dem verrückten Weib ... Mittlerweile war es zu einer Art Rap geworden und so fühlte er sich ziemlich hip, obwohl der übliche Selbstegel natürlich dennoch an ihm nagte. Beim Anblick seiner Narben musste er an Kimmy denken und plötzlich wurde er vom Zorn gepackt. Er watschelte zurück zum Bett und rüttelte die schlafende Ikone wach. Aufstehen, Beth! Geh nach Hause! Und da klopfte es an der Tür. Mr. Case, Tea-Time in fünf Minuten. Tuck presste Beth die Hand auf den Mund, zog sie am Kopf in die Höhe und verfrachtete sie mit einem einzigen Schwung ins Badezimmer, wo er sie losließ und die Tür zumachte. Tuck schnappte sich seine Hose vom Boden, denn dort ließ er sie meistens liegen, zog sie an und öffnete die Tür. Vor ihm stand Sebastian Curtis, einen Driver über der Schulter. Sie ziehen sich besser ein Hemd an, Mr. Case. Man fängt sich schnell einen Sonnenbrand ein, selbst so früh am Tag. Stimmt, sagte Tuck und schaute auf den Caddy. Heute war es Stripe, der die Schläger schleppte. Der Wachmann grinste ihn hönisch an. Tuck grinste zurück. Ebenso wie Mato trug auch Stripe bei der Ausübung seiner Pflichten als Caddy keine Waffe. Na, dann spielen wir mal eine Runde zu Ehren des Seefahrers, dachte Tuck und zwinkerte Stripe zu. Ich bin gleich soweit. Tuck schloss die Tür und ging ins Badezimmer, um Beth zu sagen, dass sie warten sollte, bis er gegangen war, bevor sie den Bungalow verließ. Doch als er die Tür aufmachte, war sie verschwunden. Wussten sie, neunzig Prozent aller gefährdeten Arten auf Inseln existieren? fragte der Doktor. Nö, sagte Tuck. Er hob seinen Ball auf, legte ihn auf die gummibeschichtete Matte und wandte sich an Stripe. Ey, Doofmann, gib mir ein Fünfer Eisen. Sie waren mittlerweile am vierten Loch angelangt und hatten in einer Stunde bereits einmal das gesamte Gelände kreuz und quer hinter sich gebracht, bei ihrer Imitation eines Golfspiels. Tuck erholte aus und der Ball rutschte fünfzig Meter weit über den Kies. Kopf hoch, Hosenscheißer, sagte Tuck, als er Stripe den Schläger zuwarf. Inseln sind so etwas wie die Schnellkochtöpfe der Evolution. Neue Arten tauchen schneller auf und sterben früher wieder aus. Mit Religionen ist es das Gleiche. Kein Scheißdog? Sie hatten noch fünfzig Meter vor sich, bis sie zu der Stelle kamen, wo Sebastians Ball nach seinem ersten Schlag gelandet war. Tuck hatte bereits drei Schläge hinter sich. Die Ereignisse, die den Cargo-Kulten zugrunde liegen, sind die gleichen wie bei den großen Religionen. Eine Periode der Unterdrückung, das Auftauchen eines Messias, eine neue Ordnung, das In-Aussicht Stellen einer Zeit endlosen Friedens und Wohlstand. Aber anstatt sich über Jahrhunderte zu entwickeln, wie beim Christentum oder beim Buddhismus, dauert das Ganze hier nur ein paar Jahre. Es ist faszinierend, gerade so, als ob man sehen könnte, wie sich die Zeiger einer Uhr bewegen und man ein Teil des Ganzen ist. Da sind sie ja völlig aus dem Häuschen, wenn die Uhr auf Sommerzeit umgestellt wird. Das war nur eine Metapher, Mr. Case. Nennen sie mich Tahak. Sie waren bei Tacks Ball angelangt und er legte ihn wieder auf die Matte aus Kunstrasen. Ey, Rotznase, gib mir den Driver. Sebastian räusperte sich. Für mich sieht das eher nach einem Neuner Eisen aus. Sie haben doch nur noch fünfzig Meter bis zur Fahne. Vertrauen sie mir, Doc. Für den Schlag hier brauche ich einen Driver. Stripe kicherte und reichte ihm den Driver. Tacks sah ihn sich genau an. Es war eines von diesen Modellen mit den großen Köpfen aus Aluminium Legierung, die in den Staaten neuerdings so beliebt waren. Ganz aus Metall. Tacks grinste Stripe an. Also Doc, ich glaube, sie haben die ganze Methodistenkack in den Gully runtergejagt, Positur und machte einen Probeschwung. Der Schläger zischte durch die Luft. Haben Sie jemals an etwas geglaubt, Mr. Case? Tacks schwang den Schläger noch einmal zur Probe. Ich an was geglaubt? Nö. Nicht einmal an ihre eigenen Fähigkeiten? Nö. Tacks zog eine ziemliche Show ab, als er sich erneut in Positur stellte und die Hüften lockerte. Dann sollten sie keine Witze darüber machen. Stimmt, sagte Tack. Er konzentrierte sich und legte sein ganzes Gewicht in den Schläger. Doch anstatt den Ball zu treffen, schwang er ihn seitlich wie einen Baseballschläger und traf mit dem dicken Ende Stripes Kiefer, der mit einem brechreizerregenden schmatzenden Geräusch zertrömmert wurde. Dem Wachmann wurden die Beine unter dem Körper weggerissen und er landete krachend auf dem Korallenkies. Herr Gott, kreischte Sebastian. Er griff nach dem Schläger und wand ihn Tack aus der Hand. Was zum Teufel machen Sie da? Tack gab keine Antwort. Er beugte sich über den Wachmann, bis er nur noch wenige Zentimeter von seinem Gesicht entfernt war und flüsterte Achtung, Motherfucker. Eine Sekunde später hörte er ein metallisches klicken und der Wachmann, der an der Fahne gestanden hatte, presste ihm über Stripe und zog ihm die Augenlider hoch, um zu sehen, ob sich seine Pupillen zusammen zogen. Bring Mr. Case zu seinem Bungalow und bleib bei ihm. Schick mir zwei Leute mit einer Bahre und such nach Beth. Sag ihr sie. Plötzlich merkte Curtis, dass der Wachmann nur ein Drittel dessen mitbekam, was er sagte. Bring meine Frau her. Doc, über die Sache mit dem Glauben müssen wir uns noch mal unterhalten, sagte Tuck. Wo Verlierer gedeihen Der Medizinmann hetzte auf dem Lanai hin und her. Wir müssen uns einen neuen Piloten suchen, Beth. Wir können nicht zulassen, dass er sich derart aufführt und damit auch noch durchkommt. Die hohe Priesterin gähnte. Sie fläzte auf dem geflochtenen Thronsessel und trug nichts weiter als ein Handtuch, das sie sich auf Verlangen des Medizinmanns um den Leib geschlungen und oberhalb der Brüste zusammen geknotet hatte. Er hatte gesagt, dass er nachdenken müsste. Hast du ihn gefragt, warum er es getan hat? Natürlich habe ich ihn gefragt. Er sagte, er wollte ein bisschen Leben in die Partie bringen. Das hat wohl funktioniert, oder? Das ist nicht komisch, Beth. Wir werden Mann. Du musst ein klein wenig Vertrauen in mich haben, sagte sie. Ich weiß, wie ich mit Tucker Case umspringen muss. Sie hatte keine Lust auf diese Konversation, jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Sie hatte dem Medizinmann nichts davon erzählt, dass Tuck vom Kurs abgewichen war, denn sie hatte eigene Pläne, was den blonden Piloten betraf. Der Medizinmann machte sich von ihr los und lehnte sich an das Geländer. Es ist, wenn es mir nicht gefällt, wie du mit ihm umspringst. Und was bitte soll das heißen? Wieder trat sie auf ihn zu, doch diesmal löste sie das Handtuch so, dass es zu Boden fiel, als sie in seinen Armen ankam. Ihre Brustwarzen strichen über die Vorderseite seines Hemdes. Best schön, wenn das, was heute passiert ist, Er stellt keine Bedrohung für dich dar. Finesse ist es, was auf mich anziehen wirkt, und nicht Ruhe Gewalt. Auf Ruhe Gewalt reagiert er mit Ruhe Gewalt. Deswegen hat er auf Yamata eingedroschen. Wenn man so einen Kerl mit sanfter Hand führt, ist er absolut hilflos. Sebastian Curtis wandte sich von ihr ab. Ich werde jedenfalls nicht die Wachen vor seinem Haus abziehen. Zumindest nicht in der nächsten Zeit. Mach du nur, was du für das Beste hältst. Aber es ist nicht unbedingt eine gute Politik, sich jemanden zum Feind zu machen, auf dessen Dienste man angewiesen ist. Was ist denn dabei, wenn er die Ninjas hasst? Ich hasse die Ninjas, du hast sie, aber wir brauchen sie, und wir brauchen einen Piloten. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass wir beim nächsten Mal wieder so viel Glück haben. Glück? Der Mann ist ein absolut verkommenes Subjekt. Tucker Case ist ein Verlierer. Verlierer gedeihen am besten auf Inseln, wo es keine Konkurrenz für sie gibt. Das hast du mir beigebracht. Vielleicht half es ja ihm zu schmeicheln, wenn ihre Verführungskünste offensichtlich versagten. Hab ich das? Sie zog den Reißverschluss seiner Hose auf. Aber 90% der bedrohten Arten auf Inseln leben. Das liegt doch nur daran, dass sie schon lange ausgestorben wären, wenn sie sich einem wirklichen Daseinskampf hätten stellen müssen. Verlierer wie Tucker Case. Ich habe über einzigartige Ökosysteme gesprochen, wie die Galapagos Inseln, wo die Evolution beschleunigt wird, und die Art, wie Religionen Fuß fassen. Wo ist der Unterschied? Er zarrte ihre Hand aus seiner Hose und stieß sie weg. Und was sind wir dem zu Folge, Beth? Was sind wir dann? Die Himmelsgöttin musste an allen Fronten Niederlagen einstecken. Hier war irgendein Element im Spiel, über das sie keine Kontrolle hatte. Irgendeine unbekannte Variable, die dem Medizinmann auf die Stimmung schlug. Wenn Sex und Schmeichelei nicht funktionieren, was dann? Ah, Teamgeist. Wir sind die Stärkeren, Bestchen. Wir sind dem zu Folge die überlegene Rasse. Er schaute sie ratlos an. Jetzt ganz vorsichtig, dachte sie, und du kriegst ihn rum. Langsam schritt sie zurück zu ihrem Thronsessel und ließ sich geziert darauf nieder, bis sie plötzlich ihre Beine hochschleuderte und auf die Armlehnen legte, so, dass sie mit gespreizten Beinen vor ihm saß. Und jetzt die Quizfrage, Sebastian. Es dreht sich um die Evolution. Warum weiß nach all den Jahren bei all den Fossilien, die der Forschung zur Verfügung stehen, immer noch niemand genau, was mit den Dinosauriern passiert ist? Lass dir Zeit mit der Antwort. Denk erst mal nach. Sie fummelte an ihrer linken Brustwarze herum, während sie wartete und schließlich trat ein strahlendes Lächeln auf sein Gesicht. Seine Zähne sahen wirklich blendend aus. Eines musste sie anerkennen. Mit der Zahnpflege nahm er es trotz all der Jahre auf der Insel noch immer sehr genau. Keine Zeugen, sagte er schließlich. Wir haben einen Gewinner, aber um genauer zu sein, keine überlebenden Zeugen. Verlierer können nur so lange gedeihen, bis eine überlegene Art auftaucht, selbst Ein Schatten von Besorgnis huschte über sein Gesicht. Aber die Dinosaurier haben sechzig Millionen Jahre lang die Erde beherrscht. Da kann man kaum von Verlierern sprechen. Konnte er sich noch umständlicher anstellen? Pass mal auf, Darwin, Dinosaurier werden hier heute Nacht definitiv nicht flach gelegt. Also such dir deine Mannschaft zusammen. Don't know much about history. Tuck stocherte die Innereien aus einem Filzstift heraus und kappte das Ende mit einem Küchenmesser. Auf diese Art und Weise kam er schließlich zu einem perfekten Blasrohr. Im Nachttisch an seinem Bett fand er ein Blatt Schreibpapier und so setzte er sich auf seine Weidencouch von wo aus er einen guten diagonalen Blick auf die Wachen hatte, die vor seiner Tür postiert waren. Daraus dieses steckte er in den Filzstift und blies hinein. Die Kugel segelte durch das Fenster und flog im Bogen an den Wachen vorbei, ohne Schaden anzurichten. Zu viel Feuchtigkeit. Die nächste Kugel knetete er vor dem Laden zwischen den Fingern und schoss damit dem Wachmann, der am nächsten stand, ins Genick. Dieser wischte sich über den Nacken, als Tuck hatte seine tödliche Zielgenauigkeit im Umgang mit dem Kugel Blasrohr in Zeiten erworben, als er eigentlich Algebra hätte lernen sollen. Und im Gegensatz zu den Ausführungen seines Lehrers hatte er in seinem späteren Leben nie wieder irgendwelche Kenntnisse in Algebra gebraucht, wohingegen die Beherrschung des Kugel Blasrohrs ihm nun überaus zu Pass kam. Obwohl diese Fähigkeiten in keinem Zeugnis vermerkt waren, im Gegensatz zu seinem angeblichen Scheitern in Algebra. Die dritte Kugel traf den Wachmann an der Schläfe und blieb dort kleben. Er drehte sich um und stieß wütende Flüche auf Japanisch aus. Tuck hatte bereits einen Nachfolger vorgekaut und schoss dem Wachmann die Kugel gegen den Hals. Die Wache fuchtelte mit der Uzi herum. Mach schon, Fickschwanz, knall mich ab, sagte Tuck und seine Augen funkelten. Und dann erklär schön dem Dok, dass du den Piloten wegen einer Spucke Kugel erschossen hast. Er biss ein weiteres Stück Papier ab und kaute darauf herum, während der Wachmann ihn wütend anstarrte. Die rostigen Sturmklappen über den Fenstern wurden nur mit einer einzigen Holzstrebe offen gehalten. Der Wachmann schlug die Strebe weg und mit einem Scheppern fiel die Klappe herunter. Tuck ging zum nächsten Fenster. Er lehnte sich hinaus und feuerte. Es gab ein Klatschen auf der Stirn des zweiten Wachmanns, gefolgt von einer weiteren Strebe, die weggerissen wurde, und einer weiteren scheppernden Sturmklappe. Nur noch ein Fenster, das jedoch einen Schuss über acht Meter erforderte. Tuck erstreckte den Kopf nach draußen und pustete. Ein Spinnennetz aus Spuckefäden folgte dem Geschoss auf seinem Flug über den Lanai. Es traf den ersten Wachmann vorn an seinem Hemd und er kam, die Uzi im Anschlag auf Tuck zugerannt. Dieser duckte sich schnell und dann fiel auch schon die letzte Klappe. Tuck hörte, wie die Wachen jede einzelne Klappe verriegelten. Auftrag ausgeführt. In Gegenwart der Wachen, die alle zwei Minuten zum Fenster hereinschauten, hätte er es nie geschafft, mit seinem Kokosnuss Dubel die Rollen zu tauschen. Außerdem wäre selbst das Mondlicht noch zu hell gewesen, um unbemerkt ins Badezimmer zu kommen. Die Fenster zu schließen kam nicht in Frage, dadurch hätte er sich nur verdächtig gemacht. Gute Nacht, Jungs, ich leg mich hin. Das Pusterohr im Anschlag stand er da und wartete, doch die Sturmklappen blieben geschlossen. Rasch schaltete er das Licht aus und kroch ins Bett, wo er den Kokosnussmann zusammenbaute. Dann wartete er, bis er die Wachen miteinander reden hörte und den Rauch ihrer Zigarettenroch, um sich sogleich auf zehn Spitzen ins Bad zu schleichen und seine Flucht in Angriff zu nehmen. Er hatte beinahe erwartet, dass die Duschwanne nun festgenagelt war. Schließlich hatte Beth Curtis diesen Ausgang am Morgen benutzt. Aber vielleicht war sie nicht auf die Idee gekommen, dass er den Trick kannte. Nein, sie hatte nicht alle Tassen im Schrank, aber dämlich war sie nicht. Sie wusste, dass er es wusste. Sie wusste sogar, dass er wusste, dass sie es wusste. Und warum hatte sie Sebastian nichts davon erzählt? Und von dem kleinen Umweg über Guam hatte sie ihm auch nichts erzählt? Oder vielleicht doch? Sebastian hatte diesmal jedenfalls noch keinen dicken Scheck herübergereicht, wie nach den letzten Flügen. Tuck notierte sich im Geiste, den Doc nach Nun schnappte er sich erst mal seine Flossen und die Maske und machte sich auf den Weg zum Strand. Bevor er ins Wasser stieg, zog er ein Röhrchen mit Pillen aus seiner Tasche, Antibiotika, die er noch übrig hatte aus der Zeit seiner Schwanzfäulnis und versicherte sich, dass der Deckel fest zugeschraubt war. Dies war vielleicht die einzige Möglichkeit, Kimmy mit Medikamenten zu versorgen. Er schwamm um das Minenfeld herum, durchquerte ohne Zwischenstopp das Dorf und schlug den Pfad zu Sarahpools Haus ein. Vor den Häusern saßen noch immer Frauen und Kinder herum, die Frauen im Schein von Kerosin Laternen bei der Arbeit an kleinen Webstühlen und die Kinder, die schweigend spielten oder die letzten Reste ihres Abendessens von Bananenblättern aßen. Nur die kleinsten Kinder fest entschlossen, so schien es, jeglichen Augenkontakt mit dem seltsamen Amerikaner zu vermeiden. Tuck dachte, so muss es in New York ausgesehen haben, vor der Ankunft des weißen Mannes. Und mit diesem Gedanken im Kopf blickte er starr geradeaus auf einen Punkt vier Meter vor seinen Füßen und ignorierte sie seinerseits. Es war besser so. Er wusste nie, wann er das nächste Mal ihre Körperteile nach Japan fliegen musste. Er kam auf dem Pfad gut voran und bald schon sah er Sarah Pools Haus. Er trat auf die Lichtung und sah, dass der alte Kannibale zusammen mit Kimmy an einem Feuer saß und die beiden an irgendetwas arbeiteten. Wie es schien, nähten sie. Kimmy, sagte Tuck, du solltest noch nicht aufstehen. Kimmy schaute von seiner Arbeit auf. Über Sarah Pools und seine Beine war ein riesiges Stück blaues Nylon ausgebreitet. Ich fühle mich besser. Du mich zusammengeflickt, Boss. Tuck reichte ihm die Pillen. Nimm davon jetzt gleich und dann zwei pro Tag, bis sie alle sind. Sarah Pull mir geben Kava. Es machen das Schmerz aufhören. Die hier sind nicht gegen Schmerzen, sie sind gegen Infektionen, also nimm sie, okay? Okay, Boss. Du wollen helfen? Was macht ihr beiden da? Ich dir zeigen. Kimmy wollte aufstehen und sein Gesicht verzerrte sich vor Schmerz. Sarah Pull drückte ihn sanft wieder zu Boden. Ich werde zeigen. Der alte Kannibale schnappte sich die Kerosin Laterne und bedeutete Tuck, dass er ihm in den Dschungel folgen sollte. Tuck warf einen Blick zurück zu Kimmy. Du nimmst diese Pillen und bewegt dich nicht zu viel. Ich bin nicht sicher, wie gut die Nähte halten. In dir war ein ziemlich großes Loch. Okay, Boss. Sarah Pull verschwand im Dschungel. Tuck eilte hinter ihm her und hätte ihn beinahe umgerannt, als er aus einer Gruppe von Bananenstauden auf eine Freifläche herauskam, die mit Stelzenbäumen, Mangroven und Palmen bewachsen war. Nach etwa fünfzig Metern blieb Sarah Pull stehen. Es war nicht mehr weit zum Strand. Er stand neben etwas, aussah wie ein umgestürzter Baum. Doch als Takanäa kam, sah er, dass es sich um ein langes Segelkanu handelte. Sarah Pull grinste Tag an. Im Schein der Laterne wirkte er wie ein Dämon aus der dunklen Vergangenheit der Insel. Der Palu, der Seefahrer, er machen, ich helfe. Sarah Pull schwenkte die Laterne an der gesamten Länge des Kanus vorbei. Tak sah, dass das eine Dollbord dunkel glänzte. So alt war es, während das andere erst vor kurzem zurecht gehauen worden war und hellgelb leuchtete. Er roch den Duft von frischer Holzpolitur. Das Boot hatte einen Ausleger von der Größe eines normalen Kanus und eine Plattform auf den Verbindungsstreben. Für ein Kanuba ist eine riesige Konstruktion und den Rumpf von Hand mit einfachen Werkzeugen aus einem einzigen Stück Holz zurecht zu hauen erforderte eine unglaubliche Menge Arbeit, ganz zu schweigen von handwerklichen Fähigkeiten. Kimmy hat das gemacht? Das haut mich um. Sarah Pull nickte, seine Augen glänzten im Schein der Laterne. Dieses Boot kaputt schon vor der Zeit von Vincent. Kimmy ist ein großer Seefahrer. Wirklich. Tuck hatte seine Zweifel, besonders wenn er an den Sturm dachte, aber andererseits, wie Kimmy gesagt hatte, sie hatten den Sturm in einer Nussschale überlebt und diese handwerklichen Fähigkeiten hier waren kein Zufall. Das hier war ein Kunstwerk. Und ihr beiden näht jetzt also ein Segel für das hier. Wir bald fertig, dann der Palu wird mir zeigen, wie man segelt. Die Haifischmenschen werden fahren wieder hinaus aufs Meer. Woher habt ihr das Nylon für das Segel? Ich schätze nicht, Dr. Curtis das hier für so eine tolle Idee hält. Sarah Poole kletterte in das Kanu, kramte unter einem Stapel Paddel und Seilen herum, allesamt handgerollt aus Kokosfasern, bis er schließlich eine zerknüllte Masse aus Nylongurten, Velcro und Plastikschnein zum Vorschein brachte, an denen noch ein paar Fetzen Nylon hingen. Mein Seesack, ihr habt meinen Seesack genommen und zählt, drin war. Habt ihr noch den anderen Kram, der da drin war? Da waren noch ein paar Pillen dabei, die Kimmy helfen würden. Sarah Warte einen Moment, kann sein, dass ich noch mehr Medizin habe. Im Grunde genommen hatte sich Tuck gar nicht darum gekümmert, was Jake Sky ihm alles in seinen Seesack gepackt hatte. Sarah Poole hiefte einen Korb aus Kokosfasern von einem der Dachbalken und reichte ihn Tucker. Darin fand Tucker die Antibiotika, nach denen er suchte, und außerdem Schmerzmittel und Aspirin. Selbst das, was von seinem Geld noch übrig war, lag in dem Korb. Sämtliche Pillen waren noch trocken. Tuck stellte eine Ration zusammen und reichte sie dem Seefahrer. Nimm die, wenn du Schmerzen hast, und diese hier genau wie die anderen zweimal am Tag, okay? Du guter Doktor Boss, du hast klasse Arbeit geleistet an dem Boot. Kimi wirkte besorgt. Ich werde ihnen nichts sagen. Nun schien Kimi wieder etwas ruhiger zu atmen. Roberto kommen heute. Er sagen, du musst sehen Kanu, aber er sagen, du nicht dürfen erzählen Medizinmann. Roberto hat dir das gesagt? Er jetzt reden komisch, sagte Kimi. Wie du irgendwie, auf amerikanisch. Er mir sagen, Sebi ist okay, sie bald kommen nach Hause. Ich kam nicht in die Klinik rein, um zu sehen, wie es hier geht. Vor der Klinik stand eine Wache. Hundeficker, sagte Kimi. Dann erzählte Tucker Kimi von der Golfpartie und schaute mit an, wie der alte Kannibale Kimi festhielt, als dieser zu lachen anfing und sich gleich darauf unter Schmerzen zusammen krümmte. Ich jetzt besser schlafen, Boss. Du komm zurück. Ich geh mit dir segeln. Du hast erfasst. Tuck duckte sich unter der Tür hindurch und wartete vor dem Haus, bis Sarah Pool mit der Laterne in der Hand herauskam. Du weißt, welche Pillen du ihm geben musst? Sarah Pool nickte. Tuck machte sich auf den Weg in Richtung Dorf, doch gerade mal eine Minute später blieb er stehen, als er hörte, dass der alte Kannibale hinter ihm hergerannt kam. Hey, Pilot, Vincent hat dich zu uns geschickt, hm? Ich weiß nicht. Du sagst, Vincent, dass ich dich nicht essen wollte, okay? Tuck lächelte. Das nächste Mal, wenn ich komme, versuche ich eine Portion Spam rauszuschmuggeln. Sarah Pool erwiderte sein Lächeln. Als er bei der Trinkrunde anlangte, schaute Tuck auf die Uhr. Er wollte nicht länger als zwei Stunden weg bleiben. Es bestand zwar kaum die dass man ihn aufweckte und zu einem Flug rief, jedenfalls nicht, ohne dass vorher der Auftritt der Himmelsgöttin stattfand und er dadurch gewarnt worden wäre, aber Beth Curtis konnte jederzeit in seinem Bungalow auftauchen. Komisch. Er dachte nie an die Himmelsgöttin und Beth Curtis als an ein und dieselbe Person. Im Schein der Kerosin Laterne trugen die Haifisch-Menschen eine neue Schicht roter Farbe auf ihre Bambusgewehre auf. Sie rückten auf den Baumstämmen zusammen und Tak setzte sich neben Malink. Der junge Mann, der mit dem Einschenken betraut war, reichte Tak eine Schale. Er trank sie aus und gab sie zurück. Was hat's mit den Gewehren auf sich? fragte Tak den Amerika. Oh, sagte Tak und warum gerade rot? Malink schaute Tak an, als sei er etwas, in das er gerade hineingetreten war. Es ist die Farbe von Vinzenz Bruder. Ach ja? Tak kapierte nicht. Vinzenz Bruder, Santa Claus, rot ist seine Farbe, das musst du wissen. Tak konnte nicht anders. Seine Kinnlade klappte herunter. Santa Claus ist Vinzenz Bruder. Ja, Santa Claus bringt exzellentes Cargo für alle, aber nur einmal im Jahr. Es kommt in einem Schlitten über den Schnee. Du weißt doch, oder? Stimmt, aber ich verstehe die Verbindung nicht. Malink sah ihn an, als wäre sein Blick alles, was er tun konnte, um Tak nicht zu verraten, wie unglaublich dicht er dran war. Ja, wir haben keinen Schnee, also wird Vincent kommen in einem Flugzeug, nicht nur einmal im Jahr. Wenn Vincent kommt, er wird bringen Cargo jeden Tag, mehr als er uns durch die Himmelsgütten gibt, mehr als Santa Claus. Und das hat Vincent dir erzählt, dass er der Bruder von Santa ist? Malink nickte. Sein dünner Bruder, er sagen. Also machen wir Gewehre rot. Malink auf ein Zeichen, dass Tuck es kapierte. Tuck gab kein solches von sich. Selbst Vater Rodrigues kennt Santa Claus, beharrte Malink. Okay, sagte Tuck. Wie wär's, wenn ihr die Tasse mal ein bisschen schneller rumgehen lasst, Jungs? Vincent wird bringen richtige Gewehre, wenn er kommen. Wir müssen immer bereit sein zu kämpfen, sagte Malink. Und gegen wen? fragte Tuck. Hat euch schon jemals jemand angegriffen? Einmal, sagte Malink. Als ich ein kleiner Junge war, kam ein Haufen Kerle aus Neuginea mit Kanu. Wir nicht mögen diese Typen. Wir gehen in unsere Kanus, um sie zu töten. Und was ist passiert? Es wurde dunkel. Und? Wir fuhren nach Hause. Diese Kerle aus Neuginea ziemlich viel Glück, dass niemand von uns im Dunkeln konnte navigieren. Kein Palu? fragte Tuck und benutzte das eingeborene Wort für Seefahrer. Japaner sie töten, kein Palu übrig, außer vielleicht einer. Ist das der Grund, warum du Kimi nicht zum Medizinmann bringen lassen wolltest? Malink nickte, doch seine Stirn war sorgen zerfurcht. Ich überlege, wenn Vincent dich schicken, wieso Medizinmann nicht wissen, dass du hier und wieso du nicht kennen Santa Claus? Tuck bemerkte, dass die Männer aufgehört hatten, ihre Gewehre zu bemalen und sich zu unterhalten, damit sie seine Antwort mitbekamen. Es ging jetzt um mehr als nur darum, ob er hier weiterhin etwas zu trinken bekam. Er erzählte ihnen, was sie hören wollten. Vincent hat mich angerufen im Land der gepanzerten Beutelratten, damit ich zur Insel der Haifischmenschen komme. Ich bin ein Flieger, genau wie Vincent ein Flieger war. Er erzählt mir nicht alles und er erzählt dem Medizinmann nicht alles. Vincent ist manchmal unergründlich, aber wir müssen auf sein Urteil vertrauen. Malink lächelte. Trinken wir auf diesen Flieger und dann gehen wir schlafen. Und zu Tuck gewand sagte er, morgen ist die Jagd. Wie die Haifischmenschen zu ihrem Namen kamen Als es an diesem Morgen kurz nach Sonnenaufgang an seiner Tür klopfte, machte sich Tuck darauf gefasst, dem lächelnden Gesicht von Sebastian Curtis gegenüber zu stehen, der hochvergnügt war, über die Aussicht, dem Piloten bei einer weiteren Partie Kies Golf Dresche zu verpassen. Als er die Tür öffnete, stand dort jedoch Beth Curtis in einem langarmligen Baumwollkleid und mit einem riesigen Sonnenhut mit einer Krempe, die ihr über das Gesicht fiel wie ein Lampenschirm. Tuck trug ein paar Boxershorts, die der Doc ihm vermacht hatte und in denen sich seine Morgenlatte deutlicher abzeichnete, als doch nur ach egal. Willst du reinkommen auf den Kaffee? Er deutete auf die kleine Kornische. Warum machst du dir nicht einfach eine Tasse und nimmst sie mit? Ich muss dir was zeigen. Sicher, dauert nur einen Moment. Sie wartete an der Tür, während er einen Topf mit Wasser auf den Herd stellte, sich rasch anzog und die Haare kämmte, um dann das Wasser über das Kaffeepulver zu gießen und eine Portion Kaffee weißer einzurühren. Ich bin soweit, was gibt's? Ich will dir etwas auf der anderen Seite der Insel zeigen. Außerhalb der Siedlung? In der Nähe des Dorfes. Ich glaube, du wirst Spaß daran haben. Seine Kaffeetasse mit beiden Händen haltend ging Tuck mit ihr durch die Morgensonne. Nirgendwo war etwas Wo sind die Ninjas? Du nennst sie auch so? Das ist lustig. Sie lachte, aber weil ihr Gesicht von der Hutkrempe verdeckt war, ließ ich nicht beurteilen, ob es aufrichtig gemeint war. Sie legte ihm die Hand auf den Arm und ließ sich von ihm über die Rollbahn führen, wie eine viktorianische Lady unter Geleitschutz. Vermisst du manchmal deine Familie? fragte sie, während sie dahinschritten. Tuck war Nein, wir sind unter nicht allzu freundlichen Umständen auseinander gegangen. Ich habe den Kontakt zu ihnen verloren, lange bevor ich hierher kam. Das tut mir leid. Wirklich. Macht ihr das zu schaffen? Tuck dachte, sie würde Witze machen. Außer meiner Mutter und meinem Onkel habe ich keine Familie. Die beiden haben geheiratet, nachdem mein Vater ums Leben gekommen war. Ich war darüber nicht sehr erfreut. Du machst Witze. Ich dachte, das machen sie nur in West Virginia. Du bist doch aus Kalifornien. Sie hat den Bruder meines Vaters geheiratet, nicht ihren eigenen. Trotzdem vermisse ich sie nicht. Und was ist mit deinen Freunden? Tuck dachte eine Sekunde nach. Seit seiner letzten Begegnung mit Jake Sky hatte sich einiges in seinem Leben verändert. In gewisser Weise hatte er begonnen Verantwortung zu übernehmen. Er arbeitete auf eigene Faust, ohne Netz und doppelten Boden. Manchmal hätte er Jake gerne davon erzählt. Ja, meine Freunde vermisse ich manchmal. Ich auch, Tucker. Ich möchte dein Freund sein. Du hast Sebastian. Ja, das stimmt. Ich habe ihn, oder? Schweigend gingen sie weiter, bis sie zum Dorf kamen, das gänzlich verlassen da lag, wenn man von ein paar Hunden und viel zu vielen Hähnen absah. Wo sind die alle? Tuck rief sich in Erinnerung, dass er sich nicht anmarken lassen durfte, wie vertraut er mit all dem hier war. Wohnen hier die Eingeborenen? Sie sind alle am Strand. Heute ist der Tag der Jagd. Der Jagd? Du wirst schon sehen. Es ist eine Überraschung. Als sie am Jungmännerhaus vorbeikamen, linste Tag kurz durch die Tür. Er sah jemand im Innern des Hauses schlafen. Beth ging voraus auf den Weg zum Strand und Tucker schaute noch einmal zurück. Seppi stand am Eingang und trug nichts weiter als einen Verband um ihre Rippen. Sie winkte und Tag lächelte kurz, bevor er sich wieder abwandte. Sie würden ihn verraten. Beim geringsten Hinweis, dass sie ihn erkannten, war er am Arsch. Die Frauen, Kinder und viele der alten Männer standen in einer Reihe am Strand. Die meisten der Frauen und Kinder hatten Tag noch nie zu Gesicht bekommen. Es mussten etwa 300 Leute sein, die sich hier versammelt hatten. Das einzige vertraute Gesicht war Favo, der alte Mann aus der Trinkrunde, der sich, als er Tag sah, nicht anmerken ließ, dass er ihn kannte. Die jungen Männer waren draußen im Wasser und standen bis zu den Knien in der Brandung auf dem Riff. Es war Ebbe und jeder der Männer hielt einen anderthalb Meter langen Stab, an dessen einem Ende ein Seil fest gebunden war. An Schnüren um die Hüften trugen sie lange Messer. Fischen sie? fragte Tag sah Malink, der zusammen mit vier anderen Männern aus dem Dschungel kam. Jeder von ihnen trug einen großen Kübel. Sie machen diese Kübel aus den Netzbojen der großen Fangschiffe, erklärte Beth Curtis. Das Plastik ist fester als alles, was sie selbst herstellen könnten. Was ist da drin? Tag schaute zu, wie jeder der Männer mit einem Kübel auf dem Kopf hinausschwamm zum auf das Rift zu klettern und nahmen ihm den Kübel ab. Malink blinkte hinaus auf die See und sagte etwas in seiner Muttersprache. Dann drehte er sich zu den Leuten am Strand um, als wollte er sagen fertig. Der Häuptling rief den Männern ein Kommando zu und sie kippten die Blutkübel ins Wasser. Es dauerte nicht lange, bis die Brandung um sie herum scharlachrot ist es heller Wahnsinn. Interessante Wortwahl. Tuck war überrascht, dass niemand von den Inselbewohnern Beth Anwesenheit zu registrieren schien oder deswegen einen großen Aufstand machte. Warum machen sie kein Riesentam Tamm deinetwegen? Das ist ihnen verboten, wenn ich so angezogen bin wie jetzt. Es ist eine Vorschrift. Manchmal brauche auch ich meine Privatsphäre. Klarer Fall, sagte Tuck. Ungefähr 20 Meter vor dem Riff tauchte eine Flosse auf. Jemand rief etwas und Tuck erkannte Abo an seinem Haarknoten im Stil der alten Krieger. Malink nickte und Abo hechtete ins Wasser und schwamm auf den Hai zu. Er war noch keine zehn Meter weit gekommen, da nahm die Flosse auch schon Kurs auf ihn. Weitere Flossen tauchten auf und auf Malinks Kopfnicken hin sprangen weitere junge Männer mit ihren Stöcken in die Fluten. Scheiße, das ist doch Selbstmord, sagte Tuck und beobachtete, wie der erste Hai Abo attackierte, woraufhin dieser ihm auswich wie ein Stielkämpfer. Du musst dir aufhalten! Tuck konnte sich nicht erinnern, jemals solch eine Panik für ein anderes menschliches Wesen empfunden zu haben. Beth Curtis drückte seinen Arm. Die wissen, was sie tun. Der Hai beschrieb einen Bogen und kam erneut auf Abo zugeschossen. Doch dieses Mal wich der junge Krieger ihm nicht aus. Er rammte dem Hai seinen Stock in den Rachen, als wäre es die Gebissstange eines Zügels, schwang sich auf den Rücken des Hais, schlang das Seil um seine Brust flosse und machte es am anderen Ende des Stocks wieder fest, so, dass er nicht mehr herauskam. Das Wasser um Abo und den Hai, der sich wand und mit den Flossen schlug, schien zu kochen, aber Abo blieb oben, und indem er den Stock zurück zerrte, wie eine Handelstange, hinderte er den Hai am Tauchen und steuerte ihn in das seichte Wasser auf dem Riff, wo die anderen Männer bereits mit gezückten Messern warteten. Unter den Leuten am Strand erhob sich ein Sturm der Begeisterung, als Abo den Hai den Schlechtern überantwortete und die Arme triumphierend hoch riss. Die Männer auf dem Riff schlitzten dem Hai den Bauch auf und schnitten einen großen Klumpen Leber heraus, den sie Abo reichten. Er schlug seine Zähne hinein, biss einen Fetzen heraus und schluckte ihn hinunter, während ihm das Blut Flossen nur so wimmelte. Die rote Wolke dehnte sich aus, während die Haie bluteten und starben und so noch mehr ihre Artgenossen anlockten. Die ausgeweideten Haie wurden an den Strand gebracht, wo die Frauen mit dem Schlachten weitermachten und den Kindern Stücke von rohem Fleisch gaben oder dreieckige Zähne aus den Gebissen herausbrachen, um sie kleinen Jungen als Trophäen zu schenken. Einer der Männer schaffte es sogar, sich einem riesigen Hammerhai auf den Rücken zu stellen, während er ihn zum Riff steuerte und er hätte sich beinahe an der Rückenflosse kastriert, als er umfiel, aber der Hai schaffte es nicht zu entkommen und starb auf dem Riff wie die anderen. Es dauerte eine halbe Stunde und die Haifischjagd war vorüber. Über einen Kilometer in alle Richtungen war das Meer rot vom Blut und der Strand war übersät mit mehr als hundert toten Haien. Schwarzspitzenhaie, Weißspitzenhaie, Hammerhaie, Blauhaie und Magos. Einige der tödlichsten Meereskreaturen waren aus dem Meer gefischt worden, wie ein Netz voller Guppis im Aquarium. Und keiner der Haifischmenschen war dabei verletzt worden. Obwohl tagfest stellte, dass einige an den Innenseiten ihrer Schenkel bluteten, wo sie sich während ihres Ritts die Beine an der rauen Haut der Haie aufgeschürft hatten. Die Haifischmenschen waren völlig extatisch und es gab keinen, der nicht blut überströmt gewesen wäre. Tuck konnte es einfach nicht fassen. Solchen Mut und ein solches Gemetzel hatte er noch nie gesehen. Es lief ihm kalt den Rücken hinunter, wenn er daran Malink kam den Strand herauf und zog einen Leopardenhai an den Kiemen hinter sich her. Von seinem Budderbauch troff Blut. Er blickte zu Tage auf und riskierte ein Lächeln. Das ist der Häuptling, sagte Beth Curtis. Er ist eigentlich zu alt für die Jagd, aber er weigert sich am Strand zu bleiben. Kommt es vor, dass die Haie einen von innen erwischen? Manchmal, gewöhnlich aber nur Bisswunden. Es ist noch niemand umgekommen, seit ich auf der Insel bin. Jedenfalls nicht bei der Haifischjagd, dachte Tuck. Ein junges Mädchen, das seiner Mutter geholfen hatte, linste verlegen über den Kadaver eines mächtigen Hammerheiß und kam dann auf Tucka zugerannt. Sie berührte ihn kurz am Knie, bevor sie sich schnell wieder zu ihrer Mutter zurückzog, wo sie in Sicherheit war. Das ist seltsam, sagte Beth Curtis. Normalerweise gehen die Mädchen und Frauen hier weißen Männern aus dem Weg. Selbst wenn sie zu Sebastian kommen, reden sie mit ihm nur über einen Bruder oder den Ehemann und er spricht ihre Sprache. Tuck erwiderte nichts. Er betrachtete noch immer den Rücken des jungen Mädchens. Sie hatte eine dicke Narbe, die am Brustbein anfing und wie ein aufgemaltes Lächeln unter ihrem Arm hindurch bis zu der Stelle an der Wirbelsäule verlief, wo normalerweise die Niere saß. Tuck war kotzübel. Ich denke, ich habe genug gesehen, Beth. Können wir jetzt gehen? Kannst du kein Blut sehen? So was in der Richtung. Als sie auf dem Rückweg wieder durch das Dorf kamen, bemerkte Tuck eine Frau, die mit einem kleinen Jungen vor einer Kochhütte saß. Die Mutter hielt den Jungen im Arm und sang ihm leise etwas vor, während sie ihn hin und her schaukelte. Der Junge hatte einen Mundverband auf beiden Augen. Tuck ging auf die Frau zu und sie zog das Kind an ihre Brust. Beth Curtis packte Tuck am Arm und versuchte ihn Tuck rief Beth Curtis Lass sie in Ruhe du machst ihr Angst Es ist schon in Ordnung flüsterte Tuck der Frau zu Ich bin der Pilot Vincent hat mich geschickt Die Frau schien sich zu beruhigen und obwohl sie die Augen vor Verwunderung weit aufriss brachte sie ein kleines Lächeln zustande Tuck streckte die Hand aus und berührte den Kopf des Kindes Was fehlt ihn denn Die Frau hielt ihm den Jungen entgegen wie zur Taufe Er ist auserwählt sagte sie und schaute hinüber zur Himmelsgöttin damit sie es bestätigte Tuck richtete sich auf und ging rückwärts von ihr weg Er wagte es nicht Beth anzuschauen aus Furcht er könnte sie auf der Stelle erwirken Stattdessen sagte er ganz ruhig und beiläufig obwohl es auf den Weg vom Dorf zur Siedlung ging er voraus Tacker wird verkauft Die hohe Priesterin schleuderte den Strohhut durch das Zimmer und zerrte dann an dem hoch geknöpften Kragen ihres weißen Kleides sie verlor ihn und das hasste sie mehr als alles andere den Verlust von Kontrolle sie riss ihr Kleid vorne auf und wurstelte sich heraus dann rauschte sie durch das Zimmer das Kleid noch immer an einem Fuß hinter sich her ziehend und holte eine Flasche Wodka aus dem Gefrierfach sie füllte einen Tumbler und trank das Glas zur Hälfte aus während sie die Flasche noch in der Hand hielt dann füllte sie das Glas erneut wobei ihre Schläfen vor Kälte pochten mit dem Glas und der Flasche in der Sebastian hatte die Satellitenschüssel in Gebrauch sie schleuderte die Wodka Flasche in Richtung Bildschirm doch sie verfehlte ihn und krachte gegen das Gehäuse von dem ein Stück Plastik absprang scheiße sie schaltete das Intercom neben ihrem Stuhl ein bastian verdammt ja meine Süße seine Stimme war voll schmieriger Gelassenheit was machst du Arsch ich will Fernsehen ich bin sofort fertig Liebling wir müssen uns unterhalten sie kippte sich einen weiteren Schluck Wodka hinter die Binde das stimmt ich bin gleich da und bring eine Flasche Wodka von dir zu Hause mit wie du wünschst zehn Minuten später betrat der Medizinmann ihren Bungalow ganz das Abbild des patrizischen Arztes erreichte ihr den Wodka und nahm ihr Gegenüber Platz gehst du mir bitte auch einen Liebling hatten wir aber ab heute Nacht haben unsere Probleme ein Ende übrigens wie war dein Spaziergang heute Morgen ich habe Case mitgenommen zur Haifisch Jagd ich dachte das würde ihn davor bewahren dass er den Inselkoller kriegt mal was anderes um die Langeweile zu bekämpfen im Gegensatz dazu ihn zu ficken sie ließ sich nicht die geringste Überraschung anmerken nicht nachdem er eine Falle wie diese ausgelegt hatte nein zusätzlich dazu ihn zu ficken es war ein Fehler die Haifisch Jagd oder das Ficken sie schnaubte vor Wut die Haifisch Jagd das Ficken war prima er hat den Jungen gesehen dessen Horn heute wir geerntet haben na und er ist ausgerastet ich hätte nicht zulassen dürfen dass er die Leute und die Prozedur in Verbindung miteinander bringt aber ich dachte du hast ihn im Griff für ihren Geschmack genoss er die Situation viel zu sehr komm mir nicht auf diese fiesante Tour best was willst du tun ihn ins Hinterzimmer der Klinik einsparen wir brauchen ihn nein ich habe einen neuen Piloten angeheuert einen Japaner ich dachte wir wären uns einig das es hat mit Amerikanern doch nicht funktioniert er fängt heute nacht an wie das du wirst ihn abholen die firma hat mir zugesichert dass er der beste ist und keine fragen stellen wird ich soll ihn abholen wir haben eine herz lungen bestellung du und mr case müsst sie abliefern das kann ich nicht best schön ich kann heute nacht keine vorstellung liefern und eine herz lungen bestellung erledigen ich bin zu sehr durch den wind du brauchst weder das eine noch das andere zu tun liebes wir müssen die operation gar nicht durchführen wir verdienen zwar nicht so gut daran aber wir müssen ja auch nur den spender abliefern und wie soll das mit dem auserwählen funktionieren das hast du schon erledigt du hast es getan als du mit unserem unerschrockenen mr case ins bett gestiegen bist der herzlungenspender ist mr case tack brauchte einen drink er durchsuchte den bungalow in der hoffnung dass jemand irgendwann einmal eine flasche vanillee extrakt oder ein aftershave vergessen hatte das zu einer scheibe mango passte mangos hatte er zwar zur genüge aber es ließ sich nichts aufstöbern das ethylalkohol enthielt es würde noch stunden dauern bis er im schutz der dunkelheit zur trinkrunde fliehen konnte wo er vorhatte sich bis zur unterkante zuzuschütten falls er es überhaupt fertig brachte auch nur einem der haifisch menschen in die augen zu sehen und seinen magen inhalt drin zu behalten tut mir leid kompels ich musste nur was gegen die schuldgefühle tun dass ein kind seine augen verloren hat damit ich mein eigenes Flugzeug bekomme er versuchte sich mit lesen abzulenken aber die unverrückbaren moralischen grundsätze der literarischen spione waren lediglich dazu angetan dass er sich noch schlimmer fühlte das fernsehen war auch keine hilfe irgendein balinesisches puppentheater und ein philippinisches nachrichtenspecial darüber wie klasse es doch war für drei dollar am tag amerikanische halbleiter herzustellen er schlug auf die fernbedienung und schleuderte sie durchs zimmer seine frustration entlud sich in einer salve von flüchen und verwünschungen gefolgt von der aufforderung also gut mr geisterpilot wo zur hölle bist du jetzt in diesem augenblick klopfte es an der tür war nur spaß sagte tucker ich habe nur spaß gemacht tucker kann ich reinkommen fragte beth curtis es ist offen es war immer offen es war kein schloss an der tür als er hereinkam sah er nicht hin aus angst davor dass sie ihn wie das haupt der medusa in stein verwandeln könnte oder zumindest den teil von ihm der vom gewissen unbeleckt blieb sie trat von hinten an ihn heran und begann die muskeln in seinen schultern zu kneten er schaute sich noch immer nicht um und hatte keine ahnung ob sie nackt war oder ein clowns kostüm trug du bist erregt das verstehe ich aber es ist nicht so wie du denkst da gibt's doch wohl nicht viel raum für missverständnisse wirklich nicht was wäre wenn ich dir sagen würde dass der junge von geburt an blind war seine hornhäute waren gesund aber er litt seit seiner geburt an einer atropie der sehnerven da geht's mir gleich viel besser dankeschön das kind hat seine augen nicht gebraucht also haben wir sie ihm rausgerissen er spürte wie sie ihre fingernägel in die muskeln an seinen schultern grub rausgerissen ist kaum der richtige ausdruck dafür es ist eine sehr komplizierte operation bei der man überaus behutsam vorgehen muss und weil wir sie durchgeführt haben ist ein anderes kind in der lage wieder zu sehen diesen aspekt unserer tätigkeit hast du anscheinend bisher ganz außer acht gelassen jedes mal wenn wir eine niere abliefern retten wir auch ein Leben sie hatte recht daran hatte er nicht gedacht ich fliege ja nur das Flugzeug sagte er und nimmst das Geld du könntest den gleichen Job drüben in den Staaten haben du könntest für Life Flight die Organe von Unfallopfern durch die Gegend fliegen und das Resultat wäre das gleiche wenn man davon absieht dass du dort nicht mal so viel verdienen würdest wie du hier an Steuern zahlen müsstest stimmt's nein nicht ganz dachte er drüben in den Staaten konnte er ohne Fluglizenz vielleicht gerade mal einen Drachen fliegen kann gut sein sagte er aber ihr hättet ihr macht und zusehen wie du dir bei 800 Kilometern pro Stunde den Kopf über das kleine blinde Kind zerbrichst nein lieber nicht sie beugte sich vor und küsste ihn sanft auf sein Ohrläppchen ich bin kein ungeheuer Tag ich war auch mal ein kleines Mädchen mit einer Mutter und einem Vater und einer Katze namens Mohrenkopf ich marschiere nicht los und raube kleinen Kindern Er war froh zu sehen dass sie eines ihrer konservativen Donna Reed Kostüme trug Was ist mit dir passiert Beth Wie kam es dass aus dem kleinen Hey Mohrenkopf Mädchen die Menschen mordende Nutten Göttin des Haifischvolks geworden ist Schon im nächsten Moment bereute er dass er das ausgesprochen hatte Nicht weil es nicht wahr gewesen wäre sondern weil er dadurch die Tatsache enthüllt hatte dass er Bescheid wusste er machte sich darauf gefasst dass sie explodieren würde sie ging zur Couch und setzte sich ihm gegenüber dann zog sie die Beine an und rollte sich zusammen legte das Gesicht gegen die Kissen und verdeckte ihre Augen er sagte kein Wort er schaute einfach nur zu wie ihr Körper von lautlosen Schluchzern geschüttelt wurde er hoffte dass es nicht nur Show war er hoffte dass sie so beleidigt war dass sie seine Mordanklage für schiere Übertreibung hielt fünf Minuten vergingen bevor sie den Blick wieder hob ihre Augen waren gerötet und irgendwie hatte sie es geschafft sich Mascara über die eine Wange zu schmieren es ist deine Schuld sagte sie Tuck nickte und versuchte jeden Anflug eines Lächelns zu unterdrücken sie spielte schon wieder eine neue Rolle doch das unschuldige Opfer brachte sie nicht annähernd so gut wie die große Verführungskünstlerin er sagte entschuldige Beth ich war nicht ganz bei Trost dies schien sie zu überraschen und so fiel sie aus der Rolle ganz offensichtlich war er ihr auf den Leim gegangen ganz so wie sie es sich ausgemalt hatte während sie so tat als würde sie es ist deine schuld alles was ich wollte war ein freund nicht ein liebhaber die männer sind alle gleich dann hast du den letzten newsletter noch gar nicht bekommen alle männer sind schweiner die nächste ausgabe heißt wasser ist nass lass dir das nicht entgehen wieder fiel sie aus der Rolle was sagst du du bist vielleicht irgendwann mal ein Opfer gewesen aber das ist jetzt nur noch eine ferne erinnerung die du benutzt um eine erklärung für das zu haben was du jetzt veranstaltest du benutzt männer weil du dazu in der lage bist ich kann mir allerdings nicht vorstellen was in san francisco passiert ist eine frau die aussieht wie du sollte doch in der lage sein sich auf eine leichtere art ans große geld zu ficken der doc muss schwer verlockend auf dich gewirkt haben und du etwa nicht tack hatte das gefühl als hätte ihm jemand eine spritze mit wahrheitsserum verpasst das nun seinen geist erleuchtete allerdings nicht mit offenbarungen und einsichten über beth curtis er selbst war es der plötzlich angeleuchtet wurde klar wird wohl so gewesen sein dass ich eine verlockung war na und hast du auch nur eine sekunde daran gedacht dass du vielleicht als ich festgestellt habe dass du dir beinahe die eier abgerissen hast nein nicht einen moment lang sie knirschte mit den zähnen und was glaubst du wie schwer das war was du dir da aufgeladen hast es ist nicht so dass du mich korrumpiert hättest oder so ich treibe das gleiche spielchen doch schon seit jahren ich kenn dich beth ich bin du 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 gar nichts es war offensichtlich dass sie sich zusammenreißen musste um nicht zu schreien und tak sah wie ihr das blut ins gesicht stieg er ließ nicht locker freud sagt ich bin so wie ich bin weil ich nie lieb gedrückt wurde was hast du für eine entschuldigung versuche nicht so fiesan zu sein ich könnte dich in diesem Augenblick haben wenn ich wollte und gerade so als wollte sie beweisen wie recht sie hatte stellte sie ihre füße auf jeweils eine kante des couch tisches und begann sich ihren rock hoch zu ziehen darunter trug sie ein paar weiße strümpfe und sonst nichts kein interesse sagte tak schon mal da gewesen alles schon gemacht du bist so durchschaubar sagte sie sie kroch über den tisch und streckte sich träge wie eine an den innenseiten seiner schenkel hinaufgleiten ließ als ihre hände seine gürtelschnalle erreicht hatten war ihr gesicht so dicht vor seinem dass sich ihre nasen beinahe berührten tak bemerkte dass ihr atem nach alkohol roch ihre zunge schoss hervor und berührte seine lippen er schaute ihr einfach nur in die augen sie waren blau und kristall klar wie seine eigenen sie in dem er dies erkannte tak dass auch er niemals jemandem etwas vorgemacht hatte jede dame aus mary jeans gefolgschaft jede blondine aus irgendeiner bar jede sekretärin jede stewardess und jedes mädchen aus irgendeinem lebensmittelladen sie alle hatten gewusst was auf sie zukam und sie hatten ihn kommen lassen beth öffnete den reißverschluss seiner hose und nahm ihn in die hand ihre gesichter waren noch immer nur millimeter voneinander entfernt ihre augen aufeinander fixiert dein panzer scheint eine schwach stille zu haben du harter kerl nö sagte tak sie glitt zu boden und nahm ihn in den mund tak unterdrückte ein keuchen er sah zu wie ihr kopf sich auf ihm bewegte um zu vermeiden dass er sie berührte umklammerte er die sessel lehnen so fest dass das weidengeflecht ächzte als würde es bestraft das ist ein ziemlich überzeugendes argument sagte die männliche stimme tak schaute auf und sah winzend auf der couch sitzen und zwar genau auf dem Platz wo vor einer minute noch beth gesessen hatte jesus sagte tak beth stieß ein gedämpftes stöhnen aus und grub ihre fingernägel in sein hinterteil falsch sagte vincent aber spiel bloß nie karten mit dem kerl der flieger rauchte eine zigarette aber tak konnte sie nicht riechen oh mach dir keine sorgen sie kann mich nicht hören und sehen kann sie mich auch nicht aber es macht ja auch nicht den eindruck als würde sie herschauen tak schüttelte nur den Kopf und stieß sich von den armlehnen des Sessels ab beth wertete seine Bewegung als Enthusiasmus und töte einen Augenblick auf um an ihm hoch zu sehen tak begegnete ihrem Blick mit Augen so groß wie golf bälle sie lächelte ihr lippenstift war ein wenig abgenutzt ein speichelfaden troff von ihren lippen genieße es einfach du hast verloren hier ist der Ort wo verlierer gedeihen sie leckte sich die lippen und ging wieder an die arbeit die dame hat zumindest einen standpunkt sagte vincent ich wette drei zu eins dass sie dich dahin kriegt genauso zu denken wie sie was meinst du nein tak wischte den flieger weg und schloss die augen oh doch sagte beth als ob sie in ein mikrofon sprechen würde vincent schnippte seine kippe aus dem fenster ich lenk dich doch nicht etwa ab oder ich wollte nur mal vorbeischauen um der dame verbal ein bisschen unter die arme zu greifen wo sie im augenblick ja nicht für sich selber sprechen kann das hier war der schlimmste fall von rotierendem bett den tag jemals erlebt hatte und dann auch noch in einem sessel sexual höhenangst klar fuhr vincent fort das hier entwickelt sich so langsam zu einer religiösen erfahrung stimmt's man hält sich an das was man kennt richtig wenn du ihr das ruder überlässt brauchst du keine entscheidung zu treffen und dir hinterher nicht die geringsten Sorgen zu machen sorgen frei bis ans ende der welt da hast du mein wort drauf obwohl wenn ich du wäre würde ich ihre geschichte mal überprüfen nur um sicher zu sein vielleicht mal einen blick in den computer vom dog werfen beth arbeitete mit mund und händen als ob sie wasser auf ein feuer in ihrem inneren pumpte das sie mit jeder sekunde mehr verzehrte tack hörte wie sein atem sich zu einem keuchen steigerte und der weidensessel quietschte und ächzte und über den holzboden rutschte er half ihr nun wollte nur dieses feuer löschen und darüber hinaus existierte gar nichts denk darüber nach sagte vincent du wirst schon das richtige tun du schuldest mir was denk dran damit verblasste er und verschwand was soll das heißen fragte tack doch dann stöhnte er bog seinen rücken durch und kam so heftig dass er dachte er würde ohnmächtig werden doch sie machte weiter und weiter bis er die intensität nicht mehr ertrug und sie von sich weg stoßen musste sie landete auf dem boden zu seinen füßen und sah aus wie eine wütende katze du hörst mir sagte sie schwer atmend ihr kostüm war noch bis zur taille hoch geschoben wir sind freunde es kam heraus wie ein befehl aber tak hörte einen unterton der verzweiflung aus all dem keuchen und dem zorn heraus und er spürte ein quillendes zerren in seiner brust einen schmerz wie er ihn noch nie zuvor gefühlt hatte ich kenne dich beth ich bin du sagte er erneut aber jetzt nicht mehr dachte er und sagte ja wir sind freunde sie lächelte wie ein kleines mädchen das ein pony zum geburtstag geschenkt bekommen hatte ich wusste es sagte sie sie stand auf zog sich ihren rock herunter und strich ihn glatt dann beugte sie sich vor und küsste ihn auf eine augenbraue sie sagte ich sehe dich in ein paar stunden wir fliegen um neun los ich muss mich um sebastian kümmern tack zog sich den reißverschluss seiner hose zu und ich für die vorstellung fertig machen fragte er nein diesmal holen wir nur ausrüstung ab tack nickte was war der kleine junge wirklich von geburt an blind aber sicher sagte sie und schaute beleidigt sie war überzeugender als die himmelsgöttin dann kümmere du dich um sebastian sagte tack nachdem sie gegangen war blickte tack zur zimmerdecke und sagte vincent ich kaufe dir deinen scheiß nicht ab wenn du mir helfen willst prima aber wenn nicht dann pfusch mir nicht in meinen kram rein achten sie nicht auf den mann hinter dem computer tack ging ins badezimmer wusch sich das gesicht und kämmte seine haare eingehend betrachtete er sein gesicht im spiegel und suchte glitzern das er in beth curtis augen gesehen hatte er war nicht sie er war nicht so gerissen wie sie aber er war auch nicht so durchgeknallt er krümmte sich zusammen bei der erkenntnis dass er den großteil seines erwachsenen lebens damit verbracht hatte ein idiot zu sein oder ein schlapp schwanz oder manchmal beides zusammen und es war eine ironie von nicht gerade kleinen ausmaßen dass ihm die verkündung dieser wahrheit ausgerechnet im verlauf eines blowjobs widerfahren war vincent was auch immer er sein mochte hatte von anfang an irgendein spiel mit ihm getrieben er hatte lügen und wahrheit vermischt ihm nur geholfen um ihn in den schlamassel zu reiten es gab niemanden der ihm aus der patsche half und wenn er herausfinden wollte was wirklich mit ihm passieren sollte musste er in den computer kommen der beste zeitpunkt um sich in die klinik zu schleichen war genau jetzt am helllichten tag er hatte die wachen den ganzen tag noch nicht gesehen und beth kümmerte sich um sebastian wenn er erwischt wurde würde er einfach sagen dass er sich die wetter vorhersage für den flug heute nacht einholen wollte wenn der doc in der ganzen welt faxe und e-mails herum schicken konnte dann hatte er garantiert auch zugang zu wetter diensten es spielte aber auch keine rolle er glaubte nicht dass es ihm große mühe bereiten würde den doc zu überzeugen dass er einfach nur blöde war sein ganzes leben war er nichts anderes gewesen da musste diese tarnung jetzt einfach funktionieren er schnappte sich papier und bleistift von seinem nachtisch und steckte beides in seine gesäßtasche wenn er schon mal da war konnte er auch gleich versuchen die koordinaten von oginawa heraus zu bekommen wenn er es schaffte sie heimlich in den navigationscomputer einzugeben konnte er unter umständen des militärde zu bringen den jet dort zur landung zu zwingen er hatte nicht den hauch einer chance dort hinzukommen wenn er sich auf seine eigenen navigationskünste verließ er blieb auf dem lanai stehen und warf einen seitenblick auf die unterkunft der wachen um sicher zu gehen dass niemand hinter der tür lauerte und seinen bungalow beobachtete zufrieden ging er zur klinik und drückte vorsichtig die türklinke herunter sie war nicht verschlossen erneut warf er einen prüfenden blick über das gelände sah nichts und blitt durch die tür sogleich schlug ihm der klang von stimmen entgegen die aus dem hinter zimmer drangen männer stimmen die japanisch sprachen auf zehn spitzen schlich er sich zu der tür die zum operations zimmer führte und öffnete sie einen winzigen spalt die tür am anderen ende des raums stand offen und er sah dass sämtliche ninjas um eines der kranken betten herum saßen und karten spielten stripe hatte besuchstag sachte drückte tuck die tür zu und ging zum computer es hatte eine zeit gegeben da war tucks verhältnis zu computern von einer solchen ignoranz geprägt gewesen dass er dachte ein mousepad sei eine damenbinde aus dem disney konzern doch das war bevor er jakes sky getroffen hatte jake hatte ihm gezeigt wie man an wetterkarten und tabellen herankam oder wie man seine routen am dessen hatte tuck auch das gelernt was jake für die wichtigste fähigkeit im umgang mit computern erachtete wie man sich in den kram anderer leute heckte die drei crt monitore waren angeschaltet zwei davon mit grüner schrift auf schwarzem grund der dritte war ein farbbildschirm tuck konzentrierte sich auf den farbmonitor er machte einen freundlicheren eindruck und außerdem vermittelte der bildschirmschoner tuck ein gefühl der vertrautheit es war eine diashow mit delphinen er bewegte die maus und die vertraute windows oberfläche erschien im hinteren zimmer wurde plötzlich gelacht und tuck hätte die maus beinahe über die schreibtisch kante gejagt musste ein gutes blatt gewesen sein er hatte erwartet obskure medizinische programme zu sehen etwas aus dem er niemals schlau werden würde aber so wie es aussah benutzte der doktor das gleiche zeug wie jeder mann in den staaten tuck klickte auf das datenbank icon und das programm fenster breitete sich über den bildschirm aus er öffnete ein file menü es gab nur zwei eins hieß ausrüstung das andere gt gewebetypen er klickte es an es erschien das dialogfeld kennwort eingeben scheiße jake hatte immer gesagt dass die kennwörter die leute benutzen auf der hand liegen wenn man die leute kennt etwas das sie nicht vergessen würden versetz dich an ihre stelle und du kriegst das kennwort raus aber lass nie die möglichkeit außer acht dass es auf einem post-it geschrieben am computer klebt tuck suchte nach post-its die irgendwo herum klebten öffnete dann die schreibtisch schubladen er schob den stuhl zurück und schaute unter dem schreibtisch nach treffer zwei lange zahlen die auf einen streifen klebeband geschrieben waren der am boden einer schublade angebracht war er zog papier und bleistift hervor und schrieb sie ab dann gab er die erste zahl in das kennwort feld ein ungültiges kennwort war die antwort tack tippte die zweite nummer ein ungültiges kennwort suche nach dem was auf der hand liegt tack tippte himmelsgöttin ungültiges kennwort die wachen lachten im anderen zimmer tack tippte vincent ungültiges kennwort doktor ungültiges kennwort es war irgendwas woran der doc denken würde wenn er hier herum saß etwas das ihm durch den kopf ging tack tippte beth ungültiges kennwort beth titten halt es war der doc der dachte er tippte beth brüste der ordner öffnete sich und auf dem bildschirm erschien eine liste von namen auf der linken seite gefolgt von zeilen und spalten voller zahlen und buchstaben all die namen die tack sah waren die von eingeborenen am oberen ende waren die bezeichnungen für die spalten die wohl die gewebetypen und blutgruppen angaben und daneben die überschriften niere leber herz lunge leber hornhaut und pancreas herr gott die herr herr leber herz leber leber und pancreas überzeugten ihn ein für allemal dass keine wohltätigen absichten hinter den plänen der curtis steckten sie waren dabei die haifisch menschen auf dem fleischmarkt zu verhökern bis das dorf menschen leer war tak tippte sepi in das findenfeld ein x stand in jeder der organspalten mit ausnahme von niere dort waren ein e sowie ein datum eingetragen e entfernt es war das datum an dem sie die niere entfernt hatten er tippte party jefferson kein x in irgendeiner kategorie jedoch zwei es unter herz und lunge klar dass die anderen organe nicht markiert waren sie waren den haien gespendet worden und nicht länger verfügbar es gab keinen eintrag unter summers james auch das machte sinn denn wie sollten sie die organe nach japan schaffen ohne er hätte den namen des kleinen blinden jungen er konnte sich nicht die zeit nehmen 300 namen herunter zu scrollen um nach fehlenden hornhäuten zu suchen er tippte case tucker zwei es in den kategorien herz und lunge das datum war das heutige ihr fixer sagte er im hinterzimmer waren schritte zu hören und er stand so rasch auf dass der stuhl zurückrollte und gegen einen akten schrank am anderen ende des büros krachte die datenbank war noch immer auf dem bildschirm tucker streckte den arm aus und drückte auf den einschalt knopf des monitors er erlosch in dem augenblick als mato durch die tür kam was macht ihr typen hier fragte tucker energisch mato blieb stehen er schien verwirrt das rumbrüllen war doch eigentlich seine mato schüttelte den kopf dann macht mal los ich hab mich schon gefragt wo ihr seid mato sah ihn nur an los jetzt rief tack sofort mato schlich sich gerade zur tür wobei ihm ganz offensichtlich nicht wohl beim gedanken war tucker in der klinik allein zu lassen ein anderer wachmann kam ins büro und als mato aufschaute schnappte sich tucker den bleistift und den zettel vom schreibtisch er ließ den bleistift fallen und als er sich hinunter beugte um ihn aufzuheben drückte er auf den powerschalter des computers der computer würde neu starten wenn er wieder angeschaltet wurde und der doktor würde lediglich wissen dass jemand ihn ausgeschaltet hatte niemals würde er verdacht schöpfen dass jemand in der organspender datei herumgeschnüffelt hatte also los jetzt jungs tack schob sich an mato vorbei zur tür des büros hinaus und steckte den zettel im vorbeigehen in seine tasche tack veranstaltete einen ziemlichen aufstand bei den startvorbereitungen für den learjet er verlangte dreimal dass der wachmann mit dem zündschlüssel den jet anließ damit er das flugzeug überprüfen konnte der wachmann kaufte tack sein getue nicht ab und ging kichernd davon tack schaute unter bei dem computer hatte er ja auch glück gehabt jedoch waren der schalter und alle drähte die damit verbunden waren mit einer abdeckung aus stahl versehen einen schweißbrenner konnte er wohl kaum benutzen und offengestanden hatte er auch keine ahnung welcher draht wozu gut war unter umständen war es noch nicht einmal ein einfacher schalter sondern ein relais das zu einem anderen schalter führte es gab keine möglichkeit wenn er keine andere möglichkeit fand die insel zu verlassen würden ihm gegen mitternacht ein paar lungen und ein herz fehlen beth würde mindestens eine wache mitnehmen unter diesen umständen vielleicht sogar zwei und er hatte nicht den geringsten zweifel dass sie ihm in die eier schießen und ihn zwingen würde nach japan zu fliegen es musste einen anderen weg geben mit einem boot zum Beispiel Kimmys boot fuhren diese jungs in solchen kanus nicht tausende von kilometern über den pazifik was konnte der dock schon machen er war so bedacht darauf gewesen die insel abzuriegeln dass die wachen noch nicht einmal ein boot hatten mit dem sie ihn verfolgen konnten tack zog seine shorts an und trug seine flossen und die maske ins bad er knotete die beine seiner Hose am unteren desinfektionsmittel sonnenmilch und ein kurzes küchenmesser er fand ein glas mit zucker in der küche kippte den zucker in den ausguss und füllte das glas mit streichhölzern und pflastern als er es gerade versiegeln wollte sah er den zettel den er im büro der klinik beschrieben hatte aus seiner hosentasche herausschauen und steckte auch ihn noch mit in glas er packte ein paar turnschuhe als oberste lage in seinen hosensack und zog den koppelgürtel so fest zu wie es irgend ging er konnte sich die hosenbeine beim schwimmen um den hals legen ohne dass sie ihn behinderten zwar würde der stoff nass und schwer werden doch bis dahin wäre er längst auf der anderen Seite des Minenfelds in Tags Augen war er schon halb am Ziel sobald er das Minenfeld hinter sich gelassen hatte von da an musste er nichts weiter tun als den alten Kannibalen zu überzeugen dass er ihm sein Kanu überließ und ihm genug Essen und Wasser gab damit er irgendwo hinkam und Kimmy damit er navigierte wo zum Teufel konnten sie hin Jab Guam eins nach dem anderen immer Schritt für Schritt zuerst musste er raus aus der Siedlung er schaute nach wo die Wachen waren als er sich aus dem Fenster lehnte sah er drei nein vier von ihnen beim Hangar er wartete er hatte noch nie versucht seine Schwimmstrecke hinter sich zu bringen solange es noch hell war im Wasser konnten sie ihn selbst von der Rollbahn aus noch sehen er konnte nichts tun als hoffen dass sie in eine andere Richtung schauten die Wachen rollten Fässer in den Hangar wo der Sprit von Hand in den Learjet gepumpt wurde zwei Mann pro Fass macht vier in der Siedlung bingo einer musste im Hangar stehen und sich an der Handpumpe abrackern und Stripe war in der Klinik Showtime Tuck ging ins Bad hob die Falltür warf den Hosensack und sein Schwimmzeug durch die Öffnung und kletterte hinterher sollte ob es besser war unsichtbar zu bleiben oder ob er auf Geschwindigkeit setzen sollte er entschied sich für die Taktik einer neugeborenen Schildkröte zu sehen dass er ins Wasser kam so schnell es eben ging die einzigen Leute die ihn eventuell sehen konnten waren Beth und der Doc und die waren vermutlich gerade dabei ihre Betten zusammen zu rücken und die Aussi und Harriet Haut auf Haut Schweißpatschnummer abzuziehen oder was ihn sonst noch für krankes Zeug in den Sinn kam er hoffte es war schmerzhaft er explodierte förmlich und rannte um sein Leben die Korallensplitter schnitten in seine Fußsohlen und die Farne schlugen gegen seine Gelenke aber er konzentrierte sich nur auf den Strand als er an der Klinik vorbeikam glaubte er am Rande seines Blickfelds eine Bewegung Moses mit dem Unterschied dass er weiß war und langsam und eine einzige Drehung des Kopfes konnte dazu führen dass er aus dem Tritt kam und das Rennen verlor und Junge dieser Strand scheint ein ziemliches Stück weiter weg zu sein wenn man rennt als wenn man sich hinschleicht er wäre beinahe gestolpert als er plötzlich Sand unter den Füßen hatte doch es gelang ihm einigermaßen kontrolliert vorwärts zu taumeln bis er mit dem Gesicht im zehn Zentimeter tiefen Wasser landete das Schildkröten Baby hatte es bis zum Wasser geschafft doch nun lauerten im Meer ganz neue Gefahren auf ihn nicht zuletzt die Tatsache dass er versuchen musste mit einem paar vollgestopfter Kaki Hosen um den Hals zu schwimmen er machte ein paar Züge zog dann seine Flossen an und nahm die Strecke in Angriff Er war stinkwütend und zwar seit dem Moment als er die Stimme des Piloten in der Klinik gehört hatte und er hatte gegen den Nebel den die Schmerzmittel verursachten und den Druck in seinem Kopf angekämpft um ihn zu schnappen Yamata beobachtete wie der Pilot ins Wasser taumelte bevor er versuchte die anderen zu rufen von seinem Rufen kam kaum mehr als ein Grunzen aus einem verdrahteten Kiefer und seine zerschmetterten Nebenhöhlen verhinderten dass allzu viel Ton durch die Nase nach draußen drang seine Waffe war am Quartier der Wachmannschaft seine Kollegen waren im Hangar und sein verhasster Feind machte sich aus dem Staub er beschloss seine Waffe zu holen die anderen würden den Piloten eventuell lebend schnappen wollen Flucht Kimi versuchte den Donner herauf zu beschwören doch er hatte absolut kein Glück eine halbe Stunde hatte er nun schon gesungen und seine Arme geschwungen und trotzdem war kein einziges Wölkchen am Himmel zu sehen du hältst deine Arme nicht richtig sagte Sarah Poole er lag unter einer Palme kaute Betelnuss und übte konstruktive Kritik an dem Seefahrer Sebi lag in der Nähe und schaute zu mach ich doch sagte Kimi ich halte sie genauso wie du vielleicht funktioniert es nicht bei Filipinos es liegt daran dass ich angeschossen bin sagte Kimi wenn ich nicht angeschossen wäre würde ich es hinkriegen Sarah Poole ließ seinen Blick über den Horizont schweifen noch nicht einmal ein Vogel genau daran liegt du bist angeschossen er spuckte einen roten Strahl Betelnuss saft aus und du hältst deine Arme nicht richtig Kimi fing wieder an zu singen und schwang seine Arme hey sagte Sarah Poole was hast du es donnern gehört ich wusste dass ich es schaffe nein sei still jemand ruft nach dir Kimi lauschte es rief ihn wirklich jemand und die rufe kamen näher er humpelte den Strand entlang in die Richtung aus der die Stimme kam und sah Tucker Case der um die Biegung herum rannte hey boss was du machen draußen mitten am Tag der Medizinmann wird sein sauer wie verrückt auf dich Tucker war außer Atem er ist sauer und verrückt ich brauche dein Boot Kimi und ich brauche dich zum navigieren nicht sein Schiff sagte Sarah Poole mein Schiff der Doc bringt mich um wenn ich nicht von der Insel verschwinde kann ich dein Boot haben der alte Kannibale schwieg einen Moment und dachte nach wo du hingehen keine Ahnung Guam Jap irgendwo hin kann ich mitkommen klar ja doch wenn ich dein Boot benutzen darf okay wir fahren los fünf Tage stimmt Kimi Kimi schaute Tag an ist nicht gut zu segeln vor fünf Tage ich muss aber jetzt weg Kimi sofort kann Zeppi mitkommen Zeppi machte überrascht einen Schritt rückwärts du willst mich mitnehmen frauen segeln nicht du kommst mit sagte Kimi okay Boss sagte er zu Tag Tag nickte wie du willst Zeppi geh los und sag mal Link dass ich alle Leute brauche damit sie Kokosnüsse herschaffen viele Kokosnüsse zum trinken ohne die Fasern drumherum außerdem Bananen Mangos Papayas hat es gibt viel Haifisch Fleisch sagte Zeppi ich brauche es jetzt gleich Zeppi geh los und sag mal Link dass Vincent es verlangt Sarah Pool fing an das Gestrüpp das vor dem Segelkanu wucherte abzuhacken und so eine Bahn zum Wasser freizumachen leg Palmblätter auf Boden um Boot drüber zu rutschen sagte er zu Tag Tag begann lange Palmwedel zu sammeln und legte damit eine Bahn aus die bis zum Wasser führte Kimi kannst du mir die Sachen aus meinem Rucksack bringen da sind Sachen dabei die wir gebrauchen könnten was ist mit Roberto ruf ihn aber geh die Sachen holen und das Geld auch okay Boss zehn Minuten später schaute Tag auf und sah Malink der eine Gruppe von Haifisch Menschen durch den Dschungel führte alle trugen Körbe mit Essen und abgeschälten grünen Kokosnüssen du verlässt uns ja Häuptling ich muss weg du nimmst unser Schiff und unseren Seefahrer mit und unsere Liebesdienerin fügte Abo hinzu der hinter Malink stand ich muss weg von hier Malink der Medizinmann und die Himmelsgöttin wollen mich töten aber Vincent dich schicken wie kann sie dich verletzen sie glauben nicht wirklich an Vincent sie benutzen auserwählten herausrückt Malink sie werden bald auch anfangen deine Leute zu töten sie nicht töten die auserwählten auserwählte sind für Vincent nein ich habe es euch schon mal gesagt sie nehmen eure organe raus und verkaufen sie damit sie in andere Menschen reingesteckt werden man nicht kann stecken Niere von einem man in andere man das stand im People Magazine hast du nicht gesehen Demi Moore Melanie Griffith Mariel Hemingway die alle hast du davon nicht gelesen plötzlich fiel es ihm wieder ein und Malink strahlte über das ganze Gesicht Busen Drop genau sagte Tuck woher glaubst du kriegen die diese Busen oh nein doch er spricht Wahrheit sagte Malink zu den Insulanern es war ein People pack das Essen ins Boot er nahm Tuck beiseite du wirst kommen zurück ich werde es versuchen und den Seefahrer wieder mitbringen ich werde es versuchen Malink wirklich du versuchen Ebbe die Mitte des Kanus war vollgepackt mit Kokosnüssen Früchten und Haifisch Fleisch das in Bananenblätter eingewickelt war Kimmy wies die Männer an sich an beiden Seiten des Kanus aufzustellen und es über die Bahn aus Palmblättern ins Wasser zu schieben Tuck hob zunächst Zeppi hinein und stieg dann selbst ein Kimmy stand auf der Ausleger Plattform und war dabei das Segel zu hissen die aussah wie mit Widerhaken besetzt. Tuck packte den alten Mann am Unterarm und zog ihn aus der Brandung hinein in das Kanu. Das Kanu war nun schon fünfzig Meter von der Küste entfernt. Sarah Pool übernahm das lange Ruder am Heck und steuerte auf den Kanal zu, während Kimi auf der Auslegerplattform stand und das Segel bediente. Staunend standen die Haifischmenschen am Strand. Ein Paar winkten. Malink wirkte ein wenig traurig und Abo wurde von Liebeskummer geplagt. »Danke!« rief Tuck über die Wellen hinweg. »Danke, Malink!« »Du wirst zurückkommen!« sagte Malink, und es war keine Frage. Tuck drehte sich um und schaute hinaus auf die See. Dann warf er noch einmal einen Blick zurück zum Strand, wo die Haifischmenschen jetzt zum Abschied ins Wasser warteten. Hinter ihnen erschien ein dunkler Schatten, der aus dem Dschungel trat. Es gab weder einen Warnschuss noch eine Aufforderung stehen zu bleiben. Stripe ging vor bis zum Strand und eröffnete mit seiner Uzi das Feuer. Tuck drückte Seppis Kopf unter den Rand des Dollboards, just als eine Kugelsalve eine splitternde Naht im Holz hinterließ. Kimi schrie auf, und Tuck schaute sich um und sah, wie eine Reihe roter Geysire aus seinem Rücken hervorbrach. Eine Sekunde lang klammerte sich Kimi an eine der Leinen und stürzte dann ins Meer. Ein weiterer Schrei. Diesmal war es Sarah Poole. Das markerschütternde Kreischen eines rasenden Luchses, und der alte Mann ging seitwärts über Bord. Der Geschosshagel hatte aufgehört, und Tuck riskierte es, kurz den Kopf zu heben. Er sah, wie Stripe ein neues Magazin in die Uzi rammte, während er gleichzeitig dem Kanu hinterher wartete. Die Haifischmenschen waren aus dem Wasser in den Dschungel geflohen, oder sie kauerten am Strand, unfähig sich zu bewegen. Wegen dem unverteuten Segel war das Kanu herumgeschwenkt und wurde nun von dem ablaufenden Wasser auf das Riff zugetrieben. Sie würden den Kanal nur um knapp einen Meter verfehlen, aber sie würden ihn verfehlen und auf dem Riff auf Grund laufen. Tuck streckte den Arm aus, um das Steuerruder zu ergreifen, als Stripe einen weiteren Feuerstoß aus der Uzi in seine Richtung schickte. Auf einer Entfernung von hundert Metern war die Streuung ziemlich groß, doch Tuck hörte, wie zwei Kugeln mit einem dumpfen Geräusch seitlich in den Rumpf des Kanus schlugen. Das normalerweise kristallklare Wasser vor der Küste war trübe von Sand und Schlamm, den die Haifischmenschen bei ihrer Flucht aufgewirbelt hatten, und so konnte Stripe den dunklen Umriss nicht sehen, der sich durch das Wasser auf ihn zubewegte. Er stellte seine Uzi auf Halbautomatik und klappte den Schaft aus, um sorgfältig zu zielen. Tuck stand mittlerweile aufrecht und lehnte sich mit aller Kraft gegen das Steuerruder, um das Kanu herumzuziehen und durch den Kanal zu steuern. Der Ausleger schrammte über das Riff, als das Kanu mit der Zeitseite voran auf den Kanal zutrieb. Stripe hatte die Stelle zwischen Tuck's Schulterblättern im Visier. Er hielt den Atem an, ließ ihn heraus und drückte den Abzug. Mit dem Speer voran schoss Sarah Pool aus dem Wasser wie ein rasender Schwertfisch. Die Metallspitze drang unterhalb von Stripes Kinn ein und trat an der Schädeldecke wieder heraus, der fiese Widerhaken behangen mit Knochen- und Hirnmasse. Stripe kippte nach hinten, und im Fallen leerte er sein Magazin in den Himmel. Das Kanu glitt durch den Kanal hinaus auf das offene Meer. Draußen, am Horizont, erschien eine kleine Wolke und sandte einen quecksilbrigen Blitzstrahl ins Meer, dem ein paar Sekunden später Kimmys Donner folgte. Westwärts mit der Fledermaus Der Medizinmann stand am Strand und betrachtete den rücklings am Boden liegenden Körper von Yamata. Der Speer ragte noch immer aus dem Schädel des Wachmanns. »Wie ist das passiert?«, fragte der Medizinmann. Malink schaute auf seine Füße. Der Medizinmann wirkte eher überrascht als zornig. Ein Tag war vergangen, seit Sarah Poole Stripe getötet hatte, und Malink hatte voller Angst darauf gewartet, dass der Medizinmann nach ihm suchen würde. Die anderen Wachen hatten das Dorf auf der Suche nach Tuck auseinandergenommen, und Malink hatte gestanden, dass der Pilot die Insel in einem alten Kanu verlassen hatte. Doch was den Aufenthaltsort des Wachmanns betraf, hatte Malink behauptet, keine Ahnung zu haben. Sarah Poole hatte Recht gehabt. Sie hätten die Leiche einfach über das Riff schleifen sollen, damit die Haie sie auffrasen. Dies war allerdings erst der zweite Vorschlag gewesen, den Sarah Poole die Entsorgung der Leiche betreffend gemacht hatte. »Sieht aus wie ein Unfall«, sagte Malink. »Wie leicht errennen und fallen auf seinen Speer.« »Ich will den Mann, der das getan hat, Malink.« »Er ist tot.« »Der Filipino hat das getan?« Malink nickte. Die anderen Wachen hatten Kimmys Leiche im Dorf gefunden, wo die Haifischmenschen sie für das Begräbnis vorbereitet hatten. »Das glaube ich nicht. Der Filipino ist von vier Kugeln im Rücken getroffen worden. Wer immer das hier getan hat, war sehr stark. Du musst mir jetzt die Wahrheit sagen, oder Vincent wird sehr zornig werden.« Malink hatte keine Angst vor Vincents Groll. Erst jetzt erkannte er, dass sie all den Groll, den sein Volk von Vincent zu spüren bekam, dem Medizinmann und der Himmelsgöttin zu verdanken hatten. Er fürchtete sich vor der Himmelsgöttin. »Der Amerikaner das hier getan hat, bevor er weggefahren in Kanu. Die Wache erschießen Weibsmann und der Amerikaner töten Wache.« »Warum hast du mir das nicht früher erzählt?« »Ich habe Angst. Vincent wird zornig sein.« »Woher hatten sie ein Kanu? Keiner von den Haifischmenschen weiß, wie man ein Kanu baut.« »Es war der Weibsmann. Er wissen wie. Er bauen mit Sarapool.« Der Medizinmann ballte seine Fäuste. »Und Sarapool ist ebenfalls weg.« Malink nickte. »Ihr segeln weg.« »Weißt du, wohin sie fahren?« Malink schüttelte den Kopf. »Nein, Sarapool ist verbander. Wir nicht reden mit ihm.« »Wo ist die Waffe der Wache?« Malink zuckte mit den Achseln. Der Medizinmann drehte ihm den Rücken zu und ging den Strand hinauf. »Sorg dafür, dass deine Leute diesen Mann begraben, Malink, und lasst die anderen Wachen ihn nicht sehen. Und seid bereit. Die Himmelsgöttin wird euch bald besuchen.« Sarapool kroch zwischen einigen Farnsträuchern in der Nähe hervor und stellte sich neben Malink, um dem Medizinmann hinterherzuschauen. »Wir hätten den Kerl hier essen wollen,« sagte er und gab Yamathas Leiche einen Tritt. »Das hier ist ganz schlecht,« sagte Malink. »Er hat meinen Freund getötet.« Sarah Poole versetzte der Leiche einen weiteren Tritt. »Die Himmelsgöttin wird sehr zornig werden.« Malink spürte wieder einmal die Bürde seines Amtes. Der alte Kannibale zuckte mit den Achseln. »Kann ich meinen Speer zurückhaben?« Tuck wusste, dass es eine Möglichkeit gab, die Zeiger einer Uhr in Verbindung mit dem Lauf der Sonne zu benutzen, um seine Position zu bestimmen. Doch da er eine Digitaluhr trug, hätte es ihm auch nichts genutzt, wenn er die Methode gekannt hätte, was aber nicht der Fall war. Er riet einfach, dass Guam in westlicher Richtung lag, und so steuerte er auf die untergehende Sonne zu. Verbrachte die Nacht mit Raten und korrigierte seinen Kurs, indem er dafür sorgte, dass sie bei Sonnenaufgang die Sonne im Rücken hatten. Segeln konnte er. Das war unerlässliches Grundwissen für ein Kind wohlhabender Eltern, das in San Diego aufgewachsen war. Navigation nach den Sternen war ihm jedoch ein völliges Mysterium. Seppi war überhaupt keine Hilfe. Selbst wenn sie irgendetwas wusste, so hatte sie doch kein Wort gesagt, seit Kimi erschossen worden war. Tuck zwang sie, die Milch von zwei grünen Kokosnüssen zu trinken, aber ansonsten lag sie jetzt schon seit 24 Stunden reglos im Bug des Bootes. Tuck schaute nun bereits auf seinen zweiten Sonnenuntergang auf See. Er korrigierte den Kurs und stellte fest, dass sie den größten Teil des Tages vermutlich nordwärts gefahren waren. Wie weit, konnte er nicht einmal raten. Also steuerte er nach Südwesten, bis die Sonne auf dem Wasser lag wie ein glühender Teller, in der Hoffnung auf diese Weise einiges von dem Schaden wieder gut zu machen. Er wünschte sich von ganzem Herzen, dass Seppi zu ihm käme. Er brauchte etwas Schlaf und er brauchte Ablenkung von seinen eigenen Gedanken, den Gedanken an die Himmelsgöttin, an den Medizinmann und an seinen toten Freund Kimi. Der Navigator hatte sich zwar manchmal etwas zickig aufgeführt, aber im Grunde war er in Ordnung gewesen. Tuck, der in relativem Wohlstand aufgewachsen war, konnte sich nicht vorstellen, wie er das Leben ausgehalten hätte, das Kimi hatte führen müssen. Und der Seefahrer hatte niemals aufgegeben. Er hatte Mut bewiesen, im Leben wie im Tod. Und er wäre noch immer am Leben, wenn er Tucker Case nie begegnet wäre. »Verfickte Scheiße«, murmelte Tucker. Er wischte sich mit dem Ärmel über die Augen und blinzelte in die Wellen, die wie Gewehrläufe schimmerten. Im Mast flatterte etwas, und Tuck korrigierte das Ruder, um am Wind zu bleiben. Das Segel blähte sich wieder auf, doch das Flattern ging noch eine Sekunde weiter, bevor es aufhörte. Roberto erwischte die Wandenleine, die am Ausleger festgemacht war, und landete kopfunter herum baumelnd mit Blick auf das Heck des Bootes. Hätte ein Engel in seiner Wandenleine gebaumelt, Tuck hätte nicht glücklicher sein können. »Roberto? Ah«, sagte der Flughund. Er sprach mit seiner eigenen Stimme und nicht mit der von Vincent. Mit philippinischem Akzent statt Manhattan-Slang. Tuck wäre beinahe in hysterisches Gelächter ausgebrochen. Seine Stimmungen schlugen nun so rasch und mit solcher Vehemenz um, dass er von der Angst gepackt wurde, mit seinem Verstand könnte es den Bach runtergehen. »Ohne deine Sonnenbrille habe ich dich gar nicht erkannt!« »Ich nicht mögen Licht«, sagte Roberto. Tuck schaute hinüber zu Seppi, die noch immer im Buch lag. »Schau mal, Seppi, Roberto ist da!« Das Mädchen rührte sich nicht. »Du bist sehr traurig wegen Kimi«, sagte Roberto. »Ja«, erwiderte Tuck. »Ich bin traurig.« »Ja, die sagen, er großer Seefahrer, und du ihm nicht glauben.« Tuck schaute weg. Fledermäuser hatten irgendetwas an sich, das die Scham mit dem Faktor zehn multiplizierte. »Du fährst in die falsche Richtung«, sagte der Flughund. »Fahr dahin«, er deutete mit der Klaue. Der Wind fing sich in seinem Flügel und hätte ihn beinahe um die Leine herumgewirbelt. Er hielt sich mit der anderen Flügelklaue fest und deutete erneut. »Ich meine diese Richtung.« »Du willst mich verscheißern«, sagte Tuck. »Diese Richtung.« »Das ist Norden. Ich fahr nach Guam, nach Westen.« »Das ist Westen. Ich bin auf Guam geboren.« »Du bist ein Flughund.« »Hast du jemals einen Flughund gesehen, der sich verirrt hat?« »Nein, aber ich hab auch noch nie einen sprechenden Flughund gesehen.« »Sehst du?« meinte Roberto, als ob damit alles gesagt wäre. »Diese Richtung.« Wenn alle Beweise vorliegen, man alle Fakten mit allem abgeglichen hat, was man weiß, und man immer noch planlos umherirrt, ist der Punkt erreicht, an dem man sich von seinem Glauben leiden lassen muss. Tuck steuerte in die Richtung, in die Roberto deutete. Nur wenige Minuten später sah er sich Vincent gegenüber, der auf einem Haufen Kokosnüsse in der Mitte des Kanus saß. »Nicht dumm, auf den Flughund zu hören«, sagte Vincent. »Ich dachte, du solltest vielleicht wissen, dass die Haifischmenschen demnächst ein paar Leitern bauen.« »Na, das ist ja mal eine nützliche Information«, erwiderte Tuck. »Das wird sie noch sein«, sagte Vincent und verschwand. »Der neue Pilot wird morgen eingeflogen«, sagte Sebastian Curtis. »Ich habe ihnen gesagt, dass Tucker nicht fliegen wollte und deswegen eliminiert werden musste. Sie waren nicht sehr glücklich darüber, das Herz und die Lunge zu verlieren.« Beth Curtis saß an ihrem Schminktisch und legte das Augenmake-up für ihren Auftritt als Himmelsgöttin auf. Der rote Schal hing über der Rückenlehne ihres Stuhls. »Hast du die Datenbank überprüft? Vielleicht können wir ihnen einen anderen Satzorgane mitgeben. Ich kann den Auserwählten heute Nacht herauspicken und wir halten ihn in der Klinik bis morgen früh fest.« »Der Kunde ist bereits gestorben«, sagte Curtis. »Au, ja, dann muss er wohl wirklich krank gewesen sein«, sagte sie lachend. Es war ein Mädchenlachen, voller Musik. Sebastian liebte ihr Lachen. Er lächelte ihrem Spiegelbild über die Schulter hinweg zu. »Ich bin froh, dass du dir wegen Tucker Case keine Gedanken machst. Ich verstehe es jetzt, Beth. Ich war eifersüchtig.« »Tucker wer? Au, du meinst Tucker Case verstorben auf See?« »Bestian, Liebling.« »Was ich getan habe, habe ich für uns getan. Ich dachte, dass ich ihn dadurch unter Kontrolle halten könnte.« »Schreib es einfach ab, als einen kleinen Fehltritt, dem einem das Leben so beschert. Außerdem, wenn er bis jetzt noch nicht tot ist, wird er es spätestens in zwei Tagen sein.« »Immerhin hat er es über das offene Meer hierher geschafft, durch einen Taifun.« »Und mit einem Navigator. Denk dran, ich habe gesehen, wie er geflogen ist. Er ist tot. Vermutlich sitzt gerade in diesem Augenblick der alte Kannibale über seinen Knochen und nagt das letzte bisschen Fleisch ab.« Sie überprüfte ihren Lippenstift und zwinkerte ihm im Spiegel zu. »Showtime, Liebling.« Malink trottete durch den Dschungel. Seine Schultern schmerzten unter der Last des Proviantkorbs, den er schleppte. Er hatte jeden Tag Essen zu Sarapults Versteck gebracht. Es lag nicht daran, dass er seinen Leuten nicht vertraut hätte, aber er wollte einfach niemanden mit einem solch schwerwiegenden Geheimnis belasten. Die letzten von ihnen, die Sarapult zu Gesicht bekommen hatten, hatten gesehen, wie er am ganzen Körper blutüberströmt, keuchend im Sand gelegen hatte. Malink hatte erzählt, der alte Kannibale sei tot und er hätte seinen Körper den Haien übergeben. Ein Häuptling musste viele Geheimnisse mit sich herumtragen und sein Volk manchmal auch anlügen, um ihm Leid zu ersparen. Nach dem dritten Tag war Malink bereit, den Kannibalen wieder in sein Haus auf der abgelegenen Seite der Insel zurückkehren zu lassen. Die Wachen hatten ihre Suchaktion mittlerweile eingestellt und der Medizinmann hatte aufgehört, Fragen zu stellen. Vielleicht würde ja alles wieder wie früher werden. Aber vielleicht wäre das gar nicht richtig. Obwohl er es eigentlich nicht wollte, glaubte Malink dem Piloten. Die Himmelsgöttin und der Medizinmann würden seinem Volk Leid zufügen. Er war zu alt für all dies. Er war zu alt zu kämpfen. Und wie sollte man gegen Maschinenpistolen kämpfen mit nichts weiter als Speeren und Macheten? Er blieb an einem mächtigen Mahagonibaum stehen und stellte den Proviantkorb ab, um zu verschnaufen. Er sah Rauch, der in dünnen Fäden über die Farne strich, und schaute in die Richtung, aus der er kam. Irgendjemand war dort drüben, verborgen hinter den Blättern einer Taro-Pflanzung, die so groß waren wie Elefantenohren. Etwas raschelte und Malink kauerte sich hin. »Du hast doch nicht etwa Schiss, Knurps!« Malink erkannte die Stimme aus den Tagen seiner Kindheit, und er hatte keine Angst. Aber er wusste auch, dass er das nicht extra sagen musste. »Ich bin kein Knurps mehr. Ich bin jetzt ein alter Mann.« Vincent kam lässig hinter der Taro-Pflanzung hervorgeschlendert. Seine Fliegeruniform und die Bomberjacke sahen haargenau so aus, wie Malink sie in Erinnerung behalten hatte. »Du wirst immer ein Knurps bleiben, Kleiner. Hast du immer noch das Feuerzeug, das ich dir geschenkt hab?« Malink nickte. »Das Sippo war mein Glücksbringer. Ich hätt's mal besser behalten sollen. Ach, scheiß drauf, Schnee von gestern.« Vincent machte eine wegwerfende Handbewegung, eine Zigarette zwischen den Fingern. »Pass auf, ich will, dass ihr ein paar Leitern baut. Du weißt, was eine Leiter ist, richtig?« »Ja«, sagte Malink. »Klar weißt du das, ein schlauer Bursche wie du. Also, was ich von euch will, ist, dass ihr, sagen wir mal, vier Leitern baut, und zwar stabil und leicht. Nehmt am besten Bambus dafür. Schnallst du das, Kleiner?« Malink nickte. Er grinste über beide Ohren. Vincent fuhr fort. »Du quasselst mir glatt das Ohr ab, Kleiner. Also jedenfalls, ich will, dass ihr diese Leitern baut, weil ich nämlich große Pläne mit dir und den Haifischmenschen habe. Riesengroße Pläne, Kleiner. Immenz riesengroße Pläne. Ich rede hier von fundamentalen Oberarschplänen, die ich mit euch habe, klar?« Malink nickte. »Gut, dann baut die Leitern und wartet auf weitere Anweisungen.« Der Flieger schritt rückwärts in die Taro-Pflanzung. »Du hast gesagt, du würdest zurückkommen,« sagte Malink. »Du hast gesagt, du würdest zurückkommen und Cargo mitbringen.« »Du siehst nicht aus, als hätte man dich kurz gehalten, Kleiner. Du hast dein Cargo doch haufenweise gekriegt.« »Du hast gesagt, du würdest zurückkommen.« Vincent hob beide Hände. »Ja, was soll denn der Scheiß? Sind wir hier bei der Post? Komm ja nicht auf die schräge Tour, Kleiner, ich brauch dich.« Der Pilot fing an, sich zu verflüchtigen. Er wurde so durchscheinend wie der Rauch seiner Zigarette. Malink trat einen Schritt vor. »Die Himmelsgöttin wird uns Befehle geben?« »Die Himmelsgöttin hat's vor fünfzig Jahren zerbröselt, Kleiner. Diese Dame, die auf meiner Landebahn mit'm Arsch rumwackelt, ist ne Lusche.« »Lusche?« »Fauler Zauber, das ist sie, Kleiner. Sieht prachtvoll aus und ist im Bett garantiert ne Prachtnummer. Aber sie zockt euch ab.« »Sie ist nicht die Himmelsgöttin?« »Nein. Aber sieh zu, dass sie nicht sauer wird.« Mit diesen Worten löste sich der Pilot gänzlich in nichts auf. Malink lehnte sich an den Mahagonibaum und blickte durch den Blätterbaldachin zum Himmel. Er spürte ein Kribbeln auf der Haut, und sein Atem ging ruhig und frei. Die Schmerzen in seinen Knien hatten sich verflüchtigt. Er fühlte sich leicht und stark und erfüllt. Und jeder Ruf eines Vogels, jedes Rascheln in den Blättern des Waldes oder jedes Krachen einer Welle erschien ihm als Teil eines großen, wundervollen Liedes. »Uft die Kavallerie!« Sie hatten Guam ebenso verfehlt wie Saipan, in der Nacht daran vorbeigesegelt. Des Weiteren sämtliche Inseln der nördlichen Marianengruppe, mangelnde Sicht in Folge Nebels, sowie Johnston Island und sämtliche Schiffe auf hoher See. Kein spezieller Grund, einfach nur so dran vorbeigefahren. Die Sonnenmilch war ihnen am siebten Tag ausgegangen, ihr Trinkvorrat an Kokosnüssen war am vierzehnten Tag zu Ende gewesen. Sie hatten immer noch etwas Haifischfleisch, das getrocknet und geräuchert war, aber ohne Wasser bekam Tag davon nicht einen einzigen Bissen herunter. Und zu trinken hatten sie nun schon seit einem ganzen Tag nichts mehr. Sie waren drei Tage auf See gewesen, bevor Saipan aus ihrem katatonischen Zustand erwacht war. Und nachdem sie einen Tag lang nur geschluchzt und geweint hatte, fing sie an zu reden. »Ich vermisse ihn«, sagte sie. »Er mir zuhören, er mich mögen, auch wenn ich böse zu ihm.« »Ich auch. Ich hab ihn auch manchmal fies behandelt. Er war ein guter Karl, ein guter Freund.« »Er dich lieben sehr viel«, sagte Saipan. Und wieder fing sie an zu weinen. Tag blickte zu Boden und verbarg sein Gesicht, damit sie seine Augen nicht sehen konnte. »Es tut mir leid, Seppi. Ich weiß, dass du ihn geliebt hast. Ich hatte nicht vor, ihn in Gefahr zu bringen. Ich hatte nicht vor, dich in Gefahr zu bringen.« Sie kroch an sein Ende des Kanus und legte sich in seine Arme. Er hielt sie lange fest und wiegte sie, bis sie aufhörte zu weinen. Er sagte, »Du wirst sehen. Es wird schon wieder.« »Kimmy sagen? Eines Tages, er würde mit mir nach Amerika segeln.« »Wirst du mich mitnehmen?« »Sicher. Es wird dir dort gefallen.« »Erzähl mir«, sagte sie. Sie fragte Tuck Löcher in den Bauch über alles, was mit Amerika zu tun hatte, vom Fernsehen bis zu Tampons. Tuck lernte etliches über Männer, wie simpel sie waren und wie einfach zu manipulieren, wie gut eine Frau sich in ihrer Gegenwart fühlte, wenn sie nett zu ihr waren und wie sehr sie eine Frau verletzen konnten, indem sie starben. Das Mitteilen von Dingen, mit denen sie sich auskannten, gab ihnen das Gefühl von Klugheit. Und indem sie abwechselnd die Aufgabe übernahmen, das Boot zu steuern, verliehen sie sich gegenseitig das Gefühl von Sicherheit. Es war leichter, in dieser kleinen Welt an Bord eines Kanus zu leben, als sich der endlosen Leere des Ozeans zu stellen. Seppi ging dazu über, sich an Tucks Brust zu kuscheln, um zu schlafen, während er steuerte. Und zweimal schlief Tuck in ihren Armen ein, und das Boot trieb über Stunden steuerlos dahin. Tuck ließ sich davon nicht irritieren. Er hatte sich damit abgefunden, dass sie sterben würden. Es schien ihm nun so leicht, dass er sich fragte, warum er sich überhaupt so eine Mühe gegeben hatte, dem Tod auf der Insel zu entkommen. Roberto hatte seit der ersten Nacht nicht mehr gesprochen. Er hing an seiner Leine und deutete mit der Klaue seines Flügels in eine bestimmte Richtung, wann immer Tuck ihn anrief. Als Tuck noch Berechnungen anstellte, mutmaßte er, dass sie sich mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von fünf Knoten bewegten. Bei fünf Knoten und 24 Stunden am Tag, mal 14 Tage, so rechnete er sich aus, müssten sie eine Strecke von über 3000 Kilometern zurückgelegt haben. Folglich müssten sie seinen Berechnungen zufolge eigentlich durch die Innenstadt von Sacramento segeln. Doch seine Berechnungen waren keinen Deut besser als seine Navigationsfähigkeiten. Am 15. Tag erhob sich Roberto in die Lüfte und Tuck schaute ihm nach, bis er nichts weiter war als ein Pünktchen am Horizont, bevor er schließlich ganz verschwand. Tuck machte ihm keinen Vorwurf. Er fügte sich in seinen eigenen Tod, aber er wollte nicht zusehen, wie Seppi vor ihm starb. Bei Sonnenuntergang band er das Steuerruder los, nahm Seppi in die Arme und legte sich am Boden des Bootes nieder, um zu warten. Später, irgendwann, er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, aber es war noch immer dunkel, wachte er mit einem heiseren Schrei auf, als ein Röhrchen Mascara vom Himmel auf seine Brust fiel. Seppi richtete sich auf und schnappte sich das Röhrchen, das auf den Boden des Bootes gerollt war. »Um dich hübsch zu machen«, sagte sie, wobei sich ihre Stimme bei dem Wort »hübsch« überschlug. Tuck war zu desorientiert, um zu erkennen, was sie da in der Hand hielt. Er nahm es ihr ab und betrachtete es mit blinzelnden Augen. »Das ist Mascara.« »Roberto«, sagte Seppi. Tuck suchte den Himmel ab, doch er konnte den Flughund nirgendwo sehen. Es wurde allmählich hell. »Du bringst uns Mascara? Wir kommen um vor Durst und du bringst uns Mascara?« »Kimmy ihm beibringen«, sagte Seppi. Tuck hätte nie geglaubt, dass er noch Energie genug für einen Wutausbruch gehabt hätte, doch er kam dessen ungeachtet. »Du«, Seppi legte ihm einen Finger auf die Lippen. »Hör mal«, Tuck horchte. Er hörte nichts. »Was?« »Brandung«. Tuck horchte. Er hörte es. Er hörte außerdem noch etwas anderes. Ein rhythmisches Plätschern im Wasser, das gar nicht weit weg war von ihrem Kanon. Er schaute in die Richtung, aus der das Geräusch kam, und sah, dass sich etwas über die Wasseroberfläche auf sie zubewegte. »Aloa«, tönte es aus der Dunkelheit, und dann tauchte ein weißer Mann mittleren Alters in einem Hochseekajak auf. »Ich bin wohl nicht der Einzige, der gern frühmorgens rausfährt«, sagte er. Während ihrer ersten Nacht im Waikiki Beach Hyatt Regency drückte Seppi die Toilettenspülung 78 Mal und konsumierte Waren aus der Minibar im Wert von 240 Dollar. Fünf Pepsi-Cola und eine Schachtel Schokorosinen. »Man macht hier rein und es geht einfach weg?« »Ja.« »In diese Schüssel?«, sie deutete darauf. »Ja.« »Man macht einfach?« »Ja.« »Und man drückt das Ding hier?« »Ja.« »Und es geht weg?« »Ganz genau.« »Wohin?« »Ins nächste Zimmer.« »Abwasser. Sie hatten sich nicht über Abwässer unterhalten.« »Und die drücken darauf und es geht weg?« »Pass auf, Seppi. Hier drüben ist ein Fernseher. Du drückst da drauf und es wechselt das Bild.« Tuck konnte nicht sicher sein, weil sie nie Sex miteinander gehabt hatten und weil sie ihm erzählt hatte, dass sie einem Mann alles vormachen konnte, aber er hatte fast den Eindruck, als hätte sie in diesem Augenblick einen Orgasmus gehabt. Er rang ihr das Versprechen ab, das Zimmer nicht zu verlassen und ließ sie fröhlich toiletten spülend und Kanäle wechselnd im Zimmer zurück, während er zur Polizei ging. Der wachhabende Beamte am Empfangspult des Polizeireviers von Honolulu begegnete Tucka mit Geduld, Höflichkeit und der angemessenen Aufmerksamkeit, bis zu dem Zeitpunkt, als Tuck sagte, »Hören Sie, ich weiß, ich sehe ein bisschen aus wie durch den Wolf gedreht, aber ich war zwei Wochen lang in einem Kanu auf hoher See.« Bei diesem Satz hob der Sarge und die Hand, um Tucka zu bedeuten, dass nun er an der Reihe war, mitreden. »Sie sind zwei Wochen auf See gewesen?« »Ja, ich bin mit einem Boot hergekommen.« »Also wie lange ist es nun her, seit sich diese angeblichen Morde ereignet haben? Etwa einen Monat, vielleicht auch länger.« »Und Sie sind erst jetzt dazu gekommen, sie anzuzeigen?« »Ich hab's Ihnen doch erklärt. Ich saß auf Alu-Alu-Fest. Ich bin in einem Segelkanu entkommen.« »Dann«, fuhr der Sergeant fort, »ist Alu-Alu keine Straße in Honolulu?« »Nein, es ist eine Insel in Mikronesien.« »Dann kann ich Ihnen leider nicht helfen, Sir. Das liegt außerhalb unseres Zuständigkeitsbereichs.« »Naja, und wer kann mir helfen?« »Versuchen Sie es beim FBI.« Während der Taxifahrt zu den Büros des FBI änderte Tuck seine taktische Marschrichtung. Er würde sich bedeckt halten und erst dann zu seinem Sermon ansetzen, wenn er die erste Hürde an der Frontlinie passiert hatte. Die Empfangsdame war eine zierliche Asiatin von etwa vierzig, deren prononcierte Aussprache man anhörte, dass Englisch nicht ihre Muttersprache war. »Ich bin sicher, dass ich Ihnen helfen kann, wenn Sie mir einfach nur sagen, worum es sich bei dem handelt, das Sie zu Protokoll geben möchten.« »Das kann ich nicht. Ich muss mit einem Agenten reden. Ich fühle mich so lange nicht sicher, solange ich nicht mit einem echten Agenten geredet habe.« Sie machte einen eingeschnappten Eindruck und ihr Tonfall wurde noch förmlicher. »Vielleicht können Sie mir sagen, um welche Art von Verbrechen es sich handelt.« Tuck dachte einen Augenblick nach. Was war es, worum sich das FBI im Fernsehen immer kümmerte. Al Capone, der Ku Klux Klan, Banküberfälle und »Kidnapping«, sagte er. »Es handelt sich um einen Fall von Kidnapping.« »Und wer wurde gekidnappt? Haben Sie bei den örtlichen Polizeibehörden eine Vermisstenanzeige aufgegeben?« Tuck schüttelte den Kopf, doch er gab nicht nach. »Das werde ich nur einem Agenten erzählen.« Die Empfangsdame griff zum Telefon und wählte eine Nummer. Sie drehte sich von Tucker weg und deckte ihren Mund mit der Hand ab, während sie in die Sprechmuschel sprach. Schließlich legte sie auf und meinte, »Es wird gleich ein Agent kommen. Er ist schon auf dem Weg.« »Danke«, sagte Tucker. Ein paar Minuten später ging eine Tür auf und ein dunkelhaariger Kerl, der aussah wie eine bewegliche Schaufensterpuppe aus einer Fensterinstallation bei Brooks Brothers, betrat den Empfangsraum und streckte Tucker die Hand entgegen. »Mr. Case, ich bin Special Agent Tom Myers. Würden Sie bitte in mein Büro mitkommen?« Tuck schüttelte ihm die Hand und folgte ihm durch die Tür und dann einen Flur entlang, vorbei an einer Reihe völlig identischer Büros von dreimal vier Meter Größe mit identischen Metallschreibtischen, auf denen identische Fotos von identischen Familien in identischen Billigrahmen standen. Myers bedeutete Tuck, sich zu setzen und nahm selbst hinter seinem Schreibtisch Platz. »Also, Rose hat mir erzählt, dass Sie einen Fall von Kidnapping melden wollen.« Special Agent Myers knöpfte sich den obersten Knopf seines Hemdes auf. »Dürfen Sie das?« fragte Tuck. »Zwangloser Freitag«, meinte der Special Agent. »Oh«, sagte Tuck. »Ach so, ja, Kidnapping, mehrfacher Mord und Diebstahl, Unverkauf von menschlichen Organen zum Zwecke der Transplantation.« Myers zeigte keinerlei Reaktion. »Reden Sie weiter.« Und Tuck tat, wie ihn geheißen. Er begann mit dem Angebot für den Job auf Alualu und endete mit seiner Ankunft auf Hawaii, wobei er die Tatsache ausließ, dass er mit Mary Jeans Jet eine Bruchlandung gebaut hatte, weswegen ihm die Pilotenlizenz entzogen worden und Anzeige gegen ihn erstattet worden war. Außerdem verlor er kein Wort über Cargo-Kulte, Kannibalen, Transvestiten, Geisterpiloten, sprechende Flughunde und Verletzungen im Genitalbereich. Als er geendet hatte, glaubte er, dass die bereinigte Version eigentlich ziemlich glaubhaft klingen musste. Während der halben Stunde, in der Tuck redete, wechselte Special Agent Myers weder seine Sitzposition noch seinen Gesichtsausdruck. Tuck glaubte allerdings, dass er gesehen hatte, wie er einmal mit den Augen blinzelte. Schließlich lehnte sich Special Agent Myers in seinem Stuhl zurück. Erneute Zwanglosigkeit. Legte die Finger an seine Schläfen und sagte, »Lassen Sie mich etwas fragen.« »Sicher?«, sagte Tuck. »Sind Sie der Tucka-Case, der vor ein paar Monaten besoffen in Seattle einen rosa Jet zu Schrott geflogen hat?« Am liebsten hätte Tucka ihm einen runtergehauen. »Ja, aber das hat mit dieser Angelegenheit nicht das Geringste zu tun.« »Das glaube ich aber doch, Mr. Case. Ich denke, dass das erhebliche Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit einer ohnehin schon unglaubwürdigen Geschichte hat. Ich denke, Sie sollten mein Büro verlassen und zusehen, dass Sie Ordnung in Ihr Leben bringen.« »Was ich Ihnen erzählt habe, ist die Wahrheit«, sagte Tuck, der gegen eine aufkommende Panik ankämpfte und sich alle Mühe gab, ruhig zu bleiben. »Warum sollte ich mir eine solche Geschichte ausdenken? Wie Sie sehr richtig bemerkt haben, habe ich genügend damit zu tun, mein Leben wieder ins Lot zu bringen. Ich bin doch nicht so blöd, mir zu allem anderen auch noch eine Anklage wegen Irreführung der Justiz einzuhandeln. Wenn Sie mich verhaften müssen, dann tun Sie es. Aber tun Sie etwas gegen das, was auf dieser Insel da draußen passiert, oder es werden noch einige mehr Leute sterben.« »Selbst wenn ich Ihre Geschichte glauben würde, was sollte ich Ihrer Ansicht nach tun?« Jetzt riss Tuck endgültig der Geduldswagen. »Special Agent! Heißt das, Sie sind von der Sonderschule mit dem Bus zur Akademie gekarrt worden?« »Ich war Klassenbester.« Empörung kam auf. »Dann handeln Sie entsprechend!« »Was waren Sie, Mr. Case?« Tuck sprang von seinem Stuhl auf und beugte sich über den Schreibtisch. Special Agent Myers rollte in seinem Stuhl zurück. »Ich will, dass Sie sie aufhalten. Ich will verdeckte Aktionen und tödliche Technologie. Ich will Navy Seals und Heckenschützen und Spione und intelligente lasergesteuerte Tarnkappendinger mit allem drum und dran. Ich will eine Strategie der Nadelstiche mit chirurgischer Präzision und Satellitenüberwachung und einen ganzen verkackten Haufen von allem möglichen Tom-Clancy-Brimborium, das Sie auffahren können. Ich will Jack Ryan, James Bond und ein halbes Dutzend Scheißer wie Jean-Claude Van Damme, die durch ihr eigenes Arschloch springen können und einem dabei das Herz rausreißen, ohne dass es aufhört zu schlagen. Verdammt nochmal, Special Agent Myers. Ich will, dass was passiert. Action! Was hier abgeht, ist üble Scheiße. Setzen Sie sich, Mr. Case. Tuck setzte sich. Er hatte sein Pulver verschossen. »Passen Sie auf, ich ergebe mich. Verhaften Sie mich, werfen Sie mich in den Knast und verprügeln Sie mich mit einem Gummischlauch. Machen Sie, was Sie wollen, aber stoppen Sie das, was da unten vorgeht.« Special Agent Myers lächelte. »Ich glaube Ihnen kein einziges Wort von dem, was Sie mir erzählt haben. Aber selbst wenn ich es täte, selbst wenn ich Beweise hätte für das, was Sie behaupten, könnte ich noch immer nichts tun. Das FBI kann nur einschreiten, soweit es sich um Angelegenheiten innerhalb der USA handelt.« »Dann sagen Sie mir jemanden, der für internationale Angelegenheiten zuständig ist.« »Die CIA ist lediglich befasst mit Fragen der nationalen Sicherheit und offengestanden, ich würde mich nicht der Peinlichkeit aussetzen, die anzurufen.« »Dann scheißen Sie doch drauf! Lochen Sie mich ein!« Tuck streckte die Arme aus, um sich Handschellen anlegen zu lassen. »Gehen Sie zurück in Ihr Hotel und ruhen Sie sich aus, Mr. Case. Es liegen keinerlei Anzeigen oder Haftbefehle gegen Sie vor, die eine Verhaftung rechtfertigen würden.« »Es liegt nichts vor?« Tuck fühlte sich wie nach einem Schlag in die Magengrube. »Ich habe es im Computer nachgeprüft, bevor ich Sie hier hereingebeten habe.« Meyers erhob sich. »Ich bringe Sie jetzt hinaus.« Nach einer weiteren Taxifahrt und einer erneuten Kurzfassung seiner Geschichte wurde Tucka auch aus der japanischen Botschaft heraus komplimentiert. Er fand eine Telefonzelle und es dauerte nicht lange, bis sowohl die amerikanische Ärztekammer als auch der methodistische Missionsrat mitten in seinem Anruf aufgelegt hatten. Er fand Seppi, zusammengerollt auf dem Doppelbett ihres Hotelzimmers. Der Fernseher dröhnte im Badezimmer vor sich hin und auf dem Boden lagen drei kleine Flaschen Wodka aus der Minibar. Tuck zog in Erwägung, sich ebenfalls über die Minibar herzumachen, doch als er den Kühlschrank öffnete, griff er zu Grapefood-Saft anstelle von Gin. Sich volllaufen zu lassen, würde ihm diesmal kein Stück weiterhelfen. Und außerdem würde bei dem Tempo, das sie vorlegten, das Bargeld, das er anstelle einer Kreditkarte an der Rezeption hinterlegt hatte, das Geld des Sarah Poole in seinem Rucksack gefunden hatte, gerade mal noch zwei Tage reichen. Er setzte sich auf das Bett und strich Seppi übers Haar. Sie hatte Mascara aufgelegt, während er weg war, und es schwerstens vermasselt. Seltsam. Als sie ins Hotel hereinkam, trug sie eines von Tuckers Hemden, es war das erste Mal, dass sie oben herum etwas trug, und wirkte wie ein kleines Mädchen. Und nun lag sie mit Make-up im Gesicht auf dem Bett und schlief ihren Rausch aus. Tuck hatte das Gefühl, dass es in Amerika für sie beide nicht leicht werden würde. Er küßte sie auf die Stirn, und sie stöhnte und rollte sich herum. »Parfum, morgen«, sagte sie. »Du kaufst mir welches, okay?« »Okay«, sagte Tuck. »Eine Frau, die gut riecht, ist eine Frau, die sich gut fühlt.« Dieser Satz ratterte durch seine Gehirngänge. Er schnappte sich das Telefon und wählte die Nummer der Auskunft. Als die Vermittlung antwortete, sagte er, »Huston, Vorwahl 713.« Währenddessen. Zu Hause auf der Ranch. Mary Jean saß hinter einem Schreibtisch, der ganz und gar aus Rosenquarz mit eingelegtem Goldimitat bestand, und schaute zum Fenster hinaus auf die Skyline von Houston. Ein brauner Dunstschleier hatte sich mittlerweile bis zu ihrem Büro im fünfzigsten Stock erhoben, als Folge der Abgase, die eine Million Automobile in Richtung Stratosphäre pusteten und die sich nun um die Stadt legten wie eine fette, rostrote Katze auf der Suche nach einem Platz für ein Nickerchen. Bei dem Anblick wurde sie sauer wie ein Cowboy in Hosen aus Stacheldraht, aber natürlich auch nicht so sauer, dass sie ihre GM und Exxon Aktien verkauft hätte. Blutschips waren Blutschips und schließlich war es das Ölgeschäft, das den großen Staat Taxes zu dem gemacht hatte, was es war. Die Gegensprechanlage piepte und Mary Jean drückte die Freisprechtaste, allerdings nicht, weil sie die Hände frei haben musste, um zu arbeiten, sondern weil zum einen der Telefonhörer ihre Frisur ruiniert und zum anderen, weil ihre Ohrclips ständig gegen den Hörer klapperten und dabei störende Geräusche produzierten. Es hatte eine Zeit gegeben, vor Prozac, da war Mary Jean ein halbes Jahr lang der festen Überzeugung gewesen, dass das FBI ihr Telefon abhörte. Irgendwann stellte sie dann fest, dass es ihre vierundzwanzigkarätigen Rubinohrringe waren, die gegen den Hörer klapperten. »Ja, Melanie?« »Tacker Case ist am Telefon, Mary Jean. Er ruft schon den ganzen Tag an. Ich habe versucht, ihn abzuwimmeln, aber er sagt, es würden Menschen sterben, wenn sie nicht mit ihm reden.« »Hört er sich besoffen an?« »Nein, Ma'am, er klingt ziemlich ernst.« Mary Jean holte Tiefluft und betrachtete den Monet an der Wand gegenüber. Gekauft für 20 Millionen Dollar, schnöderweise als Kosten für Büroeinrichtung deklariert, per Gutachten auf den doppelten Wert hochgejubelt, einem Museum vermacht und zu diesem Betrag als Stiftung abgeschrieben, ohne dass die Wertsteigerung jemals steuerlich geltend gemacht werden konnte, würde es dort drüben hängen, bis es am Tag ihres Todes ins Museum wandern würde. Außerdem passte es zur Couch. »Stell ihn durch«, sagte sie. »Mary Jean, hier ist Tucker.« »Grade hab ich an dich gedacht.« »Wie geht's dir, süßer?« »Mary Jean, ich bin stocknüchtern und es ist absolut notwendig, dass du mir zuhörst.« »Schieß los, Tucker. Ich hab mehr Ohren als ein Maisfeld im Juni.« »Erstens, ich weiß, dass gegen mich niemals Anklage erhoben wurde und ich mach dir keinen Vorwurf, dass du mich aus dem Weg haben wolltest. Aber im Augenblick kann ich wirklich Hilfe gebrauchen.« Mary Jean wurde bleich. »Kannst du einen Augenblick dranbleiben, mein Lieber?« »Danke.« Sie drückte auf die Haltetaste und dann auf die Gegensprechanlage. »Melanie Liebes, sei so gut und bring mir zwei Valium-5 und ein kleines Glas Saft. Danke.« Ein Klicken und sie hatte wieder Tag am Apparat. »Also, red weiter, Schatzi.« Und Tag redete. Fünfzehn Minuten lang. Als er fertig war, sagte Mary Jean, »Also, das ist wirklich nicht richtig. Das ist einfach furchtbar.« »Ganz genau, das ist es, Mary Jean.« »Zu was können wir nicht zulassen,« sagte sie. »Du gibst jetzt Melanie deine Nummer. Ich sehe, was ich tun kann.« »Mary Jean, ich bin dir wirklich dankbar. Wenn ich irgendjemand anderen wüsste, an den ich mich wenden könnte, dann hätte ich es getan.« »Um damit meine Gefühle zu verletzen? Nein, das würdest du nicht tun.« »Tucker Case, seit vierzig Jahren verkaufe ich die Macht des Wandels und der Veränderung. Also wenn ich nicht an die Macht der Läuterung glauben würde, dann würde ich mich der irreführenden Werbung schuldig machen, oder? Du bleibst, wo du bist und hältst dich gerade, klar? Bis dann.« Sie drückte die Gegensprechanlage. »Melanie, verbinde mich mit Jake's Guy. Danke, Lisa.« Tuck stand am Gate des Ankunftsterminals inmitten einer Gruppe mit Bastrücken und Sorongs bekleideter hawaiianischer Studenten, die mit Blumenkränzen behängt waren, welche sie den Touristen um den Hals legten, die durch den Tunnel aus der 747 kamen. Tuck erspähte Jake's Guy schon bevor er aus dem Tunnel trat. Denn erstens war er einen Kopf größer als die meisten Touristen und zweitens einer der wenigen, die bereits vor ihrer Ankunft hier sonnengebräunt waren. Tuck winkte ihm zu und Jake gab ihm durch ein Kopfnicken zu verstehen, dass er ihn gesehen hatte. Grinsend trat er aus dem Tunnel, die Hand ausgestreckt zur Begrüßung. Tuck lächelte und verpasste ihm einen Schwinger am Kinn, sodass Jake in eine Gruppe von Pseudo-Hula-Mädchen geschleudert wurde. Er entschuldigte sich bei den Mädchen und rieb sich das Kinn, als er sich wieder an Tuck wandte. »Ach, sind wir jetzt quitt?« »Glaub schon«, sagte Tucker. Er wusste, dass sich Jake nie bei ihm dafür entschuldigt hätte, ihn für Geld aus dem Weg geräumt zu haben. Jake reihte sich neben Tuck ein und gemeinsam schritten sie durch den Terminal. »Den Schlag hab ich gar nicht kommen sehen. Ach, du hast dich verändert, Kumpel.« »Kann schon sein«, sagte Tuck. »Danke, dass du gekommen bist.« »Ich bin nur hier, um dich nach Hause zu bringen.« Jake zückte zwei Umschläge mit Flugtickets aus seiner Brusttasche. »Mary Jean sagt, du kannst deine neue Freundin mitbringen.« »Ich werde nicht nach Hause fliegen, Jake.« »Wirst du nicht?« »Nein, ich brauch deine Hilfe, aber ich werde nicht zurückfliegen nach Houston.« »Es gibt eine Zwischenlandung in San Francisco. Da kannst du auch aussteigen.« »Nein, es gibt ein paar Dinge, die ich erledigen muss.« »Spendier mir einen Drink.« Jake bog ab und betrat eine Freiluft-Cocktailbar, in der sich, umrahmt von einer Fülle von Orchideen, ein sieben Meter hoher Wasserfall auf schwarze Lavabrocken ergoß. »Einfach cool, dieser Flughafen«, sagte Jake und zog sich einen Hocker an die Bar. »Hast du je daran gedacht, wie es wäre, in den Tropen zu leben?« Tuck wirbelte auf seinem Hocker herum und Jake hob die Hände als Zeichen der Kapitulation. »War nur ein Witz. Also gut, worum geht's?« Diesmal erzählte Tuck die Geschichte, ohne bestimmte Details auszulassen, und man musste es Jake zugutehalten, dass er Tuck am Ende nicht für verrückt erklärte. »Also schön. Und was willst du jetzt machen?« »Na ja, zuerst dachte ich, könntest du dich in den Computer von diesem Dock reinhacken und die Datenbank löschen. Dadurch würde der ganze Prozess erstmal verlangsamt, weil er ja die Gewebetypen wieder neu feststellen muss.« Jake schüttelte seinen Kopf. »Das ist leider nicht drin, Kumpel, selbst wenn ich wollte.« »Warum nicht? Ich hab doch das Kennwort.« Jake kippte den Rest seines dritten Maitei. »Er hängt an einem Satellitenverbundnetz. Die Verbindung funktioniert nur dann in zwei Richtungen, wenn er das auch will. Da komm ich nicht rein. Darüber hinaus hab ich strikte Handlungsparameter. Ich soll herkommen, dich abholen und nach Hause bringen. Punkt.« Tuck zog einen Zettel aus seiner Gesäßtasche und faltete ihn auseinander. »Ich hab das hier. Vielleicht hilft uns das weiter.« Jake schüttelte den Kopf, doch er hielt plötzlich inne, als er die Zahlen sah, die auf dem Zettel standen. »Woher hast du diese Nummern?« »Sie waren an der Unterseite einer Schreibtischschublade in der Klinik von Curtis.« »Das sind keine Computer, Kurt, Tuck. Siehst du die Buchstaben am Ende?« »B-S-I? Weißt du, was das ist?« Tuck schüttelte den Kopf. »Bank, Swiss, Italiano.« »Das sind die Nummern von Bankkonten in der Schweiz.« Jake versuchte, sich den Zettel zu schnappen, doch Tuck zog ihn außerhalb seiner Reichweite. »Bist du bereit, deine Handlungsparameter etwas weiterzufassen?« fragte Tuck. Jake blickte starr auf den Zettel in Tuckshand. »Wie viel?« »Die Hälfte.« Jake kratzte sich seinen Dreitagebart. »Wie viel haben die noch mal pro Niere kassiert?« »Nein halbe Million.« Jake zuckte zusammen. Dann legte er Tuck die Hand auf die Schulter und sagte, »Also, was hat dir in etwa vorgeschwebt, Partner?« »Ich will die Haifischmenschen von der Insel schaffen.« »Wie viele? Dreihundert und ein paar zerquetschte?« »Besockt den Schiff.« »Ich will, dass es schneller über die Bühne geht. Ich will sie ausfliegen.« Jake lächelte. Die Maschinerie war in Gang gesetzt. »Dafür brauchst du einen großen Flieger, eine 747 oder eine L1011. Ist die Landebahn auf der Insel lang genug für ein Vogel von der Größe?« »Können wir was in der Größe an Land ziehen?« »Nicht auf legalem Weg«, sagte Jake. »Der legale Weg ist mir Schnurz. Mir geht's um die Logistik.« Jake erhob sich. »Ich werd das Ding nicht fliegen. Ich besorg dir ein Flugzeug und ich krieg die Hälfte. Abgemacht?« »Ich geb dir eine der beiden Kontonummern, sobald wir den Flieger haben. Es ist dein Risiko, ob Geld drauf ist oder nicht. Wenn ich's nicht schaffe und das Geld ist auf meinem Konto, hast du Pech gehabt.« Jake dachte darüber nach und nickte schließlich. »Damit kann ich leben. Gehen wir mal los und schauen den großen Flugzeugen beim Starten zu.« Tuck war fasziniert von der Art, wie Jakes Verstand funktionierte. Von der Sekunde an, da er akzeptiert hatte, dass sie eine 747 stehlen mussten, wurde eben dies zu einem Problem. Und wenn es um das Lösen von Problemen ging, war Jake Sky einfach unschlagbar. Sie standen auf einem Rundgang, von dem aus man das Rollfeld überblickte und sahen zu, wie die Jumbo-Jets zum Terminal gerollt kamen. »Das Beste daran, eine 747 zu stehlen, ist«, sagte Jake, »dass niemand damit rechnet, dass irgendjemand tatsächlich verrückt genug wäre, so was zu tun.« »Ich dachte, so was passiert andauernd. Im Nahen Osten ist es doch fast schon so was wie ein Sport, oder?« »Das ist Hijacking, nicht Diebstahl. Bei einer Flugzeuganführung muss man sich auch den Piloten krallen.« Jake deutete auf eine Reihe von Flugzeugen, die mit fahrbaren Rampen am Terminal angedockt waren.« »Die Dinger dort drüben, die könntest du gleich vergessen,« sagte er. »Warum?« »Dass sie gerade reingekommen sind und entweder kaum noch Sprit haben oder gerade aufgetankt werden, um wieder zu starten. Und außerdem ist meistens noch die Crew an Bord, wenn man es überhaupt schafft, reinzukommen.« Er deutete auf einige Flugzeuge, die bei den Hangars am anderen Ende des Flughafens geparkt waren. »Das sind die Babys für uns. Sie sind aufgetankt, aber es ist niemand an Bord, weder eine Crew noch Passagiere. Nach Mitternacht geht hier kein Flug mehr ab, außer FedEx. Das ist der Vorteil bei einem Ferienflughafen. Niemand will mitten in der Nacht abfliegen oder ankommen.« Die Flugzeuge standen nicht ganz einen Kilometer entfernt. »Das ist aber ein ziemliches Stück zu laufen. Die sehen uns doch vom Tower aus und rufen das Wachpersonal. Außerdem müssten wir eine Rampe ranfahren, um überhaupt reinzukommen.« »Nein, müssen wir nicht. Es gibt eine Notausstiegsluke für die Piloten im Dach über dem Cockpit.« »Das ist vier Etagen hoch. Und wie kommen wir da rauf?« »Runterkommen«, sagte Jake. »Runter?« »Das Problem besteht darin, die Luke zu entriegeln. Das geht nur von innen.« »Mir ist der Teil mit dem Runter immer noch nicht ganz klar«, sagte Tuck. Was er wusste, war, dass er sich zu irgendeinem Zeitpunkt oben auf einer 747 wiederfinden würde, und Höhen machten ihn nervös. »Darum kümmere ich mich schon«, sagte Jake. Dann schnippte er mit den Fingern, als hätte sich soeben aus der Luft eine Lösung seines Problems materialisiert. »Da hab ich die Lösung doch genau vor mir. Wieso zerbreche ich mir überhaupt den Kopf, wo ich doch mit dem Meister schlechthin zusammenarbeite?« Tuck blickte sich in der Auffassung um, dass Jake von jemand anderem sprach. »Redest du von mir? Ich hab doch keine Ahnung von nix.« »Falsch gedacht, Tuck. Du irrst dich. Für diesen Teil des Plans brauchen wir die Hilfe einer Stewardess. Jetzt komm, wir holen meine Tasche. Ich hab ein paar Extraklamotten, die kannst du anziehen.« »Was ist verkehrt an diesen Sachen?«, fragte Tuck. Er trug noch immer die Kleidung von Sebastian Curtis, die ihm zu groß war und in der Zwischenzeit auch noch ziemlich gelitten hatte. »Als wenn du das fragen müsstest.« Jake brachte eine Stunde damit zu, Flugpläne zu studieren und sich mit den Angestellten an den Schaltern der verschiedenen Fluggesellschaften zu unterhalten. Tuck nutzte die Gelegenheit und rief im Hotel an, um zu hören, wie Sappy zurechtkam. Beim zweiten Klingeln nahm sie ab. »Hallo? Wie viel kostet eine Waschmaschine mit eingebautem Trockner?« »Was?« »MyTech-Waschmaschine mit eingebautem Trockner und Minicorp plus Knitterschutz. Wie viel?« »Keine Ahnung, vielleicht ein Tausender. Bist du in Ordnung?« Sie legte den Hörer hin und er hörte, wie sie dem Fernseher zurief. »Ein Tausender! Ein Tausender, du blöder Armleuchter! Oh nein!« Sie nahm den Hörer wieder auf. »Du falsch! Kostet 11,99, unverbindlicher Richtpreis. Du verlieren!« »Du schaust, der Preis ist heiß?« »Sie schenken einem Sachen, wenn du wissen, wie viel. Sehr schwierig!« »Beraufst du irgendwas?« fragte Tuck. »Ich kann den Zimmerservice von hier aus anrufen und dir was zum Essen raufbringen lassen.« »Parfum und Lippenstift«, sagte Sappy. »Das muss noch warten. Ich bin bald zurück, okay?« »Okay.« »Tuck?« »Was ist, Sappy?« »Was ist eine Waschmaschine mit eingebautem Trockner?« »Das erkläre ich dir später. Ich muss jetzt los.« Sie legte auf, ohne sich zu verabschieden. Offensichtlich erstreckte sich ihre Faszination für Toilettenspülungen und das Fernsehen nicht auf Telefone. Tuck fand Jake, der sich mit dem Mädchen am Schalter von United Airlines unterhielt, die ganz offensichtlich dem Charme des Piloten erlegen war, der aussah, als könnte er ebenso gut in einer Grunge-Band spielen. Als er Tuck sah, verabschiedete sich Jake. »Ich habe ein Flugzeug für uns gefunden. Und ich weiß die Einsatzpläne der Crew. Wir haben einen Zeitkorridor von zehn Minuten, um zu Gate 38 zu kommen, und dort bringst du dann deine Magie zum Einsatz.« Der Plan sah vor, dass sich Tuck eine Stewardess herauspickte, die aus dem Flugzeug kam, sie kennenlernte und überredete, zurück ins Flugzeug zu gehen, wo er die Notausstiegsluke im Cockpit entriegelte, bevor das Flugzeug gereinigt und vom Terminal weggerollt wurde. Sie warteten am Tunnel von Gate 38. Die Passagiere waren schon lange von Bord gegangen, ebenso wie die Piloten. »Denk dran, du hast es auf eine hässliche abgesehen«, sagte Jake. »Ich weiß«, sagte Tuck. Er hatte ein paar Sachen von Jake angezogen, die ihm wenigstens passten, auch wenn er jetzt aussah wie der Gitarrist einer Grunge-Band aus Seattle. »Und alt, wenn sowas zu haben ist.« »Ich weiß«, sagte Tuck. »Du hast es auf eine Frau abgesehen, die noch nicht mal in einer Männerkolonie einen abkriegen würde.« »Ich weiß«, sagte Tuck. »Tu mir einen Gefallen und verzieh dich endlich. Es ist eine Zeit lang her, seit ich es hier zum letzten Mal gemacht habe.« »Das ist doch wie Fahrradfahren, Kumpel.« Die erste Stewardess, die aus dem Tunnel kam, war eine hübsche Blondine Mitte zwanzig. »Durchlassen«, sagte Jake. Als nächstes kam ein Mann und danach eine hochgewachsene Schwarze, die ebenso gut ein entlaufenes Model hätte sein können. »Die machen uns hier fertig«, sagte Jake. »Wie wär's mit dem Karl? Bis jetzt war der noch unsere beste Chance.« »Geh scheißen, Jake«, war ja nun die Idee. Sie warteten fünf weitere Minuten, bis eine müde aussehende Frau in den Fünfzigern aus dem Tunnel kam, die ihre Tasche hinter sich herschleifte. »Halt dich ran, Deckhengst«, sagte Jake und versetzte Tucka einen leichten Stoß. Tuck rempelte zurück, ohne seinen Blick von der Frau abzuwenden. »Ich kann das nicht, Jake.« »Was?« Jake packte Tuck am Handgelenk und tat so, als würde er ihm den Puls fühlen. Tuck riss ich los. »Ich bring's nicht fertig.« »Versuch mich nicht zu verscheißern, Kumpel. Sie geht uns durch die Lappen. Das ist doch dein Ding!« »Nicht mehr, Jake.« »Nicht mehr.« »Dann ist es halt meins, verdammt!« Jake riss sich das Flanellhemd herunter, das er über seinem schwarzen T-Shirt trug, und warf es Tuck zu. »Fahr zurück in dein Hotel und warte auf meinen Anruf. In welchem Zimmer wohnst du?« »Zwölfhundertdreißig.« Jake schob die Armel des T-Shirts hoch, damit seine Bizeps besser zur Geltung kamen, und eilte der mittelalterlichen Stewardess hinterher. Tuck ging nach draußen und stieg in den Zubringerbus des Hyatt Regency. Während der Fahrt zurück zum Hotel ging ihm auf, dass er nicht die geringste Ahnung hatte, wie er jemandem eine Waschmaschine mit eingebautem Trockner erklären sollte, der bis vor zwei Tagen noch nie Schuhe oder ein Hemd getragen hatte. Er beschloss, es mit Magie zu versuchen.« Wie Spione mit der Präzision eines Uhrwerks Malink fand den alten Kannibalen auf einer kleinen Lichtung, als er gerade dabei war, gegen einen jungen Bananenbaum zu pinkeln. »Ich hab dir was zum Essen mitgebracht.« Malink stellte den Korb ab und setzte sich unter einen Baum. Sarah Poole schien sich bei seinem Geschäft ordentlich Zeit zu lassen. »Manchmal ist es schwer«, sagte Malink. »Manchmal geht es überhaupt nicht«, sagte Sarah Poole. »Es tut weh.« Er wurde von einem Schauder gepackt und wandte sich um. Grinsend strich er seinen Tu glatt. »Aber nicht heute«, sagte Sarah Poole. »Er setzte sich neben Malink und zog ein Stück Fisch aus dem Korb.« »Ich habe die Musik letzte Nacht gehört«, sagte Sarah Poole. »Die weiße Schlampe kommt jetzt immer öfter.« Er bot Malink ein Stück von dem Fisch an und der Häuptling nahm es. »In nur zehn Tagen sind drei auserwählt worden. Ich denke, sie werden irgendwann nicht mehr zurückkommen. Vincent sagt, sie ist nicht die Himmelsgüttin. Der Pilot hat gesagt, sie wird uns töten.« »Dann müssen wir kämpfen.« »Mit Messern gegen Gewehre.« »Erinnerst du dich noch an den Krieg?« »Ich erinnere mich. Komm«, er erhob sich und führte Malink durch das Unterholz zu einem hohlen Baumstamm. Er griff hinein und zog ein längliches Bündel heraus, das in eingeölte Haifischhaut eingewickelt war. »Ein Mann muss sich die Kraft seines Feindes einverleiben. Wenn er ihn nicht essen kann, um sich so seine Kraft anzueignen, muss er seiner Waffe nehmen.« Sarah Pool wickelte das Bündel aus und brachte einen antiken japanischen Karabiner aus dem Zweiten Weltkrieg zum Vorschein. Offensichtlich hatte er diesen Platz des Öfteren besucht, denn das Gewehr war bedeckt mit einer dünnen Schicht Fischtran und glänzte wie neu. »Ich habe ihm den Kopf abgeschnitten und mir sein Gewehr genommen.« Malink erinnerte sich an die Vergeltung der Japaner, nachdem einer ihrer Soldaten verschwunden war. »Du hast das getan? Du warst das?« »Es ist lange her«, sagte Sarah Pool. Er fasste wieder in das Bündel und zog drei glänzende Patronen heraus. »Aber ich habe die hier aufgehoben.« »Sie haben Maschinenpistolen«, sagte Malink. »Die Schlampe aber nicht.« Der Anruf kam kurz nach Mitternacht. Tuck hatte geschlafen seit seiner Rückkehr ins Hotel. Er hatte sich Toilettenpapier in die Ohren gesteckt, damit er den Fernseher nicht hörte und Seppi, die auf das Gerät einredete. »Nimm dir ein Taxi zur Luftfahrtsektion am Flughafen«, sagte Jake. »Der Hangar, zu dem du hin musst, hat an der Seite die Aufschrift »Island Adventures«. Tuck kletterte aus dem Bett und schaltete den Fernseher aus. »Hey«, sagte Seppi. Sie saß im Schneidersitz etwa 30 Zentimeter vom Bildschirm entfernt. Tuck ging in die Hocke und nahm ihr Gesicht in beide Hände. »Morgen um sechs nimmst du die Tickets und gehst nach unten. Sag dem Mann an der Rezeption, dass du zum Flughafen möchtest. Der Bus bringt dich dahin.« »Das weiß ich«, sagte sie. »Hör mir einfach zu. Ein großer Mann mit langen Haaren wird dort warten.« »Richtig, Jake«, sagte Seppi. »Das weiß ich.« »Wenn er nicht da ist, geh zu einem der Männer mit den blauen Mützen und sag ihm, dass du Hilfe brauchst, um an Bord deines Flugzeugs zu kommen. Er wird dir helfen. Wenn du in Houston ankommst, gehst du in den Flughafen und rufst diese Nummer an. Sag der Frau, die rangeht, ich hätte dir gesagt, du sollst anrufen. Sie wird dir helfen.« »Und du wirst bald kommen und mich abholen, richtig?« »Ich werde es versuchen.« »Was ist mit Roberto?« Sie hatten den Flughund seit dem Mascara-Bombardement nicht mehr gesehen. »Roberto kommt schon zurecht. Er wird hier leben. Aber ich muss jetzt los.« Er küsste sie auf die Stirn und bevor er sich losreißen konnte, schlang sie die Arme um seinen Hals und küsste ihn so fest auf die Lippen, dass er dachte, sie würden aufspringen. »Du wirst kommen und mich holen.« »Das werde ich.« Er stand auf und ging zur Tür hinaus. Ein paar Sekunden später hörte er Seppi, die ihm durch den Hotelflur hinterherrief. »Hey!« Tuck drehte sich um. »Wieso hast du nicht versucht, mit mir zu schlafen?« »Das werde ich.« »Okay«, sagte sie und ging zurück ins Zimmer. Jake wartete am Island Adventures Hangar. Ein Hughes 500 Helikopter, dessen Türen abmontiert waren, stand auf dem Landeplatz neben dem Hangar. »Ich habe das Ding für eine Stunde gemietet. Wenn ich die Tour vermassle, schulden wir Mary Jean fünf Riesen für die Kaution.« Tuck betrachtete den Helikopter, der auf dem Landeplatz stand, und wirkte wie eine riesige schwarze Libelle. Mit einem Mal überkam ihn ein äußerst schlechtes Gefühl. »Du verlangst doch nicht etwa, dass ich das tue, wovon ich glaube, dass du es von mir verlangst, oder?« »Ich gehe mit der Kufe genau über die Luke. Du steigst einfach nur von einem Flugzeug auf das andere. Völlig problemlos. Es ist garantiert nicht halb so schlimm wie das, was ich durchstehen musste, um die Luke aufzukriegen.« Tuck wollte protestieren, doch Jake ging bereits zum Helikopter. Tuck stieg ein und setzte sich den Kopfhörer auf. Jake bediente die Kippschalter und die Turbine heulte los. Einige Sekunden später begannen sich die Rotorblätter zu drehen. Tuck schaltete das Mikrofon an seinem Kopfhörer ein, damit Jake ihn über den Lärm des Rotors hinweg hören konnte. »Du kommst doch nie im Leben am Tower vorbei.« »Wäre nicht das erste Mal,« sagte Jake. »Ich musste mal einen Jet Ranger wieder beschaffen, den so ein Karl nicht bezahlt hatte.« »Die erteilen dir doch nie die Starterlaubnis.« »Es ist doch kein Betrieb.« »Außerdem, was glaubst du? Meinst du, du bekommst eine Starterlaubnis?« »Captain Midnight's Rock'n'Roll Express ist von jetzt an nicht zu stoppen, Großer.« Jake zog an dem Kombihebel neben seinem Sitz und der Hubschrauber erhob sich in die Luft. Es dauerte nur Sekunden, bis Tuck über Funk das Gekeife des Towers vernahm, der sie davor warnte, ohne Starterlaubnis abzuheben. Jake stieg mit dem Helikopter gerade mal so weit auf, dass er das Dach des Hangars knapp unter sich ließ und flog dann in weitem Bogen um den Flughafen herum. Dann fing er selbst an, hektisch zu quasseln. »Honolulu Tower, hier ist Helikopter One. Ich nähere mich von Westen der Landebahn 2. Ich habe ein Problem mit meinem Heckrotor. Bitte um Erlaubnis nur zu landen.« Der Tower antwortete. »Helikopter One, sind Sie nicht gerade ohne Starterlaubnis gestartet?« »Negativ, Tower, ich komme aus Maui. Bitte um Notlanderlaubnis.« »Natürlich«, dachte Tuck. Bei seinem Bogen hatte Jake die Positionslichter ausgeschaltet gelassen und das Radar unterflogen. Die da oben im Tower hatten keine Ahnung, ob es sich um denselben Helikopter handelte, der gerade eben gestartet war. Jake ließ den Helikopter horizontal um die eigene Achse kreisen, wobei er sich gleichzeitig mit jeder Drehung den Flugzeugen bei den Hangars näherte. Plötzlich stoppte Jake die Drehbewegung für eine Sekunde und nickte in Richtung einer United 747. »Das ist dein Baby. Schnall dich ab und mach dich bereit. Die werden nie vermuten, dass du da drin bist. Steig ein und warte zwei Stunden, bis du dein Taxi in Gang setzt. Ich will nicht, dass sie den Helikopter mit dem Jet in Verbindung bringen. Ach ja, wie willst du eigentlich die Eingeborenen an Bord schaffen?« »Sie haben Leitern,« sagte Tuck. »Hoffe ich wenigstens.« Er hängte seinen Kopfhörer hinter den Sitz und löste seinen Sicherheitsgurt genau in dem Augenblick, als Jake den Hubschrauber wieder rotieren ließ. Tuck konnte sich gerade noch an seinem Sitz festklammern, um zu vermeiden, dass er durch die offene Tür nach draußen geschleudert wurde. Was aussah wie ein außer Kontrolle geratenes Flugobjekt, war eigentlich ein ziemlich elementares Manöver mit dem Namen Pedaldrehung. Doch dieses Wissen trug nicht im geringsten dazu bei, dass sich Tuck wohler fühlte, während er zusah, wie sich das Rollfeld unter ihm drehte. Jake zog den Helikopter gerade noch rechtzeitig hoch, um zu vermeiden, dass sie gegen das Seitenleitwerk der 747 prallten, brachte ihn dann in eine stabile Flugposition und schob sich so an den gigantischen Rumpf des Jumbojets entlang vorwärts. Das Leitwerk würde dem Tower die Sicht verstellen. »Bist du soweit?« rief er. Tuck antwortete mit einem heftigen Kopfschütteln. Er konnte den Spalt der Luke sehen, durch die er einsteigen sollte. Er stieg auf die Kufe. Jake brachte den Helikopter runter, bis die Kufe die Oberseite des Jets berührte. »Jetzt!« Tuck stieg von der Kufe auf das Flugzeug und duckte sich instinktiv, um vor den Rotorblättern des Hubschraubers in Deckung zu gehen. Er schaute zurück zu Jake, zuckte mit den Achseln und rief »War überhaupt nicht schwer? Habe ich doch gesagt!« rief Jake. Er schwenkte mit dem Helikopter zum Himmel hinauf und schwebte zurück zum Starkplatz von Island Adventures. Tuck ging in die Knie, grub seine Finger in die Dichtung um die Luke und zog sie auf. Er sprang in das dunkle Flugzeug, verriegelte die Luke und setzte sich auf den Pilotensitz, um sich mit den Anzeigen und Instrumenten vertraut zu machen. Er schaltete den Navigationscomputer ein, programmierte die Koordinaten von Alu-Alu, die er auswendig kannte, und zog dann einen Zettel aus seiner Tasche, auf dem er die Position seines zweiten Zielorts notiert hatte. Er setzte einen Kopfhörer auf und schaltete den Funk ein. Die Frequenz des Towers von Honolulu war bereits eingestellt und Tuck hörte, wie Jake sich seitens der Flugaufsicht die Gardinenpredigt des Jahrhunderts anhören musste. Doch es wurde mit keinem Wort erwähnt, dass irgendwer auf das Dach eines United Jets gesprungen war. Er hatte gerade den Kopfhörer abgesetzt, um in Ruhe abzuwarten, als er ein kratzendes Geräusch von außerhalb der Luke hörte. Er öffnete sie, und Roberto fiel ihm entgegen. Die Himmelsgöttin war besoffen. In den letzten zehn Tagen hatten sie und der Medizinmann zwei Millionen Dollar gemacht, und sie konnte sich nicht einmal ein paar Schuhe kaufen. Der neue Pilot, Nomura, war ein schwer tätowierter, schweigsamer Mistsack, der Marginalenglisch sprach und sie anschaute, als würde er sie jeden Moment vergewaltigen. Allerdings nicht aus Lust an der Gewalt, sondern nur, um ihr zu zeigen, wo ihr Platz war. Seit seiner Ankunft wurden auch die Ninjas immer unverschämter und machten Witze auf Japanisch, über die sie in heiseres Gelächter verfielen, sobald sie ihnen den Rücken zuwandte. Selbst die Haifischmenschen schienen ihre Furcht vor ihr zu verlieren. Das letzte Mal, als sie erschienen war, hatten sie die Kinder im Dorf gelassen. Und so saß die Himmelsgöttin nun in einem zerrissenen T-Shirt und Jogginghosen vor dem Fernseher und war besoffen. Die Gegensprechanlage piepte, und es war ihr egal. Wenn das Ding nicht mit Batterien funktioniert hätte, hätte sie den Stecker rausgezogen. Stattdessen warf sie es durch die Schiebetür der Veranda, und das Gerät piepte noch zwei Minuten weiter, bevor es verstummte. Das nächste Mal, dass sie das Gerät sah, war, als Sebastian damit in der Tür stand und es in der Hand hielt wie ein Staatsanwalt, der den Geschworenen eine Mordwaffe präsentiert. »Ich nehme an, du findest das komisch.« »Nicht besonders. Wenn's gegen ihren Schell geknallt wäre, dann wär's komisch.« »Wir haben eine Bestellung, Beth. Eine Niere.« »Oh, prima. Ich bin gerade in Topform, um bei einer Operation zu assistieren. Machen wir doch beide Nieren und geben dem Käufer einen Bonus. Was meinst du?« Sie trank ihren Wodka in einem Zug aus. Sebastian ergriff die leere Absolutflasche auf dem Tisch. »Das funktioniert so nicht, Beth. Du kannst in diesem Zustand nicht als Himmelsgöttin auftreten.« Er schien mehr verängstigt als verärgert. »Du hast vollkommen recht, Bastion. Die Göttin hat sich eine Nacht freigenommen.« Sebastian hetzte vor ihr auf und ab und rieb sich dabei das Kinn. »Wir könnten Zeit schinden. Wir könnten dir eine Ladung Sauerstoff und ein paar Amphetamine verpassen und in einer Stunde könntest du so weit sein.« Sie lachte. »Und mir diesen Rausch ruinieren? Ist das keine Lust? Sag ihnen, sie sollen diesmal eine andere Quelle anzapfen.« Er schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass ich das kann. Nomura hat mit ihnen telefoniert. Er hat gesagt, wir könnten in sechs Stunden liefern.« Sie zischte ihn an. »Nomura ist eine verfickte Drecksau. Er hat zu tun, was wir sagen. Das hier ist unser Unternehmen.« »Da bin ich mir nicht mehr so sicher, Beth. Ich möchte ihm wirklich nicht sagen, dass es nicht klappt. Bitte nimm eine Dusche und mach dir einen Kaffee. Ich bin gleich wieder da und bringe die Sauerstoffflasche mit.« »Nein, Bastion«, wimmerte sie. »Ich habe keine Lust, sechs Stunden mit diesem Arschloch im Flugzeug zu sitzen.« »Das wirst du auch nicht müssen, Beth. Sie haben verlangt, dass wir ihn dieses Mal allein losschicken.« Sie richtete sich auf. »Allein? Und wer passte auf ihn auf?« Plötzlich fühlte sie sich stocknüchtern. »Es braucht niemand auf ihn aufzupassen, Beth. Er arbeitet für die. Erinnerst du dich? Du hattest recht. Es war ein Fehler, uns von denen einen Piloten stellen zu lassen.« Eine Stunde und vierzig Minuten, nachdem er durch die Luke eingestiegen war, begann Tuck damit, die 747 in Gang zu setzen. Er hatte zwar noch nie eine so große Maschine geflogen oder irgendeine, die auch nur annähernd so groß gewesen wäre, aber er hatte zwanzig Stunden in einem Flugsimulator in Dallas absolviert und nur zwei Unfälle gebaut. Alle Flugzeuge fliegen sich gleich, sagte er sich und startete das erste Triebwerk. Nachdem dieses einmal auf Touren war, hatte er genügend Saft, um auch die anderen drei zu starten. Er setzte den Kopfhörer auf und schaute zu dem seitlichen Fenster hinaus, um sich zu versichern, dass er genügend Platz hatte, um das Flugzeug umzudrehen und zur Startbahn zu rollen. Sobald er sich in Bewegung setzte, erhob sich ein Wortschwall aus dem Tower, der ihn zunächst aufforderte, sich zu identifizieren und ihm dann die Anweisung gab, stehen zu bleiben. Roberto, der neben Tuck von den Sicherheitsgurten am Sitz des ersten Offiziers herunterhing, bellte zweimal und stieß ein hochfrequentes Kumpel. Du kochst mit Gas, Kumpel, kam es über Funk. Jake war offensichtlich nahe genug, um den Jet sehen zu können. Wo bist du, Jake? Außer Reichweite, Kumpel. Aber danke, dass du meinen Namen über Funk in die Gegend hinaus posaunst. Ich dachte nur, du solltest vielleicht wissen, dass du am Zielort 1700 Meter Startbahn brauchst, um das Ding vom Boden zu kriegen. Und zwar mit Klappen auf bis zum Anschlag. Also spar dir dein Sprit jetzt, solange du welchen hast. Außerdem sagst du denen besser, was du vorhast. Es sei denn, du hast eine Unfallversicherung für das Ding. Tuck schaltete das Mikrofon über den Knopf am Steuerknüppel ein. Honolulu Tower, hier ist United Flight One mit der Bitte um sofortige Starterlaubnis für einen Notstart auf Startbahn 2. Sowas wie Notstarts gibt's überhaupt nicht, sagte der Mann im Kontrollturm. Tuck hörte ihm an, dass er kurz vorm Durchdrehen war. Also gut, Tower, ich starte von Bahn 2 und wenn ihr irgendwas habt, das da auch lang will, dann würde ich sagen, dass ihr sehr wohl einen Notfall habt, oder? Dekal M. Tower war kurz davor zu schreien. Negativ! Starterlaubnis verweigert, United Jet! Kehren Sie zurück zum Terminal, wir haben keinen Flugplan für einen United Flight One! Tower, United Flight One verlangt, dass du ganz ruhig bleibst und dich aufhörst wie ein Profi. Alles freimachen bis 10.000. Ich starte jetzt! Negativ! Negativ! Identifizieren Sie sich! Hier spricht Käpt'n Roberto T. Fruitbat und meldet sich ab, Honolulu Tower! Tuck schaltete das Funkgerät aus, schob die Gashebel nach vorne und beobachtete die Strahldruckanzeigen. Als er sah, dass sie 80 Prozent der maximalen Schubkraft anzeigten, löste er die Fahrgestellbremsen und 80.000 Kilo Flugzeug rollten die Startbahn hinunter und erhoben sich in den Himmel. In 3000 Meter Höhe schwenkte er ein auf Kurs nach Alu-Alu. Die Kampfflugzeuge stießen etwa 160 Kilometer nördlich von Guam zu ihm. Offensichtlich hatte man mittlerweile herausgefunden, dass bei United Airlines kein Käpt'n Fruitbat beschäftigt war. Eine der F-18 kam dicht heran und Tuck winkte ihm zu. Der Pilot signalisierte Tuck, dass er sein Kopfhörer aufsetzen solle. Warum nicht? Tuck vermutete, dass sie über eine ganze Reihe von Frequenzen senden würden. Jo, morgen, ihr Herren, sagte Tuck. United 747, ändern Sie Ihren Kurs und landen Sie auf dem Flughafen von Guam, oder wir zwingen Sie zur Landung. Tuck schaute aus dem Fenster auf die Luft-Luft-Raketen vom Typ Sidewinder, die drohend unter den Tragflächen des Kampfflugzeugs hingen. Und wie genau beabsichtigen Sie das zu tun, Gentleman? Ich wiederhole, ändern Sie Ihren Kurs und landen Sie unverzüglich auf dem Flughafen Guam, oder wir zwingen Sie zur Landung. Das wäre ganz reizend, sagte Tuck. Dann machen Sie mal und zwingen mich und meine 115 Passagiere zur Landung. Tuck ließ den Mikrofonknopf los und wandte sich an Roberto. Okay, du gehst nach hinten und tust so, als wärst du 115 Leute. Wie Tuck sich ausgerechnet hatte, gingen die Kampfflugzeuge auf Abstand, um weitere Instruktionen abzuwarten. Ein amerikanisches Passagierflugzeug würden sie auf keinen Fall ohne ausdrücklichen Befehl abschießen, egal, ob es gestohlen war oder nicht. Er war der festen Überzeugung, dass sein Hauptvorteil darin bestand, dass weder die Flugaufsicht noch United Airlines die Möglichkeit in Betracht zogen, dass jemand in der Lage war, eine 747 zu stehlen. Sowas gab es einfach nicht. Andererseits war es nett, dass sie ihm eine Eskorte mitgaben. Er drückte ein paar Knöpfe und der Navigationscomputer sagte ihm, dass er nur noch eine halbe Stunde von Alualu entfernt war. Er begann mit dem Sinkflug. Er überprüfte die Position der Kampfflugzeuge und drückte den Mikrofonknopf. Hier ist das UFO! Ich rufe die F-18s! Schießen Sie los, United! Hört ihr alle beide zu? Reden Sie! Tuck verfiel in einen fiesen kindlichen Sing-Sang. Nee, 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 ihr kriegt mich nicht! Dann arretierte er den Sprechknopf und ließ eine Version von Fly Me to the Moon vom Stapel, die jenseits aller Tonarten lag. Malink, ich hoffe bloß, du hast diese Leitern gebaut, dachte er. Malink wurde früh am Morgen geweckt, als der Jet des Doktors startete. Er war gerade auf dem Weg zum Strand, um seine morgendliche Verrichtung hinter sich zu bringen, als Vincent ihm erschien. Morgen, Knurps, sagte der Flieger. Malink blieb wie angewurzelt auf dem Pfad stehen und rang nach Luft. Vincent! Ich habe die Leitern gebaut. Gut gemacht, Kleiner, und jetzt ruf alle zusammen. Und wenn ich sage alle, dann meine ich alle. Und sag ihnen, sie sollen zur Landebahn gehen. Nehmt die Leitern mit. Ich schicke euch ein Flugzeug. Malink schüttelte den Kopf. Du schickst Cargo? Vincent lachte. Nein, Kleiner, ich bringe die Haifischmenschen zu ihrem Cargo. Die Leitern braucht ihr, um ins Flugzeug zu kommen. Hab keine Angst. Ruf einfach nur alle zusammen. Die Himmelsgöttin hat drei, die auserwählt wurden. Einer ist gerade erst wieder zurück im Dorf. Vincent schaute betreten zu Boden. Es tut mir leid, Kleiner. Ihr müsst sie hier lassen. Und jetzt geh, du hast nicht viel Zeit. Ich seh dich wieder. Und damit verschwanden. Freihung Beth und Sebastian Curtis waren gerade dabei, das Operationszimmer zu reinigen und die Instrumente zu sterilisieren, als sie den Jet erstmals hörten. Das hört sich an, als wäre es ziemlich tief, sagte Sebastian beiläufig. Dann rauschten die Kampfflugzeuge, die der 747 vorausflogen, über die Insel. Was zum Teufel war das? fragte Beth. Sie ließ eine Schale mit Instrumenten fallen und eilte zur Tür. Vermutlich nur irgendwelche militärischen Übungen, Beth, rief Sebastian ihr nach. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Er war froh, dass ihm jemand beim Saubermachen half und wollte ungern wieder darauf verzichten. Gewöhnlich saß sie zu diesem Zeitpunkt im Flugzeug nach Japan. »Bestian, komm mal her«, rief sie. »Irgendwas ist da los«, Sebastian stopfte das letzte der OP-Tücher in den Wäschesack aus Leinen und eilte nach draußen. Der Lärm von Düsentriebwerken schien aus allen Richtungen zu kommen. Draußen fand er Beth, die auf eine Gruppe von Kokospalmen starrte. Die Wachen standen vor ihrem Quartier und blickten in die gleiche Richtung. »Sieh mal«, Beth deutete nach Norden. »Was? Ich sehe nichts«, und dann sah er, dass sich hinter den Palmen etwas bewegte und eine 747 in einem entschieden zu flachen Winkel auf die Insel zukam. »Sie landet«, sagte Beth. Sebastians Aufmerksamkeit wurde auf etwas gerichtet, das sich am Rande seines Blickfelds abspielte. Er schaute über die Landebahn. Die Haifischmenschen kamen aus dem Dschungel. Und zwar alle. Aus der 747 sah der Flugplatz wesentlich kleiner aus, als er ihn in Erinnerung hatte. Um sicherzugehen, dass die Landebahn ausreichte, wollte Tuck so früh wie möglich aufsetzen. Er fuhr sämtliche Landeklappen aus und überprüfte seine Sinkgeschwindigkeit. Die Haifischmenschen strömten auf das Flugzeug zu. Einige der Männer trugen lange Leitern. In dem Augenblick, als alle 16 Räder den Boden berührten, riss Tuck mit voller Wucht an den Hebeln, um den Schub der Triebwerke umzukehren, was ein lautes Kreischen zur Folge hatte. Gleichzeitig bediente er die Fahrwerksbremse und sah zu, wie die Temperaturanzeiger der Bremsen in den roten Bereich schossen, während der Jet mit 230 Stundenkilometern auf den Ozean am anderen Ende der Landebahn zuschoss. »Hast du dir Leitern gesehen?«, fragte Roberto, und nun war es wieder Vinzenz' Stimme, die aus ihm sprach. »Ich hab's dir gesagt, du verdammte Armleuchter! Ich hab gesagt, sie würden Leitern bauen!« »Du musst mitkommen!«, sagte Malink. Er kauerte am Rande des Dschungels, wo sich der alte Kannibale versteckt hatte. »Vincent sagt, wir müssen alle weg von hier!« Sarah Poole schaute zu, wie der große Jet langsam am Ende der Landebahn umdrehte. »Nein, ich bin zu alt. Mein Zuhause ist hier, und da, wo ihr hingeht, will man mich sowieso nicht.« »Wir wissen nicht, wohin wir gehen.« »Dein Volk hat schon hier nichts mit mir zu tun haben wollen. Warum sollte das an dem neuen Ort anders sein? Ich bleibe hier.« Malink schaute zur Landebahn. »Ich muss jetzt los.« Sarah Poole winkte ihm zum Abschied mit seiner knochigen Hand. »Na los, geh schon.« Malink rannte hinaus auf die unbewaldete Fläche und rief den Männern mit den Leitern Befehle zu. Die Haifischmenschen strömten auf die Landebahn und umringten die 747 wie Termiten ihre Königin. Beth Curtis sah, wie die erste Tür des Jets geöffnet wurde, und erkannte Tuck sofort wieder. Eine lange Leiter wurde gegen das Flugzeug gekippt, und die Haifischmenschen begannen mit dem Aufstieg. »Er will sie von hier wegbringen!«, kreischte sie. Sebastian Curtis stand da wie gelähmt. Beth brüllte die Wachen an. »Haltet sie auf, ihr Idioten!« Auch die Wachen waren bei der Landung des Jets erstarrt. Doch ihr Harpiengeschrei riss sie aus ihrer Erstarrung. Sie sprinteten zu ihrer Unterkunft und kamen Sekunden später mit ihren Uzzis zurück und rannten zum Flugplatz. Kreischend wie eine gefolterte Sirene rannte Beth Curtis ihnen hinterher. Alle sechs Türen der 747 waren nun offen, und die Haifischmenschen ergossen sich über die Leitern. Mütter trugen ihre Kinder, und die kräftigen Männer stützten die Alten. Die Wachen sammelten sich hinter Mato, während dieser versuchte, das Tor aufzuschließen. Er fummelte mit dem Schlüssel im Schloss herum, schaffte es schließlich und zog die Kette zwischen den Sterben des Tores heraus. Beth Curtis erreichte den Zaun und krallte sich an den Maschen wie mit Klauen fest, während sie zusehen musste, wie ihr Vermögen in das Flugzeug drängte. »Schießt schon!«, kreischte sie. »Knallt diesen Hohen so unendlich ab!« Die Wachen hatten keine Ahnung, wen sie meinte, doch den Schießbefehl verstanden sie. Der Erste, der das Tor passierte, nahm Aufstellung und richtete seine Uzi auf eine Gruppe von Eingeborenen, die am Fuß der Leiter darauf warteten, hochklettern zu können. Da war ein fetter Kerl, der aussah, als würde er Befehle geben. Die Wache zielte auf die Mitte seines Rückens. Eine Kugel erwischte den Wachmann in der Brust und riss ihn rückwärts zu Boden. Seine Uzi schepperte über die Landebahn. Die anderen Wachen strömten herbei und schauten sich um, woher der Schuss gekommen war. »Knallt sie alle ab, ihr Feigenwichser!«, schrie Beth Curtis. »Schießt endlich!« Die Wachen duckten sich, um kein zu gutes Ziel abzugeben, während sie den Rand des Dschungels nach verdächtigen Bewegungen absuchten. Plötzlich dröhnte es, und als die Wachen die Köpfe hoben, sahen sie die Kampfflugzeuge im Tiefflug über die Landepiste rauschen. Damit war für sie alles klar. Sie rannten zur Siedlung, um dort in Deckung zu gehen, während Beth Curtis hinter ihnen herbrüllte. Sie rannte zu dem toten Wachmann, hob seine Uzi auf und richtete sie auf die 747. Ein Schuss wurde im Dschungel abgefeuert, und die Kugel prallte vom Beton zu ihren Füßen ab. Sie drehte sich um, richtete die Uzi auf die Bäume und drückte den Abzug. Ein Fauchen erhob sich, das drei Sekunden lang dauerte, währenddessen sie vom Rückschlag der Waffe seitlich herumgerissen wurde, und die Kugeln ein Muster in das Blattwerk des Dschungels frästen, wie ein Pürierstab mit Fernbedienung. Schließlich schaffte sie es, die Waffe herumzureißen und das Flugzeug anzuvisieren, doch das Magazin war leer. Sie schleuderte die Maschinenpistole zu Boden und stand zitternd da, als die letzte Leiter vom Flugzeug weggestoßen und die Türen zugezogen wurden. Inab ins gelobte Land Malink kam zu Tuck herauf auf das Pilotendeck und versuchte den Sicherheitsgurt vom Sitz des Flugoffiziers, um seinen Bauch zu bekommen. In diesem Moment löste Tuck die Fahrwerksbremsen und der Jet rollte los. Die beiden Kampfflugzeuge rauschten über sie hinweg. Der Pilot der einen Maschine warnte Tuck, einen Startversuch zu unternehmen. »Ihr habt mich zur Landung gezwungen,« sprach Tuck in das Mikrofon an seinem Kopfhörer. »Was wollt ihr denn noch alles von mir?« Er schob die Schubkraftregler auf volle Kraft. Die Startbahn war entweder lang genug oder nicht. Das Einzige, was sicher war, war die Tatsache, dass es dann, wenn er es merkte, zu spät sein würde, um anzuhalten. Sie würden im Meer landen oder zum Himmel aufsteigen. Und das war's. Die Startklappen waren für maximalen Auftrieb ausgefahren, wodurch er dreimal so viel Sprit verbrauchte wie bei einem regulären Start. Aber mit diesem Problem konnte er sich immer noch herumschlagen, wenn sie erst mal in der Luft waren. Er sah hinaus auf den Ozean vor ihnen. Dann auf den Tacho. Dann wieder auf den Ozean und wartete darauf, dass der Tacho jenen Punkt erreichte, an dem er die Maschine hochziehen konnte. Sie hatten etwas weniger als die vorgeschriebene Geschwindigkeit drauf, als das Ende der Rollbahn außer Sicht geriet und er das Flugzeug hochzog. Die Räder am Heck der großen Maschine strichen durch das Wasser, als sie sich in die Luft erhob. Tuck hörte etwas, von dem er hoffte, es sei der Jubel, der aus der Passagierkabine drang. Doch es bestand sehr wohl die Möglichkeit, dass sich in diesen Schreien das schiere Entsetzen-Bahn brach. Er war soeben mit 332 Menschen an Bord gestartet, die noch nie in ihrem Leben geflogen waren. Tuck dachte an Seppi, die vor zwei Stunden zu ihrem ersten Flug aufgebrochen war. »Wohin fliegen wir?«, fragte Malink. Er war bemüht, die Fassung zu bewahren, doch als Tuck ihn anschaute, sah er, dass die Augen des Häuptlings so groß waren wie Untertassen. »Zu einem Land namens Costa Rica«, sagte Tuck. »Schon mal davon gehört?« Malink schüttelte den Kopf. »Vincent, sag dir, du sollst uns dort hinbringen.« »Nein, das war eigentlich meine Idee.« »Es gibt viel Cargo in Costa Rica?« »Kann ich nicht sagen, aber das Klima ist angenehm und es gibt kein Auslieferungsabkommen.« »Das ist gut«, sagte Malink, obwohl er auch nicht den Schimmer einer Ahnung hatte, was ein Auslieferungsabkommen war. Tuck bewunderte den alten Häuptling. Er war hier, weil sein Gott es ihm befohlen hatte. Er hatte gerade eine Entscheidung getroffen, die die Geschichte seines ganzen Volkes umkrempeln würde, und die einzige Grundlage seiner Entscheidung war sein Glaube gewesen. Tuck schaltete den Autopiloten ein und kletterte von seinem Sitz. »Ich gehe mal nach hinten und sehe nach, ob alle angeschnallt sind. Fass bitte nichts an.« Wieder weiteten sich Malinksaugen. »Und wer fliegt das Flugzeug?« Tuck zwinkerte ihm zu. »Ich weiß nicht.« Dann drehte er sich um und ging die Treppe hinunter, um nach seinen Passagieren zu sehen. An den Grenzen seiner Leistungsfähigkeit angelangt und nicht gerade wenig verängstigt, schlich sich Sebastian Curtis an seine Frau heran, die einen Tobsuchtsanfall hatte, und verpasste ihr eine Valiuminjektion in den Oberschenkel. Sie drehte sich um und verpasste ihm einen sacken Schlag gegen das Kinn, bevor sie sich allmählich beruhigte. Er packte sie an den Schultern und schob sie rückwärts auf den Bürostuhl vor dem Computer. »Mach dir keine Sorgen«, sagte er. »Numura ist mit dem Learjet auf dem Weg hierher. Bevor auch nur irgendwer herkommt, sind wir schon lange über alle Berge.« »Wie hat er das geschafft?« Ihre Stimme klang kraftlos und sie verschluckte die Endsilben. »Ich weiß nicht. Ich bin erstaunt, dass er überhaupt noch am Leben ist. Aber mach dir keine Sorgen. Wir sind fein raus. Wir haben Geld in Hülle und Fülle. Zwar nicht so viel wie erhofft, aber wenn wir aufpassen...« »Es hat sich gegen mich erhoben«, sagte sie. »Mein Volk«, sie sprach den Satz nicht zu Ende. Sebastian strich ihr übers Haar. Die Tür zur Klinik wurde geöffnet, und Mato kam herein, seine Uzi in der Hand. »Telefon«, sagte er. »Nein«, sagte Sebastian. »Ich habe schon mit Japan telefoniert. Der Learjet ist auf dem Weg, und jetzt möchten wir ungestört sein.« Mato schnippte den Sicherungshebel seiner Uzi zurück und sagte etwas auf Japanisch. Sebastian rührte sich nicht. Mato stieß ihm den Lauf der Waffe in die Rippen. »Telefon«, sagte er. Sebastian ergriff den Hörer, der mit dem Satelliten verbunden war, und reichte ihn weiter. »Raus«, sagte Mato. Sebastian half Beth auf die Beine. »Komm, wir müssen tun, was er sagt.« Beth ließ sich von ihm aufhelfen und deutete dann mit dem Finger auf Mato. »Dein Weihnachtszuschla, kannst du dir abschminken, Ninja Boy? Das war's.« Sebastian zerrte sie durch die Tür und stützte sie auf dem Weg durch die Siedlung zu ihrem Bungalow. Dort angekommen, legte er sie aufs Bett. Ihr die OP-Klamotten auszuziehen, war ähnlich beschwerlich wie bei einer Plüschpuppe. Sie brabbelte die ganze Zeit unzusammenhängendes Zeug, doch sie wehrte sich nicht. Als er aus dem Zimmer gehen wollte, standen zwei der Wachen in der Tür und grinsten. Einer der beiden bedeutete Sebastian zu verschwinden. Der andere starrte gierig auf das Bett. »Nein«, sagte Sebastian. Er trat in die Tür und schob ihre Waffen zur Seite. Synchron wichen die Wachen einen Schritt rückwärts und hoben ihre Uzzis. Sebastian trat ihnen entgegen. Sie machten einen weiteren Schritt zurück. Er war gut 30 Zentimeter größer als die beiden Wachen. »Raus hier«, sagte er und trat einen weiteren Schritt nach vorn. Sie wichen zurück. »Raus! Verschwindet! Oder wollt ihr all eure Finger verlieren?« Er hatte die magischen Worte gefunden. Die Leute, für die diese Wachen arbeiteten, waren berüchtigt dafür, dass sie die Fingerkuppen derjenigen sammelten, die ihnen nicht gehorchten. Die Wachen schauten einander an und gingen dann rückwärts zur Vordertür hinaus ins Freie. Einer der beiden stieß einen japanischen Fluch aus. Curtis sah, wie hinter ihnen Mato aus der Klinik kam. Er marschierte auf Beth Bungalow zu. Er stampfte mit den Füßen auf beim Gehen. Sein Kiefer malte und die Uzi hielt er im Anschlag. Sebastian schloss die Tür, verriegelte sie und rannte ins Schlafzimmer. »Komm, Beth, steh auf! Wir müssen hier raus!« Sie war zwar noch bei Bewusstsein, doch unfähig, ihre Bewegungen zu koordinieren. Er hob sie hoch, hievte sie über die Schulter wie ein Feuerwehrmann und ging durch die Schiebetüren hinaus auf den Lanai und von dort aus über die Treppe zum Strand. Das warme Wasser schien eine belebende Wirkung auf sie zu haben, und er brachte sie dazu, wenigstens mit den Füßen zu paddeln, während sie zusammen um das Minenfeld herumschwammen. Die Kampfflugzeuge drehten nach einer Stunde ab, und die 747 wurde von einer B-52 übernommen, die ihnen nicht von der Seite wich, bis sie in Reichweite der Kampfflugzeuge auf dem amerikanischen Kontinent waren, wo zwei F-16 sich ihnen anschlossen. Wahrscheinlich aus Panama, vermutete Tuck. Was dachten die eigentlich, dass sie damit erreichen konnten? Eine 747 war nicht gerade der Typ Flugzeug, mit dem man irgendwo im Dschungel abtaucht, um sich dann aus dem Staub zu machen. Tuck konnte sich überhaupt kein Flugzeug vorstellen, mit dem man sowas fertig brachte. Jedenfalls hatte er nicht vor, im Dschungel abzutauchen. Ebenso wenig wie im Wasser. Trotz seiner Bedenken würde der Sprit locker bis Costa Rica reichen. Das Flugzeug war bei weitem nicht voll besetzt, und sie hatten kaum Gepäck, Vorräte und Ausrüstung an Bord. Seine einzige Sorge war nun, was mit ihm passieren würde, sobald sie gelandet waren. Es stimmte, Costa Rica hatte kein Auslieferungsabkommen mit den Vereinigten Staaten, aber was er getan hatte, war ein Akt von internationalem Terrorismus. Er wäre vielleicht besser bedient gewesen, wenn er nach Hawaii geflogen wäre und sein Glück mit dem FBI versucht hätte, als zu riskieren, in einem mittelamerikanischen Gefängnis zu verrotten. Dennoch, irgendetwas in seinem Innern sagte ihm, dass er genau hierhin fliegen sollte. Er hatte keine Ahnung, warum er ausgerechnet Costa Rica ausgesucht hatte, aber genauso wenig wusste er, wie er auf die Idee verfallen war, ein Flugzeug zu stehlen und nach Alualu zurückzufliegen. Als er an der Küste mit dem Sinkflug auf den Flughafen Palmar begann, drehte die B-52 nach Norden ab und war bald verschwunden. Das Funkgerät hatte Tuck schon vor Stunden ausgeschaltet, nachdem er es einfach leid gewesen war, sich von den Militärpiloten die immer gleichen Drohungen und Befehle anzuhören. So sehr er es hasste, die Behörden vorzuwarnen, schaltete er das Funkgerät nun doch wieder ein, um dem Tower von Palmar seine Ankunft anzukündigen. Eine Kollision in der Luft wäre noch schlimmer als ein kostarikanisches Gefängnis. Vor allem dann, wenn seiner Seele bei ihrem Ritt in die Hölle dreihundertzweiunddreißig Menschenleben im Nacken saßen. Er funkte den Tower an, setzte dann seinen Kopfhörer ab und lehnte sich zurück, um sich zu entspannen, in der Überzeugung, dass er das Richtige getan hatte. Irgendwie würde er es arrangieren, dass Seppi die Hälfte des Geldes aus den Schweizer Bankkonten erhielt. Er stellte sie sich in einem großen Haus mit einem Schlafzimmer und zweiundsiebzig Badezimmern vor, die jeweils mit einem Fernseher ausgestattet waren. Es würde ihr gut gehen. Malink, der nach unten gegangen war, um seine Leute zu beruhigen, kam die Treppe herauf und setzte sich auf den Sitz des Flugoffiziers. »Wir gehen runter?«, fragte er. »Es wird dir gefallen,« sagte Tuck. »Das Wasser ist genauso wie auf Alu-Alu. Es gibt Strände und Dschungel, genauso wie zu Hause.« Mittlerweile konnten sie die Küste, die sich in der Ferne von Norden nach Süden erstreckte, mit dem Regenwald sehen, der sich von den Stränden hinaufzog bis ins Gebirge. »Diese Insel fiel größer als Alu-Alu.« »Es ist keine Insel.« Tuck fiel plötzlich ein, dass Malink noch nie weitergegangen war als knapp zwei Kilometer, bevor er wieder Kehrt machen musste. »Deinen Leuten wird es hier gut gehen.« »Gibt es hier Haie?« »Jede Menge,« sagte Tuck. Malink nickte. »Meinem Volk wird es gut gehen.« Dann schwieg er für eine Minute, bevor er fragte, »Wirst du mit uns kommen?« »Ich glaube nicht, Häuptling. Ich werde mich mit einer Menge Ärger rumschlagen müssen, sobald wir gelandet sind.« »Aber hat Vincent dir nicht gesagt, dass du das hier tun sollst?« »Irgendwie schon. Warum?« Malink lehnte sich zurück und lächelte selbstzufrieden. »Dir wird es auch gut gehen.« Plötzlich ertönte ein Alarmklingeln im Cockpit und Tuck ließ seinen Blick über die Instrumente wandern, um festzustellen, was nicht stimmte. Das rote Warnlämpchen für Luftkollisionen blinkte und Tuck suchte den Himmel nach einem anderen Flugzeug ab. Als er keines sehen konnte, setzte er den Kopfhörer auf, in der Hoffnung, dass der Tower in Palma ihm vielleicht sagen konnte, was los war. Bevor er noch das Mikrofon einschalten konnte, hörte er jemanden sagen, »Schätzchen, ich will einen Besen fressen, wenn dir der Gestank nicht hinterher wird wie nem Mistwagen im Sommern.« Da war er wieder, der vertraute texanische Sing-Sang, vielleicht der süßeste Klang, der ihm je zu Ohren gekommen war. »Mary Jean«, sagte Tuck. »Wo bist du?« »Wenn du zum Fenster rausschaust, bei elf Uhr.« Tuck blickte nach oben und sah eine brandneue rosa Gulfstream, die parallel zu ihm flog. »Wenn du deinen Kopfhörer aufgehabt hättest, wüsstest du schon seit einer Viertelstunde, dass ich da bin.« »Was machst du hier?« »Jake hat mich aus Hawaii angerufen und mir erzählt, was du vorhattest. Wir haben uns einen kleinen Plan zusammengeschustert. Dieses eine Mal ziehe ich deinen Arsch noch aus dem Feuer, Tucker-Case, aber du bist mir was schuldig.« »Tja, das hab ich doch schon mal gehört.« »Weißt du noch die Adresse der Firma in Houston? Die Nummer?« »Klar.« »Dann stell die als Frequenz ein und ich klär dich über alles auf. Es ziemt sich nicht für eine Lady, ihre Privatangelegenheiten auf der gleichen Frequenz zu diskutieren, die auch der Tower benutzt.« Sie lagen auf dem Boden im Dschungel unweit des Rollfelds, als der Learjet landete. Sebastian ließ Beth im Schatten der Bananenblätter schlafen und kroch zu einer Stelle, von der aus er besser sehen konnte. Der Jet rollte auf das Tor zu und blieb stehen, ohne die Triebwerke auszuschalten. Die Wachen kamen aus den verschiedenen Gebäuden und strömten nun auf das Flugzeug zu. In der Nähe des Tores hatten sie Seesäcke aufgestapelt. »Was ist da los?« Beth kam von hinten angekrochen. Die Wirkung des Valiums ließ mittlerweile offensichtlich nach. »Ich denke, sie verziehen sich.« »Aber nicht ohne uns. Das geht nicht. Ich bin die Himmelsgöttin und ich werde das nicht erlauben.« Sie machte sich daran aufzustehen, aber Sebastian zerrte sie wieder nach unten. »Sie wollten uns umbringen, Beth. Du warst ziemlich hinüber.« »Richtig. Und wenn du mir jemals wieder Drogen verpasst...« »Du hast sie ja nicht alle,« sagte er. Sie holte aus, um ihm ins Gesicht zu schlagen, doch er packte ihre Hand. »Reiß dich zusammen, Beth. Ich sage dir, sie bringen uns um, wenn sie uns finden. Kapierst du das?« »Sie sind Drecksschweine. Ich werde nicht...« Plötzlich gab es auf der anderen Seite der Rollbahn eine Explosion und als sie sich umdrehten, sahen sie einen Feuerpilz, der sich an der Stelle erhob, wo eben noch die Klinik gestanden hatte. Die Wachen waren in den Jet eingestiegen und Nomura rollte ans Ende der Startbahn. Die Quartiere der Wachmannschaft gingen als nächstes in Flammen auf, danach der Hangar, wo die Treibstofffässer explodierten und eine Stichflamme 150 Meter hoch in den Himmel schoss. »Woher haben die denn Sprengstoff?« fragte Beth. »Wusstest du, dass sie Sprengstoff haben?« »Sie vernichten alle Beweise,« sagte Sebastian. »Auf Befehl aus Japan, da bin ich ganz sicher.« Der Learjet begann gerade mit dem Startvorgang, als Sebastians Bungalow in die Luft flog wie eine Splittergranate, gefolgt von Tucks alter Unterkunft und Beth Bungalow. Auf der ganzen Insel regnete es Feuer. »Meine Schuhe! Da drin waren all meine Schuhe! Ihr verdammten Schweine!« Beth riss sich von Sebastian los und rannte hinaus auf die Rollbahn, gerade in dem Augenblick, als der Learjet vorbeiraste. »Ihr verkommenen Wichser!« Die Himmelsgöttin stand mitten auf der Rollbahn und brüllte sich heiser, während der Learjet in den Wolken verschwand. Wenn sie sie doch bei Alamo gehabt hätten. Mary Jean brachte die Galstream gleich hinter der 747 herunter. Tuck rollte nach der Landung mit knapp 130 Stundenkilometern vom Terminal weg, wo es von Polizeijeeps und Männern in Kampfanzügen nur so wimmelte und, wie er sah, auch ein halbes Dutzend Kamerawagen von diversen Nachrichtensendern herumstand. »Meine Damen und Herren, willkommen in Costa Rica. Die Außentemperatur beträgt 30 Grad und es ist sonnenklar, dass die Dinge von jetzt an unangenehm werden. Ich hoffe, dass alle bereit sind.« Die Polizeijeeps kamen über das Rollfeld auf die beiden Flugzeuge zugerast. Mary Jean wendete die Galstream, so dass sie wieder in Richtung Startbahn stand. Tuck wandte sich an Malink. »Wo ist Roberto?« Malink deutete nach oben. Roberto hing am Griff der Notausstiegsluke. Daneben war eine federgedämpfte Kabelwinde an der Decke festgeschraubt. »Mary Jean, alles klar soweit?« »Schätzchen, halt dich ran, solange noch Zeit ist. Wir haben in ein Hornissen-Nest gestoßen.« Tuck schnappte sich Roberto und stopfte ihn in sein Hemd. »Bleib da«, sagte er. Dann öffnete er die Luke und schaute noch einmal zurück zu Malink. »Ich muss jetzt los.« Malink nahm Tuck in seine massigen Arme und drückte ihn, bis der Flughund zu schreien begann. »Du wirst zurückkommen.« »Wenn du das sagst, Häuptling.« Tuck schaltete die Bordsprechanlage ein und griff zu seinem Kopfhörer. »Los jetzt!«, sagte er und kroch zur Luke hinaus. Die sechs Türen der 747 sprangen alle gleichzeitig auf und die Notrutschen bliesen sich auf und klatschten zu Boden. Die Haifischmenschen ergossen sich über die Notrutschen und Mary Jean brachte die Gulfstream auf Touren, um zu starten. Tuck kletterte auf das Dach und griff noch einmal durch die Luke nach der Nylonschlinge, die an der gefederten Kabelwinde festgemacht war. Die Polizeijeeps hielten zu beiden Seiten der zwei Flugzeuge an. Männer mit Gewehren stellten sich dahinter auf und versuchten zu erkennen, worauf sie eventuell schießen mussten. Die Haifischmenschen rotteten sich zwischen den beiden Flugzeugen zusammen und bildeten einen menschlichen Korridor. Tuck atmete einmal tief durch und sprang vom Dach des Jumbojets. Die abgefederte Kabelwinde tat genau das, wofür Boeing sie konstruiert hatte. Sie ließ den Piloten aus einer Höhe von drei Stockwerken sicher zum Boden hinab. Dort angekommen, rannte Tuck durch den Korridor der Haifischmenschen und sprang in die offene Tür der Gulfstream. »Weg hier!« schrie er. Die Haifischmenschen wichen zurück, Mary Jean löste die Fahrwerksbremsen und der Jet schoss vorwärts. Tuck knallte die Tür zu und erreichte gerade in dem Augenblick das Cockpit, als ein Jeep mit Vollgas über die Rollbahn schleuderte und sich bei dem Versuch, dem Jet auszuweichen, überschlug. »Lass dich mit mir nicht auf Mutproben ein, du Rotznase!« sagte Mary Jean grimmig. »Ich hab James Dean persönlich gekannt.« »Glaubst du, die lassen dich mit dem Ding in die Luft?« »Sollen sie doch mal probieren, mich aufzuhalten.« »Das würde ich gern mal sehen!« Die Polizeijeps stoben förmlich auseinander, als der Jet auf die Startbahn zuraste. Trotz all der Gewehre schien niemand daran interessiert, auch nur einen einzigen Schuss abzufeuern. Tuck schaute zurück und sah, wie die Haifischmenschen winkten, als Mary Jean die Startbahn entlang schoss. Als sie in der Luft waren, sagte sie, »Tucker Case, wenn du dich schon mal änderst, Junge, Junge, dann machst du wirklich keine halben Sachen, stimmt's?« Tuck lachte. »Hast du wirklich James Dean gekannt? Hat sich gut angehört, oder?« Sie drehte sich zu ihm um. Wie nicht anders zu erwarten, war ihr Make-up hundertprozentig auf ihr Kostüm und den Kopfhörer der Garstream abgestimmt. Plötzlich stieß sie einen kurzen Schrei aus. »Tucker! In deinem Hemd sitzt ein Ungeziefer!« »Das ist Roberto,« sagte Tuck. »Ihr nicht mögen Licht!« »Schätzchen, wenn ich so ein Gesicht hätte, dann würde ich auch trübe und lichtlose Umgebung vorziehen. Erinnere mich daran, dass ich deinem Freund eine Probepackung von unserer neuen Antifaltencreme gebe.« »Was war das eben eigentlich für ein Aufstand?« fragte Tuck. »Heldentum, mein Sohn. Ich hab dir am Telefon gesagt, dass ich an die Erlösung glaube, und ich dachte, es ist Zeit, dass ich danach handle, was ich predige. Haben die wirklich die Organe von diesen armen Heiden verkauft?« »Entschuldige bitte, Mary Jean, ich bin dir wirklich dankbar für die Rettungsaktion, aber versuch nicht, mich zu verscheißern. Die Bullen hätten jederzeit die Reifen von dem Jet hier platzschießen können und wir wären immer noch am Boden.« Sie lächelte ein wissendes Lächeln mit einem Hauch von Verschmitztheit. Die Mona Lisa mit einer blunden Perücke. »Man muss den Medien was bieten, mein Sohn. Du würdest staunen, wie weit man in der dritten Welt kommt, wenn man die richtigen Stellen schmiert. Und wenn ich die Publicity bezahlen müsste, die das eben eingebracht hat, würden die Gewinne von diesem Jahr nicht reichen. Du wirst mir die Schmiergelder natürlich erstatten. Jake sagt, dass du dazu in der Lage bist. Die Jungs von der Steuer machen immer so ein säuerliches Gesicht, wenn man versucht, Schmiergelder abzusetzen. Obwohl wir es in dem Fall ja mal mit Wabekosten versuchen könnten. Also vergiss es. Du schuldest mir nichts.« »Dann war das der einzige Grund? Publicity?« »Ich hab mich dir gegenüber schäbig verhalten, Tucker. Nicht, dass du es nicht verdient gehabt hättest, aber ich hatte kein gutes Gefühl dabei. Ich hab dich immer irgendwie als mein kleines schwarzes Schaf betrachtet. Kommt daher, dass ich aus einer Rancher-Familie stamme.« Tucker lächelte. »Egal. Wo fliegen wir hin?« »Ich hab da so'n kleinen Flecken auf den Cayman Islands. Jake wird sich dort mit uns treffen. Er hat eine kleine Freundin dabei.« Rückkehr zum Kannibalenbaum Die Himmelsgöttin erwachte mit einem schrecklichen Schmerz in ihrem Kopf. Sie konnte weder Arme noch Beine fühlen, und irgendetwas schnitt ihr zwischen den Brüsten ins Fleisch. Sie und der Medizinmann hatten zwei Wochen lang in dem verlassenen Dorf gelebt. Das letzte, woran sie sich erinnerte, war, dass der Medizinmann in die Dunkelheit hinausgegangen war und sie ein dumpfes »Wopp« gehört hatte. Als er auf ihr Rufen nicht geantwortet hatte, war sie losgegangen, um ihn zu suchen. Sie öffnete die Augen und blinzelte, um deutlicher sehen zu können. Die Welt schien sich zu drehen, und für eine Sekunde war alles, was sie sehen konnte, ein grüner Schleier, bei dem es sich um den Dschungel handelte. Dann wurde schlagartig alles deutlich. Sie hing zwei Meter über dem Boden am Ende eines Seils aus Kokosfasern und drehte sich langsam um die eigene Achse. Die Verschnürung grub sich in das Fleisch zwischen ihren Brüsten und schnitt die Blutzirkulation in ihren Gliedmaßen ab. Sie hob den Kopf und sah einen steinalten Eingeborenen, der mit einem länglichen Erdofen beschäftigt war, aus dem zu beiden Enden Rauch hervorquoll. Unweit davon war die Kleidung des Medizinmanns aufgehäuft. Der alte Eingeborene hob den Blick und kam auf dürren Beinen auf sie zugeschlendert. In seinem Haar steckten Hühnerfedern und seine Augen hatten einen rheumatischen gelben Schleier. Grinsend bleckte er die Zähne, die aussahen, als seien sie spitz zugefeilt worden, und streckte dann die Hand aus und kniff sie in die Wange. Jamjam, sagte er. Epilog Befördert durch den Einfluss von Mary Jean Dobbins, die in der Hauptstadt eine Fabrik eröffnete, und den Erwerb einer großen Landfläche durch einen anonymen Käufer, wurden die Haifischmenschen als Bürger Costa Ricas anerkannt und ihr Land zum Nationalreservat erklärt. Malink blieb noch viele Jahre Häuptling, und als er zu alt wurde, um die Verantwortung seines Amtes länger tragen zu können, bestimmte er, da er keine Söhne hatte, Abo zu seinem Nachfolger. Abo lernte, die Zeremonien zu Ehren Vinzenz ebenso zu leiten, wie die Gebete um dessen Rückkehr, denn sie alle glaubten, dass er zurückkehren würde. Doch im Laufe der Zeit, als sich die Historie zur Legende wandelte, begannen sie zu glauben, dass Vincent dieses Mal in einem pinkfarbenen Jet zurückkehren würde, begleitet von seinem Propheten Tuck, der sie aus den Klauen der Himmelsgöttin gerettet hatte, und dem großen Seefahrer und Navigator Kimmy, ohne den, so hieß es, der Prophet Tuck seinen eigenen Arsch noch nicht mal mit beiden Händen gefunden hätte. Jeden Jeden Morgen vor dem Frühstück ging Tuck am Strand von Little Kay mit seinem Flughund spazieren. Naja, eigentlich flog der Flughund. Tuck hingegen flog immer am Nachmittag. Er war Besitzer einer fünfsitzigen Cessna, die auf dem Rollfeld neben dem kleinen Haus parkte, in dem er und Seppi wohnten. Mit dem, was von seiner Hälfte des Geldes von den Schweizer Bankkonten noch übrig war, nachdem er das Haus, das Flugzeug und 5000 Hektar Regenwald an der Küste Costa Ricas gekauft hatte, die er den Haifischmenschen überließ, war Tuck in der Lage, Seppi eine Satellitenschüssel samt einem 80 Zentimeter Sony Triniton zu kaufen. Was alles war, was sie von ihm verlangte. Außer seiner Liebe, seiner Loyalität und dass der Flughund aus dem Haus blieb. Tuck gab ihr alles, was sie wollte und verlangte von ihr lediglich, dass sie ihn liebte, respektierte und das Glücksrad leise drehte, wenn er seine Buchhaltung erledigte. Er vermietete sein Flugzeug an die Angler und Taucher, die von Insel zu Insel ziehen wollten, und machte auf diese Weise genügend Geld, damit sie beide anständig essen konnten und Seppi Parfum, Lippenstifte und Wonderbras in Hülle und Fülle hatte, wobei es sich bei Letzteren um eine neue Obsession ihrerseits handelte und nicht selten auch um das einzige Kleidungsstück, das sie trug. Eines Morgens, kurz vor Sonnenaufgang, als sie gerade ein Jahr auf Little K lebten, erblickte Tuck eine Gestalt, die allein am Strand stand. Er wusste, wer es war, noch bevor er nah genug heran war, um ihn zu erkennen. Er fühlte es einfach. und die Fliegeruniform mit den gestärkten Bügelfalten und sagte, du siehst ziemlich gut aus für einen toten Kerl. Vincent nahm eine Packung Zigaretten aus seiner Jackentasche, schnippte eine heraus und zündete sie an. Gute Arbeit, Kleiner, ich denke, wir sind quitt. War das Mindeste, was ich tun konnte, sagte Tuck. Aber kann ich dich mal was fragen? Schieß los, sagte Vincent. Warum hast du's getan? Ich hab überhaupt nichts getan. Ich hab nichts bewegt, ich hab nichts berührt. Alles, was getan wird, tun die Gläubigen. Komm schon, sagte Tuck. Eine vernünftige Antwort habe ich schon verdient. Der Flieger wandte sich für einen Moment ab und betrachtete die Corona über dem Wasser, wo jeden Augenblick die Sonne auftauchen würde. Du hast recht, Kleiner, du verdienst es. Erinnerst du dich an den Vortrag von der Dame, von wegen, dass Verlierer auf Inseln so gut über die Runden kommen, weil es keine Konkurrenz gibt? Ja. Nun ja, das ist nicht der Fall. Inseln sind wie Brutkästen, weißt du? Man muss die Dinge in Gang bringen und wachsen lassen. Sie isolieren. Deswegen suchen sich die Witzfiguren bei euch im Fernsehen ihre Gemeinden auch hinterm Wald, wo niemand ihnen verklickern kann, auf was für ein Blödsinn sie sich da einlassen. Nick einfach, wenn du irgendwas kapierst, Kleiner. Fein. Also, ich hatte diese Wette zu laufen, mit den Jungs, mit denen ich Karten spiele. Es ging darum, dass mein kleiner Kult wirklich groß rauskommt, wenn ich Steuergeld. Die Voraussetzungen haben alle gestimmt. Man braucht Druck. Ich hatte den Krieg. Man braucht ein Versprechen. Ich hatte das Versprechen, dass ich zurückkommen würde, mit Cargo. Läuft alles prima für mich. Dann tauchen diese bescheuerte Dame und der Doc auf und reiten auf meiner Masche und ich denke, hier ist meine Chance groß rauszukommen. Man braucht ein paar Fieslinge, damit die Gemeinde erkennen kann, wer die Guten sind. Stimmt's? Also sag ich mir, Vincent, es ist Zeit, dass du dir einen Moses zulegst. Treib einen Kerl auf, der deine Leute aus dem Schlamassel rettet und versorg sie mit Geschichten, die dir einen Ruf einbringen. Und das war ich? Das warst du. Warum gerade ich? Warum hast du mich ausgesucht? Du hattest nichts zu tun. Und das war alles? Ich hatte nichts zu tun? Sieh den Tatsachen ins Auge, Kleiner. Du bist im Blindflug durch den Nebel gerauscht. Kennst du das Sprichwort der Teufel gibt müßigen Händen Arbeit? Ja, es stimmt, aber nur, wenn er zuerst ankommt. Aber weil noch nicht mal er dich wollte, bin halt ich aufgetaucht. Und jetzt wirst du mir den Rest meines Lebens Ärger machen? nicht so, dass du vierzig Jahre lange in die Wüste müsstest. Worüber machst du dir überhaupt Sorgen? Stimmt, ich bin jetzt wirklich glücklich. Aber warst das jetzt mit uns? Vincent drückte seine Zigarette im Sand aus. Das hängt davon ab, woran du glaubst, Kleiner. Habe ich recht? Er verblasste mit jedem Schritt, den er am Strand entlang ging. Tu nichts, das ich nicht ein Segelkanu am Strand materialisierte. Kimi stand am Ruder und winkte, als Vincent in den Bug des Kanus kletterte. Tuck winkte zurück und hörte auch dann noch nicht auf, als sich das Kanu im Nebel auflöste. Schließlich ging er zurück, um mit Zappi zu frühstücken. Er blieb an der Tür stehen, um seine Schuhe abzutreten, und Roberto landete mit einem dumpfen Geräusch am Fliegengitter und krallte seine Klauen in die Maschen, um nicht abzurutschen. Junge, bin ich froh, dass mit diesem übernatürlichen Zeug jetzt Schluss ist, sagte der Flughund. Mein Ansatz in Bezug auf Recherche ist immer folgender gewesen. Ist das korrekt, oder sollte ich lieber etwas unbestimmter bleiben? Schon beim flüchtigen Überfliegen meiner Bücher wird man feststellen, dass ich den Ausdruck irgendwie häufiger als jeder andere lebende Autor verwende. Meine Leser, die die freundlichsten und intelligentesten Menschen der Welt sind, haben dafür Verständnis. Sie wissen, dass der Versuch, meine Bücher als Referenz zu benutzen, in etwa so sinnvoll wäre, wie glasierte Donuts als Baumaterial zu verwenden. Sie sind sich darüber im Klaren, dass diese Seiten den Meistern des Blödsinns dienen und nicht denen der Genauigkeit. Also, sofern einige der Orte in Himmelsgöttin wirklich existieren, habe ich sie für meine Zwecke abgewandelt. Die Insel Alualu existiert überhaupt nicht, ebenso wenig wie die Haifischmenschen, so wie ich sie beschrieben habe. Es gibt keine aktiven Cargo-Kulte in Mikronesien, ebenso wenig wie Kannibalen. Die Position der Liebesdienerin existierte in der Tat in der Kultur von Jabb, jedoch nur bis vor etwa 100 Jahren. Darüber hinaus existiert auf Jabb und den Inseln der Umgebung ein strenges Kastenwesen und die Schilderung der Art und Weise, wie Frauen auf Jabb behandelt werden, basiert auf meinen persönlichen Beobachtungen. Meine Entscheidung, den Organschmugglern die japanische Staatsangehörigkeit zu verleihen, wurde von geografischen Faktoren diktiert und nicht von Überlegungen in Bezug auf Kultur oder Rasse. Der Großteil der Informationen über Cargo-Kulte stammt aus zweiter Hand von den anthropologischen Forschungen, die auf den Inseln Melanesiens durchgeführt wurden. Die Informationen über Seefahrer, Navigatoren und Navigationskunst Mikronesiens verdanke ich Stephen Thomas' wundervollem Buch The Last Navigator. Meine Schilderung einer Haifischjagd basiert auf der Erzählung eines Highschool-Lehrers auf Jab über die Bewohner der Insel Feis und ich habe keine Ahnung, ob sie zutreffend ist. Die Darstellungen des Alltagslebens auf Alualu, wobei die religiösen Riten und die unumwundene Albernheit ausdrücklich auszunehmen sind, basieren auf meinen eigenen Erlebnissen auf der Insel Mokmok im Oliti-Atoll, wo ich das Privileg der Gastfreundschaft von Häuptling Antonio Taitau und seiner Familie genoss. Vielen Dank an dieser Stelle an Häuptling Antonio, seine Frau Concepcion und seine Töchter Casey und Pamela, die mich durchfütterten und aus dem Brunnen zogen, in dem ich gelandet war, nach zu viel Tuba in der Trinkrunde. Außerdem vielen Dank an Alonso, mein Indiana-Jones-Kid, der mir auf Schritt und Tritt folgte und aufpasste, dass ich auf dem Riff nicht ums Leben kam oder von Haien gefressen wurde, und dem ich vergebe, dass er mich in den Brunnen fallen ließ. Vielen Dank an Frank, den Lehrer, Favo, den Älteren, Hillary, den Steuermann und all die Kinder, die für mich auf Bäume geklettert sind, damit ich immer genügend Kokosmilch zu trinken hatte.